Perfect Passion Sündig Von Jessica Clare Die drei Teenager saßen am Ende des wackeligen Holzstegs, der in den Teich hineinragte. »Heute ist mein 13. Geburtstag«, sagte Daphne Petty zu dem Jungen neben sich, warf ihm einen koketten Blick zu und wickelte sich eine hellrote Locke um einen Finger. »Du weißt doch, was das bedeutet, oder?« »Dass es auch Audreys Geburtstag ist?« Kate sah um Daphnes Schulter herum zu ihrer ruhigeren Zwillingsschwester und lächelte sie an. Audre erwiderte sein Lächeln schüchtern und freute sich über seine Bemerkung. Sie saß hinter ihrer lebhaften, zum Flirten aufgelegten Schwester und sagte nichts. So war es eigentlich immer. Daphne bekam die ganze Aufmerksamkeit und Audre stand immer daneben. Das machte ihr im Grunde genommen nichts aus, vor allem da Daphne im Allgemeinen die böse Zwillingsschwester war und Audre gern die Rolle der Guten übernahm. Man bekam deutlich weniger Ärger, wenn man die Gute war, und wenn Audre eines hasste, dann war das Ärger zu bekommen. »Das habe ich nicht gemeint«, erwiderte Daphne schmollend und stieß ihn an. »Schau mich gefälligst an!« Sofort glitt Kates amüsierter Blick zurück zu Daphne. »Mach ich doch!« »Nein, du guckst Audre an!« »Gefalle ich dir nicht, Kate!« Sie zwirbelte weiterhin die Haarlocke um ihren Finger, wie es ihre große Schwester Gretchen oft tat, die damit immer eine beachtliche Wirkung zu erzielen schien. Für Gretchen interessierten sich die Jungs immer, und Daphne wollte von ihr alles lernen, was sie ihr beibringen konnte. »Ihr gefällt mir beide«, entgegnete Kate fröhlich und zerzauste Daphnes Haare, als wäre sie noch ein Kind. »Ihr seid beide meine Freunde.« »Ihr sind beste Freunde«, fügte Audre leise hinzu und ließ die Beine baumeln. Daphne verdrehte bei den Worten ihrer Zwillingsschwester die Augen. »Man kann keinen Jungen als besten Freund haben. Jungs können nur dein Freund sein.« Kate hätte beinahe laut losgelacht. »Ihr seid beide zu jung für mich. Ich bin jetzt fünfzehn, und ihr seid gerade erst dreizehn geworden.« »Aber es ist mein«, Daphne sah ihre Zwillingsschwester an, »unser Geburtstag.« »Und du musst uns was schenken.« Kate zupfte an seinem ausgefransten Kragen. Sein T-Shirt war ausgeblichen und verschlissen, wie fast alles andere, was er besaß. Niemand sprach darüber, aber die Archers waren die ärmste Familie dieses ohnehin schon recht armen Blocks und sogar noch ärmer als Audreys und Daphnes Eltern, die für sehr wenig Geld sehr viel arbeiten mussten. »Ich habe kein Geld, Daphne. Du weißt doch, dass ich erst im nächsten Jahr arbeiten gehen kann.« »Das macht nichts«, erklärte Audrey. »Du kannst uns ja etwas schenken, das nichts kostet.« »Und das wäre?« »Ein Kuss«, dachte Audrey verträumt und musterte Kates schöne blauen Augen und sein blondes Haar. »Du könntest uns zeigen, wie man mit einem Jungen rummacht«, erklärte Daphne verschmitzt. »Ich muss das üben, damit ich mich bei meinem ersten Freund nicht blöd anstelle.« Kate war entsetzt. »Was? Das könnt ihr vergessen. Ihr beide seid für mich wie meine kleinen Schwestern.« Das war nicht das erste Mal, dass er sie als seine Schwestern bezeichnete. Audrey brach dann immer beinahe das Herz, aber sie sah, dass ihre Zwillingsschwester weiterhin zu allem entschlossen war. Normalerweise akzeptierte Daphne kein Nein als Antwort. »Nimmst du uns wenigstens in den Arm?«, fragte Daphne zuckersüß. »Aber klar«, erwiderte Kate, beugte sich vor und legte einen Arm um Daphne. Sie warf ihm sofort die Arme um den Hals und drückte ihren Mund auf seinen, um ihn mit diesem Kuss zu überrumpeln. Audrey stand vor Schreck der Mund offen, als ihre Zwillingsschwester den Jungen, in den Audrey verknallt war, was Daphne ganz genau wusste, küsste und regelrecht überfiel. Kate stieß ein überraschtes Geräusch aus und versuchte, sich ihr zu entziehen, aber Daphne klammerte sich wie ein Äffchen an ihn. »Lass das, Daph!«, zischte Audrey, die immer wütender wurde. »Wie konnte Daphne es wagen, so etwas mit Kate zu machen?« »Es war schon schlimm genug, dass sie ihn ständig mit Beschlag belegte.« »Hör auf damit!« Aber Daphne hörte nicht auf. Sie stieß sogar noch ein kehliges »Mmm« aus, um Audrey noch mehr zu ärgern. Da schubste Audrey ihre Zwillingsschwester in den Teich. Daphne fiel schreiend ins Wasser und Kate gelang es gerade noch eben auf dem Steg nach hinten zu taumeln. Er starrte Audrey erstaunt an, was völlig verständlich war, da Audrey selbst über das verblüfft war, was sie gerade getan hatte. Verdammt, sie war einfach zu impulsiv. Audrey versuchte immer, ihr Temperament im Zaum zu halten, wirklich, aber manchmal gelang es ihr einfach nicht. So wie eben. Daphne tauchte aus dem schmutzigen Teich auf, kreischte laut und schlug auf das Wasser ein. »Audrey, du blöde Kuh!« schrie sie. »Hilf mir hier raus, Kate!« »Das war nicht cool, Audrey«, sagte Kate, der sich vom Steg herunterbeugte und Daphne eine Hand reichte. Als sie weiterhin im Wasser zappelte, seufzte er und sah zu Audrey hinüber, die noch immer wie erstarrt dastand. Sie hatte sich doch so sehr bemüht, der gute Zwilling zu sein. »Hier, halt das mal«, sagte Kate, zog sein T-Shirt aus und reichte es ihr. Dann sprang er ins Wasser, packte Daphne, die sofort weinend in seine Arme sank und schwamm mit ihr ans nächste Ufer. Einen Augenblick später hockten sie beide tropfnass am Rand des Teiches. Audrey stand noch immer auf dem Steg, drückte sich Kates T-Shirt an die Brust und war schockiert über das, was sie getan hatte. Sie hatte ihre Zwillingsschwester reingeschubst, nur weil Daphne den Jungen geküsst hatte, in den Audrey verknallt war. Aber er war nicht irgendein Junge. Er war Kate. Audrey himmelte ihn schon seit Ewigkeiten an, und Daphne begehrte ihn nur, weil Audrey es tat. Aber so war es immer. »Du hast mich gerettet«, schluchzte Daphne und klammerte sich an Kate. »Aber natürlich«, beruhigte er sie, »ich würde dich immer retten, Daphne, und das weißt du auch.« Damit hatte er recht. Auch wenn sie zwei Jahre jünger waren, so durchstreiften sie doch schon seit Jahren mit Kate ihr Viertel, fischten nach Flusskrebsen, spielten im Teich oder waren gemeinsam mit den Rädern unterwegs. Immer wieder geriet Daphne in Schwierigkeiten, wie das eine Mal, als sie in einen Gulli geklettert war und Kate ihr zu Hilfe eilen musste. Daphne geriet in Not, und Kate musste sie retten. Audrey stand immer daneben, da sie schließlich der gute Zwilling war. Doch heute war es anders abgelaufen, weil Audreys Temperament mit ihr durchgegangen war und sie sich in einem Sekundenbruchteil in den bösen Zwilling verwandelt hatte. Daphne schob sich das nasse Haar aus der Stirn und funkelte Audrey wütend an. »Ich gehe nach Hause und sag es Mom. Das wird dir noch leid tun, Audrey.« Sie drehte sich um und stapfte zurück zu den Häusern. Audrey sog die Luft ein. Sie würde bestimmt Hausarrest bekommen. »Anscheinend ist eure Geburtstagsfeier früher zu Ende als geplant,« stellte Kate fest, der zu ihr auf den Steg kam und nach seinem T-Shirt griff. Er zog es sich über den Kopf und strich sich dann mit den Fingern durch das nasse Haar. »Das ist schon okay,« antwortete Audrey. »Sie wird mir verzeihen. Wir sind Zwillinge und können einander nie lange böse sein.« Kate grinste und zerzauste Audreys Haar. »Aber da ihr Zwillinge seid, kann ich wohl kaum einer was schenken und der anderen nicht.« Bei diesen Worten beugte er sich vor und küßte sie auf die mit Sommersprossen übersäte Wange. Audrey wurde puterrot und riss staunend den Mund auf. Kate fuhr ihr noch einmal durch das Haar und grinste. »Alles Gute zum Geburtstag, Audrey.« Als sie weiterhin nur wie erstarrt dastand, fügte er hinzu, »Du solltest lieber mal nach Daph sehen.« Sie nickte und rannte Daphne hinterher. Ihre Wange kribbelte an der überaus perfekten Stelle, an der er sie geküsst hatte. Natürlich bekam Audrey für den Rest des Tages Hausarrest. Daphne hatte ihre Geschichte weinend ihren Eltern vorgetragen, die dementsprechend entrüstet waren. Audrey wurde früh ins Bett geschickt und durfte weder Fernsehen noch am Computer spielen, während Daphne lang aufbleiben und Geburtstagskuchen essen durfte. Daphne war wütend auf Audrey, und das war für sie fast genauso schlimm wie Ärger zu bekommen. Aber an diesem Tag hatte sie auch zwei Dinge gelernt. Erstens, sie würde nie wieder die Kontrolle verlieren und zum bösen Zwilling werden. Und zweitens, dass sie zweifellos und bis über beide Ohren in Kate Archer verliebt war. Zwölf Jahre später Audrey sah in den Badezimmerspiegel, glättete eine Locke, die aus ihrem eng gesteckten Dutt entwichen war, und richtete dann zum achten Mal an diesem Morgen ihren Blazer. Es war Zeit, mit dem Boss zu reden. Sie verließ das Bad und musste sich zusammenreißen, da sie vor Unruhe und Furcht ganz zittrig war. Allerdings sah man ihr das nicht an. Sie war sehr gut darin, auch unter Stress ruhig und kontrolliert zu wirken, und dies war definitiv eine dieser Situationen. Ihre flachen Absätze klapperten über die Marmorböden des Hauptquartiers des Hawkins-Konglomerats, als sie die Post aus dem Eingangskopf fischte und zurück zu ihrem Schreibtisch ging. Sobald sie die Umschläge durchgesehen und die, die an Logan persönlich gerichtet waren, aussortiert hatte, wickelte sie ein Gummiband um den Rest und legte sie in ihren Postkasten, um sich später damit zu befassen. Ihre Hand schwebte über der Boulevardzeitschrift, die auf ihrem Schreibtisch lag. Nach kurzem Überlegen faltete sie das Heft einmal und klemmte es sich unter den Arm. Dann ging sie mit der Post in der Hand zu der geschlossenen Tür, die zu Logan Hawkins Büro führte, und klopfte zweimal an. »Herein«, rief er. Sie trat ein, und ihr Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Er blickte nicht auf, als sie näher kam, sondern tippte weiterhin auf seinem Laptop herum. Das war ihre übliche Routine. Audrey ging zu seinem Postausgangskasten und nahm alle Memos und Faxe, um die sie sich kümmern sollte, heraus. Dann legte sie seine Privatpost in den Posteingangskasten und sah ihn an. Aber sie konnte sich nicht dazu durchringen, die Bitte auszusprechen. Also spielte sie auf Zeit. »Möchten Sie einen Kaffee, Mr. Hawkins?« »Ja, gerne.« Sie trat zu der Keurig-Maschine, die in ihrem angrenzenden Büro stand, brühte ihm eine Tasse auf und wartete ungeduldig, bis die Maschine fertig war. Dann gab sie Zucker und Milch hinzu, rührte um und verfluchte sich innerlich dafür, dass sie das Thema noch immer nicht angeschnitten hatte. Mit der Tasse in der Hand kehrte sie in sein Büro zurück und stellte sie auf den Schreibtisch. Wieder sah er nicht auf. »Haben Sie heute irgendwas für die Reinigung, Mr. Hawkins?« »Nein.« Er griff nach der Tasse und warf Audrey einen misstrauischen Blick zu. »Stimmt irgendwas nicht?« Und sie hatte geglaubt, es gut verbergen zu können. Audrey umklammerte die zusammengefaltete Zeitschrift mit einer Hand und stand unschlüssig vor dem Schreibtisch. »Ich... muss ein paar Tage frei nehmen.« Logan sah sie über den Tassenrand hinweg an und runzelte die Stirn. »Sie wollen Urlaub?« Natürlich kam das nicht gut bei ihm an, das hatte sie sich schon gedacht. In den dreieinhalb Jahren, die sie jetzt für Logan Hawkins arbeitete, hatte sie nicht einen Tag bei der Arbeit gefehlt. Sie war schon hier, wenn er morgens kam, ging erst nach ihm nach Hause und plante ihren Urlaub so, dass er sich mit seinem überschnitt, um seinen Zeitplan nicht zu gefährden. Sie war eine mustergültige Angestellte. Sie sorgte dafür, dass alles ruhig und so glatt wie möglich seinen Gang ging. Wenn er sie um etwas bat, dann kümmerte sie sich darum. Bis heute hatte sie nicht ein einziges Mal darum gebeten, sich einen freien Tag nehmen zu können. Audrey schluckte schwer. »Leider ja.« »Wie lange?« »Ich... ich weiß es nicht. Es geht um eine persönliche Angelegenheit.« Sehr, sehr langsam klappte sie die Zeitschrift auf und reichte sie ihm. Logan warf das Heft auf seinen Schreibtisch und beäugte das Titelblatt. Die Schlagzeile war knallgelb und sprang einem von dem grobkörnigen Foto förmlich ins Gesicht. »Popprinzessin bei Kokainorgie erwischt! Fotos auf Seite 17!« Auf dem Bild war eindeutig das Gesicht ihrer Zwillingsschwester zu erkennen, die Spindeldürr aussah, das verfilzte Haar schwarz gefärbt hatte und mit einem dümmlichen Grinsen auf den Lippen eine Line auf der Toilette eines Clubs zog, wobei sie sich an zwei Männer mit ebenso dämlichem Gesichtsausdruck lehnte. Audrey wusste nicht, wer die beiden waren. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, mit wem sich Daphne so alles abgab. Daphnes Manager kümmerte sich um alles, zumindest theoretisch. Sie vermutete allerdings, dass er vor allem an seinen eigenen Interessen und erst an zweiter Stelle an Daphnes dachte. Logan musterte die Zeitschrift und sah dann erneut Audrey an. »Ihre Schwester?« Sie nickte kurz. »Mir ist bewusst, dass das sehr ungelegen kommt, aber ich habe schon einiges vorbereitet, damit ihr Zeitplan nicht durcheinander gerät. Kathy von der Personalabteilung hat mir versichert, dass sie mir eine Praktikantin hochschickt, damit ich sie einarbeiten kann und sie so lange meine täglichen Pflichten übernimmt. In Ordnung. Ich werde sicherstellen, dass sie gut eingearbeitet ist, bevor ich gehe, und ich werde mein Handy immer bei mir tragen, damit sie mich erreichen können, oder auch die Aushilfe, falls sie irgendetwas brauchen. Außerdem habe ich ihr Adressbuch und ihren Kalender auf den neuesten Stand gebracht. »Das Meeting nächste Woche, das geht schon in Ordnung, Audrey. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen.« Er rollte das Heft zusammen und gab es ihr zurück. »Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie medizinische Hilfe für sie besorgen werden?« Sie nahm ihm die Zeitschrift mit zitternden Fingern ab, da sie ungemein erleichtert war. »Sie weigert sich, in eine Klinik zu gehen, hat aber zugestimmt, eine Weile mit mir zu verreisen und auf Partys und Drogen zu verzichten. »Ich werde im Grunde genommen die Anstandsdame spielen und dafür sorgen, dass sie davon wegkommt.« Sie zögerte. »Das könnte ein paar Wochen dauern, vielleicht sogar länger. Falls das ein Problem darstellt, machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Sie persönliche Erledigungen machen müssen, ich komme schon klar, Audrey.« Sie sah an seinen Augenbrauen, dass er anfing, sich über Sie zu ärgern. »Falls es persönliche Erledigungen gibt, dann bitte ich Bronte, sich darum zu kümmern. Das ist überhaupt kein Problem. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen, Ihre Familie geht vor.« Sie hätte nie geglaubt, dass sie diese Worte mal aus dem Mund des Milliardärs Logan Hawkins hören würde. Seine Verlobte schien einen enormen Einfluss auf ihn zu haben. Audrey nickte. »Danke, Mr. Hawkins. Ich werde alles Weitere mit Kathy besprechen. Schließen Sie bitte die Tür, wenn Sie rausgehen.« Er wandte sich wieder seinem Computer zu und tippte weiter. Sie verließ leise sein Büro und schloss die Tür hinter sich. Erst danach lehnte sie sich an die Wand und atmete erleichtert auf. Das war viel besser gelaufen, als sie erwartet hatte. Er war in der Tat umgänglicher geworden. Vor zwei Jahren, nein, eigentlich noch vor sechs Monaten, hätte Logan ihr mit kaum verschleierten Worten zu verstehen gegeben, dass sie für einen adäquaten Ersatz zu sorgen hatte, wenn ihr der Job lieb war. Er bezahlte sie schließlich auch sehr gut, und wenn es ihr nicht gelang, ihre Arbeit zu seiner Zufriedenheit auszuführen, dann würde er sich eben jemand anderen suchen, der das konnte. Aber das war natürlich VDO gewesen. Vor dem Orkan. Und vor Bronte. Dennoch hatte ihn Audrey nur ungern um diesen Gefallen gebeten. Logan wusste, dass Daphne ihre Zwillingsschwester war, und er war ihr einmal auf einer ziemlich unsäglichen Dinnerparty begegnet. Die meisten Menschen hatten nicht die geringste Ahnung, dass Audrey eine Zwillingsschwester hatte, und sie erwähnte diese auch nie. Sie hatte auf die harte Tour lernen müssen, dass solche Unterhaltungen immer eine von drei Richtungen einschlugen. Szenario 1 Großer Gott, du bist mit Daphne Petty verwandt? Der Daphne Petty? Der Sängerin? Kannst du mir ein Autogramm besorgen? Gratistickets dafür sorgen, dass sie zur Geburtstagsparty meines Kindes kommt? Szenario 2 Daphne Petty? Wirklich? Ihr seht euch gar nicht ähnlich. Sie ist so dünn und glamourös, und du... Bist das nicht? Szenario 3 Daphne Petty? Du armes Ding! Ist sie wirklich so, wie es die Zeitungen schreiben? Szenario 1 war einfach nur lästig, aber sie hatte schon vor langer Zeit gelernt, damit umzugehen. Nein, sie konnte nicht dafür sorgen, dass man kostenlos Merchandiseartikel, Tickets oder Daphnes neueste CD bekam. Nein, sie konnte Daphne auch nicht dazu bewegen, auf irgendeiner Geburtstagsparty zu singen. Aber sie hatte immer eine Visitenkarte des Managers von Daphnes Fanclub in der Tasche, die sie bei Bedarf weitergab. Szenario 2 war nervig, aber auch damit wurde sie schon seit einer Ewigkeit fertig. Auf der Bühne trug Daphne wilde, farbenfrohe Outfits und sehr viel Make-up. Sie trug immer Schuhe mit 15 cm hohen Absätzen, dicke falsche Wimpern und in einer schicken Farbe gefärbte Haare, wenn sie irgendwo in der Öffentlichkeit erschien. Auf Anordnung ihrer Plattenfirma hatte sie schon vor Jahren so viel abgenommen, dass sie dem Hollywood-Ideal entsprach. Auch wenn Audrey insgeheim vermutete, dass das eher an den Drogen als an einer gesunden Diät lag. Außerdem hatte Audrey ihrer Zwillingsschwester nie besonders ähnlich gesehen. Audreys Haare waren glatt, weich und noch genauso kupferrot wie in ihrer Kindheit. Ihre Haut war übersät von hellen Sommersprossen, die man jedoch nur sah, wenn sie kein Make-up trug. Sie schminkte sich nur dezent, was auch sehr gut zu ihren konservativen Business-Kostümen passte. Außerdem hatte sie einige Kleidergrößen mehr aufzuweisen als ihre Zwillingsschwester. Während Daphne Kleider in XS trug, war Audrey viel weicher, kurviger und fast schon drall. Auch falsche Wimpern oder hochheikige Schuhe sah man nie bei ihr. Sie sah Daphne nur ähnlich, wenn man die Augen zusammenkniff und Fotos von ihnen verglich. Sie war daran gewöhnt, wegen ihres Aussehens beleidigt zu werden und dass man sie um Gefallen bat. Aber das Schlimmste an Szenario 3 war das Mitleid. Die Blicke, die sie in den letzten beiden Jahren nur zu gut zu erkennen gelernt hatte. Der Gesichtsausdruck des Gegenübers, wenn er sich an die letzten Berichte in den Boulevardzeitungen erinnerte, die sich über Daphnes Eskapaden ausließen, ihre Verhaftungen, ihre öffentlichen Entgleisungen und die Gerüchte über Drogen, Alkohol, Männer und Exzesse. Über das Wrack, zu dem die strahlende, wilde Daphne Patty geworden war. Und Audrey hatte nichts dagegen tun können. Sie hatte hilflos daneben gestanden, während sich ihre willensstarke Zwillingsschwester immer weiter von ihr entfernte und alles genoss, was ihr dieser rasante Lebensstil bieten konnte. Das brachte Audrey beinahe um. Aus diesem Grund hasste sie das Mitleid noch viel mehr als alles andere. Schließlich versuchte sie ja verzweifelt, etwas zu unternehmen, und jetzt hatte sie endlich die Gelegenheit dazu. Letzte Nacht um drei Uhr hatte Daphne sie weinend vom Rücksitz eines Streifenwagens aus angerufen. Sie hatte sich an Audrey und nicht etwa an ihre eigenen Leute gewandt, und obwohl sie sich in Los Angeles aufhielt und Audrey ihr nicht wirklich helfen konnte, hatte ihr das Leid ihrer Schwester das Herz gebrochen. Daphne hatte sie angerufen. Sie wollte Hilfe, zwar nicht in einer Entzugsklinik, wie sie gesagt hatte, da das nur wieder in den Medien bereitgetreten würde und sie schon zweimal erfolglos einen Entzug gemacht hatte. Sie wollte nur die Chance, irgendwo unterzutauchen und mit Audreys Hilfe an ihr altes Leben anzuknüpfen. Daphne hatte ihr geschworen, dass dieses Mal alles anders laufen würde. Sie würde die Finger von den Drogen und dem Alkohol lassen, wenn Audrey ihr nur dabei half. Sie hatte sonst niemanden, dem sie vertrauen konnte. Also hatte Audrey versprochen, ihr zu helfen. Sie würde mit ihrer Zwillingsschwester verreisen, ihr eigenes Leben aufs Abstellgleis schieben und wieder einmal Daphne zu Hilfe kommen. Sie hatte ihre schluchzende Schwester am Telefon beruhigt und danach sofort Daphne's Management wegen ihrer Verhaftung angerufen. Wie schon so oft hatte man auch dieses Mal dafür sorgen können, dass nichts darüber bekannt wurde. Daphne wurde freigelassen und wurde am nächsten Morgen nach New York fliegen. Dann würde Audrey mit dem schwierigen Unterfangen beginnen, unter all den Drogen und Abstürzen nach der echten Daphne zu suchen. Sie konnte nur hoffen, dass sie sie auch finden würde. Audrey knabberte an einer Brezel und blätterte in dem Liebesroman, den sie sich im Supermarkt gekauft hatte. Sie sah auf die Uhr, seufzte und griff noch einmal in die Brezelpackung. Es war schon spät und sie trug bereits ihren Schlafanzug. Daphnes Flieger hätte schon vor Stunden landen sollen und sie hatte versprochen, versprochen, vom Flughafen sofort zu Audreys Wohnung zu kommen. Audrey hatte ihrer Schwester angeboten, sie abzuholen, aber Daphne hatte dem widersprochen und lachend gesagt, dass sie sich gut genug in New York auskannte. Doch je später es wurde, desto mehr war Audrey davon überzeugt, dass Daphne unterwegs noch ein paar Zwischenstops eingelegt hatte. Und das machte sie wütend. Um kurz nach eins klopfte es an der Tür und irgendjemand kicherte. Audrey verdrängte ihren Zorn, ging zur Tür und sah durch den Spion. Natürlich stand Daphne vor der Tür, zusammen mit einem Fremden. Audrey löste die Kette, schloss auf und öffnete die Tür, um Daphne und ihren Begleiter wütend anzustarren. Daphne stützte sich schwer auf den großen, dünnen Mann, der ganz in schwarz gekleidet war und riesige Plaques in den Ohren hatte. Außerdem waren auch seine Augenbrauen mehrfach gepierst, er hatte einen tätowierten Hals und seine hellgrünen Haare waren zu einer Irokesenfrisur hochgegelt. Daphne war wie immer völlig hinüber. Ihre Jeans und ihr T-Shirt waren voller Flecken, ihr Haar hing ihr als zotteliger Zopf über die Schulter und der Inhalt ihres Koffers hatte sich auf dem Hausflur verteilt. Die beiden schwanken und konnten nicht aufhören zu kichern, obwohl Audrey sie wütend anstarrte. Sie waren betrunken, eigentlich sogar sturzbesoffen. »Du hättest schon vor Stunden hier sein sollen, Daphne«, sagte Audrey. »Wo bist du gewesen? Ich hab mir große Sorgen gemacht.« Daphne zuckte mit den Achseln und drängelte sich an Audrey vorbei in die Wohnung. »Der Flug war schrecklich und danach war ich ganz verspannt, sodass ich mit Stan noch was trinken gegangen bin.« Audrey beäugte Stan, als ihre Schwester an ihr vorbeitaumelte. Als er ihr folgen wollte, hielt sie ihn davon ab und lächelte ihn höflich an. »Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast.« Er grinste und entblößte dabei einen Goldzahn. »Darf ich nicht reinkommen?« »Nein, das darfst du nicht.« Erst sah es so aus, als wollte er sich mit ihr streiten. Doch dann ging er zurück zum Fahrstuhl und war viel zu betrunken, um überhaupt zu begreifen, dass er gerade seine berühmte neue Freundin aufgegeben hatte. Audrey schloss schnell die Tür und verriegelte sie. Dann starrte sie Daphne erbost an, aber ihre Schwester lag schon ausgestreckt auf der Couch. »Ich fasse es nicht, Daph,« sagte Audrey, »du hast getrunken? Wolltest du nicht herkommen, um endlich dein Leben in den Griff zu bekommen?« »Morgen,« erwiderte Daphne, die zwischen den Kissen versunken war und keine Anstalten machte, wieder aufzustehen. »Ich fange morgen damit an. Hör auf, hier rumzuschreien.« »Ich schreie nicht,« brüllte Audrey und zuckte dann zusammen, als ihr Nachbar an die Wand hämmerte. Frustriert nahm Audrey Daphnes Koffer und schleppte ihn ins Schlafzimmer. Na gut, so sah Daphnes Leben aus. Audrey würde ihr einfach keine Wahl lassen. Sie würde wieder einmal die Kontrolle übernehmen und Daphne vor sich selbst retten. Sie warf den Koffer aufs Bett, kehrte ins Wohnzimmer zurück und hob Daphnes Handtasche auf. Ihre Schwester schnarchte schon auf der Couch und bekam nicht mehr mit, was Audrey so trieb. Audrey ging zurück ins Schlafzimmer und kippte den Inhalt der Handtasche aufs Bett. Der übliche Krempel fiel auf die Tagesdecke. Ein halber Proteinriegel, drei Lippenstifte, ein paar Kugelschreiber, Haarklemmen und Kreditkarten. Außerdem waren da noch mehrere Döschen mit rezeptpflichtigen Medikamenten, und Audrey biss sich auf die Lippe und runzelte die Stirn, als sie sich die Etiketten durchlas. Zwei davon waren nicht einmal für Daphne bestimmt. Sie spülte die Medikamente und das kleine Tütchen mit weißem Pulver, das sie ebenfalls entdeckt hatte, in der Toilette herunter. Daphne würde stinksauer sein, wenn sie aufwachte, aber das war Audrey egal. Danach durchsuchte sie den Koffer und fand noch weitere kleine Pillendöschen, auf denen andere Namen standen, noch mehr Drogen und ein dickes Päckchen, das im Futter des Koffers versteckt war. Sie warf alles in den Müll und wurde bei jedem Gegenstand, den sie wegwarf, entschlossener. Daphne wollte Audreys Hilfe, um clean zu werden? Sie war durchaus bereit, ihrer Schwester zu helfen, aber sie zweifelte daran, dass diese es auch wirklich ernst meinte. Aber da hatte ihre Schwester Pech gehabt, denn Audrey hatte vor, die Sache bis zum Ende durchzustehen. Sie kehrte ins Wohnzimmer zurück und musterte Daphne, die jetzt schnarchend auf dem Sofa lag. Daphnes Make-up war über ihre zarten Gesichtszüge verschmiert und ihr Mund stand offen. Audrey würde ihre Zwillingsschwester zurückbekommen, dafür würde sie schon sorgen, ohne Wenn und Aber. Daphne würde wütend sein und sie bedrohen, aber das war ihr egal. Denn Audrey musste das ein für alle Mal beenden. Sie hatte schon jetzt das Gefühl, Daphne verloren zu haben. Daphnes Manager kümmerte sich um alles, zumindest theoretisch. Sie vermutete allerdings, dass er vor allem an seinen eigenen Interessen und erst an zweiter Stelle an Daphnes dachte. Logan musterte die Zeitschrift und sah dann erneut Audrey an. Ihre Schwester? Sie nickte kurz. Mir ist bewusst, dass das sehr ungelegen kommt, aber ich habe schon einiges vorbereitet, damit ihr Zeitplan nicht durcheinander gerät. Kathy von der Personalabteilung hat mir versichert, dass sie mir eine Praktikantin hochschickt, damit ich sie einarbeiten kann und sie so lange meine täglichen Pflichten übernimmt. In Ordnung. Ich werde sicherstellen, dass sie gut eingearbeitet ist, bevor ich gehe, und ich werde mein Handy immer bei mir tragen, damit sie mich erreichen können, oder auch die Aushilfe, falls sie irgendetwas brauchen. Außerdem habe ich ihr Adressbuch und ihren Kalender auf den neuesten Stand gebracht. Das Meeting nächste Woche, das geht schon in Ordnung, Audrey. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen. Er rollte das Heft zusammen und gab es ihr zurück. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie medizinische Hilfe für Sie besorgen werden? Sie nahm ihm die Zeitschrift mit zitternden Fingern ab, da sie ungemein erleichtert war. Sie weigert sich, in eine Klinik zu gehen, hat aber zugestimmt, eine Weile mit mir zu verreisen und auf Partys und Drogen zu verzichten. Ich werde im Grunde genommen die Anstandsdame spielen und dafür sorgen, dass sie davon wegkommt. Sie zögerte. Das könnte ein paar Wochen dauern, vielleicht sogar länger. Falls das ein Problem darstellt, machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Sie persönliche Erledigungen machen müssen, ich komme schon klar, Audrey. Sie sah an seinen Augenbrauen, dass er anfing, sich über sie zu ärgern. Falls es persönliche Erledigungen gibt, dann bitte ich Bronte, sich darum zu kümmern. Das ist überhaupt kein Problem. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen. Ihre Familie geht vor. Sie hätte nie geglaubt, dass sie diese Worte mal aus dem Mund des Milliardärs Logan Hawkins hören würde. Seine Verlobte schien einen enormen Einfluss auf ihn zu haben. Audrey nickte. Danke, Mr. Hawkins. Ich werde alles weitere mit Kathy besprechen. Schließen Sie bitte die Tür, wenn Sie rausgehen. Er wandte sich wieder seinem Computer zu und tippte weiter. Sie verließ leise sein Büro und schloss die Tür hinter sich. Erst danach lehnte sie sich an die Wand und atmete erleichtert auf. Das war viel besser gelaufen, als sie erwartet hatte. Er war in der Tat umgänglicher geworden. Vor zwei Jahren, nein, eigentlich noch vor sechs Monaten, hätte Logan ihr mit kaum verschleierten Worten zu verstehen gegeben, dass sie für einen adäquaten Ersatz zu sorgen hatte, wenn ihr der Job lieb war. Er bezahlte sie schließlich auch sehr gut, und wenn es ihr nicht gelang, ihre Arbeit zu seiner Zufriedenheit auszuführen, dann würde er sich eben jemand anderen suchen, der das konnte. Aber das war natürlich VDO gewesen. Vor dem Orkan. Und vor Bronte. Dennoch hatte ihn Audrey nur ungern um diesen Gefallen gebeten. Logan wusste, dass Daphne ihre Zwillingsschwester war, und er war ihr einmal auf einer ziemlich unsäglichen Dinnerparty begegnet. Die meisten Menschen hatten nicht die geringste Ahnung, dass Audrey eine Zwillingsschwester hatte, und sie erwähnte diese auch nie. Sie hatte auf die harte Tour lernen müssen, dass solche Unterhaltungen immer eine von drei Richtungen einschlugen. Szenario 1 Großer Gott, du bist mit Daphne Petty verwandt? Der Daphne Petty? Der Sängerin? Kannst du mir ein Autogramm besorgen? Gratistickets dafür sorgen, dass sie zur Geburtstagsparty meines Kindes kommt? Szenario 2 Daphne Petty? Wirklich? Ihr seht euch gar nicht ähnlich. Sie ist so dünn und glamourös, und du... Bist das nicht? Szenario 3 Daphne Petty? Du armes Ding! Ist sie wirklich so, wie es die Zeitungen schreiben? Szenario 1 war einfach nur lästig, aber sie hatte schon vor langer Zeit gelernt, damit umzugehen. Nein, sie konnte nicht dafür sorgen, dass man kostenlos Merchandiseartikel, Tickets oder Daphnes neueste CD bekam. Nein, sie konnte Daphne auch nicht dazu bewegen, auf irgendeiner Geburtstagsparty zu singen. Aber sie hatte immer eine Visitenkarte des Managers von Daphnes Fanclub in der Tasche, die sie bei Bedarf weitergab. Szenario 2 war nervig, aber auch damit wurde sie schon seit einer Ewigkeit fertig. Auf der Bühne trug Daphne wilde, farbenfrohe Outfits und sehr viel Make-up. Sie trug immer Schuhe mit 15 cm hohen Absätzen, dicke falsche Wimpern und in einer schicken Farbe gefärbte Haare, wenn sie irgendwo in der Öffentlichkeit erschien. Auf Anordnung ihrer Plattenfirma hatte sie schon vor Jahren so viel abgenommen, dass sie dem Hollywood-Ideal entsprach. Auch wenn Audrey insgeheim vermutete, dass das eher an den Drogen als an einer gesunden Diät lag. Außerdem hatte Audrey ihrer Zwillingsschwester nie besonders ähnlich gesehen. Audreys Haare waren glatt, weich und noch genauso kupferrot wie in ihrer Kindheit. Ihre Haut war übersät von hellen Sommersprossen, die man jedoch nur sah, wenn sie kein Make-up trug. Sie schminkte sich nur dezent, was auch sehr gut zu ihren konservativen Business-Kostümen passte. Außerdem hatte sie einige Kleidergrößen mehr aufzuweisen als ihre Zwillingsschwester. Während Daphne Kleider in XS trug, war Audrey viel weicher, kurviger und fast schon drall. Auch falsche Wimpern oder hochhackige Schuhe sah man nie bei ihr. Sie sah Daphne nur ähnlich, wenn man die Augen zusammenkniff und Fotos von ihnen verglich. Sie war daran gewöhnt, wegen ihres Aussehens beleidigt zu werden und dass man sie umgefallen bat. Aber das Schlimmste an Szenario 3 war das Mitleid. Die Blicke, die sie in den letzten beiden Jahren nur zu gut zu erkennen gelernt hatte. Der Gesichtsausdruck des Gegenübers, wenn er sich an die letzten Berichte in den Boulevardzeitungen erinnerte, die sich über Daphnes Eskapaden ausließen, ihre Verhaftungen, ihre öffentlichen Entgleisungen und die Gerüchte über Drogen, Alkohol, Männer und Exzesse. Über das Wrack, zu dem die strahlende, wilde Daphne Patty geworden war. Und Audrey hatte nichts dagegen tun können. Sie hatte hilflos daneben gestanden, während sich ihre willensstarke Zwillingsschwester immer weiter von ihr entfernte und alles genoss, was ihr dieser rasante Lebensstil bieten konnte. Das brachte Audrey beinahe um. Aus diesem Grund hasste sie das Mitleid noch viel mehr als alles andere. Schließlich versuchte sie ja verzweifelt, etwas zu unternehmen, und jetzt hatte sie endlich die Gelegenheit dazu. Letzte Nacht um drei Uhr hatte Daphne sie weinend vom Rücksitz eines Streifenwagens aus angerufen. Sie hatte sich an Audrey und nicht etwa an ihre eigenen Leute gewandt, und obwohl sie sich in Los Angeles aufhielt und Audrey ihr nicht wirklich helfen konnte, hatte ihr das Leid ihrer Schwester das Herz gebrochen. Daphne hatte sie angerufen. Sie wollte Hilfe. Zwar nicht in einer Entzugsklinik, wie sie gesagt hatte, da das nur wieder in den Medien bereitgetreten würde und sie schon zweimal erfolglos einen Entzug gemacht hatte. Sie wollte nur die Chance, irgendwo unterzutauchen und mit Audreys Hilfe an ihr altes Leben anzuknüpfen. Daphne hatte ihr geschworen, dass dieses Mal alles anders laufen würde. Sie würde die Finger von den Drogen und dem Alkohol lassen, wenn Audrey ihr nur dabei half. Sie hatte sonst niemanden, dem sie vertrauen konnte. Also hatte Audrey versprochen, ihr zu helfen. Sie würde mit ihrer Zwillingsschwester verreisen, ihr eigenes Leben aufs Abstellgleis schieben und wieder einmal Daphne zu Hilfe kommen. Sie hatte ihre schluchzende Schwester am Telefon beruhigt und danach sofort Daphnes Management wegen ihrer Verhaftung angerufen. Wie schon so oft hatte man auch dieses Mal dafür sorgen können, dass nichts darüber bekannt wurde. Daphne wurde freigelassen und wurde am nächsten Morgen nach New York fliegen. Dann würde Audrey mit dem schwierigen Unterfangen beginnen, unter all den Drogen und Abstürzen nach der echten Daphne zu suchen. Sie konnte nur hoffen, dass sie sie auch finden würde. Audrey knabberte an einer Brezel und blätterte in dem Liebesroman, den sie sich im Supermarkt gekauft hatte. Sie sah auf die Uhr, seufzte und griff noch einmal in die Brezelpackung. Es war schon spät und sie trug bereits ihren Schlafanzug. Daphnes Flieger hätte schon vor Stunden landen sollen und sie hatte versprochen, versprochen, vom Flughafen sofort zu Audres Wohnung zu kommen. Audrey hatte ihrer Schwester angeboten, sie abzuholen, aber Daphne hatte dem widersprochen und lachend gesagt, dass sie sich gut genug in New York auskannte. Doch je später es wurde, desto mehr war Audrey davon überzeugt, dass Daphne unterwegs noch ein paar Zwischenstops eingelegt hatte. Und das machte sie wütend. Um kurz nach eins klopfte es an der Tür und irgendjemand kicherte. Audrey verdrängte ihren Zorn, ging zur Tür und sah durch den Spion. Natürlich stand Daphne vor der Tür, zusammen mit einem Fremden. Audrey löste die Kette, schloss auf und öffnete die Tür, um Daphne und ihren Begleiter wütend anzustarren. Daphne stützte sich schwer auf den großen, dünnen Mann, der ganz in schwarz gekleidet war und riesige Plaques in den Ohren hatte. Außerdem waren auch seine Augenbrauen mehrfach gepierst. Er hatte einen tätowierten Hals und seine hellgrünen Haare waren zu einer Irokesenfrisur hochgegelt. Daphne war wie immer völlig hinüber. Ihre Jeans und ihr T-Shirt waren voller Flecken, ihr Haar hing ihr als zotteliger Zopf über die Schulter und der Inhalt ihres Koffers hatte sich auf dem Hausflur verteilt. Die beiden schwanken und konnten nicht aufhören zu kichern, obwohl Audrey sie wütend anstarrte. Sie waren betrunken, eigentlich sogar sturzbesoffen. »Du hättest schon vor Stunden hier sein sollen, Daphne«, sagte Audrey. »Wo bist du gewesen? Ich hab mir große Sorgen gemacht.« Daphne zog mit den Achseln und drängelte sich an Audrey vorbei in die Wohnung. »Der Flug war schrecklich und danach war ich ganz verspannt, sodass ich mit Stan noch was trinken gegangen bin.« Audrey beäugte Stan, als ihre Schwester an ihr vorbeitaumelte. Als er ihr folgen wollte, hielt sie ihn davon ab und lächelte ihn höflich an. »Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast.« Er grinste und entblößte dabei einen Goldzahn. »Darf ich nicht reinkommen?« »Nein, das darfst du nicht.« Erst sah es so aus, als wollte er sich mit ihr streiten. Doch dann ging er zurück zum Fahrstuhl und war viel zu betrunken, um überhaupt zu begreifen, dass er gerade seine berühmte neue Freundin aufgegeben hatte. Audrey schloss schnell die Tür und verriegelte sie. Dann starrte sie Daphne erbost an. Aber ihre Schwester lag schon ausgestreckt auf der Couch. »Ich fasse es nicht, Daph«, sagte Audrey. »Du hast getrunken? Wolltest du nicht herkommen, um endlich dein Leben in den Griff zu bekommen?« »Morgen«, erwiderte Daphne, die zwischen den Kissen versunken war und keine Anstalten machte, wieder aufzustehen. »Ich fange morgen damit an. Hör auf, hier rumzuschreien.« »Ich schreie nicht«, brüllte Audrey und zuckte dann zusammen, als ihr Nachbar in die Wand hämmerte. Frustriert nahm Audrey Daphnes Koffer und schleppte ihn ins Schlafzimmer. Na gut, so sah Daphnes Leben aus. Audrey würde ihr einfach keine Wahl lassen. Sie würde wieder einmal die Kontrolle übernehmen und Daphne vor sich selbst retten. Sie warf den Koffer aufs Bett, kehrte ins Wohnzimmer zurück und hob Daphnes Handtasche auf. Ihre Schwester schnarchte schon auf der Couch und bekam nicht mehr mit, was Audrey so trieb. Audrey ging zurück ins Schlafzimmer und kippte den Inhalt der Handtasche aufs Bett. Der übliche Krempel fiel auf die Tagesdecke, ein halber Proteinriegel, drei Lippenstifte, ein paar Kugelschreiber, Haarklemmen und Kreditkarten. Außerdem waren da noch mehrere Döschen mit rezeptpflichtigen Medikamenten, und Audrey biss sich auf die Lippe und runzelte die Stirn, als sie sich die Etiketten durchlas. Zwei davon waren nicht einmal für Daphne bestimmt. Sie spülte die Medikamente und das kleine Tütchen mit weißem Pulver, das sie ebenfalls entdeckt hatte, in der Toilette herunter. Daphne würde stinksauer sein, wenn sie aufwachte, aber das war Audrey egal. Danach durchsuchte sie den Koffer und fand noch weitere kleine Pillendöschen, auf denen andere Namen standen, noch mehr Drogen und ein dickes Päckchen, das im Futter des Koffers versteckt war. Sie warf alles in den Müll und wurde bei jedem Gegenstand, den sie wegwarf, entschlossener. Daphne wollte Audreys Hilfe, um clean zu werden? Sie war durchaus bereit, ihrer Schwester zu helfen, aber sie zweifelte daran, dass diese es auch wirklich ernst meinte. Aber da hatte ihre Schwester Pech gehabt, denn Audrey hatte vor, die Sache bis zum Ende durchzustehen. Sie kehrte ins Wohnzimmer zurück und musterte Daphne, die jetzt schnarchend auf dem Sofa lag. Daphnes Make-up war über ihre zarten Gesichtszüge verschmiert, und ihr Mund stand offen. Audrey würde ihre Zwillingsschwester zurückbekommen, dafür würde sie schon sorgen, ohne Wenn und Aber. Daphne würde wütend sein und sie bedrohen, aber das war ihr egal. Denn Audrey musste das ein für alle Mal beenden. Sie hatte schon jetzt das Gefühl, Daphne verloren zu haben. Sie hatte ihre eigenen Leute gewandt, und obwohl sie sich in Los Angeles aufhielt und Audrey ihr nicht wirklich helfen konnte, hatte ihr das Leid ihrer Schwester das Herz gebrochen. Daphne hatte sie angerufen. Sie wollte Hilfe, zwar nicht in einer Entzugsklinik, wie sie gesagt hatte, da das nur wieder in den Medien bereitgetreten würde und sie schon zweimal erfolglos einen Entzug gemacht hatte. Sie wollte nur die Chance, irgendwo unterzutauchen und mit Audreys Hilfe an ihr altes Leben anzuknüpfen. Daphne hatte ihr geschworen, dass dieses Mal alles anders laufen würde. Sie würde die Finger von den Drogen und dem Alkohol lassen, wenn Audrey ihr nur dabei half. Sie hatte sonst niemanden, dem sie vertrauen konnte. Also hatte Audrey versprochen, ihr zu helfen. Sie würde mit ihrer Zwillingsschwester verreisen, ihr eigenes Leben aufs Abstellgleis schieben und wieder einmal Daphne zu Hilfe kommen. Sie hatte ihre schluchzende Schwester am Telefon beruhigt und danach sofort Daphnes Management wegen ihrer Verhaftung angerufen. Wie schon so oft hatte man auch dieses Mal dafür sorgen können, dass nichts darüber bekannt wurde. Daphne wurde freigelassen und würde am nächsten Morgen nach New York fliegen. Dann würde Audrey mit dem schwierigen Unterfangen beginnen, unter all den Drogen und Abstürzen nach der echten Daphne zu suchen. Sie konnte nur hoffen, dass sie sie auch finden würde. Audrey knabberte an einer Brezel und blätterte in dem Liebesroman, den sie sich im Supermarkt gekauft hatte. Sie sah auf die Uhr, seufzte und griff noch einmal in die Brezelpackung. Es war schon spät und sie trug bereits ihren Schlafanzug. Daphnes Flieger hätte schon vor Stunden landen sollen und sie hatte versprochen, versprochen, vom Flughafen sofort zu Audres Wohnung zu kommen. Audrey hatte ihrer Schwester angeboten, sie abzuholen, aber Daphne hatte dem widersprochen und lachend gesagt, dass sie sich gut genug in New York auskannte. Doch je später es wurde, desto mehr war Audrey davon überzeugt, dass Daphne unterwegs noch ein paar Zwischenstops eingelegt hatte. Und das machte sie wütend. Um kurz nach eins klopfte es an der Tür und irgendjemand kicherte. Audrey verdrängte ihren Zorn, ging zur Tür und sah durch den Spion. Natürlich stand Daphne vor der Tür, zusammen mit einem Fremden. Audrey löste die Kette, schloss auf und öffnete die Tür, um Daphne und ihren Begleiter wütend anzustarren. Daphne stützte sich schwer auf den großen, dünnen Mann, der ganz in Schwarz gekleidet war und riesige Plaques in den Ohren hatte. Außerdem waren auch seine Augenbrauen mehrfach gepierst, er hatte einen tätowierten Hals und seine hellgrünen Haare waren zu einer Irokesenfrisur hochgegelt. Daphne war wie immer völlig hinüber. Ihre Jeans und ihr T-Shirt waren voller Flecken, ihr Haar hing ihr als zotteliger Zopf über die Schulter und der Inhalt ihres Koffers hatte sich auf dem Hausflur verteilt. Die beiden schwanken und konnten nicht aufhören zu kichern, obwohl Audrey sie wütend anstarrte. Sie waren betrunken, eigentlich sogar sturzbesoffen. »Du hättest schon vor Stunden hier sein sollen, Daphne«, sagte Audrey, »wo bist du gewesen? Ich hab mir große Sorgen gemacht.« Daphne zuckte mit den Achseln und drängelte sich an Audrey vorbei in die Wohnung. »Der Flug war schrecklich und danach war ich ganz verspannt, sodass ich mit Stan noch was trinken gegangen bin.« Audrey beolgte Stan, als ihre Schwester an ihr vorbeitaumelte. Als er ihr folgen wollte, hielt sie ihn davon ab und lächelte ihn höflich an. »Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast.« Er grinste und entblößte dabei einen Goldzahn. »Darf ich nicht reinkommen?« »Nein, das darfst du nicht.« Erst sah es so aus, als wollte er sich mit ihr streiten. Doch dann ging er zurück zum Fahrstuhl und war viel zu betrunken, um überhaupt zu begreifen, dass er gerade seine berühmte neue Freundin aufgegeben hatte. Audrey schloss schnell die Tür und verriegelte sie. Dann starrte sie Daphne erbost an, aber ihre Schwester lag schon ausgestreckt auf der Couch. »Ich fasse es nicht, Daph«, sagte Audrey. »Du hast getrunken? Wolltest du nicht herkommen, um endlich dein Leben in den Griff zu bekommen?« »Morgen«, erwiderte Daphne, die zwischen den Kissen versunken war und keine Anstalten machte, wieder aufzustehen. »Ich fang morgen damit an. Hör auf, hier rumzuschreien.« »Ich schreie nicht!« brüllte Audrey und zuckte dann zusammen, als ihr Nachbar in die Wand hämmerte. Frustriert nahm Audrey Daphnes Koffer und schleppte ihn ins Schlafzimmer. Na gut, so sah Daphnes Leben aus. Audrey würde ihr einfach keine Wahl lassen. Sie würde wieder einmal die Kontrolle übernehmen und Daphne vor sich selbst retten. Sie warf den Koffer aufs Bett, kehrte ins Wohnzimmer zurück und hob Daphnes Handtasche auf. Ihre Schwester schnarchte schon auf der Couch und bekam nicht mehr mit, was Audrey so trieb. Audrey ging zurück ins Schlafzimmer und kippte den Inhalt der Handtasche aufs Bett. Der übliche Krempel fiel auf die Tagesdecke, ein halber Proteinriegel, drei Lippenstifte, ein paar Kugelschreiber, Haarklemmen und Kreditkarten. Außerdem waren da noch mehrere Döschen mit rezeptpflichtigen Medikamenten, und Audrey biss sich auf die Lippe und runzelte die Stirn, als sie sich die Etiketten durchlas. Zwei davon waren nicht einmal für Daphne bestimmt. Sie spülte die Medikamente und das kleine Tütchen mit weißem Pulver, das sie ebenfalls entdeckt hatte, in der Toilette herunter. Daphne würde stinksauer sein, wenn sie aufwachte, aber das war Audrey egal. Danach durchsuchte sie den Koffer und fand noch weitere kleine Pillendöschen, auf denen andere Namen standen, noch mehr Drogen und ein dickes Päckchen, das im Futter des Koffers versteckt war. Sie warf alles in den Müll und wurde bei jedem Gegenstand, den sie wegwarf, entschlossener. Daphne wollte Audreys Hilfe, um clean zu werden? Sie war durchaus bereit, ihrer Schwester zu helfen, aber sie zweifelte daran, dass diese es auch wirklich ernst meinte. Aber da hatte ihre Schwester Pech gehabt, denn Audrey hatte vor, die Sache bis zum Ende durchzustehen. Sie kehrte ins Wohnzimmer zurück und musterte Daphne, die jetzt schnarchend auf dem Sofa lag. Daphnes Make-up war über ihre zarten Gesichtszüge verschmiert und ihr Mund stand offen. Audrey würde ihre Zwillingsschwester zurückbekommen, dafür würde sie schon sorgen, ohne Wenn und Aber. Daphne würde wütend sein und sie bedrohen, aber das war ihr egal, denn Audrey musste das ein für alle Mal beenden. Sie hatte schon jetzt das Gefühl, Daphne verloren zu haben. Der Flug war schrecklich und danach war ich ganz verspannt, sodass ich mit Stan noch was trinken gegangen bin. Audrey beäugte Stan, als ihre Schwester an ihr vorbeitaumelte. Als er ihr folgen wollte, hielt sie ihn davon ab und lächelte ihn höflich an. »Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast.« Er grinste und entblößte dabei einen Goldzahn. »Darf ich nicht reinkommen?« »Nein, das darfst du nicht.« Erst sah es so aus, als wollte er sich mit ihr streiten. Doch dann ging er zurück zum Fahrstuhl und war viel zu betrunken, um überhaupt zu begreifen, dass er gerade seine berühmte neue Freundin aufgegeben hatte. Audrey schloss schnell die Tür und verriegelte sie. Dann starrte sie Daphne erbost an, aber ihre Schwester lag schon ausgestreckt auf der Couch. »Ich fasse es nicht, Daph«, sagte Audrey. »Du hast getrunken? Wolltest du nicht herkommen, um endlich dein Leben in den Griff zu bekommen?« »Morgen«, erwiderte Daphne, die zwischen den Kissen versunken war und keine Anstalten machte, wieder aufzustehen. »Ich fange morgen damit an. Hör auf, hier rumzuschreien.« »Ich schreie nicht«, brüllte Audrey und zuckte dann zusammen, als ihr Nachbar an die Wand hämmerte. Frustriert nahm Audrey Daphnes Koffer und schleppte ihn ins Schlafzimmer. Na gut, so sah Daphnes Leben aus. Audrey würde ihr einfach keine Wahl lassen. Sie würde wieder einmal die Kontrolle übernehmen und Daphne vor sich selbst retten. Sie warf den Koffer aufs Bett, kehrte ins Wohnzimmer zurück und hob Daphnes Handtasche auf. Ihre Schwester schnarchte schon auf der Couch und bekam nicht mehr mit, was Audrey so trieb. Audrey ging zurück ins Schlafzimmer und kippte den Inhalt der Handtasche aufs Bett. Der übliche Krempel fiel auf die Tagesdecke, ein halber Proteinriegel, drei Lippenstifte, ein paar Kugelschreiber, Haarklemmen und Kreditkarten. Außerdem waren da noch mehrere Döschen mit rezeptpflichtigen Medikamenten, und Audrey biss sich auf die Lippe und runzelte die Stirn, als sie sich die Etiketten durchlas. Zwei davon waren nicht einmal für Daphne bestimmt. Sie spülte die Medikamente und das kleine Tütchen mit weißem Pulver, das sie ebenfalls entdeckt hatte, in der Toilette herunter. Daphne würde stinksauer sein, wenn sie aufwachte, aber das war Audrey egal. Danach durchsuchte sie den Koffer und fand noch weitere kleine Pillendöschen, auf denen andere Namen standen, noch mehr Drogen und ein dickes Päckchen, das im Futter des Koffers versteckt war. Sie warf alles in den Müll und wurde bei jedem Gegenstand, den sie wegwarf, entschlossener. Daphne wollte Audreys Hilfe, um clean zu werden? Sie war durchaus bereit, ihrer Schwester zu helfen, aber sie zweifelte daran, dass diese es auch wirklich ernst meinte. Aber da hatte ihre Schwester Pech gehabt, denn Audrey hatte vor, die Sache bis zum Ende durchzustehen. Sie kehrte ins Wohnzimmer zurück und musterte Daphne, die jetzt schnarchend auf dem Sofa lag. Daphnes Make-up war über ihre zarten Gesichtszüge verschmiert, und ihr Mund stand offen. Audrey würde ihre Zwillingsschwester zurückbekommen, dafür würde sie schon sorgen, ohne Wenn und Aber. Daphne würde wütend sein und sie bedrohen, aber das war ihr egal. Denn Audrey musste das ein für alle Mal beenden. Sie hatte schon jetzt das Gefühl, Daphne verloren zu haben. Rück ins Schlafzimmer und kippte den Inhalt der Handtasche aufs Bett. Der übliche Krempel fiel auf die Tagesdecke, ein halber Proteinriegel, drei Lippenstifte, ein paar Kugelschreiber, Haarklemmen und Kreditkarten. Außerdem waren da noch mehrere Döschen mit rezeptpflichtigen Medikamenten, und Audrey biss sich auf die Lippe und runzelte die Stirn, als sie sich die Etiketten durchlas. Zwei davon waren nicht einmal für Daphne bestimmt. Sie spülte die Medikamente und das kleine Tütchen mit weißem Pulver, das sie ebenfalls entdeckt hatte, in der Toilette herunter. Daphne würde stinksauer sein, wenn sie aufwachte, aber das war Audrey egal. Danach durchsuchte sie den Koffer und fand noch weitere kleine Pillendöschen, auf denen andere Namen standen, noch mehr Drogen und ein dickes Päckchen, das im Futter des Koffers versteckt war. Sie warf alles in den Müll und wurde bei jedem Gegenstand, den sie wegwarf, entschlossener. Daphne wollte Audreys Hilfe, um clean zu werden? Sie war durchaus bereit, ihrer Schwester zu helfen, aber sie zweifelte daran, dass diese es auch wirklich ernst meinte. Aber da hatte ihre Schwester Pech gehabt, denn Audrey hatte vor, die Sache bis zum Ende durchzustehen. Sie kehrte ins Wohnzimmer zurück und musterte Daphne, die jetzt schnarchend auf dem Sofa lag. Daphneys Make-up war über ihre zarten Gesichtszüge verschmiert und ihr Mund stand offen. Audrey würde ihre Zwillingsschwester zurückbekommen, dafür würde sie schon sorgen, ohne Wenn und Aber. Daphne würde wütend sein und sie bedrohen, aber das war ihr egal. Denn Audrey musste das ein für alle Mal beenden. Sie hatte schon jetzt das Gefühl, Daphne verloren zu haben. Daphne war alles in den Müll und wurde bei jedem Gegenstand, den sie wegwarf, entschlossener. Daphne wollte Audreys Hilfe, um clean zu werden? Sie war durchaus bereit, ihrer Schwester zu helfen, aber sie zweifelte daran, dass diese es auch wirklich ernst meinte. Aber da hatte ihre Schwester Pech gehabt, denn Audrey hatte vor, die Sache bis zum Ende durchzustehen. Sie kehrte ins Wohnzimmer zurück und musterte Daphne, die jetzt schnarchend auf dem Sofa lag. Daphneys Make-up war über ihre zarten Gesichtszüge verschmiert und ihr Mund stand offen. Audrey würde ihre Zwillingsschwester zurückbekommen, dafür würde sie schon sorgen, ohne Wenn und Aber. Daphne würde wütend sein und sie bedrohen, aber das war ihr egal. Denn Audrey musste das ein für alle Mal beenden. Sie hatte schon jetzt das Gefühl, Daphne verloren zu haben. Daphneys Make-up war über ihre zarten Gesichtszüge verschmiert und ihr Mund stand offen. Audrey würde ihre Zwillingsschwester zurückbekommen, dafür würde sie schon sorgen, ohne Wenn und Aber. Daphne würde wütend sein und sie bedrohen, aber das war ihr egal. Denn Audrey musste das ein für alle Mal beenden. Sie hatte schon jetzt das Gefühl, Daphne verloren zu haben. Daphne würde wütend sein und sie bedrohen, aber das war ihr egal. Denn Audrey musste das ein für alle Mal beenden. Sie hatte schon jetzt das Gefühl, Daphne verloren zu haben. Für alle Mal beenden. Sie hatte schon jetzt das Gefühl, Daphne verloren zu haben. Daphne verloren zu haben. Daphne war auch 24 Stunden später, nachdem sie aufgewacht war und festgestellt hatte, dass Audrey ihre Sachen durchgesehen und sämtliche Drogen entsorgt hatte, stinksauer. Das war Audrey nur recht. Es war ihr völlig egal, ob Daphne wütend war. Sie vermutete, dass Daphne sogar noch viel wütender werden würde, bevor sie aus ihrem Kurzurlaub zurückkehrten. Ein ganzer Monat im Ferienhaus ihrer Familie am See? Nur sie beide? Keine Drogen und kein Alkohol? Sie würden sich die Köpfe einschlagen, aber damit hatte Audrey kein Problem. Sie rechnete vielmehr damit, dass so etwas passieren würde. Was sie jedoch nicht erwartet hatte, war, dass Daphne auf einen ihr unbekannten Highway abbog, als sie bereits mehrere Stunden unterwegs waren. Audrey runzelte die Stirn und griff nach der Straßenkarte im Handschuhfach von Daphnes kleinem Roadster. Ich glaube, du hast die Abfahrt verpasst. Nein, erwiderte Daphne und starrte entschlossen nach vorn. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies nicht der richtige Weg zur Hütte ist. Da fahren wir auch nicht hin. Audreys Magen zog sich zusammen. Gab ihre Schwester jetzt schon auf? Das lief ja genauso wie jedes Mal. Aber du hast es mir versprochen, Daphne! Falsch! Ich habe dir versprochen, dass ich einen Monat mit ihr wegfahre und nochmal neu anfange, entgegnete Daphne, die eine riesige Sonnenbrille aufgesetzt hatte. Audrey konnte ihren Gesichtsausdruck nicht deuten. Aber mein Manager rechnet damit, dass ich in unserem Haus am See sein werde und die Plattenfirma wird ihn unter Druck setzen. Der ist doch klar, was das bedeutet. Das heißt, dass irgendwann die Paparazzi da auftauchen werden, wenn ich so richtig fertig aussehe, und sie werden versuchen, die Bilder an die Klatschzeitungen zu verkaufen, um Publicity zu kriegen. Und das will ich nicht. Audrey konnte es ihrer Schwester nicht verdenken, doch die Planänderung ärgerte sie trotzdem. Es war immens wichtig, dass Daphne sich in einer kontrollierten Umgebung aufhielt. Wo fahren wir dann hin? Daphne warf Audrey einen Blick zu und schenkte ihr ein durchtriebenes Grinsen, das diese nur zu gut kannte. Oh nein, seufzte Audrey, was hast du vor? Etwas, das dich sehr glücklich machen sollte, falls du noch immer etwas für jemand ganz Bestimmten empfindest. Audrey hätte sich am liebsten übergeben und Daphne gleichzeitig erdrosselt. Bitte sag mir jetzt nicht, dass wir zu Kate Archers Haus fahren. Nein, das tun wir nicht, beruhigte sie Daphne. Audrey war erleichtert. Wir fahren in seine Berghütte. Schon war es mit der Erleichterung wieder vorbei. Im Ernst? Du hast Kate angerufen und das Ganze arrangiert? Ja, das habe ich. Er hat gesagt, er wäre immer für mich da, erklärte Daphne dickköpfig. Darauf habe ich mich verlassen. Ich dachte, es wird bestimmt lustig, wenn wir beide und Kate ein paar Wochen lang zusammen sind. Er ist immer so beschäftigt und kann auch mal ein bisschen Urlaub gebrauchen. Außerdem dachte ich, dass du dich vielleicht besser entspannen kannst, wenn er ebenfalls da ist. Audrey legte den Kopf in die Hände und unterdrückte ein Stöhnen. Daphne, wir machen das nicht, damit du mich mit einem Freund aus Kindertagen verkuppeln kannst. Wir tun das, damit du clean wirst und dein Leben wieder auf die Reihe kriegst. Das weiß ich doch, beharrte Daphne gereizt und griff nach der Zigarettenschachtel. Aber sie hatte sie längst geleert, daher warf sie die leere Schachtel seufzend aus dem Fenster. Da ist noch eine Schachtel in der Handtasche, könntest du mir die bitte geben? Du solltest nicht rauchen. Ach, du hast recht, sagte Daphne übertrieben sarkastisch. Lass uns an der nächsten Tankstelle halten, vielleicht verkauft mir ja jemand ein bisschen Crack. Lass mir doch wenigstens irgendetwas, Audrey, okay? Du kannst mir wegen all der anderen Sachen in den Ohren legen, aber mosern ich auch noch, weil ich rauche. Ohne etwas zu sagen, reichte Audrey ihrer Schwester die Zigaretten. Versprich mir einfach, dass es in diesem Urlaub vor allem um dich geht und darum, dass du dein Leben wieder in den Griff bekommst. Das verspreche ich dir. Daphne steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen und drückte den Zigarettenanzünder rein. Weißt du, was dieses Mal anders ist? Ich will es wirklich. Dieses Mal meine ich es ernst. Das sagst du jedes Mal, dachte Audrey geknickt, aber sie war wie der Erwarten auch ein bisschen aufgeregt. Kate Archer würde die nächsten Wochen mit ihnen verbringen. Der süße, fürsorgliche Kate Archer. Er war vom rücksichtsvollen, nachdenklichen, gutaussehenden Teenager, in den sie verliebt gewesen war, zu einem attraktiven und nahezu perfekten Milliardär mit einem großen Herzen herangewachsen. Und sie musste sich eingestehen, dass sie ihn noch immer liebte. Nervös klappte sie den Spiegel auf der Beifahrerseite herunter und überprüfte den Sitz ihrer Frisur. Auf einmal ärgerte sie sich, dass sie nichts Exotischeres als einen schlichten schwarzen Pullover über einem lilafarbenen Tanktop und einer Jeans angezogen hatte. Da sie frei hatte, trug sie kein Make-up und hatte ihr Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Sie sah viel zu lässig aus. Dabei wollte sie Kate doch gefallen. Nachdem sie ihrer Schwester noch einen finsteren Blick zugeworfen hatte, da Daphne offenbar kettenrauchend weiterfahren wollte, entspannte sich Audrey und überlegte, was sie Kate sagen sollte, damit er glaubte, es wäre eine wundervolle Überraschung für sie, ihn zu sehen. Wenn sie es oft genug probte, würde sie ihm vielleicht nicht sofort ihre Liebe gestehen, sobald sie ihn erblickte. Während ihre Familie eine bescheidene Hütte am See hatte, die sie sich mit anderen teilte, war Kates Jagdhütte doch deutlich besser geeignet, wenn man mehr Privatsphäre haben wollte, wie Audrey zugeben musste. Sie bezweifelte zwar, dass er tatsächlich auf die Jagd ging, aber der Name war dennoch geblieben. Die Hütte lag in einem abgelegenen Teil der Adderan Deck Mountains und war nur über einen Waldweg zu erreichen. Das Gelände grenzte an einen See, aber im Gegensatz zur Hütte ihrer Eltern musste man diesen See nicht mit Dutzenden anderer Menschen teilen. Kate hatte den See und das angrenzende Gebiet gekauft, sodass es dort ruhig und beschaulich zuging. »Es war wirklich perfekt«, dachte Audrey. Sie war schon einmal in der Jagdhütte gewesen, aber nur kurz. Damals war nicht sie, sondern ihr Boss Logan Hawkins dort eingeladen gewesen. Er war mit seinen Freunden über das Wochenende auf die Hütte gefahren, und sie hatte ihm wichtige Dokumente bringen müssen. Damals hatte sie die Hütte nur von außen gesehen, die Umgebung bewundert und war sofort wieder zurück in die Stadt gefahren. Doch es war offensichtlich, dass Daphne schon einmal hier gewesen war. Audrey musterte ihre Zwillingsschwester misstrauisch. Sie brauchte die Straßenkarte nicht und hatte offenbar schon vor einiger Zeit Kontakt zu Kate aufgenommen. Wie oft war Daphne schon in der Hütte gewesen, ohne dass Audrey davon erfahren hatte? Sie war verletzt, dass ihre Schwester das vor ihr geheim gehalten hatte. Früher hatten sie einander alles erzählt. Es verstärkte Audreys Gefühl, dass ich Daphne in einen Menschen verwandelt hatte, den sie nicht mehr kannte. Hm, murmelte Daphne, als sie auf die lange, gekieste Auffahrt abbogen und die Jagdhütte in Sicht kam. Audrey blickte auf und vergaß, worüber sie gerade nachgedacht hatte. Was ist? Daphne deutete mit dem Kinn nach vorn. Das. Ist er etwa schon da? Ein schnittiges, glänzendes Cabrio stand vor ihnen, knallrot mit dicken Felgen und personalisiertem Nummernschild. Ein ziemlich protziger Wagen für Kate, dachte Audrey und rümpfte die Nase. Vielleicht stand er ja auf solche Autos. Das war durchaus möglich. Er war ein großzügiger und bescheidener Mann, aber möglicherweise hatte er ja eine Schwäche für getunte, teure Autos. Das ging schließlich vielen Männern so. Die Jagdhütte war ebenso spektakulär. Sie war in A-Form gebaut worden, ruhte auf Stelzen zwischen den Bäumen und war von einer geschwungenen Holzterrasse umgeben. Die Vorderseite des Gebäudes schien vollkommen verglast zu sein, um das Licht hereinzulassen, und aus dem Schornstein stieg Rauch auf. Irgendjemand ist auf jeden Fall hier, stellte Audrey fest und ging zum Kofferraum des Wagens, um ihr Gepäck herauszuholen. Als sie Daphne ihre Tasche reichen wollte, stellte sie fest, dass ihre Schwester ein paar Schritte zur Seite gegangen war und ihr Handy in die Luft hielt. Offenbar hatte sie keinen Empfang. »Daph?« Daphne drehte sich zu Audrey um, winkte ihr zu und drückte das Handy an ihr Ohr. »Geh schon mal rein! Ich muss noch jemanden anrufen!« Audrey sah sie entgeistert an. »Bitte erzähl mir nicht, dass du jetzt schon jemanden anrufst, der dir Drogen herbringen kann!« Daphne schnitt eine Grimasse. »Ich habe dir doch gesagt, dass es mir gut geht. Und das ist auch nicht der Grund, warum ich telefonieren muss. Ich muss nur jemanden anrufen, okay? Und jetzt nerv mich nicht!« Sie scheuchte sie mit einer Hand weg. »Warum gehst du nicht schon mal rein und sagst Kate Hallo? Ich bin in einer Minute bei euch!« Audrey zögerte, aber als ihre Schwester sie weiterhin ignorierte, hob sie die Taschen hoch und erklomm die Stufen. Sie konnte Daphne während ihres Urlaubs nicht jede Sekunde im Auge behalten. Wenn ihre Schwester Drogen bestellte, dann war sie eben nicht mehr zu retten. Aber sie musste lernen, ihr zumindest ein wenig zu vertrauen. Und sie wollte Kate sehen. Die Tür war nicht verschlossen, und Audrey klopfte an, bevor sie hineinging. »Hallo?« Schweigen. Audrey betrat die Hütte und bewunderte die Einrichtung. Ein dicker Teppich lag auf dem Holzboden, und drei rustikale Sofas umrahmten einen gewaltigen, steinernen Kamin, in dem ein kleines Feuer brannte. Die Wände waren nicht etwa mit Tierköpfen verziert, sondern mit verschnörkelten Kunstwerken aus Draht, die trotzdem perfekt zu der rustikalen Einrichtung passten. Die Uhr über dem Kamin sah aus wie ein verrostetes Wagenrad. »Hübsch«, dachte Audrey. Die Küche lag am anderen Ende des Hauses, und in der Nähe führte eine Treppe nach oben. Was befand sich dort? Ein Dachboden? Ein Spielzimmer? Interessant. Noch immer war Kate nirgendwo zu sehen. Audrey stellte die Taschen in der Nähe der Tür auf den Boden und ging weiter in das Haus hinein, wobei sie mit einer Hand über die Rückenlehne eines Sofas strich. Das Kichern einer Frau drang an ihre Ohren. Mit gerunzelter Stirn sah Audrey wieder nach draußen, aber Daphne stand in einiger Entfernung und telefonierte. Sie hatte also nicht ihre Schwester gehört. Hatte Kate jemanden mitgebracht? Ihr wurde das Herz schwer, und leise ging sie weiter. Als sie das Kichern erneut hörte, folgte sie ihm und wischte sich die schweißnassen Hände an ihrer Jeans ab. Auf der Fahrt hierher hatte sie sich das Wiedersehen mit Kate ausgemalt, das ganz gelassen ausfallen sollte. Sie wollte ihn in ein Gespräch verwickeln, ihn daran erinnern, wie eng sie früher befreundet gewesen waren, und ihm demonstrieren, wie sehr sie sich von ihrer gebeutelten Zwillingsschwester unterschied. Und vielleicht, nur vielleicht, entwickelte sich mit der Zeit hier irgendetwas daraus. Doch bei keinem ihrer Pläne hatte eine andere Frau eine Rolle gespielt. Mit geballten Fäusten ging Audrey zur Hintertür, wo das Kichern herzukommen schien. Sie hörte auch ein tiefes, ständiges Brummen, das anscheinend von einem Generator stammte. Ergerlicherweise hatte die Hintertür kein Fenster, sodass sie nicht nach draußen sehen konnte. Was war, wenn sie in eine peinliche Situation hineinplatzte? Sollte sie lieber gehen? Aber wenn sie das tat, würde Daphne hereinstürmen und ihm verraten, dass Audrey spioniert hatte. Das würde die Sache noch schlimmer machen. Da war es doch besser, die Tür zu öffnen und es hinter sich zu bringen. Audrey holte tief Luft, riss die Tür auf und machte einen Schritt nach draußen. Drei Dinge sah sie sofort. Das Geräusch, das sie gehört hatte, stammte von einem gigantischen Whirlpool, in dem sich momentan zwei nackte Menschen aufhielten, ein Mann und eine Frau. Keiner der beiden war Kate Archer. Das Paar küßte sich leidenschaftlich. Sie konnte den langen, schmalen, gebräunten Rücken der Frau sehen, die sich an die Brust des Mannes presste, der wiederum die Arme um sie gelegt hatte. Sie hatten beide einen nackten Oberkörper und obwohl Audrey nicht mehr als das sehen konnte, war doch ziemlich offensichtlich, was sie vorhatten. Audrey räusperte sich. Die Frau wirbelte herum, entdeckte Audrey und gab dem Mann dann eine Ohrfeige. »Du hast gesagt, du würdest dich mit keiner anderen treffen!« Er zuckte zusammen und rieb sich die Wange. »Das tue ich auch nicht! Ich habe nicht die geringste Ahnung, wer das ist!« Er sah Audrey verärgert an. »Wer sind Sie?« Die beiden starrten sie an, als wäre sie der Eindringling. Nein, schlimmer noch, als wäre sie eine Wanze. Eine sehr unattraktive Wanze. Audrey war entrüstet. »Das sollte ich viel eher Sie fragen, oder? Dies ist Kate Archers private Jagdhütte.« »Das stimmt,« erwiderte der Mann lässig. Er kam ihr bekannt vor, aber ihr fiel nicht ein, wo sie ihn schon mal gesehen hatte. »Daher wüsste ich auch zu gern, was Sie hier zu suchen haben.« »Ich habe jedes Recht, hier zu sein,« erwiderte Audrey bruskiert. »Meiner Schwester wurde zugesichert, dass wir die Hütte einen Monat lang für uns haben würden.« Der Mann zwinkerte Audrey zu und zog die Frau wieder an sich. »Wir sind in ein paar Stunden fertig.« »Ach, Audrey konnte ihre Abscheu nicht verbergen. Ich hoffe, Sie lassen hinterher das Wasser ab. Wir haben nicht das geringste Bedürfnis, in Ihrer DNS zu schwimmen.« Er kicherte. Die Frau sah ihn wütend an und rückte von ihm ab. »Du hast das hier doch nicht als Dreier geplant, oder?« »Natürlich nicht, Camilla.« Audrey verdrehte die Augen. »Ich kann Ihnen versichern, dass ich ganz bestimmt nicht zu Ihnen reinkommen werde.« »Whees!« Die Frau schmollte und ließ sich in das blubbernde Wasser sinken. »Ich dachte, wir würden das Wochenende für uns sein.« »Das dachte ich auch,« erwiderte er, ließ Audrey aber nicht aus den Augen. Sie ärgerte sich darüber, dass er noch immer grinste, als würde er sich köstlich amüsieren. Dieser Eindruck wurde von dem liederlichen Ziegenbart, der seinen Mund umrahmte, noch verstärkt. »Tut mir leid,« sagte Audrey brüsk, »aber die Hütte ist bereits reserviert. Sie beide können sich bestimmt ein anderes schönes Plätzchen suchen, an dem Sie wie Teenager übereinander herfallen können.« »Whees!«, beschwerte sich Camilla erneut. Audrey zermaterte sich das Gehirn und starrte den Mann mit zusammengekniffenen Augen an. Sein Haar lag nass an seinem Kopf und er hatte diesen Ziegenbart, aber sie hob eine Hand, verdeckte seine untere Gesichtshälfte und keuchte auf. »Reese Durham! Du hast gesagt, du würdest sie nicht kennen!«, maulte Camilla und bespritzte ihn mit Wasser. »Das tue ich auch nicht,« erwiderte er und schirmte seine Augen ab. »Lass das!« »Ich bin Logan Hawkins' Assistentin,« erklärte Audrey mit geschäftsmäßiger Stimme. Da hatte sie ihn auch schon einmal gesehen, allerdings trug er sonst immer einen Anzug, war glattrasiert und hatte einen perfekten Scheitel. Er war einer von Logans Freunden, einer der sechs Männer, die sie insgeheim das dreckige halbe Dutzend nannte, da sie ständig zusammenhockten. Sie hatte ihn schon sehr oft in Logans Büro oder bei Geschäftsterminen gesehen, aber sie war ihm offenbar noch nie aufgefallen. Aber sie hatte ihn auch noch nie mit nacktem, nassen Oberkörper vor sich gehabt. »Wer ist denn da draußen?«, zischte Daphne, die hinter der Tür stand. Audrey drehte sich zu ihr um und bemerkte, dass ihre Zwillingsschwester blass und gestresst aussah. »Einer von Cates Freunden ist mit seiner Freundin hier.« »Scheiße!«, auch wenn sie es nicht für möglich gehalten hätte, wurde Daphne sogar noch blasser. »Kannst du sie loswerden? Wenn die Paparazzi rausfinden, dass ich hier bin, dann werden sie mir die ganze Zeit auf die Nerven gehen!« Die Sorge in der Stimme ihrer Schwester spornte Audrey an. »Geh nach oben!«, flüsterte sie. »Ich werde sie rauswerfen.« Dann drehte sie sich wieder zum Whirlpool um und zog ihr Handy aus der Tasche. »Was machen Sie da?«, fragte Reese mit warnendem Unterton. »Ich filme Ihr Rendezvous,«, antwortete Audrey unverblümt und begann zu filmen. »Irgendjemand wird sich bestimmt für das Privatleben des Milliardärs und Playboys Reese Durham und seiner Freundin interessieren.« »Sagen Sie es nicht!«, kreischte Camilla und ging zur selben Zeit wie Reese auf sie los. Audrey ignorierte sie und filmte weiter. »Wenn Sie nicht verschwinden, muss ich wohl oder übel!« Sie unterbrach sich, als der nasse Mann nach ihrem Arm griff und versuchte, ihr das Handy zu entreißen. »Fassen Sie mich nicht an! Geben Sie mir das verdammte Handy!« »Nein!«, sie hielt es vor ihren Körper, während sich Camilla ein Handtuch umwickelte und an ihr vorbeihuschte. Als Reese erneut nach ihr griff, verlagerte Audrey das Gewicht und hielt das Handy so, dass er nicht rankommen konnte, während sie sich ihm entwand. Es war kindisch und lächerlich, aber sie war fest entschlossen, dieses Spiel zu gewinnen. Er hatte sehr lange Arme, daher wandte sie ihm den Rücken zu und beugte sich über ihr Handy, um es zu schützen. Doch dann erschrak sie zutiefst, als er seine starken Arme um ihren Oberkörper legte und sie gegen seinen nassen, nackten Körper drückte. Seine Hände ruhten gefährlich dicht an ihren Brüsten. »Geben Sie mir das Handy, kleine Assistentin!«, murmelte er und klang dabei eher amüsiert als wütend. Sie zappelte herum und versuchte, ihre Arme zu befreien, die er festhielt, doch die Situation war aussichtslos. Er drückte ihre Arme an ihre Seite, wodurch er zwar nicht an das Handy gelangen konnte, aber auch verhinderte, dass sie weiterhin filmte. »Lassen Sie mich los!« »Nein, ich könnte das den ganzen Tag lang machen.« Audrey startete einen weiteren Befreiungsversuch und bemerkte dann erschrocken, dass ich etwas Hartes an ihre Hüfte drückte. Sie sog schockiert die Luft ein. »Ich will doch hoffen, dass das nicht ihr Schwanz ist, den ich da an meinem Bein spüre!« Er kicherte. »Ich kann es nicht ändern, dann zappeln Sie halt nicht so herum.« »Pach, Sie sind wirklich ekelhaft!« »Ey, wenn Sie meine Verabredung verjagen, dann tausche ich gern und gebe Ihnen eine Chance.« »Das reichte jetzt aber, sie ließ das Handy fallen.« »So, Sie haben gewonnen! Sind Sie jetzt zufrieden? Mein Handy ist weg, lassen Sie mich endlich los!« Ebenso schnell, wie er sie festgehalten hatte, ließ er sie auch wieder los und griff nach ihrem Handy. Bevor sie protestieren konnte, warf er es in den Whirlpool und Audrey stürnte entsetzt. »Das war mein Handy!« »Mit dem Sie meinen Knackarsch fotografiert haben,« erwiderte er und nahm sich ein Handtuch vom Halter. Erleichtert bemerkte sie, dass er eine Badehose trug und dass er einen sehr ansehnlichen Hintern und einen muskulösen Rücken hatte. »Verdammt! Er hat ja wirklich einen Knackarsch!« »Camilla würde nicht wollen, dass Ihr Vater Fotos von uns beiden zu sehen bekommt, und mir wäre das auch nicht recht. Er würde glauben, dass ich seiner Tochter nur wegen eines Geschäftsabschlusses nachstelle.« »Wegen eines Geschäfts?« wiederholte Audrey, die jetzt völlig verwirrt war. »Wer ist sie denn?« »Das war Camilla Sellers, die Tochter und einzige Erbin des Sellers-Imperiums. »Und ich bin wirklich nur wegen eines Geschäftsabschlusses hinter ihr her,« sagte Reese mit verschmitztem Grinsen, während er sich das Handtuch um die Hüften wickelte. »Aber ich möchte nicht, dass Ihr Vater das ebenfalls denkt.« »Sie sind ein Schwein!« erklärte Audrey und zupfte an ihrem jetzt durchnäßten Pullover herum. Er klebte wie eine zweite Haut an ihren Brüsten, und ihr war der anerkennende Blick dieses Lustlings nicht entgangen. »Ich gehe jetzt rein, und Sie werden mir ein neues Handy kaufen.« »Alles, was Sie wollen, kleine Assistentin.« »Mein Name ist Audrey,« stieß sie hervor, »nicht kleine Assistentin.« »Sie sind ganz schön wütend,« stellte er amüsiert fest. »Sie haben mich angegriffen und mein Handy in den Whirlpool geworfen. Wie sollte ich da nicht wütend sein?« »Sie waren auch ziemlich gemein zu uns,« erwiderte er lässig, lehnte sich mit dem Rücken an den Whirlpool und musterte sie. »Das war ich nicht,« konterte Audrey. »Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Logans Assistentin so fies sein kann.« »Oder daran, dass sie so rote Haare hat.« Er nahm sie von oben bis unten in Augenschein und starrte dann ihre Brüste an. »Oder so einen Vorbau.« »Ach!« schnaubte sie. »Dieser Mann war so widerlich.« Sie riss die Tür auf, stürmte in die Hütte und machte sich auf die Suche nach ihrer Schwester. Daphne war nirgendwo zu sehen, das war gut. Dann war sie Camilla zumindest aus dem Weg gegangen und hatte nicht mit ansehen müssen, wie ihre tatkräftige, verklemmte Zwillingsschwester mit einem nassen Idioten gerungen hatte. Plötzlich hörte sie das quietschende Geräusch durchdrehender Reifen und Audrey rannte mit klopfendem Herzen zum Fenster. »Oh nein, Daphne konnte doch nicht schon abgehauen sein.« Aber der Wagen, der gerade zwischen den Bäumen verschwand, war das rote Cabrio, und Audrey konnte gerade noch sehen, wie Camillas blondes Haar im Wind wehte. »Tja«, sagte eine Männerstimme hinter ihr, »dann haben sie mich wohl vorerst am Hals. Denn das war meine Mitfahrgelegenheit.« Hatte Kate jemanden mitgebracht? Ihr wurde das Herz schwer, und leise ging sie weiter. Als sie das Kichern erneut hörte, folgte sie ihm und wischte sich die schweißnassen Hände an ihrer Jeans ab. Auf der Fahrt hierher hatte sie sich das Wiedersehen mit Kate ausgemalt, das ganz gelassen ausfallen sollte. Sie wollte ihn in ein Gespräch verwickeln, ihn daran erinnern, wie eng sie früher befreundet gewesen waren, und ihm demonstrieren, wie sehr sie sich von ihrer gebeutelten Zwillingsschwester unterschied. Und vielleicht, nur vielleicht, entwickelte sich mit der Zeit hier irgendetwas daraus. Doch bei keinem ihrer Pläne hatte eine andere Frau eine Rolle gespielt. Mit geballten Fäusten ging Audrey zur Hintertür, wo das Kichern herzukommen schien. Sie hörte auch ein tiefes, ständiges Brummen, das anscheinend von einem Generator stammte. Ärgerlicherweise hatte die Hintertür kein Fenster, sodass sie nicht nach draußen sehen konnte. Was war, wenn sie in eine peinliche Situation hineinplatzte? Sollte sie lieber gehen? Aber wenn sie das tat, würde Daphne hereinstürmen und ihm verraten, dass Audrey spioniert hatte. Das würde die Sache noch schlimmer machen. Da war es doch besser, die Tür zu öffnen und es hinter sich zu bringen. Audrey holte tief Luft, riss die Tür auf und machte einen Schritt nach draußen. Drei Dinge sah sie sofort. Das Geräusch, das sie gehört hatte, stammte von einem gigantischen Whirlpool, in dem sich momentan zwei nackte Menschen aufhielten, ein Mann und eine Frau. Keiner der beiden war Kate Archer. Das Paar küßte sich leidenschaftlich. Sie konnte den langen, schmalen, gebräunten Rücken der Frau sehen, die sich an die Brust des Mannes presste, der wiederum die Arme um sie gelegt hatte. Sie hatten beide einen nackten Oberkörper, und obwohl Audrey nicht mehr als das sehen konnte, war doch ziemlich offensichtlich, was sie vorhatten. Audrey räusperte sich. Die Frau wirbelte herum, entdeckte Audrey und gab dem Mann dann eine Ohrfeige. Du hast gesagt, du würdest dich mit keiner anderen treffen! Er zuckte zusammen und rieb sich die Wange. Das tue ich auch nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wer das ist. Er sah Audrey verärgert an. Wer sind sie? Die beiden starrten sie an, als wäre sie der Eindringling. Nein, schlimmer noch, als wäre sie eine Wanze. Eine sehr unattraktive Wanze. Audrey war entrüstet. Das sollte ich viel eher sie fragen, oder? Dies ist Kate Archers private Jagdhütte. Das stimmt, erwiderte der Mann lässig. Er kam ihr bekannt vor, aber ihr fiel nicht ein, wo sie ihn schon mal gesehen hatte. Daher wüsste ich auch zu gern, was Sie hier zu suchen haben. Ich habe jedes Recht, hier zu sein, erwiderte Audrey bruskiert. Meiner Schwester wurde zugesichert, dass wir die Hütte einen Monat lang für uns haben würden. Der Mann zwinkerte Audrey zu und zog die Frau wieder an sich. Wir sind in ein paar Stunden fertig. Ach, Audrey konnte ihre Abscheu nicht verbergen. Ich hoffe, Sie lassen hinterher das Wasser ab. Wir haben nicht das geringste Bedürfnis, in ihrer DNS zu schwimmen. Er kicherte. Die Frau sah ihn wütend an und rückte von ihm ab. Du hast das hier doch nicht als Dreier geplant, oder? Natürlich nicht, Camilla. Audrey verdrehte die Augen. Ich kann Ihnen versichern, dass ich ganz bestimmt nicht zu Ihnen reinkommen werde. Reese! Die Frau schmollte und ließ sich in das blubbernde Wasser sinken. Ich dachte, wir würden das Wochenende für uns sein. Das dachte ich auch, erwiderte er, ließ Audrey aber nicht aus den Augen. Sie ärgerte sich darüber, dass er noch immer grinste, als würde er sich köstlich amüsieren. Dieser Eindruck wurde von dem liederlichen Ziegenbart, der seinen Mund umrahmte, noch verstärkt. Tut mir leid, sagte Audrey brüsk, aber die Hütte ist bereits reserviert. Sie beide können sich bestimmt ein anderes schönes Plätzchen suchen, an dem sie wie Teenager übereinander herfallen können. Reese! Reese, beschwerte sich Camilla erneut. Audrey zermaterte sich das Gehirn und starrte den Mann mit zusammengekniffenen Augen an. Sein Haar lag nass an seinem Kopf und er hatte diesen Ziegenbart, aber sie hob eine Hand, verdeckte seine untere Gesichtshälfte und keuchte auf. »Reece Durham! Du hast gesagt, du würdest sie nicht kennen!«, maulte Camilla und bespritzte ihn mit Wasser. »Das tue ich auch nicht«, erwiderte er und schirmte seine Augen ab. »Lass das!« »Ich bin Logan Hawkins' Assistentin«, erklärte Audrey mit geschäftsmäßiger Stimme. Da hatte sie ihn auch schon einmal gesehen, allerdings trug er sonst immer einen Anzug, war glatt rasiert und hatte einen perfekten Scheitel. Er war einer von Logans Freunden, einer der sechs Männer, die sie insgeheim das dreckige halbe Dutzend nannte, da sie ständig zusammenhockten. Sie hatte ihn schon sehr oft in Logans Büro oder bei Geschäftsterminen gesehen, aber sie war ihm offenbar noch nie aufgefallen. Aber sie hatte ihn auch noch nie mit nacktem, nassen Oberkörper vor sich gehabt. »Er ist denn da draußen?«, zischte Daphne, die hinter der Tür stand. Audrey drehte sich zu ihr um und bemerkte, dass ihre Zwillingsschwester blass und gestresst aussah. »Einer von Kates Freunden ist mit seiner Freundin hier.« »Scheiße!« Auch wenn sie es nicht für möglich gehalten hätte, wurde Daphne sogar noch blasser. »Kannst du sie loswerden? Wenn die Paparazzi rausfinden, dass ich hier bin, dann werden sie mir die ganze Zeit auf die Nerven gehen!« Die Sorge in der Stimme ihrer Schwester spornte Audrey an. »Geh nach oben!«, flüsterte sie. »Ich werde sie rauswerfen.« Dann drehte sie sich wieder zum Whirlpool um und zog ihr Handy aus der Tasche. »Was machen Sie da?«, fragte Reese mit warnendem Unterton. »Ich filme Ihr Rendezvous,«, antwortete Audrey unverblümt und begann zu filmen. »Irgendjemand wird sich bestimmt für das Privatleben des Milliardärs und Playboys Reese Durham und seiner Freundin interessieren.« »Fragen Sie es nicht!«, kreischte Camilla und ging zur selben Zeit wie Reese auf sie los. Audrey ignorierte sie und filmte weiter. »Wenn Sie nicht verschwinden, muss ich wohl oder übel!« Sie unterbrach sich, als der nasse Mann nach ihrem Arm griff und versuchte, ihr das Handy zu entreißen. »Fassen Sie mich nicht an! Geben Sie mir das verdammte Handy!« »Nein!«, sie hielt es vor ihren Körper, während sich Camilla ein Handtuch umwickelte und an ihr vorbeihuschte. Als Reese erneut nach ihr griff, verlagerte Audrey das Gewicht und hielt das Handy so, dass er nicht rankommen konnte, während sie sich ihm entwand. Es war kindisch und lächerlich, aber sie war fest entschlossen, dieses Spiel zu gewinnen. Er hatte sehr lange Arme, daher wandte sie ihm den Rücken zu und beugte sich über ihr Handy, um es zu schützen. Doch dann erschrak sie zutiefst, als er seine starken Arme um ihren Oberkörper legte und sie gegen seinen nassen, nackten Körper drückte. Seine Hände ruhten gefährlich dicht an ihren Brüsten. »Geben Sie mir das Handy, kleine Assistentin!«, murmelte er und klang dabei eher amüsiert als wütend. Sie zappelte herum und versuchte, ihre Arme zu befreien, die er festhielt, doch die Situation war aussichtslos. Er drückte ihre Arme an ihre Seite, wodurch er zwar nicht an das Handy gelangen konnte, aber auch verhinderte, dass sie weiterhin filmte. »Lassen Sie mich los!« »Nein, ich könnte das den ganzen Tag lang machen.« Audrey startete einen weiteren Befreiungsversuch und bemerkte dann erschrocken, dass sich etwas Hartes an ihre Hüfte drückte. Sie sog schockiert die Luft ein. »Ich will doch hoffen, dass das nicht ihr Schwanz ist, den ich da an meinem Bein spüre!« Er kicherte. »Ich kann es nicht ändern, dann zappeln Sie halt nicht so herum.« »Pach, Sie sind wirklich ekelhaft!« »Ey, wenn Sie meine Verabredung verjagen, dann tausche ich gern und gebe Ihnen eine Chance.« »Das reichte jetzt aber, sie ließ das Handy fallen.« »So, Sie haben gewonnen! Sind Sie jetzt zufrieden? Mein Handy ist weg, lassen Sie mich endlich los!« Ebenso schnell, wie er sie festgehalten hatte, ließ er sie auch wieder los und griff nach ihrem Handy. Bevor sie protestieren konnte, warf er es in den Whirlpool und Audrey stöhnte entsetzt. »Das war mein Handy!« »Mit dem Sie meinen Knackarsch fotografiert haben,« erwiderte er und nahm sich ein Handtuch vom Halter. Erleichtert bemerkte sie, dass er eine Badehose trug und dass er einen sehr ansehnlichen Hintern und einen muskulösen Rücken hatte. »Verdammt! Er hat ja wirklich einen Knackarsch!« »Camilla würde nicht wollen, dass ihr Vater Fotos von uns beiden zu sehen bekommt, und mir wäre das auch nicht recht. Er würde glauben, dass ich seiner Tochter nur wegen eines Geschäftsabschlusses nachstelle.« »Wegen eines Geschäfts?« wiederholte Audrey, die jetzt völlig verwirrt war. »Wer ist sie denn?« »Das war Camilla Sellers, die Tochter und einzige Erbin des Sellers-Imperiums. »Und ich bin wirklich nur wegen eines Geschäftsabschlusses hinter ihr her,« sagte Reese mit verschmitztem Grinsen, während er sich das Handtuch um die Hüften wickelte. »Aber ich möchte nicht, dass Ihr Vater das ebenfalls denkt.« »Sie sind ein Schwein!« erklärte Audrey und zupfte an ihrem jetzt durchnäßten Pullover herum. Er klebte wie eine zweite Haut an ihren Brüsten, und ihr war der anerkennende Blick dieses Lustlings nicht entgangen. »Ich gehe jetzt rein, und Sie werden mir ein neues Handy kaufen.« »Alles, was Sie wollen, kleine Assistentin!« »Mein Name ist Audrey,« stieß sie hervor, »nicht kleine Assistentin!« »Sie sind ganz schön wütend,« stellte er amüsiert fest. »Sie haben mich angegriffen und mein Handy in den Whirlpool geworfen. Wie sollte ich da nicht wütend sein?« »Sie waren auch ziemlich gemein zu uns,« erwiderte er lässig, lehnte sich mit dem Rücken an den Whirlpool und musterte sie. »Das war ich nicht,« konterte Audrey. »Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Logans Assistentin so fies sein kann.« »Oder daran, dass sie so rote Haare hat.« Er nahm sie von oben bis unten in Augenschein und starrte dann ihre Brüste an. »Oder so einen Vorbau.« »Och!« schnaubte sie. »Dieser Mann war so widerlich!« Sie riss die Tür auf, stürmte in die Hütte und machte sich auf die Suche nach ihrer Schwester. Daphne war nirgendwo zu sehen, das war gut. Dann war sie Camilla zumindest aus dem Weg gegangen und hatte nicht mit ansehen müssen, wie ihre tatkräftige, verklemmte Zwillingsschwester mit einem nassen Idioten gerungen hatte. Plötzlich hörte sie das quietschende Geräusch durchdrehender Reifen und Audrey rannte mit klopfendem Herzen zum Fenster. »Oh nein! Daphne konnte doch nicht schon abgehauen sein!« Aber der Wagen, der gerade zwischen den Bäumen verschwand, war das rote Cabrio, und Audrey konnte gerade noch sehen, wie Camillas blondes Haar im Wind wehte. »Tja«, sagte eine Männerstimme hinter ihr, »dann haben sie mich wohl vorerst am Hals. Denn das war meine Mitfahrgelegenheit.« »Narven gehen!« Die Sorge in der Stimme ihrer Schwester spornte Audrey an. »Geh nach oben«, flüsterte sie, »ich werde sie rauswerfen.« Dann drehte sie sich wieder zum Whirlpool um und zog ihr Handy aus der Tasche. »Was machen Sie da?«, fragte Reese mit warnendem Unterton. »Ich filme Ihr Rendezvous«, antwortete Audrey unverblümt und begann zu filmen. »Irgendjemand wird sich bestimmt für das Privatleben des Milliardärs und Playboys Reese Durham und seiner Freundin interessieren.« »Wagen Sie es nicht«, kreischte Camilla und ging zur selben Zeit wie Reese auf sie los. Audrey ignorierte sie und filmte weiter. »Wenn Sie nicht verschwinden, muss ich wohl oder übel.« Sie unterbrach sich, als der nasse Mann nach ihrem Arm griff und versuchte, ihr das Handy zu entreißen. »Fassen Sie mich nicht an! Geben Sie mir das verdammte Handy!« »Nein!« Sie hielt es vor ihren Körper, während sich Camilla ein Handtuch umwickelte und an ihr vorbeihuschte. Als Reese erneut nach ihr griff, verlagerte Audrey das Gewicht und hielt das Handy so, dass er nicht rankommen konnte, während sie sich ihm entwand. Es war kindisch und lächerlich, aber sie war fest entschlossen, dieses Spiel zu gewinnen. Er hatte sehr lange Arme, daher wandte sie ihm den Rücken zu und beugte sich über ihr Handy, um es zu schützen. Doch dann erschrak sie zutiefst, als er seine starken Arme um ihren Oberkörper legte und sie gegen seinen nassen, nackten Körper drückte. Seine Hände ruhten gefährlich dicht an ihren Brüsten. »Geben Sie mir das Handy, kleine Assistentin!«, murmelte er und klang dabei eher amüsiert als wütend. Sie zappelte herum und versuchte, ihre Arme zu befreien, die er festhielt, doch die Situation war aussichtslos. Er drückte ihre Arme an ihre Seite, wodurch er zwar nicht an das Handy gelangen konnte, aber auch verhinderte, dass sie weiterhin filmte. »Lassen Sie mich los!« »Nein, ich könnte das den ganzen Tag lang machen.« Audrey startete einen weiteren Befreiungsversuch und bemerkte dann erschrocken, dass sich etwas Hartes an ihre Hüfte drückte. Sie sog schockiert die Luft ein. »Ich will doch hoffen, dass das nicht ihr Schwanz ist, den ich da an meinem Bein spüre.« Er kicherte. »Ich kann es nicht ändern, dann zappeln Sie halt nicht so herum.« »Pach, Sie sind wirklich ekelhaft!« »Ey, wenn Sie meine Verabredung verjagen, dann tausche ich gern und gebe Ihnen eine Chance.« »Das reichte jetzt aber, Sie ließ das Handy fallen.« »So, Sie haben gewonnen!« »Sind Sie jetzt zufrieden?« »Mein Handy ist weg!« »Lassen Sie mich endlich los!« Ebenso schnell, wie er sie festgehalten hatte, ließ er sie auch wieder los und griff nach ihrem Handy. Bevor sie protestieren konnte, warf er es in den Whirlpool und Audrey stöhnte entsetzt. »Das war mein Handy!« »Mit dem Sie meinen Knackarsch fotografiert haben,« erwiderte er und nahm sich ein Handtuch vom Halter. Erleichtert bemerkte sie, dass er eine Badehose trug und dass er einen sehr ansehnlichen Hintern und einen muskulösen Rücken hatte. »Verdammt! Er hat ja wirklich einen Knackarsch!« »Camilla würde nicht wollen, dass Ihr Vater Fotos von uns beiden zu sehen bekommt, und mir wäre das auch nicht recht. Er würde glauben, dass ich seiner Tochter nur wegen eines Geschäftsabschlusses nachstelle.« »Wegen eines Geschäfts?« Wiederholte Audrey, die jetzt völlig verwirrt war. »Wer ist sie denn?« »Das war Camilla Sellers, die Tochter und einzige Erbin des Sellers-Imperiums.« »Und ich bin wirklich nur wegen eines Geschäftsabschlusses hinter ihr her,« sagte Reese mit verschmitztem Grinsen, während er sich das Handtuch um die Hüften wickelte. »Aber ich möchte nicht, dass Ihr Vater das ebenfalls denkt.« »Sie sind ein Schwein!«, erklärte Audrey und zupfte an ihrem jetzt durchnässten Pullover herum. Er klebte wie eine zweite Haut an ihren Brüsten, und ihr war der anerkennende Blick dieses Lustlings nicht entgangen. »Ich gehe jetzt rein, und Sie werden mir ein neues Handy kaufen.« »Alles, was Sie wollen, kleine Assistentin!« »Mein Name ist Audrey,« stieß sie hervor, »nicht kleine Assistentin!« »Sie sind ganz schön wütend,« stellte er amüsiert fest. »Sie haben mich angegriffen und mein Handy in den Whirlpool geworfen. Wie sollte ich da nicht wütend sein?« »Sie waren auch ziemlich gemein zu uns,« erwiderte er lässig, lehnte sich mit dem Rücken an den Whirlpool und musterte sie. »Das war ich nicht,« konterte Audrey. »Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Logans Assistentin so fies sein kann.« »Oder daran, dass sie so rote Haare hat.« Er nahm sie von oben bis unten in Augenschein und starrte dann ihre Brüste an. »Oder so einen Vorbau.« »Ach!« schnaubte sie. »Dieser Mann war so widerlich!« Sie riss die Tür auf, stürmte in die Hütte und machte sich auf die Suche nach ihrer Schwester. Daphne war nirgendwo zu sehen, das war gut. Dann war sie Camilla zumindest aus dem Weg gegangen und hatte nicht mit ansehen müssen, wie ihre tatkräftige, verklemmte Zwillingsschwester mit einem nassen Idioten gerungen hatte. Plötzlich hörte sie das quietschende Geräusch durchdrehender Reifen und Audrey rannte mit klopfendem Herzen zum Fenster. »Oh nein! Daphne konnte doch nicht schon abgehauen sein!« Aber der Wagen, der gerade zwischen den Bäumen verschwand, war das rote Cabrio, und Audrey konnte gerade noch sehen, wie Camillas blondes Haar im Wind wehte. »Tja«, sagte eine Männerstimme hinter ihr, »dann haben Sie mich wohl vorerst am Hals. Denn das war meine Mitfahrgelegenheit.« »Handy! Mit dem Sie meinen Knackarsch fotografiert haben,« erwiderte er und nahm sich ein Handtuch vom Halter. Erleichtert bemerkte sie, dass er eine Badehose trug, und dass er einen sehr ansehnlichen Hintern und einen muskulösen Rücken hatte. Verdammt! Er hat ja wirklich einen Knackarsch! »Camilla würde nicht wollen, dass ihr Vater Fotos von uns beiden zu sehen bekommt, und mir wäre das auch nicht recht. Er würde glauben, dass ich seiner Tochter nur wegen eines Geschäftsabschlusses nachstelle.« »Wegen eines Geschäfts?«, wiederholte Audrey, die jetzt völlig verwirrt war. »Wer ist sie denn?« »Das war Camilla Sellers, die Tochter und einzige Erbin des Sellers-Imperiums.« »Und ich bin wirklich nur wegen eines Geschäftsabschlusses hinter ihr her,« sagte Reese mit verschmitztem Grinsen, während er sich das Handtuch um die Hüften wickelte. »Aber ich möchte nicht, dass Ihr Vater das ebenfalls denkt.« »Sie sind ein Schwein!«, erklärte Audrey und zupfte an ihrem jetzt durchnäßten Pullover herum. Er klebte wie eine zweite Haut an ihren Brüsten, und ihr war der anerkennende Blick dieses Lustlings nicht entgangen. »Ich gehe jetzt rein, und Sie werden mir ein neues Handy kaufen.« »Alles, was Sie wollen, kleine Assistentin!« »Mein Name ist Audrey,« stieß sie hervor, »nicht kleine Assistentin!« »Sie sind ganz schön wütend,« stellte er amüsiert fest. »Sie haben mich angegriffen und mein Handy in den Whirlpool geworfen. Wie sollte ich da nicht wütend sein?« »Sie waren auch ziemlich gemein zu uns,« erwiderte er lässig, lehnte sich mit dem Rücken an den Whirlpool und musterte sie. »Das war ich nicht,« konterte Audrey. »Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Logans Assistentin so fies sein kann.« »Oder daran, dass sie so rote Haare hat.« Er nahm sie von oben bis unten in Augenschein und starrte dann ihre Brüste an. »Oder so einen Vorbau.« »Och!« schnaubte sie. »Dieser Mann war so widerlich!« Sie riss die Tür auf, stürmte in die Hütte und machte sich auf die Suche nach ihrer Schwester. Daphne war nirgendwo zu sehen, das war gut. Dann war sie Camilla zumindest aus dem Weg gegangen und hatte nicht mit ansehen müssen, wie ihre tatkräftige, verklemmte Zwillingsschwester mit einem nassen Idioten gerungen hatte. Plötzlich hörte sie das quietschende Geräusch durchdrehender Reifen und Audrey rannte mit klopfendem Herzen zum Fenster. »Oh nein! Daphne konnte doch nicht schon abgehauen sein!« Aber der Wagen, der gerade zwischen den Bäumen verschwand, war das rote Cabrio, und Audrey konnte gerade noch sehen, wie Camillas blondes Haar im Wind wehte. »Tja«, sagte eine Männerstimme hinter ihr, »dann haben Sie mich wohl vorerst am Hals. Denn das war meine Mitfahrgelegenheit.« Sie hat fest. »Sie haben mich angegriffen und mein Handy in den Whirlpool geworfen. Wie sollte ich da nicht wütend sein?« »Sie waren auch ziemlich gemein zu uns«, erwiderte er lässig, lehnte sich mit dem Rücken an den Whirlpool und musterte sie. »Das war ich nicht«, konterte Audrey. »Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Logans Assistentin so fies sein kann.« »Oder daran, dass sie so rote Haare hat.« Er nahm sie von oben bis unten in Augenschein und starrte dann ihre Brüste an. »Oder so einen Vorbau.« »Ugh«, schnaubte sie. »Dieser Mann war so widerlich!« Sie riss die Tür auf, stürmte in die Hütte und machte sich auf die Suche nach ihrer Schwester. Daphne war nirgendwo zu sehen, das war gut. Dann war sie Camilla zumindest aus dem Weg gegangen und hatte nicht mit ansehen müssen, wie ihre tatkräftige, verklemmte Zwillingsschwester mit einem nassen Idioten gerungen hatte. Plötzlich hörte sie das quietschende Geräusch durchdrehender Reifen und Audrey rannte mit klopfendem Herzen zum Fenster. »Oh nein, Daphne konnte doch nicht schon abgehauen sein!« Aber der Wagen, der gerade zwischen den Bäumen verschwand, war das rote Cabrio und Audrey konnte gerade noch sehen, wie Camillas blondes Haar im Wind wehte. »Tja«, sagte eine Männerstimme hinter ihr, »dann haben Sie mich wohl vorerst am Hals. Denn das war meine Mitfahrgelegenheit.« Und wozu sehen, das war gut. Dann war sie Camilla zumindest aus dem Weg gegangen und hatte nicht mit ansehen müssen, wie ihre tatkräftige, verklemmte Zwillingsschwester mit einem nassen Idioten gerungen hatte. Plötzlich hörte sie das quietschende Geräusch durchdrehender Reifen und Audrey rannte mit klopfendem Herzen zum Fenster. »Oh nein, Daphne konnte doch nicht schon abgehauen sein!« Aber der Wagen, der gerade zwischen den Bäumen verschwand, war das rote Cabrio und Audrey konnte gerade noch sehen, wie Camillas blondes Haar im Wind wehte. »Tja«, sagte eine Männerstimme hinter ihr, »dann haben Sie mich wohl vorerst am Hals. Denn das war meine Mitfahrgelegenheit.« »Nicht schon abgehauen sein?« Aber der Wagen, der gerade zwischen den Bäumen verschwand, war das rote Cabrio und Audrey konnte gerade noch sehen, wie Camillas blondes Haar im Wind wehte. »Tja«, sagte eine Männerstimme hinter ihr, »dann haben Sie mich wohl vorerst am Hals. Denn das war meine Mitfahrgelegenheit.« »Tja«, sagte eine Männerstimme hinter ihr, »dann haben Sie mich wohl vorerst am Hals. Denn das war meine Mitfahrgelegenheit.« »Dönnt das war meine Mitfahrgelegenheit.« Wahr Gelegenheit Audrey drehte sich um und starrte den Mann hinter sich an. Dabei bemühte sie sich, ihr Temperament im Zaum zu halten. Er lehnte am Türrahmen, hatte das Handtuch tief auf den Hüften hängen und die Arme vor der Brust verschränkt. Dabei sah er auf diese freche Art gut aus und so, als wüsste er ganz genau, dass alle Frauen auf ihn flogen. Ein struppiger Ziegenbart zierte sein gebräuntes Gesicht und er war nicht auf diese klassische Weise attraktiv, wie es die David-Statue oder ein Model waren. Dafür sah er viel zu sehr nach einem Arbeiter aus, aber was ihm an Attraktivität fehlte, machte er durch Charisma wett. Obwohl sie wütend auf ihn war, bekam sie doch jedes Mal weiche Knie, wenn er sie so durchtrieben angrenzte, woraufhin sie noch wütender auf sich selbst wurde. Daher zwang sie sich, ruhig zu bleiben. Cool, gefasst. Das Lächeln, das sie ihm schenkte, war sehr professionell. »Es tut mir leid, Mr. Durham«, »Rees«, »Mr. Durham«, betonte sie, »aber Kate hat uns versprochen, dass wir diese Hütte einen Monat lang haben können, und Sie sind hier nicht willkommen.« »Und?« Er zog die buschigen Augenbrauen hoch und sah amüsiert die Treppe hinauf. »Versteckt sich Ihr Lover da oben? Lasst er Sie immer all seine Kämpfe austragen?« »Nein, und es geht Sie auch nichts an, mit wem ich hier bin. Wichtig ist nur, dass Sie verschwinden. Meine Klamotten waren in dem Wagen, der gerade gefahren ist.« Audrey knirschte mit den Zähnen. »Sie lügen doch.« »Ich wünschte, es wäre so. Haben Sie nicht gesagt, dass Kate auch herkommen würde? Dann kann er mir was zum Anziehen leihen.« Er kratzte sich an der nackten Brust. »Wenn er denn herkommt.« Dabei lehnte er weiterhin so gelassen am Türrahmen, als hätte er alle Zeit der Welt. Das war frustrierend. Audrey verschränkte die Arme vor der Brust und wurde puterrot, als sein Blick automatisch dorthin wanderte. Sie hatte ganz vergessen, dass ihr Pullover nass war und man ihre Brüste unter dem feuchten Stoff ziemlich deutlich erkennen konnte. Daher faltete sie stattdessen die Hände und konzentrierte sich auf das Problem. Wie konnte sie diesen Mann loswerden, ohne dass er von der Anwesenheit ihrer berühmten Schwester erfuhr? »Wie wäre es, wenn ich Sie in die nächste Stadt fahre, wo Sie sich was zum Anziehen kaufen und sich ein Taxi rufen können?« schlug sie vor. »Lieber nicht«, wieder kratzte er sich an der Brust, und sie sah unwillkürlich hin. Erst jetzt bemerkte sie, dass er eine dunkle Tätowierung auf seinem gut ausgeprägten Brustmuskel hatte, sowie ein paar dunkle Brusthaare, die nach unten hin in einer Linie verliefen, bis... Sie hob ruckartig den Kopf und bekam rote Wangen. Beinahe hätte sie ihm in den Schritt gestarrt, und das wollte sie auf gar keinen Fall. »Und wenn ich Ihnen einfach ein Taxi rufe?« fragte sie verzweifelt. »Kein Taxifahrer würde einen nackten Mann mitnehmen.« »Sie sind nicht nackt.« »Das lässt sich schnell ändern.« »Wollen Sie mich etwa noch wütender machen?« »Kann schon sein.« Dann grinste sie dieser Blödmann auch noch breit an. »Ich muss zugeben, dass ich mich köstlich amüsiere. Es ist irgendwie lustig, wenn sich das Blatt mal wendet und jemand anders mit seinem Latein am Ende ist, finden Sie nicht? Betrachten Sie es als Rache für Ihren Überfall am Whirlpool.« Er schlenderte an ihr vorbei und setzte sich auf eine Couch. Dann legte er seine großen, nackten Füße auf den rustikalen Holztisch. Dabei sah er so aus, als wollte er es sich hier auf Dauer bequem machen. Außerdem schien es fast, als würde sich das Handtuch lockern. »Wissen Sie was? Ich rufe ein Taxi!« sagte Audrey, deren Stimme schriller und lauter klang als sonst. »Es ist mir völlig egal, was Sie wollen. Diese Hütte wurde uns zugesichert und Sie müssen verschwinden.« »Es gibt hier keinen Festnetzanschluss,« erklärte Reese, der sich nicht die Mühe machte, wieder aufzustehen. »Und Ihr Handy liegt im Whirlpool.« »Dann nehme ich eben Ihres.« »Das ist in meiner Hose,« er grinste. »Und raten Sie mal, wo die sich befindet.« »Im Wagen,« fragte sie ermattet und ließ sich ihm gegenüber auf ein Sofa sinken. »Das ist ja ein Albtraum.« »Hey, sehen Sie es doch positiv. Sie haben wenigstens noch was an.« Audrey rieb sich den Nasenrücken. »Könnten Sie mal fünf Minuten den Mund halten? Sie treiben mich noch in den Wahnsinn.« Er lachte. »Audrey«, kam Daphnees schwache Stimme von der Treppe herüber. »Ich dachte, ich hätte jemanden reden gehört.« »Ist alles okay? Sind Sie weg?« Audrey starrte Reese erschrocken an, sprang dann von der Couch auf und lief zur Treppe. Sie musste zu Daphne gelangen, bevor Reese sie sah. Doch sie stellte frustriert fest, dass Reese ihr auf dem Fuß folgte und beinahe gegen sie prallte, als sie am Fuß der Treppe stehen blieb. Daphne stand auf den Stufen und drückte sich eine Hand an die Stirn. Ihr schmales Gesicht war kreidebleich, ihre Finger zitterten und ihre Augen lagen tief in ihren Höhlen. Sie starrte Reese kurz an und blickte dann erschrocken zu Audrey. »Er ist das?« »Das ist einer von Kates Freunden«, antwortete Audrey und strahlte ihre Schwester an. »Es ist alles in Ordnung. Er hat versprochen, niemandem zu erzählen, dass du hier bist.« »Kate wird sich schon darum kümmern«, dann lehnte sie sich nach hinten und kniff Reese fest in den Arm, um ihn davon abzuhalten, das Gegenteil zu behaupten. »So ist es«, versicherte Reese. Seine Stimme hatte auf einmal einen seltsamen, zärtlichen Unterton bekommen, der sich sehr von der spöttischen Art unterschied, die er für Audrey reserviert zu haben schien. »Ich bleibe ein paar Tage hier, aber ihr Geheimnis ist bei mir sicher. Keine Sorge.« »Danke«, erwiderte Daphne leise und strich sich mit den Fingern über die Stirn. »Ich werde mich mal für eine Weile hinlegen, Audrey. Mir geht's nicht so gut.« »Mach das«, bekräftigte Audrey. »Brauchst du irgendwas? Ein Glas Wasser? Ein Aspirin?« Daphne schüttelte den Kopf, drehte sich um und ging wieder nach oben. »Ich möchte einfach nur schlafen.« »Ruf mich, wenn du was brauchst«, rief Audrey ihr hinterher und blieb, wo sie war, bis sie Daphne nicht mehr sehen konnte. Sobald ihre Zwillingsschwester verschwunden war, drehte sie sich zu Reese um, nahm seinen Arm und zog ihn zurück ins Wohnzimmer. Zufrieden stellte sie fest, dass er sich nicht wehrte. Als sie davon überzeugt war, dass Daphne sie nicht mehr hören konnte, flüsterte sie. »Sie dürfen mit keinem Reporter darüber reden.« Reese sah sie merkwürdig an. »Dann sind sie also die Audrey. Gretchens Schwester Audrey.« Er musterte sie, als würde er sie gerade zum ersten Mal sehen. Ihre Wangen waren knallrot geworden. Sie wusste, was er dachte. Im vergangenen Monat hatten Gretchen und ihr neuer Freund Hunter eine Dinnerparty gegeben. Audrey war auch eingeladen gewesen, aber dann war Daphne in letzter Minute in Audres Wohnung aufgetaucht, völlig high und aufgebracht. Ihre Plattenfirma hatte ihre nächste Tour abgesagt, da man dort glaubte, sie würde das gesundheitlich nicht durchstehen. Audrey hatte keine andere Wahl gehabt, als Daphne mit zu Gretchens Party zu nehmen, bei der auch alle von Logan Hawkins reichen und mächtigen Freunden anwesend waren, darunter auch Kate Archer und Reese. Bei der Party hatte Daphne sehr viel Wein getrunken und sich lächerlich gemacht, ebenso wie Audrey. Es war nicht überraschend, dass sich Reese erst an sie erinnert hatte, nachdem Daphne aufgetaucht war. Sie selbst war nun mal nicht besonders auffällig. Sie kleidete sich dezent und erregte keine Aufmerksamkeit. Trotzdem war es ihr jetzt, wo er sich an sie und die Party erinnerte, peinlich. Audres Wangen brannten. »Ich bin Gretchens Schwester Audrey«, bestätigte sie, »und Sie dürfen niemandem erzählen, dass sich Daphne hier auffällt. Wenn die Paparazzi davon Wind bekommen, wird sie noch gestresster sein, als sie es ohnehin schon ist.« »Ihr ist nicht gestresst. Sie ist auf Entzug.« »Haben Sie nicht gesehen, wie Ihre Hände zittern?« »Sie braucht einen Arzt, Audrey.« »Sie rang schon wieder die Hände. Das Letzte, was sie jetzt brauchte, war ein besserwisserischer Blödmann, der sich in alles einmischte.« »Glauben Sie etwa, ich wüsste das nicht?« »Aber Sie will keinen Arzt sehen. Das hier ist das Einzige, was ich überhaupt für Sie tun darf.« »Bitten Sie sie nicht, sondern tun Sie es einfach. Sie ist offenbar nicht in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen.« »Sie verstehen das nicht. Sie ist meine Zwillingsschwester. Wenn ich sie verrate, würde sie mir das nie verzeihen.« Daphne hatte Audrey schon einmal ein ganzes Jahr lang aus ihrem Leben gedrängt, und das war eine schreckliche Erfahrung gewesen. Sie hatte sich die ganze Zeit große Sorgen um ihre Schwester gemacht. Wenn sie manche Dinge tun musste, damit sie am Leben ihrer Schwester teilhaben konnte, dann war Audrey bereit dazu. Wenn sie keinen Anteil an Daphnes Leben hatte, dann konnte sie ihr auch nicht helfen. Er schüttelte den Kopf und fuhr sich mit einer Hand durch das nasse Haar. »Sie braucht eine Entzugsklinik und keinen Urlaub. Sie tun ihr hiermit keinen Gefallen. Würden Sie freundlicherweise einfach verschwinden? Vergessen Sie, dass Sie uns hier gesehen haben. Ich rufe Ihnen ein Taxi, und dann können Sie weiter Tiffany und dem Geld Ihres Vaters hinterherjagen. »Sie heißt Camilla, und ich bleibe hier.« Er ging zurück zur Couch, setzte sich und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. »Sie wird ein paar Tage brauchen, bis sie sich wieder beruhigt hat, und ich habe schon ewig keinen Urlaub mehr gemacht. Außerdem werden Sie meine Hilfe brauchen.« »Ich brauche Ihre Hilfe nicht.« »Das werden Sie aber, wenn sie jetzt schon so schlecht aussieht«, warnte er sie. »Kate wird bald hier sein«, sagte sie verzweifelt. »Er wird mir helfen.« Reese musterte sie und zuckte dann mit den Achseln. »Ich bleibe trotzdem hier.« »Es gibt nicht genug Zimmer.« »Es gibt drei, eins für mich, eins für Kate und eins, dass Sie sich mit Ihrer Schwester teilen können.« Er hob die Augenbrauen. »Es sei denn, Sie möchten lieber bei mir schlafen.« »Sie könnten auch einfach verschwinden«, fuhr sie ihn an. Als er einen Finger an die Lippen legte und zur Decke deutete, um darauf hinzuweisen, dass sie ihre schlafende Schwester wecken würde, musste sie sich auf die Lippe beißen, um ihn nicht anzuschreien. »Dieser Mann machte Sie wirklich wahnsinnig.« »Wo blieb denn nur Kate, wenn sie ihn doch so dringend brauchte?« Das war möglicherweise der längste Nachmittag, den sie jemals schweigend verbracht hatte. Da ihre Schwester oben schlief und außer Reese, mit dem sie nicht reden wollte, niemand da war, saß Audrey in einer Sofaecke, trommelte mit den Fingern auf ihren Oberschenkel und wartete darauf, dass Kate endlich ankam. Sie konnte nicht mal nach oben gehen und auspacken. Stephanie hatte so erschöpft ausgesehen, und Audrey wollte sie auf keinen Fall wecken. Sie hätte vermutlich einen ihrer Liebesromane lesen können, aber da sich Reese ebenfalls in der Jagdhütte aufhielt, die ihr dadurch viel zu klein vorkam, wollte sie keine dummen Kommentare von ihm in Bezug auf ihren Lesestoff hören. Also saß sie einfach nur da und wartete. Wenn sie wenigstens ihr Handy gehabt hätte, dann hätte sie sich die Arbeits-E-Mails vornehmen und diese an ihre Vertretung weiterleiten können. Aber ihr Handy lag jetzt im Whirlpool und war nicht mehr zu gebrauchen. Reese verschwand irgendwann und tauchte etwas später in Kleidungsstücken auf, die Kate gehören mussten. Einem T-Shirt, das viel zu klein war, und einer Schlafanzughose, die gut zehn Zentimeter über seinen Füßen endete. Bei seinem Anblick hätte sie beinahe laut gelacht, aber nur beinahe. Dann als er sich umdrehte, konnte sie durch das eng anliegende T-Shirt jeden Muskel seines durchtrainierten Körpers erkennen. Außerdem hatte sie noch nie derart muskulöse Arme gesehen. Als er sich mit einer Hand über den Bauchstrich und träge kratzte, sah sie fasziniert zu. Plötzlich war ihr ganz und gar nicht mehr zum Lachen zumute. Sie stand auf und ging nach draußen, um die Aussicht zu bewundern. Die Hütte lag zwischen den Bäumen auf einem kleinen Hügel, und dahinter führte ein schmaler Pfad zu einem kurzen Steg und einem kristallklaren See, der von Bäumen umgeben war. Dies war der wohl schönste Urlaubsort, den sie je besucht hatte, und sie dachte gerade darüber nach, dass man sich mit Geld offenbar doch alles kaufen konnte. Da hörte sie Schritte hinter sich, während sie noch auf den See hinausblickte. »So«, meinte Reese und lehnte sich an das hölzerne Balkongeländer, »entweder gehen Sie mir aus dem Weg, oder Sie planen für später ein geheimes Rendezvous, bei dem wir nackt baden gehen.« Sie nahm ihren letzten Gedanken zurück. Selbst mit all seinem Geld konnte sich Reese Durham keinen angenehmeren Charakter kaufen. Audrey warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Haben Sie keine Höhle, in die Sie wieder zurückriechen können?« Er kicherte und schien sich über ihre Verärgerung zu amüsieren. »Hey, wenn Sie mich nicht hier haben wollen, dann hätten Sie meine Fahrerin nicht verscheuchen dürfen.« Sie ignorierte ihn. Das schien vor, als die beste Vorgehensweise zu sein. Stattdessen genoss sie den Ausblick auf den See und das schöne Wetter. Es war kühl, aber klar, und noch hatte es nicht geschneit, wofür sie sehr dankbar war. In der Hütte rief eine Männerstimme. »Hallo?« Kate war da. Audreys Herz klopfte wie wild und sie richtete sich auf. Automatisch wuchen ihre Hände in ihr Haar und sie richtete einige Strähnen und bissig auf die Lippen, damit diese rote aussahen. Als sie Reese einen Blick zuwarf, bemerkte sie, dass er sie interessiert beobachtete und eine Augenbraue hochzog. Sie ignorierte seinen fragenden Blick und ging mit vor Aufregung pochendem Herzen ins Haus. Kate war endlich da. Er stand in der Tür und sah genauso wunderbar aus wie beim letzten Mal, als sie ihn gesehen hatte. Das war der Mann, den sie liebte. Kate Archer. Audrey seufzte vor Wonneleise, als sie ihn sah, und bemerkte seinen gut geschnittenen grauen Anzug und die dazu passende Krawatte. Kate war nicht so groß wie Reese oder Logan, aber ebenso gut gebaut und attraktiv. Sein dunkelblondes Haar umgab seinen eleganten Kopf und seine blauen Augen strahlten, als er sie erblickte. Er streckte zur Begrüßung die Arme aus. Audrey, du siehst großartig aus! Sie warf sich in seine Arme und spürte, dass sie rot wurde, aber das war ihr egal. Sie klammerte sich an ihn und genoss es, seine Wärme und seine Arme zu spüren und den frischen Geruch seiner Kleidung einzuatmen. Das war ihr Kate. Er schob sie ein Stück von sich weg und sah ihr ins Gesicht. Ich bin so froh, dass Daphne und du beschlossen habt, in die Hütte zu kommen. Tja, du kennst doch Daphne, erwiderte sie und war entzückt, dass er sich derart freute, sie zu sehen. Wenn sie sich was in den Kopf setzt, dann bringen sie keine zehn Pferde mehr davon ab. Da ist sie nicht die Einzige, erwiderte Kate und sah sich dann um. Wo wir gerade von ihr sprechen, wo steckt sie eigentlich? Sie schläft, antwortete Audrey und schnitt eine Grimasse. Sie fühlt sich nicht besonders. Seine funkelnden Augen wurden ernst. Geht es ihr gut? Audrey nickte. Vorerst schon, sie sagt, es wäre Zeit, dass sie sich ändert. Sie hat es versprochen. Sie fügte nicht hinzu, dass Daphne das zuvor schon sehr oft versprochen. Dieses Versprechen aber immer wieder bei der erstbesten Gelegenheit gebrochen hatte. Audrey hatte sich fest vorgenommen, dass es dieses Mal anders laufen würde. Kate nickte und rieb ihren Arm, als wolle er sie beruhigen. Aber es ist schön, dass wir dreimal wieder zusammen sind. Wie in alten Zeiten, was? Ja, fast wie früher, bestätigte sie und hörte dann entsetzt, wie ihr ein mädchenhaftes Kichern entwich. Himmel, hatte sie wirklich dieses lächerliche Geräusch gemacht? Aber Kate schien es nicht zu bemerken. Er lächelte sie weiterhin an. Wie ist es dir ergangen? Es kommt mir vor, als hätten wir uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Wir haben uns doch letzten Monat bei Gretchens Party getroffen, rief sie ihm ins Gedächtnis. Zumindest kurz. Stimmt. Sein Gesicht wurde ernster und sein Lächeln verblasste, während sie sich beide daran erinnerten, wie sich Daphne auf dieser Party benommen hatte. Wieder einmal hatte Daphne nicht im Geringsten auf das gehört, was ihr Audrey gesagt hatte, und Kate war zu ihrer Rettung geeilt, hatte Daphne hinausgetragen und mit ihr und Audrey die Party verlassen. Jemand räusperte sich. Kate sah auf, drehte den Kopf und sah über seine Schulter, als könne er es nicht glauben. Reese! Dann glitt sein Blick wieder zu Audrey, und er machte ein verschmitztes, aber gleichzeitig ungläubiges Gesicht, als er erst auf sie und dann auf Reese deutete. Erzählt mir jetzt nicht, ihr beide! Nein! Audrey unterbrach ihn entsetzt und hob die Hände. Nicht in einer Million Jahre! Reese kicherte, kam näher und umarmte Kate. Schön, dich zu sehen, Bruder. Ich wollte eigentlich das Wochenende mit einer Freundin hier verbringen, als die beiden aufgetaucht sind. Meine Freundin hat sich aus dem Staub gemacht, und jetzt fehlt mir das Fahrzeug, um wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Und er wollte sich gerade ein Taxi rufen, fügte Audrey hinzu. Nein, das wollte ich nicht, widersprach ihr Reese gelassen. Ich bleibe übers Wochenende hier, wenn du keine Einwände hast. Bitte, bitte hab Einwände, dachte Audrey. Aber Kate blieb wie immer ganz Gentleman und schien sich sogar darüber zu freuen, dass Reese da war. Du weißt doch, dass ich nichts dagegen habe. Ich habe dir schließlich gesagt, dass du die Hütte jederzeit nutzen kannst. Außerdem freuen wir uns über Gesellschaft, nicht wahr, Audrey? Kate sah sie fragend an. Das habe ich mir gedacht, meinte Reese und warf ihr einen Blick zu, der ihr zu verstehen gab. Hab ich doch gleich gesagt. Sie saß in der Falle, verdammt. Audrey setzte ihr professionellstes Lächeln auf. Solange wir die Zimmer gut verteilen können, habe ich kein Problem damit. Keine Sorge, sagte Reese und stieß Kate mit dem Ellbogen an, als wären sie in einer Studentenverbindung. Audrey hat mir schon zugesichert, dass sie mit mir kuscheln würde, falls es in Daphnes Zimmer zu eng wird. Audrey keuchte schockiert. Das habe ich nicht! Kate lachte und schlug Reese auf den Rücken. War ja wieder klar, dass du innerhalb weniger Minuten alle Frauen um den Finger gewickelt hast. Er hat mich nicht um den Finger gewickelt, beharrte Audrey. Und er hat nichts von all dem, was er gesagt hat, ernst gemeint. Kate lachte nur und rieb sich dann über das Gesicht. Er deutete nach draußen. Ich habe hinter dir geparkt, wenn das okay ist. Das ist perfekt, erwiderte Audrey und wurde dann rot, weil sie sich so verliebt anhörte. Perfekt gelöst, fügte sie schnell hinzu. Er grinste. Dann hole ich mal mein Gepäck. Als er wieder verschwunden war, ging Audrey zur Türschwelle und sah ihm nach, wie er die Treppen runtersprang und zu seinem Wagen ging. Er fuhr auch einen Jaguar, aber vor der Jagdhütte stand ein blauer Sedan. Das passte zu Kate. Praktisch und dennoch elegant. So, so, drang Reese's Stimme an ihr Ohr. Sieh sich einer diese Frau an! Sie drehte sich zu ihm um und funkelte ihn wütend an. Was ist? Sie strahlen ja förmlich! Er grinste breit. Sie freuen sich so sehr darüber, dass Kate hier ist, dass sie wie ein Honigkuchenpferd grinsen. Ihre Wangen röteten sich noch mehr. Ich freue mich bloß, einen alten Freund wiederzusehen. Mir ist durchaus aufgefallen, dass Sie ihn gar nicht mal loslassen wollten, fuhr Reese fort. Und wenn ich mich nicht irre, haben Sie an seiner Jacke gerochen. Hab ich nicht! Doch, das haben Sie. Er rieb sich nachdenklich seinen zotteligen Ziegenbart. Weiß Kate, dass Sie in ihn verliebt sind? Ihre Verärgerung verwandelte sich in Panik. Was reden Sie denn da? Er stieß ein peinliches, schrilles Kichern aus, das sie schmerzhaft an das erinnerte, das nur Augenblicke zuvor aus ihrem Mund gekommen war. Du bist perfekt, Kate, äffte er sie nach. Sie schlug ihm auf den Arm. Sie sind ein schrecklicher Mensch. Hoffentlich ertrinken Sie im See. Er hob die Augenbrauen. Da hat es wohl jemand sehr eilig, seine Wiederbelebungskünste an mir auszuprobieren. Süße, wenn Sie eine Mund-zu-Mund-Beatmung machen wollen, müssen Sie mich nur fragen. Halten Sie endlich die Klappe! Das kann ich nicht. Als Kates bester Freund ist es meine Pflicht, ihn über alle Geheimnisse auf dem Laufenden zu halten, die ihn interessieren könnten. Und er möchte bestimmt gerne wissen, dass die gute, süße, kleine Zwillingsschwester in ihren Freund aus Kindertagen verliebt ist. Meinen Sie nicht? Sie keuchte erschrocken, als er es so einfach aussprach. So ist das doch gar nicht! Habe ich zu weit ausgeholt? Dann wird Ihrer Teenager-Zeit. Nein! Sie verstehen das völlig falsch! Tue ich das? Er zuckte lässig mit den Achseln. Aber wir könnten ja mal Kate fragen, was er darüber denkt. Sie ballte die Fäuste. Reese würde ihr Wiedersehen mit Kate, ihre erste Chance seit Jahren, mal in Ruhe etwas Zeit mit ihnen zu verbringen, in einen Albtraum verwandeln. Es wäre ungemein peinlich, in Kates Nähe zu sein, wenn er wusste, dass sie insgeheim in ihn verliebt war. Wie würde er dann reagieren? Sie vermutete, dass er nett und verständnisvoll sein würde. Schließlich war Kate immer so. Er würde es ihr leicht machen und ihr nicht das Herz brechen. Bitte, stieß sie hervor. Bitte sagen Sie ihm nichts. Er rieb sich wieder den Bart. Möglicherweise lasse ich mich dazu überreden. Audrey schnappte nach Luft. Wollen Sie mich erpressen? Nun, da Sie es erwähnen, wäre eine Erpressung eigentlich gar keine so schlechte Idee. Er grinste und seine weißen Zähne blitzten. Was würden Sie davon halten, wenn wir beide uns heute Nacht im Mondschein treffen und küssen? Sie wissen genau, dass ich Sie nicht küssen will. Sie sind der letzte Mann auf Erden, den ich im Moment küssen möchte. Das weiß ich, erwiderte er mit verschmitztem Grinsen. Aus diesem Grund habe ich es ja vorgeschlagen. Es wäre ein halben Spaß, Kate von ihrem Geheimnis zu erzählen. Ich könnte ihm ja auch eine kleine Nachricht schreiben, wie wir es früher in der Grundschule gemacht haben. Audrey ist in dich verliebt. Liebst du sie auch? Kreuze ja oder nein an. Sie sah zur Tür und bemerkte, dass Kate gerade die Stufen hinaufkam. Panik stieg in ihr auf. Keine Nachrichten. Erzählen Sie es ihm nicht, bitte. Dann also ein Rendezvous, heute Nacht. Sie hatte noch zwei Sekunden, um sich zu entscheiden. In ihrem Kopf ging alles durcheinander. Und dann drehte sie sich um und schlug Reese gegen die Schulter. Sie haben ja keine Ahnung, wie sehr ich Sie hasse. Dann ist es ein Ja? Es ist ein Ja, flüsterte sie und war kurz davor, zu explodieren. Und jetzt halten Sie den Mund, bitte! Er zwinkerte ihr zu und machte vor dem Mund eine Bewegung, als würde er einen Reißverschluss zuziehen. Im nächsten Augenblick kam Kate auch schon herein. Ich helfe dir, bot Audrey an, trat vor und wollte ihm etwas aus der Hand nehmen. Er hatte sich den Riemen einer Reisetasche über die Schulter gelegt und trug mehrere Plastiktüten mit Einkäufen in den Händen. Anscheinend bist du ja noch beim Supermarkt vorbeigefahren. Ja, ich wollte es für dich und Daphne so angenehm wie möglich machen. Das ist sehr lieb von dir, sagte sie sanft und nahm ihm ein paar Plastiktüten ab. Du bist wirklich ein weißer Ritter, spottete Reese und machte erneut die Reißverschlussbewegung, als Audrey ihn wütend anfunkelte. Er würde das Geheimnis schon nicht ausplaudern, aber er würde sie die ganze Zeit damit aufziehen. Himmel, wie sie diesen Mann hasste! Ich habe meine Termine abgesagt, erklärte Kate, der mit den restlichen Tüten in die Küche ging. Ich bin für dich und Daph da, solange ihr mich braucht. Vor Dankbarkeit stiegen Audrey die Tränen in die Augen. Es wäre verdammt schwer geworden, Daphne ganz alleine clean zu kriegen, aber so hatte sie mit Kate ihren besten Freund und einen hervorragenden Helfer an ihrer Seite. Sie hätte sich nichts Besseres wünschen können. Es ist so schön, dass du hier bist, Kate. Ich freue mich so, dich zu sehen. Dann fügte sie schnell hinzu. Daphne wird bestimmt auch überglücklich sein. Kate lächelte sie an und strich ihr über die Haare. »Du weißt, dass ich immer für dich da bin, wenn du mich brauchst, Audrey.« Seine Worte klangen wie Musik in ihren Ohren. Es war nur schade, dass er versuchte, ihr das Haar zu zerzausen, wie er es immer gemacht hatte, als sie noch ein Kind war. Aber sie ignorierte diesen Teil und konzentrierte sich stattdessen auf seine Worte, woraufhin ihr Herz noch etwas mehr schmolz. Nun, da Kate hier war, würde alles gut werden. Sie nahm ihren letzten Gedanken zurück. Selbst mit all seinem Geld konnte sich Reese Durham keinen angenehmeren Charakter kaufen. Audrey warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Haben Sie keine Höhle, in die Sie wieder zurückriechen können?« Er kicherte und schien sich über ihre Verärgerung zu amüsieren. »Hey, wenn Sie mich nicht hier haben wollen, dann hätten Sie meine Fahrerin nicht verscheuchen dürfen.« Sie ignorierte ihn. Das schien vor, als die beste Vorgehensweise zu sein. Stattdessen genoss sie den Ausblick auf den See und das schöne Wetter. Es war kühl, aber klar, und noch hatte es nicht geschneit, wofür sie sehr dankbar war. In der Hütte rief eine Männerstimme. »Hallo?« »Kate war da.« Audreys Herz klopfte wie wild und sie richtete sich auf. Automatisch wuchen ihre Hände in ihr Haar und sie richtete einige Strähnen und bissig auf die Lippen, damit diese roter aussahen. Als sie Reese einen Blick zuwarf, bemerkte sie, dass er sie interessiert beobachtete und eine Augenbraue hochzog. Sie ignorierte seinen fragenden Blick und ging mit vor Aufregung pochendem Herzen ins Haus. Kate war endlich da. Er stand in der Tür und sah genauso wunderbar aus wie beim letzten Mal, als sie ihn gesehen hatte. Das war der Mann, den sie liebte. Kate Archer. Audrey seufzte vor Wonneleise, als sie ihn sah, und bemerkte seinen gut geschnittenen grauen Anzug und die dazu passende Krawatte. Kate war nicht so groß wie Reese oder Logan, aber ebenso gut gebaut und attraktiv. Sein dunkelblondes Haar umgab seinen eleganten Kopf und seine blauen Augen strahlten, als er sie erblickte. Er streckte zur Begrüßung die Arme aus. »Audrey, du siehst großartig aus!« Sie warf sich in seine Arme und spürte, dass sie rot wurde, aber das war ihr egal. Sie klammerte sich an ihn und genoss es, seine Wärme und seine Arme zu spüren und den frischen Geruch seiner Kleidung einzuatmen. »Das war ihr Kate!« Er schob sie ein Stück von sich weg und sah ihr ins Gesicht. »Ich bin so froh, dass Daphne und du beschlossen habt, in die Hütte zu kommen.« »Tja, du kennst doch Daphne«, erwiderte sie und war entzückt, dass er sich derart freute, sie zu sehen. »Wenn sie sich was in den Kopf setzt, dann bringen sie keine zehn Pferde mehr davon ab.« »Da ist sie nicht die Einzige«, erwiderte Kate und sah sich dann um. »Wo wir gerade von ihr sprechen, wo steckt sie eigentlich?« »Sie schläft«, antwortete Audrey und schnitt eine Grimasse. »Sie fühlt sich nicht besonders.« Seine funkelnden Augen wurden ernst. »Geht es ihr gut?« Audrey nickte. »Pur, es schon. Sie sagt, es wäre Zeit, dass sie sich ändert. Sie hat es versprochen.« Sie fügte nicht hinzu, dass Daphne das zuvor schon sehr oft versprochen, dieses Versprechen aber immer wieder bei der erstbesten Gelegenheit gebrochen hatte. Audrey hatte sich fest vorgenommen, dass es dieses Mal anders laufen würde. Kate nickte und rieb ihren Arm, als wolle er sie beruhigen. »Aber es ist schön, dass wir dreimal wieder zusammen sind.« »Wie in alten Zeiten, was?« »Ja, fast wie früher«, bestätigte sie, und hörte dann entsetzt, wie ihr ein mädchenhaftes Kichern entwich. »Himmel, hatte sie wirklich dieses lächerliche Geräusch gemacht?« Aber Kate schien es nicht zu bemerken. Er lächelte sie weiterhin an. »Wie ist es dir ergangen? Es kommt mir vor, als hätten wir uns eine Ewigkeit nicht gesehen.« »Wir haben uns doch letzten Monat bei Gretchens Party getroffen«, rief sie ihm ins Gedächtnis. »Zumindest kurz.« »Stimmt«, sein Gesicht wurde ernster und sein Lächeln verblasste, während sie sich beide daran erinnerten, wie sich Daphne auf dieser Party benommen hatte. Wieder einmal hatte Daphne nicht im Geringsten auf das gehört, was ihr Audrey gesagt hatte, und Kate war zu ihrer Rettung geeilt, hatte Daphne hinausgetragen und mit ihr und Audrey die Party verlassen. »Jemand räusperte sich.« »Bitte, bitte, hab Einwände«, dachte Audrey. Aber Kate blieb wie immer ganz Gentleman und schien sich sogar darüber zu freuen, dass Reese da war. »Du weißt doch, dass ich nichts dagegen habe. Ich habe dir schließlich gesagt, dass du die Hütte jederzeit nutzen kannst. Außerdem freuen wir uns über Gesellschaft, nicht wahr, Audrey?« Kate sah sie fragend an. »Das habe ich mir gedacht«, meinte Reese und warf ihr einen Blick zu, der ihr zu verstehen gab. »Habe ich doch gleich gesagt.« Sie saß in der Falle. Verdammt. Audrey setzte ihr professionellstes Lächeln auf. »Solange wir die Zimmer gut verteilen können, habe ich kein Problem damit.« »Keine Sorge«, sagte Reese und stieß Kate mit dem Ellbogen an, als wären sie in einer Studentenverbindung. »Audrey hat mir schon zugesichert, dass sie mit mir kuscheln würde, falls es in Daphnes Zimmer zu eng wird.« Audrey keuchte schockiert. »Das habe ich nicht«, Kate lachte und schlug Reese auf den Rücken. »War ja wieder klar, dass du innerhalb weniger Minuten alle Frauen um den Finger gewickelt hast.« »Er hat mich nicht um den Finger gewickelt«, beharrte Audrey. »Und er hat nichts von all dem, was er gesagt hat, ernst gemeint.« Kate lachte nur und rieb sich dann über das Gesicht. Er deutete nach draußen. »Ich habe hinter dir geparkt, wenn das okay ist.« »Das ist perfekt«, erwiderte Audrey und wurde dann rot, weil sie sich so verliebt anhörte. »Perfekt gelöst«, fügte sie schnell hinzu. Er grinste. »Dann hole ich mal mein Gepäck.« Als er wieder verschwunden war, ging Audrey zur Türschwelle und sah ihm nach, wie er die Treppen runtersprang und zu seinem Wagen ging. Er fuhr auch einen Jaguar, aber vor der Jagdhütte stand ein blauer Sedan. Das passte zu Kate. Praktisch und dennoch elegant. »So, so«, drang Reese's Stimme an ihr Ohr. »Sieh sich einer, diese Frau, an!« Sie drehte sich zu ihm um und funkelte ihn wütend an. »Was ist«, »Sie strahlen ja förmlich«, er grinste breit. »Sie freuen sich so sehr darüber, dass Kate hier ist, dass sie wie ein Honigkuchenpferd grinsen.« Ihre Wangen röteten sich noch mehr. »Ich freue mich bloß, einen alten Freund wiederzusehen.« »Mir ist durchaus aufgefallen, dass Sie ihn gar nicht mal loslassen wollten«, fuhr Reese fort. »Und wenn ich mich nicht irre, haben Sie an seiner Jacke gerochen.« »Hab ich nicht«, »doch, das haben Sie«, errieb sich nachdenklich seinen zotteligen Ziegenbart. »Weiß Kate, dass Sie in ihn verliebt sind?« Ihre Verärgerung verwandelte sich in Panik. »Was reden Sie denn da?« Er stieß ein peinliches, schrilles Kichern aus, das sie schmerzhaft an das erinnerte, das nur Augenblicke zuvor aus ihrem Mund gekommen war. »Du bist perfekt, Kate«, äffte er sie nach. Sie schlug ihm auf den Arm. »Sie sind ein schrecklicher Mensch. Hoffentlich ertrinken Sie im See«, erhob die Augenbrauen. »Da hat es wohl jemand sehr eilig, seine Wiederbelebungskünste an mir auszuprobieren.« »Süße, wenn Sie eine Mund-zu-Mund-Beatmung machen wollen, müssen Sie mich nur fragen.« »Halten Sie endlich die Klappe!« »Das kann ich nicht. Als Kates bester Freund ist es meine Pflicht, ihn über alle Geheimnisse auf dem Laufenden zu halten, die ihn interessieren könnten. Und er möchte bestimmt gerne wissen, dass die gute, süße, kleine Zwillingsschwester in ihren Freund aus Kindertagen verliebt ist.« »Meinen Sie nicht?« »Sie keuchte erschrocken, als er es so einfach aussprach.« »So ist das doch gar nicht!« »Habe ich zu weit ausgeholt? Dann seit Ihrer Teenager-Zeit.« »Nein! Sie verstehen das völlig falsch!« »Tue ich das?« Er zuckte lässig mit den Achseln. »Aber wir könnten ja mal Kate fragen, was er darüber denkt.« Sie ballte die Fäuste. Reese würde ihr Wiedersehen mit Kate, ihre erste Chance seit Jahren, mal in Ruhe etwas Zeit mit ihnen zu verbringen, in einen Albtraum verwandeln. »Es wäre ungemein peinlich, in Kates Nähe zu sein, wenn er wusste, dass sie insgeheim in ihn verliebt war. Wie würde er dann reagieren?« Sie vermutete, dass er nett und verständnisvoll sein würde. Schließlich war Kate immer so. Er würde es ihr leicht machen und ihr nicht das Herz brechen. »Bitte«, stieß sie hervor, »bitte sagen Sie ihm nichts.« Er rieb sich wieder den Bart. »Möglicherweise lasse ich mich dazu überreden.« Audrey schnappte nach Luft. »Wollen Sie mich erpressen?« »Nun, da Sie es erwähnen, wäre eine Erpressung eigentlich gar keine so schlechte Idee.« Er grinste und seine weißen Zähne blitzten. »Was würden Sie davon halten, wenn wir beide uns heute Nacht im Mondschein treffen und küssen?« »Sie wissen genau, dass ich Sie nicht küssen will. Sie sind der letzte Mann auf Erden, den ich im Moment küssen möchte.« »Das weiß ich«, erwiderte er mit verschmitztem Grinsen. »Aus diesem Grund habe ich es ja vorgeschlagen. Es wäre ein halben Spaß, Kate von ihrem Geheimnis zu erzählen. Ich könnte ihm ja auch eine kleine Nachricht schreiben, wie wir es früher in der Grundschule gemacht haben.« »Audrey ist in dich verliebt. Liebst du sie auch? Kreuze ja oder nein an.« Sie sah zur Tür und bemerkte, dass Kate gerade die Stufen hinaufkam. Panik stieg in ihr auf. »Keine Nachrichten. Erzählen Sie es ihm nicht, bitte.« »Dann also ein Rendezvous, heute Nacht.« Sie hatte noch zwei Sekunden, um sich zu entscheiden. In ihrem Kopf ging alles durcheinander, und dann drehte sie sich um und schlug Reese gegen die Schulter. »Sie haben ja keine Ahnung, wie sehr ich Sie hasse.« »Dann ist es ein Ja?« »Es ist ein Ja,« flüsterte sie und war kurz davor, zu explodieren. »Und jetzt halten Sie den Mund, bitte!« Er zwinkerte ihr zu und machte vor dem Mund eine Bewegung, als würde er einen Reißverschluss zuziehen. Im nächsten Augenblick kam Kate auch schon herein. »Ich helfe dir,« bot Audrey an, trat vor und wollte ihm etwas aus der Hand nehmen. Er hatte sich den Riemen einer Reisetasche über die Schulter gelegt und trug mehrere Plastiktüten mit Einkäufen in den Händen. »Anscheinend bist du ja noch beim Supermarkt vorbeigefahren.« »Ja, ich wollte es für dich und Daphne so angenehm wie möglich machen.« »Das ist sehr lieb von dir,« sagte sie sanft und nahm ihm ein paar Plastiktüten ab. »Du bist wirklich ein weißer Ritter,« spottete Reese und machte erneut die Reißverschlussbewegung, als Audrey ihn wütend anfunkelte. Er würde das Geheimnis schon nicht ausplaudern, aber er würde sie die ganze Zeit damit aufziehen. »Himmel, wie Sie diesen Mann hasste!« »Ich habe meine Termine abgesagt,« erklärte Kate, der mit den restlichen Tüten in die Küche ging. »Ich bin für dich und Daphne da, solange ihr mich braucht.« Vor Dankbarkeit stiegen Audrey die Tränen in die Augen. Es wäre verdammt schwer geworden, Daphne ganz alleine clean zu kriegen, aber so hatte sie mit Kate ihren besten Freund und einen hervorragenden Helfer an ihrer Seite. Sie hätte sich nichts Besseres wünschen können. »Es ist so schön, dass du hier bist, Kate. Ich freue mich so, dich zu sehen.« Dann fügte sie schnell hinzu, »Daphne wird bestimmt auch überglücklich sein.« Kate lächelte sie an und strich ihr über die Haare. »Du weißt, dass ich immer für dich da bin, wenn du mich brauchst, Audrey.« Seine Worte klangen wie Musik in ihren Ohren. Es war nur schade, dass er versuchte, ihr das Haar zu zerzausen, wie er es immer gemacht hatte, als sie noch ein Kind war. Aber sie ignorierte diesen Teil und konzentrierte sich stattdessen auf seine Worte, woraufhin ihr Herz noch etwas mehr schmolz. Nun, da Kate hier war, würde alles gut werden. »Perfekt gelöst«, fügte sie schnell hinzu. Er grinste. »Dann hole ich mal mein Gepäck.« Als er wieder verschwunden war, ging Audrey zur Türschwelle und sah ihm nach, wie er die Treppen runtersprang und zu seinem Wagen ging. Er fuhr auch einen Jaguar, aber vor der Jagdhütte stand ein blauer Sedan. Das passte zu Kate. Praktisch und dennoch elegant. »So, so«, drang Reese's Stimme an ihr Ohr. »Sieh sich einer diese Frau an!« Sie drehte sich zu ihm um und funkelte ihn wütend ein. »Was ist?« »Sie strahlen ja förmlich!« Er grinste breit. »Sie freuen sich so sehr darüber, dass Kate hier ist, dass sie wie ein Honigkuchenpferd grinsen.« Ihre Wangen röteten sich noch mehr. »Ich freue mich bloß, einen alten Freund wiederzusehen.« »Mir ist durchaus aufgefallen, dass Sie ihn gar nicht mal loslassen wollten«, fuhr Reese fort. »Und wenn ich mich nicht irre, haben Sie an seiner Jacke gerochen.« »Hab ich nicht!« »Doch, das haben Sie«, er rieb sich nachdenklich seinen zotteligen Ziegenbart. »Weiß Kate, dass Sie in ihn verliebt sind?« Ihre Verärgerung verwandelte sich in Panik. »Was reden Sie denn da?« Er stieß ein peinliches, schrilles Kichern aus, das sie schmerzhaft an das erinnerte, das nur Augenblicke zuvor aus ihrem Mund gekommen war. »Du bist perfekt, Kate«, äffte er sie nach. Sie schlug ihm auf den Arm. »Sie sind ein schrecklicher Mensch. Hoffentlich ertrinken Sie im See«, erhob die Augenbrauen. »Da hat es wohl jemals sehr eilig, seine Wiederbelebungskünste an mir auszuprobieren. Süße, wenn Sie eine Mund-zu-Mund-Beatmung machen wollen, müssen Sie mich nur fragen.« »Halten Sie endlich die Klappe!« »Das kann ich nicht. Als Kates bester Freund ist es meine Pflicht, ihn über alle Geheimnisse auf dem Laufenden zu halten, die ihn interessieren könnten. Und er möchte bestimmt gerne wissen, dass die gute, süße, kleine Zwillingsschwester in ihren Freund aus Kindertagen verliebt ist.« »Meinen Sie nicht?« »Sie keuchte erschrocken, als er es so einfach aussprach.« »So ist das doch gar nicht!« »Habe ich zu weit ausgeholt? Dann seit Ihrer Teenager-Zeit.« »Nein! Sie verstehen das völlig falsch!« »Tue ich das?« Er zuckte lässig mit den Achseln. »Aber wir könnten ja mal Kate fragen, was er darüber denkt.« Sie ballte die Fäuste. Reese würde ihr Wiedersehen mit Kate, ihre erste Chance seit Jahren, mal in Ruhe etwas Zeit mit ihnen zu verbringen, in einen Albtraum verwandeln. Es wäre ungemein peinlich, in Kates Nähe zu sein, wenn er wusste, dass sie insgeheim in ihn verliebt war. Wie würde er dann reagieren? Sie vermutete, dass er nett und verständnisvoll sein würde. Schließlich war Kate immer so. Er würde es ihr leicht machen und ihr nicht das Herz brechen. »Bitte«, stieß sie hervor, »bitte sagen Sie ihm nichts.« Er rieb sich wieder den Bart. »Möglicherweise lasse ich mich dazu überreden.« Audrey schnappte nach Luft. »Wollen Sie mich erpressen?« »Nun, da Sie es erwähnen, wäre eine Erpressung eigentlich gar keine so schlechte Idee.« Er grinste und seine weißen Zähne blitzten. »Was würden Sie davon halten, wenn wir beide uns heute Nacht im Mondschein treffen und küssen?« »Sie wissen genau, dass ich Sie nicht küssen will. Sie sind der letzte Mann auf Erden, den ich im Moment küssen möchte.« »Das weiß ich«, erwiderte er mit verschmitztem Grinsen. »Aus diesem Grund habe ich es ja vorgeschlagen. Es wäre ein heidens Spaß, Kate von ihrem Geheimnis zu erzählen. Ich könnte ihm ja auch eine kleine Nachricht schreiben, wie wir es früher in der Grundschule gemacht haben.« »Audrey ist in dich verliebt. Liebst du sie auch? Kreuze ja oder nein an.« Sie sah zur Tür und bemerkte, dass Kate gerade die Stufen hinaufkam. Panik stieg in ihr auf. »Keine Nachrichten. Erzählen Sie es ihm nicht, bitte.« »Dann also ein Rendezvous, heute Nacht.« Sie hatte noch zwei Sekunden, um sich zu entscheiden. In ihrem Kopf ging alles durcheinander, und dann drehte sie sich um und schlug Reese gegen die Schulter. »Sie haben ja keine Ahnung, wie sehr ich Sie hasse.« »Dann ist es ein Ja?« »Es ist ein Ja,« flüsterte sie und war kurz davor, zu explodieren. »Und jetzt halten Sie den Mund, bitte!« Er zwinkerte ihr zu und machte vor dem Mund eine Bewegung, als würde er einen Reißverschluss zuziehen. Im nächsten Augenblick kam Kate auch schon herein. »Ich helfe dir,« bot Audrey an, trat vor und wollte ihm etwas aus der Hand nehmen. Er hatte sich den Riemen einer Reisetasche über die Schulter gelegt und trug mehrere Plastiktüten mit Einkäufen in den Händen. »Anscheinend bist du ja noch beim Supermarkt vorbeigefahren.« »Ja, ich wollte es für dich und Daphne so angenehm wie möglich machen.« »Das ist sehr lieb von dir,« sagte sie sanft und nahm ihm ein paar Plastiktüten ab. »Du bist wirklich ein weißer Ritter,« spottete Reese und machte erneut die Reißverschlussbewegung, als Audrey ihn wütend anfunkelte. Er würde das Geheimnis schon nicht ausplaudern, aber er würde sie die ganze Zeit damit aufziehen. »Himmel, wie Sie diesen Mann hasste!« »Ich habe meine Termine abgesagt,« erklärte Kate, der mit den restlichen Tüten in die Küche ging. »Ich bin für dich und Daphne da, solange ihr mich braucht.« Vor Dankbarkeit stiegen Audrey die Tränen in die Augen. Es wäre verdammt schwer geworden, Daphne ganz alleine clean zu kriegen, aber so hatte sie mit Kate ihren besten Freund und einen hervorragenden Helfer an ihrer Seite. Sie hätte sich nichts Besseres wünschen können. »Es ist so schön, dass du hier bist, Kate. Ich freue mich so, dich zu sehen.« Dann fügte sie schnell hinzu, »Daphne wird bestimmt auch überglücklich sein.« Kate lächelte sie an und strich ihr über die Haare. »Du weißt, dass ich immer für dich da bin, wenn du mich brauchst, Audrey.« Seine Worte klangen wie Musik in ihren Ohren. Es war nur schade, dass er versuchte, ihr das Haar zu zerzausen, wie er es immer gemacht hatte, als sie noch ein Kind war. Aber sie ignorierte diesen Teil und konzentrierte sich stattdessen auf seine Worte, woraufhin ihr Herz noch etwas mehr schmolz. Nun, da Kate hier war, würde alles gut werden. »Wäre eine Erpressung eigentlich gar keine so schlechte Idee.« Er grinste und seine weißen Zähne blitzten. »Was würden Sie davon halten, wenn wir beide uns heute Nacht im Mondschein treffen und küssen?« »Sie wissen genau, dass ich Sie nicht küssen will. Sie sind der letzte Mann auf Erden, den ich im Moment küssen möchte.« »Das weiß ich,« erwiderte er mit verschmitztem Grinsen. »Aus diesem Grund habe ich es ja vorgeschlagen. Es wäre ein halben Spaß, Kate von ihrem Geheimnis zu erzählen. Ich könnte ihm ja auch eine kleine Nachricht schreiben, wie wir es früher in der Grundschule gemacht haben.« »Audrey ist in dich verliebt.« »Liebst du sie auch? Kreuze ja oder nein an.« Sie sah zur Tür und bemerkte, dass Kate gerade die Stufen hinaufkam. Panik stieg in ihr auf. »Keine Nachrichten. Erzählen Sie es ihm nicht, bitte.« »Dann also ein Rendezvous, heute Nacht.« Sie hatte noch zwei Sekunden, um sich zu entscheiden. In ihrem Kopf ging alles durcheinander, und dann drehte sie sich um und schlug Reese gegen die Schulter. »Sie haben ja keine Ahnung, wie sehr ich Sie hasse.« »Dann ist es ein Ja?« »Es ist ein Ja,« flüsterte sie und war kurz davor, zu explodieren. »Und jetzt halten Sie den Mund, bitte!« Er zwinkerte ihr zu und machte vor dem Mund eine Bewegung, als würde er einen Reißverschluss zuziehen. Im nächsten Augenblick kam Kate auch schon herein. »Ich helfe dir,« bot Audrey an, trat vor und wollte ihm etwas aus der Hand nehmen. Er hatte sich den Riemen einer Reisetasche über die Schulter gelegt und trug mehrere Plastiktüten mit Einkäufen in den Händen. »Anscheinend bist du ja noch beim Supermarkt vorbeigefahren.« »Ja, ich wollte es für dich und Daphne so angenehm wie möglich machen.« »Das ist sehr lieb von dir,« sagte sie sanft und nahm ihm ein paar Plastiktüten ab. »Du bist wirklich ein weißer Ritter,« spottete Reese und machte erneut die Reißverschlussbewegung, als Audrey ihn wütend anfunkelte. Er würde das Geheimnis schon nicht ausplaudern, aber er würde sie die ganze Zeit damit aufziehen. »Himmel, wie sie diesen Mann hasste!« »Ich habe meine Termine abgesagt,« erklärte Kate, der mit den restlichen Tüten in die Küche ging. »Ich bin für dich und Daphne da, solange ihr mich braucht.« Vor Dankbarkeit stiegen Audrey die Tränen in die Augen. Es wäre verdammt schwer geworden, Daphne ganz alleine clean zu kriegen, aber so hatte sie mit Kate ihren besten Freund und einen hervorragenden Helfer an ihrer Seite. Sie hätte sich nichts Besseres wünschen können. »Es ist so schön, dass du hier bist, Kate. Ich freue mich so, dich zu sehen.« Dann fügte sie schnell hinzu. »Daphne wird bestimmt auch überglücklich sein.« Kate lächelte sie an und strich ihr über die Haare. »Du weißt, dass ich immer für dich da bin, wenn du mich brauchst, Audrey.« Seine Worte klangen wie Musik in ihren Ohren. Es war nur schade, dass er versuchte, ihr das Haar zu zerzausen, wie er es immer gemacht hatte, als sie noch ein Kind war. Aber sie ignorierte diesen Teil und konzentrierte sich stattdessen auf seine Worte, woraufhin ihr Herz noch etwas mehr schmolz. Nun, da Kate hier war, würde alles gut werden. Und trug mehrere Plastiktüten mit Einkäufen in den Händen. »Anscheinend bist du ja noch beim Supermarkt vorbeigefahren.« »Ja, ich wollte es für dich und Daphne so angenehm wie möglich machen.« »Das ist sehr lieb von dir«, sagte sie sanft und nahm ihm ein paar Plastiktüten ab. »Du bist wirklich ein weißer Ritter«, spottete Reese und machte erneut die Reißverschlussbewegung, als Audrey ihn wütend anfunkelte. Er würde das Geheimnis schon nicht ausplaudern, aber er würde sie die ganze Zeit damit aufziehen. »Himmel, wie sie diesen Mann hasste!« »Ich habe meine Termine abgesagt«, erklärte Kate, der mit den restlichen Tüten in die Küche ging. »Ich bin für dich und Daphne da, solange ihr mich braucht.« Vor Dankbarkeit stiegen Audrey die Tränen in die Augen. Es wäre verdammt schwer geworden, Daphne ganz alleine clean zu kriegen, aber so hatte sie mit Kate ihren besten Freund und einen hervorragenden Helfer an ihrer Seite. Sie hätte sich nichts Besseres wünschen können. »Es ist so schön, dass du hier bist, Kate. Ich freue mich so, dich zu sehen.« Dann fügte sie schnell hinzu. »Daphne wird bestimmt auch überglücklich sein.« Kate lächelte sie an und strich ihr über die Haare. »Du weißt, dass ich immer für dich da bin, wenn du mich brauchst, Audrey.« Seine Worte klangen wie Musik in ihren Ohren. Es war nur schade, dass er versuchte, ihr das Haar zu zerzausen, wie er es immer gemacht hatte, als sie noch ein Kind war. Aber sie ignorierte diesen Teil und konzentrierte sich stattdessen auf seine Worte, woraufhin ihr Herz noch etwas mehr schmolz. »Nun, da Kate hier war, würde alles gut werden.« Dien zu kriegen. Aber so hatte sie mit Kate ihren besten Freund und einen hervorragenden Helfer an ihrer Seite. Sie hätte sich nichts Besseres wünschen können. »Es ist so schön, dass du hier bist, Kate. Ich freue mich so, dich zu sehen.« Dann fügte sie schnell hinzu. »Daphne wird bestimmt auch überglücklich sein.« Kate lächelte sie an und strich ihr über die Haare. »Du weißt, dass ich immer für dich da bin, wenn du mich brauchst, Audrey.« Seine Worte klangen wie Musik in ihren Ohren. Es war nur schade, dass er versuchte, ihr das Haar zu zerzausen, wie er es immer gemacht hatte, als sie noch ein Kind war. Aber sie ignorierte diesen Teil und konzentrierte sich stattdessen auf seine Worte, woraufhin ihr Herz noch etwas mehr schmolz. »Nun, da Kate hier war, würde alles gut werden.« »Du mich brauchst, Audrey.« Seine Worte klangen wie Musik in ihren Ohren. Es war nur schade, dass er versuchte, ihr das Haar zu zerzausen, wie er es immer gemacht hatte, als sie noch ein Kind war. Aber sie ignorierte diesen Teil und konzentrierte sich stattdessen auf seine Worte, woraufhin ihr Herz noch etwas mehr schmolz. »Nun, da Kate hier war, würde alles gut werden.« Und konzentrierte sich stattdessen auf seine Worte, woraufhin ihr Herz noch etwas mehr schmolz. »Nun, da Kate hier war, würde alles gut werden.« »Nun, da Kate hier war, würde alles gut werden.« »Alles gut werden.« Bisher war dieses Wochenende eine einzige Katastrophe. Reese zupfte an den Ärmeln des geborgten und viel zu engen T-Shirts und setzte sich auf die Couch, während er beobachtete, wie Audrey, die schnaubende, wütende Audrey mit ihren zusammengekniffenen Lippen, um Kate herumscharwenzelte und jedes seiner Worte mit einem Kichern belohnte. Das hätte ja durchaus amüsant sein können, wenn sein Ego nicht derart beleidigt wäre. Reese war schließlich der Playboy ihres Clubs. Die anderen machten immer Witze, dass sie nur Reese vorschicken mussten, wenn sie eine Frau verführen wollten, da diese schon dahin schmolz, wenn er sie nur anlächelte. Sein Charme hatte ihm schon Zutritt in viele verbotene Schlafzimmer und Betten verschafft. Er hatte eigentlich vorgehabt, genau diesen berüchtigten Charme auch bei Camilla Sellers einzusetzen, der Erbin der Sellers Hotels und Tochter des Mannes, mit dem er gerade über eine Investition in eine Reihe von Kreuzfahrtschriften verhandelte. Reese wollte sein Imperium erweitern, und Sellers schien ihm die besten Möglichkeiten dazu zu bieten. Die Tatsache, dass seine Tochter 25 hübsch und offensichtlich an Reese interessiert war, stellte einen zusätzlichen Bonus dar. Sie saß nicht im Vorstand, noch nicht, aber ihr Vater hörte ganz offensichtlich auf sie, und wenn Reese sie bezirzte, konnte sie mit ihrem Vater reden und ihn davon überzeugen, dass eine Partnerschaft mit Durham Industries eine gute Sache wäre. Kate mochte das für hinterhältig halten, aber er hatte sein Vermögen ja auch schon gemacht. Reese versuchte wie immer, die anderen diesbezüglich einzuholen. Anfänglich hatte er sich vor allem auf seinen Charme verlassen und damit die Tatsache vergessen gemacht, dass seine Brieftasche leer war. Dieses Wochenende hatte er gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollen. Er wollte etwas Zeit mit Camilla verbringen, sie besser kennenlernen und dabei herausfinden, was man im Unternehmen ihres Vaters über die Beteiligung an Kreuzfahrtschiffen dachte. Als er jedoch gerade dabei gewesen war, sie im Whirlpool besser kennenzulernen und das Gespräch auf Hotels und Kreuzfahrtschiffe gebracht hatte, war die sauertöpfische Audrey aufgetaucht und hatte einen Aufstand gemacht. In diesem Augenblick hätte er sie am liebsten erwürgt. Um alles noch viel schlimmer zu machen, war Camilla abgedampft, sobald Audrey das Handy gezückt und Fotos gemacht hatte, und nun waren alle seine Pläne ruiniert. Jetzt war es ihm unmöglich, Camilla zu umgarnen, bis sie ihm etwas über die Sellers Hotels verriet, vor allem, da sie offensichtlich Angst hatte, dass ihr Vater von ihren Plänen für dieses Wochenende Wind bekam. Audres Reinplatzen in seinen Verführungsversuch hatte nicht nur seine Wochenendpläne zunichte gemacht. Jetzt musste er mit Camilla wieder ganz von vorne anfangen, ihre Ablehnung mit sanfter Hartnäckigkeit zermürben und dann alles Weitere neu anleiern. Er hatte Audrey seine Verärgerung nicht gezeigt, da er schon vor Jahren sehr gut darin geworden war, so etwas zu verbergen. Frauen, alle Frauen, reagierten am besten auf ein fläutendes Lachen und eine neckende Stimme. Alle Frauen, bis auf diese. Aus irgendeinem Grund wurde sie umso ärgerlicher und nervöser, je mehr er sie neckte. Das schmeichelte zwar seinem angeschlagenen Ego, daher stichelte er weiter und genoss ihre Reaktion. Sie war so angespannt und steif wie der kleine Dutt auf ihrem Kopf, bis Kate eingetroffen war. Da verwandelte sich ihre finstere Miene auf einmal und sie lächelte. Sie kniff die Augen nicht mehr zusammen, sondern knimperte mit den Wimpern. Und sie war auf hinreißende Weise rot geworden, als Kate sie in den Arm genommen hatte und hatte sogar an seiner Jacke geschnüffelt. Es war offensichtlich, dass sie in diesen Mann verliebt war. Ebenso wie man nicht abstreiten konnte, dass sie Reese hasste, als sie sich umdrehte und ihn finster anstarrte. Das faszinierte ihn. Normalerweise konnte er jede Frau um den Finger wickeln, wenn er sich nur etwas Mühe gab. Da sie sein Wochenende ruiniert hatte, würde er jetzt alles daran setzen, auch ihres zu verderben. Er konnte eine Ablenkung gut gebrauchen und diese steife, kleine Audrey die Wände hochgehen zu lassen, kam ihm da gerade rechts. Sie war ohnehin nicht sein Typ. Ihr Haar hatte zwar eine interessante Farbe, aber ihre zusammengepressten Lippen und ihre blasse Haut unterschieden sich doch sehr von den gebräunten, goldenen Schönheiten, mit denen er sonst ausging. Das selbe galt für ihre Figur. Normalerweise traf er sich mit Frauen, die jeden Bissen, den sie zu sich nahmen, genauestens abwogen. Das galt ganz offensichtlich nicht für Audrey. Während ihre Zwillingsschwester aufgrund ihrer Drogensucht fast schon abgemagert aussah, war Audrey kurvig und drall. Er hatte sie in ihrer locker sitzenden Kleidung anfänglich für mollig und schlecht angezogen gehalten, aber dann hatte er sie nass gemacht, sodass ihr Pullover an ihrem Körper klebte. Bevor sie den Stoff weggezupft hatte, waren ihm ihre großen, runden Brüste über dem flachen Bauch aufgefallen, und ihm war bewusst geworden, dass sich unter ihrer Kleidung eine sehr anziehende Figur verbarg. Daraufhin war sein Interesse plötzlich exponentiell gestiegen. Natürlich war ihr ständiges Getue wegen Kate irritierend, doch ihre Reaktion auf diesen Mann, die sich so sehr von dem Verhalten unterschied, das sie Reese gegenüber an den Tag legte, hatte ihn erst dazu bewogen, dem kleinen Deal vorzuschlagen. Zuerst hatte er es nur erwähnt, um sie zu ärgern, aber je mehr sie sich darüber aufgeregt hatte, desto mehr legte er es darauf an. Schließlich hatte sie Camilla verjagt, und deshalb war jetzt offiziell Audrey dafür verantwortlich, dass er sich an diesem Wochenende nicht langweilte. Es sei denn, Kate war ebenfalls an ihr interessiert. In diesem Fall würde er sich zurückhalten und die kurvige kleine Wildkatze seinem Freund überlassen. Er beobachtete die beiden, wie sie die Einkäufe wegräumten. Es sah sehr vertraut aus, und sie lachten und plauderten, während sie alles in den Schränken verstauten. Dann nahm er Kates Reaktion auf Audrey genauer unter die Lupe. Er mochte sie augenscheinlich, und sein Lächeln war entspannt und freundlich. Im Gegensatz dazu schien Audrey bei jedem Satz rot zu werden, wodurch die blassen Sommersprossen auf ihren Wangen umso deutlicher auffielen. Er war sich ziemlich sicher, dass das Interesse einseitig war. Dennoch beschloss er, die Probe aufs Exempel zu machen. Er ging in die Küche, setzte sich auf die Arbeitsplatte und ließ die Beine herunterbaumeln. Zufälligerweise saß er genau an der Stelle, an der Audrey gerade etwas wegräumte. Damit sie damit fortfahren konnte, würde sie ihm zwischen die Beine greifen müssen. Sie starrte ihn verärgert an. »Runter da!« »Sie müssen mich schon nett bitten«, erwiderte er. Wieder flackerte die Wut in ihrem Gesicht auf, doch sofort überspielte sie das, indem sie ihre professionelle Miene aufsetzte, die jeden überzeugt hätte, wenn ihre zusammengepressten Lippen nicht gewesen wären. Sie sah Kate an. »Dein Freund will mich an diesem Wochenende wohl unbedingt auf die Palme bringen.« Kate lachte und schüttelte den Kopf. »Rees flirtet einfach gerne Audrey. Achte nicht weiter auf ihn.« Er warf Reese einen amüsierten Blick zu und reichte Audrey eine Packung Haferflocken. Das war nicht der Blick eines Mannes, der sich um seine Frau sorgte. Was immer Kate auch für Audrey empfand, es ging nicht über Freundschaft hinaus, was wiederum bedeutete, dass er selbst hemmungslos mit ihr flirten konnte. Reese verschränkte die Arme vor der Brust und grinste Audrey an. »Wenn Sie Ihre Karten richtig ausspielen, dann mache ich mit Ihnen noch was ganz anderes.« Sie wurde wieder rot und presste die Lippen noch fester aufeinander. Dann drückte sie ihm die Packung an die Brust. »Wissen Sie was? Sie können das selbst wegstellen. Ich werde mal nach Daphne sehen.« Als sie davonstürmte, umklammerte Reese die Haferflockenpackung und gluckste. Kate schüttelte nur den Kopf. »Du scheinst in den Menschen die eigenartigsten Gefühle hervorzurufen. Ich wüsste nicht, wann ich Audrey je so fassungslos gesehen habe. Das liegt wahrscheinlich an der Kombination aus uns beiden,« meinte Reese, beugte sich vor und warf die Haferflocken in das Fach unter der Arbeitsplatte, als wären sie ein Football. Es klang so, als hätte er einige Dinge umgeworfen, was ihm nur recht war. Dann würde sich dieses verkniffene Weib noch mehr aufregen, wenn es zurückkam. Kate sah ihn verwirrt an. »An der Kombination aus uns beiden?« »Wie meinst du das?« »Ach, vergiss es,« entgegnete Reese nur. Wenn Kate keine Ahnung hatte, dass Audrey in ihn verliebt war, dann wollte er daran nichts ändern. Kate hatte auch so schon mehr als genug Stress. In letzter Zeit wirkte er immer sehr angespannt, was eigentlich gar nicht zu ihm passte. »Wie geht's dir denn so?« »Gut, ich habe viel um die Ohren, aber es läuft. In einem Monat muss ich nach Afrika fliegen, um ein paar Kliniken zu kontrollieren, die wir zusammen mit Ärzten ohne Grenzen aufgebaut haben und herausfinden, was dort benötigt wird.« »Ich muss eigentlich nicht runterfliegen, aber ich möchte es tun, sofern hier alles in Ordnung ist.« Wieder wirkte sein Gesicht angespannt. Er stellte eine Packung Cornflakes ab und sah Reese finster an. »Wie geht es ihr?« »Audrey?« »Du hast sie doch selbst gesehen.« »Nein, Daphne.« »Aha.« Dann war der Weiße Ritter also aufgetaucht, um die andere Schwester zu retten. Auf einmal passte alles zusammen. Es erquerte auch, warum Kate hier war und sich mit Freunden aus der Kindheit abgab, obwohl er doch eigentlich sehr viel zu tun hatte. Er liebte eine der Zwillingsschwestern, aber es war die falsche. Aus irgendeinem Grund hatte sich Kate Archer, der gutherzige, großzügige Weiße Ritter, in die kaputte, drogensüchtige, berühmte der beiden Zwillingsschwestern verliebt. Er wusste nicht, wen er mehr bedauerte, Kate, der sich die Falsche ausgesucht hatte, oder Audrey, die offensichtlich in einen Mann verliebt war, der sie immer nur als Freundin wahrnehmen würde. »Sie ist völlig am Ende«, antwortete Reese unverblümt und sah betrübt, dass Kate noch bedrückter wurde. »Diese Frau braucht ein Jahr in der Entzugsklinik und keinen Urlaub im Wald.« »Daphne ist dickköpfig«, erklärte Kate bitter. »Audrey hat schon mehrfach versucht, sie zum Entzug zu bewegen, aber sie läuft immer wieder weg. Ihre Plattenfirma ist auch keine große Hilfe.« »Ich glaube sogar, dass sie jemand von dort mit Drogen versorgt.« »Vermutlich haben sie sie besser unter Kontrolle, solange sie ihren Lieblingsstoff ständig zur Verfügung hat.« Bei dem Gedanken sah er nicht gerade begeistert aus. »Sie ist berühmt«, sagte Reese, »und kommt mit vielen verschiedenen Leuten zusammen. Vermutlich kann sie sich das Zeug überall beschaffen.« »Darum bin ich ja hier«, erwiderte Kate und rieb sich mit einer Hand den Nacken. »Audrey hat gesagt, dass sie sich Sorgen macht, aber mir war überhaupt nicht klar, wie schlimm es ist. In den Klatschzeitungen steht doch nur der übliche Blödsinn. Doch dann habe ich sie auf der Party gesehen und ich wusste, dass alles stimmen muss. Ich konnte sie nicht einfach im Stich lassen. Als sie sich dann an mich gewandt hat, habe ich vorgeschlagen, dass sie hierher kommen soll. Vielleicht kann ich...« Er machte eine Pause und warf Reese einen Blick zu, der ihm zu verstehen gab, dass er ihm ja nicht widersprechen sollte. »Vielleicht klappt es besser, wenn ich hier bin.« »Kann schon sein«, entgegnete Reese. Er war sich nicht sicher. Auf ihn hatte Daphne ziemlich abgehalftert gewirkt. Aber wenn Kate sie retten wollte, dann würde er ihn nicht davon abhalten. »Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann.« »Das mache ich. Tut mir leid, dass Sie dir das Wochenende versaut haben. Anscheinend war Audreys Timing mal wieder perfekt.« Reese grinste. »Kamilla wird drüber wegkommen. Und in der Zwischenzeit sorge ich dafür, dass Audreys bereut, mein Rendezvous gestört zu haben.« »Tu nichts, was ich nicht auch tun würde.« Reese schnaubte. »Ich tue nur Dinge, die du nicht tun würdest, Kumpel.« »Sie ist eine Freundin«, warnte ihn Kate ernst. »Und wir kennen uns schon sehr lange, tu ihr nicht weh.« »Audreys ist zwar ziemlich aufbrausend, aber sie hat ein gutes Herz und ist außerdem sehr sensibel.« Diese Frau war so sensibel wie ein Elefant im Porzellanladen. Aber Reese widersprach Kate nicht offen. »Ich will sie nur ein bisschen ärgern, Mann. Von mir hat sie nichts zu befürchten.« »Jedenfalls nichts Schlimmes.« Er erwähnte nicht, dass er sie zu einem kleinen abendlichen Rendezvous überredet hatte. Er sah das noch als Neckerei an, war aber davon überzeugt, dass Kate das anders sehen würde. »Gut«, meinte Kate grinsend, »ich bin froh, dass du hier bist. So können wir mal wieder in Ruhe quatschen, und außerdem werde ich dich bestimmt brauchen, wenn das mit Daphne auch nur halb so schlimm wird, wie ich befürchte.« Reese war davon überzeugt, dass es noch richtig schlimm werden würde, aber das erwähnte er lieber nicht. Es brachte ja ohnehin nichts, sich deswegen zu streiten. »Es wird auf jeden Fall interessant.« Er fragte sich nur, was die gute Audrey davon halten würde, wenn er nicht sofort abreiste. Vielleicht blieb er ja sogar noch länger als nur ein Wochenende, damit er sie so richtig ärgern konnte. Er musste zugeben, dass der Gedanke durchaus reizvoll war, und seine Arbeit konnten auch ein paar sehr aggressive Angestellte übernehmen, zumindest was die alltäglichen Belange von Durham Industries betraf. Somit hätte er sehr viel Zeit, um Audrey Petty auf die Nerven zu gehen. Sie wurde ihm irgendwann schon verfallen. Reese Durham hatte noch jede Frau gekriegt, die ihm aufgefallen war, und bis dahin konnte er sich auch ein wenig mit ihr amüsieren. Schließlich machte ihm die Jagd noch immer am meisten Spaß. Audrey legte vier Platzdeckchen auf den Holztisch, stellte die Teller darauf und ignorierte den großen Mann, der in der Nähe stand, und alles überwachte. Sie sind so ungemein häuslich, Audrey. Zuerst kochen Sie das Abendessen, und jetzt decken Sie auch noch den Tisch? Reese schüttelte den Kopf und tat so, als wäre er beeindruckt. Sie werden Kate zu einem sehr glücklichen Mann machen. Sie starrte ihn wütend an und hielt den letzten Teller so in der Hand, als hätte sie vor, damit nach Reese zu werfen. Können Sie nicht einfach den Mund halten? Audrey sah sich um, aber Kate war nirgendwo zu sehen. Er wird sie noch hören. Tut mir leid, erwiderte er in einem Tonfall, der andeutete, dass das Gegenteil der Fall war. Ich wollte Ihnen nur beim Tischdecken helfen. Sie sind wirklich eine große Hilfe, sagte sie mit ätzendem Unterton. Schließlich stehen Sie ja nur rum und sind im Weg. Er lachte. Was soll ich denn machen? Verschwinden Sie einfach, hauen Sie ab und kommen Sie nie wieder. Sagen Sie den anderen, dass das Essen fertig ist. Das kriege ich hin. Reese ging pfeifend aus der Küche und Audrey knirschte mit den Zähnen. Wenigstens hatte er zur Abwechslung mal auf sie gehört. Er war erst wenige Stunden hier und trieb sie bereits in den Wahnsinn. Dieser Mann schien entschlossen zu sein, sie aus der Fassung zu bringen. Er hielt sich nicht nur ständig in ihrer Nähe auf und machte dumme Sprüche, sondern schien es auch noch sehr zu genießen, sie zu ärgern. Sie wünschte sich, dass Kate hier geblieben wäre, aber der hatte nach dem Auspacken einen Spaziergang um den See gemacht. Er hatte Audrey gebeten, ihn zu begleiten, aber sie hatte abgelehnt, weil sie in der Hütte bleiben wollte, falls Daphne sie brauchte. Sie hatte vorgeschlagen, dass Reese stattdessen mitgehen sollte, aber der hatte behauptet, er wäre müde und sich auf eines der Sofas im Wohnzimmer gelegt. Sobald Kate gegangen war, war Reese natürlich sofort wieder aufgestanden, hatte Audrey genervt und ihr tausend Fragen gestellt. Seit wann war sie schon in Kate verliebt? Hatte sie ihm ihre Liebe jemals gestanden? Hatte sie ihn schon mal nackt gesehen? Wurde sie eifersüchtig, wenn er mit anderen Frauen ausging? Hatte sie andere Freunde gehabt? Aber sie hatte seine Fragen ignoriert und war in die kleine Küche gegangen, um das Abendessen zuzubereiten. Wenigstens war sie auf diese Weise beschäftigt. Das einzige Problem dabei war, dass sie nicht besonders gut kochen konnte. Als sie noch jünger war, hatte immer Gretchen für die ganze Familie gekocht und ihre ältere Schwester konnte das wirklich gut. Seitdem sie in New York lebte, waren Audreys Kochkünste weiter verkümmert, da es schließlich an jeder Straßenecke ein Restaurant gab. Aber Kate hatte lauter gute, gesunde Sachen eingekauft und irgendjemand musste ja das Kochen übernehmen. Da die Männer diesbezüglich keine Anstalten machten, fiel diese Aufgabe offenbar ihr zu. Auf der Rückseite einer Hackfleischpackung stand ein Rezept für Hackbraten, daher hatte sie beschlossen, das zu kochen. So schwer konnte das ja nicht sein. Es fehlten zwar ein paar Gewürze, aber das würde sie mit etwas mehr Pfeffer und Salz schon ausgleichen. Als sie den Braten aus dem Ofen zog, sah er gut aus und roch sogar noch besser. Zufrieden stellte Audre die Form auf den Tisch und kehrte in die Küche zurück, um dazu einen kleinen Salat zu machen. Das war keine Drei-Sterne-Küche, aber ein gutes Abendessen. Sie wollte, dass ihre Schwester sich wohlfühlte, während sie versuchte, wieder clean zu werden, und ein gesundes Essen im Kreis ihrer Freunde wäre ein guter Anfang. Wenn es ihnen gelang, Daphne abzulenken, sodass sie zufrieden war, dann müsste das doch funktionieren. Und mit Kate an ihrer Seite, davon war Audre überzeugt, müsste es möglich sein, Daphne wieder auf den rechten Weg zurückzuführen. Sie würde es schon schaffen, beschloss sie. Während das Essen abkühlte, kamen Reese und Kate wieder ins Haus, puschen sich die Hände und setzten sich an den Tisch. Einen Augenblick später stieg auch Daphne die Treppe herunter und sah zittrig und schwach aus. Audreys Herz wurde schwer. In nicht einmal einem Tag hatte sich Daphnes Zustand drastisch verschlechtert. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen und zitterte am ganzen Körper. Beim Gehen machte sie kleine Schritte und bekam die Füße kaum hoch, und sie sah dünner aus als jemals zuvor. Audrey trat zu Daphne und legte einen Arm um sie. »Wie fühlst du dich?« Daphne schob Audreys Arm verärgert weg. »Fass mich nicht an, das tut weh!« Sofort ließ Audrey zerknirscht die Hand sinken. »Entschuldige, was kann ich dir bringen?« »Ein Glas Wasser«, antwortete Daphne und leckte sich die Lippen. Audrey bemerkte, dass sie trocken und rissig waren, als hätte Daphne mehrere Wochen in der Sonne verbracht. War die Entgiftung wirklich so schwer für ihre Schwester? Audrey hatte nie Drogen genommen, daher wusste sie es nicht, aber sie machte sich Sorgen. »Ich hol dir ein Glas«, sagte sie, »setz dich schon mal an den Tisch. Ich habe keinen Hunger.« »Setz dich trotzdem zu den anderen.« »Kate wird sich bestimmt freuen, dich zu sehen«, beharrte Audrey und versuchte fröhlich zu klingen. »Sag ihm wenigstens mal Hallo.« Kate stand vom Tisch auf, ging auf Daphne zu und streckte die Hände nach ihr aus. »Hallo, meine Schöne!« Daphne gelang gerade mal die Andeutung eines Lächelns, und sie legte ihre zitternden Hände in seine. »Du bist süß«, meinte sie. »Ich sehe scheiße aus.« »Du bist zu hart zu dir«, erwiderte Kate leise. »Du machst eine schwere Zeit durch.« Er nahm ihre Hand, führte sie zum Tisch und rückte ihr einen Stuhl zurecht. Audrey lächelte, als sie das sah. Es war wunderbar, dass Kate hier war. Er wusste immer, was er ihrer Schwester sagen musste, damit sie sich benahm oder damit sie reagierte, und er behandelte sie wie eine Dame, selbst wenn es Daphne gar nicht gut ging. »Ich habe Hackbraten und Salat gemacht, Daphne«, sagte sie und stellte ein Glas Wasser auf den Tisch. »Möchtest du wenigstens mal kosten?« »Du solltest was essen«, erklärte Kate leise. Außerdem hat sich Audrey wirklich Mühe gegeben. Daphne zuckte mit den schmalen Schultern. »Ich werde versuchen, ein bisschen was zu essen.« Dann sah sie zu Reese hinüber, der ihr am Tisch gegenüber saß. »Hey, Sie sind der Karl aus dem Whirlpool, oder? Sie sind immer noch da?« »Das bin ich«, erwiderte Reese freundlich und sah Audrey an. »Ihre Schwester hat angeboten, mich in die Stadt zurückzufahren, aber ich genieße Ihre Gesellschaft so sehr, dass ich beschlossen habe, noch ein wenig zu bleiben.« Audrey schnaubte, »wenn es doch nur so einfach wäre, ihn loszuwerden.« Sie tat Daphne eine kleine Portion auf, nahm dann Reese's Teller und häufte das Essen darauf. Der Hackbraten war in der Mitte noch ein wenig rosa, aber sie dachte, wenn man ein Steak blutig essen konnte, dann galt das vermutlich auch für Hackbraten. Als er seinen vollen Teller skeptisch beäugte, lächelte sie ihn zuckersüß an und stellte die Portion vor ihm ab. »Ich dachte, bei Ihrer Höhlenmenschpersönlichkeit haben Sie bestimmt auch einen ebensolchen Hunger.« »War das ein Hinweis, dass ich Sie in meine Höhle schleifen soll?« Er grinste sie anzüglich an. Sie warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Nicht im Entf...« »Nun«, warf Kate ein und unterbrach sie, »ich bin am Verhungern und es duftet köstlich. Vielen Dank, dass du das Kochen übernommen hast.« »Sie wird eines Tages eine gute Hausfrau abgeben, nicht wahr?«, meinte Reese beiläufig. Audrey erstarrte und warf ihm einen finsteren Blick zu. Er lächelte verschmitzt, nahm seine Serviette und breitete sie auf seinem Schoß aus. »Das stimmt«, meinte Kate, dem die Spannungen zwischen den beiden völlig entgingen. Er warf Daphne einen liebevollen Blick zu und lächelte dann Audrey an, als sie einen Teller vor ihm abstellte. »Esstleute«, sagte Audrey, füllte sich selbst etwas auf und setzte sich wieder. »Nicht, dass es kalt wird!« Ihr Blick glitt zu Daphne. Sie hatte ihre Gabel in der Hand, aber noch nichts gegessen. Stattdessen stocherte sie auf ihrem Teller herum, verlegte ihr Essen und schob es herum. Hatte sie keinen Hunger? Sie hatte doch noch nichts gegessen. Audrey sah Kate besorgt an, aber der schüttelte nur den Kopf, um anzudeuten, dass sie Daphne in Ruhe lassen sollte. Reese gab ein ersticktes Geräusch von sich, und Audrey wandte gerade noch rechtzeitig den Kopf, um zu sehen, wie er etwas in seine Serviette spuckte. Ihm stiegen die Tränen in die Augen, während er hustete. Sie riss die Augen auf. »Haben Sie sich verschluckt?« »Ja, ich habe versucht, es runterzuschlucken.« »Was war das Problem?« »Wer es ausspuckt, hat verloren«, sagte Daphne mit leiser, erschöpfter Stimme. Audrey sah zu Kate hinüber, der gepeinigt das Gesicht verzog. Während sie ihn ansah, griff er nach seinem Wasserglas und hustete höflich in eine Hand. Daphne zog einen Mundwinkel hoch. »Ihr hättet Audrey eben nicht in die Küche lassen sollen. Sie kann einfach nicht kochen.« Sie schob den Hackbraten auf ihrem Teller hin und her. »Ein Glück, dass ich keinen Hunger habe.« »So schlimm kann es doch nicht sein.« Nach einem weiteren wütenden Blick auf Reese, der Witze machte, während ihre Schwester doch was essen musste, kostete Audrey den Hackbraten. Das feuchte, halbrohe, nach Zwiebeln schmeckende Hackfleisch berührte ihre Zunge, und der salzige, fettige Geschmack war kaum zu ertragen. Audrey musste würgen, tat es Reese nach und spuckte den Bissen in ihre Serviette. »Ich muss bei dem Rezept was übersehen haben.« »Vielleicht die Anleitung?« schlug Reese vor. Sie warf ihre Serviette auf den Teller. »Ich wüsste nicht, dass Sie sich freiwillig zum Kochen gemeldet hätten.« »Ist das eine Herausforderung?« erwiderte er. »Denn die nehme ich nur zu gerne an. Wollen wir wetten, wer das bessere Abendessen zubereiten kann?« »Ich wette nicht mit Ihnen, Sie Idiot!« spie sie aus und sah dann zu Kate und Daphne hinüber, die ihren Ausbruch staunend mit ansahen. »Entschuldigt,« murmelte sie und zwang sich, ruhiger zu werden. »Ich bin eben frustriert.« »Dann halten Sie mich nicht für einen Idioten,« stichelte Reese. »Das habe ich nicht gesagt,« entgegnete sie spitz. Daphne seufzte schwer und trank einen Schluck Wasser. Kate schob seinen Teller zur Seite und widmete sich seinem Salat. »Na, wenigstens hast du es versucht, Audrey. Das rechne ich dir hoch an. Vielleicht schmeckt der Hackbraten ja besser, wenn man ihn aufwärmt.« Sie lächelte ihn bei diesen Worten liebevoll an. »Das wärmen wir doch nicht mehr auf,« schimpfte Reese. »Meine Portion kommt in den Müll. Es können die Maden fressen.« Im nächsten Augenblick stellte Daphne ihr Glas auf den Tisch. Ihr Gesicht lief grün an und sie sprang auf. Audrey warf Reese einen vernichtenden Blick zu und stand ebenfalls auf. »Können Sie nicht mal für fünf Minuten den Mund halten? Sehen Sie nur, was Sie angerichtet haben!« »Nichts«, entgegnete er direkt. »Das hat sie sich selbst zuzuschreiben.« Audrey schluckte ihren Zorn herunter und folgte Daphne. Sie fand ihre Schwester im Badezimmer auf dem Fußboden, wo sie sich in die Toilette übergab. Audrey setzte sich neben sie, schob ihr strähniges, trockenes Haar zur Seite und rieb ihr den Rücken, während die Krämpfe Daphne schüttelten. Als nichts mehr herauskam, lehnte Daphne die Wange an die Toilettenschüssel und seufzte ermattet. »Wie ich das hasse!« »Das tut mir so leid«, meinte Audrey. »Ich wünschte, ich könnte dir helfen.« »Das kannst du.« »Fahr in die Stadt und besorg mir was. Nur ein bisschen, damit ich das besser durchstehe.« »Nein, Daph.« »Nicht viel«, beharrte Daphne mit verzweifelter Stimme. »Nur genug, damit ich nicht so leiden muss. Es würde mir helfen, davon loszukommen, wenn es mir nicht mehr ganz so schlecht geht.« »Das kann ich nicht tun. Selbst wenn ich wüsste, wo ich Drogen besorgen kann, würde ich keine kaufen.« Audrey schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht für dich tun.« Daphne drehte sich um und schubste Audrey so heftig, dass sie gegen die Badewanne stürzte. »Das ist alles deine Schuld«, schnaubte sie. »Ich hatte genug Drogen für diesen Monat dabei, aber du hast alles weggeworfen. Willst du mich umbringen?« »Einen kalten Entzug stehe ich nicht durch.« Sie begann zu weinen und legte die Wange wieder an das kalte Porzellan, während sie erneut würgen musste. »Ich brauche meine Pillen, sonst schaffe ich das nicht.« »Es ist gerade mal der erste Tag, Daphne.« Audrey rappelte sich auf, setzte sich auf den Rand der Badewanne und streichelte erneut Daphnes Rücken. »Sei stark! Wenn ich stark wäre, dann wäre ich nicht hier.« Daphne schluchzte. »Bring mich zurück in die Stadt, bitte. Ich habe meine Meinung geändert.« Schmerz und Verzweiflung stiegen in Audrey auf. »Daphne strich jetzt schon die Segel?« Sie war nicht einmal vierundzwanzig Stunden hier, und schon wollte Daphne alles hinschmeißen. Das lief ja wie bei jedem anderen Mal, wenn Daphne versucht hatte, clean zu werden. Vorher hatte sie immer große Töne gespuckt, aber sobald sie leiden musste, gab sie auf. »Wenn ich dich zurück in die Stadt bringe, sind wir wieder genau da, wo wir vorher waren,« flüsterte Audrey, deren Herz schwer wurde, während sie ihrer Schwester weiter den Rücken rieb. Daphne war so dünn, dass sie jeden Wirbel spüren konnte, und sie hätte vor Frustration am liebsten geweint. Wenn das hier nicht funktionierte, würde ihre Schwester sterben. Dann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis ein Foto von Daphne mit der Schlagzeile »Überdosis« auf dem Titel irgendeiner Klatschzeitung auftauchte. »Ich hasse dich,« jammerte Daphne. »Ich kann das nicht.« Ein Schatten fiel in das Zimmer, und Audrey sah, dass Kate mit gepeinigtem Gesicht in der Tür stand. »Geht es ihr gut?« »Es geht schon,« begann Audrey, wurde jedoch von Daphnes trockenem Würgen unterbrochen. Kate kniete sich neben Daphne und streichelt ihr mit den Fingern die eingefallene Wange. »Ist alles okay, Daph? Was brauchst du?« »Meine Pillen!«, stieß sie weinend hervor. »Irgendwas, egal was, es tut so weh.« »Was hast du genommen, bevor du hierher gekommen bist?«, wollte Kate wissen. »Alles!«, wimmerte sie. Audrey war speiübel. Wie tief war ihre Schwester nur gesunken. »Was musstest du unbedingt haben? Worauf kannst du keinesfalls verzichten?« »Auf Koks!«, jammerte Daphne und wischte sich mit ihrem Handrücken die laufende Nase ab. »Und meine Pillen!« »Was für Pillen?« »Xana! Xana! Ich brauche sie!«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Sie beruhigen mich!« Zu Audreys Entsetzen holte Kate ein kleines Tablettendöschen aus der Tasche und hielt es hoch. Daphne griff staunend danach, aber Kate hielt es sofort so, dass sie nicht rankommen konnte. »Nur eine, Daphne!« »Nur eine!«, stimmte Daphne schwer atmend zu. Sie streckte die Hände aus, die furchtbar zitterten. »Tu das nicht, Kate!«, setzte Audrey an, aber er schüttelte nur den Kopf. Sie schürzte die Lippen und saß schweigend da, während Kate vorsichtig eine Tablette herausholte und Daphne reichte, die sie so begierig in den Mund steckte, als wäre es ein Bonbon. Dann legte sie die Wange wieder an die Toilette, seufzte und schloss die Augen. Audrey war jedoch ganz und gar nicht glücklich. »Kann ich kurz mit dir reden, Kate?« Sie verließen das Bad und gingen ein paar Schritte weiter. Audrey musste die Fäuste ballen, da ihre Hände vor Wut zitterten. »Was machst du denn, Kate? Wir haben sie doch hergebracht, damit sie clean wird!« »Ich habe mit ihrem Manager gesprochen,« erwiderte Kate mit leiser, ruhiger Stimme. »Sie hat in den letzten ein oder zwei Jahren verdammt viel Xanax genommen, und es ist gefährlich, das Zeug vom einen auf den anderen Tag ganz abzusetzen. Ihr Manager hat immer einen kleinen Vorrat zur Hand, und ich habe mit meinen Ärzten über die Nebenwirkungen gesprochen. Sie denken, dass es einfacher wäre, die Dosis langsam zu reduzieren, als auf einen Schlag aufzuhören.« Als Audrey ihn weiterhin wütend anstarrte, gab er zu. »Ich habe auch meinen Hausarzt einfliegen lassen, der sich ganz in der Nähe in einer Hütte auffällt, falls es einen Notfall geben sollte.« »Ich will nur das Beste für sie, Audrey, und das weißt du auch.« Er rieb ihre Schulter. »Vertrau mir.« Die Hand, die sie durch den Pullover streichelte, tat so gut. »Ich vertraue dir, Kate. Es ist nur so, dass ich mir sehr große Sorgen um sie mache, und es fällt mir schwer, sie so zu sehen.« Auf einmal stiegen ihr Tränen in die Augen, und sie presste die Handflächen darauf. »Ich mache mir solche Sorgen.« »Ich weiß«, sagte er sanft, »aber ich bin hier und werde dir helfen.« Er sah in ihr vorbei und nickte. »Warum machst du nicht einen Spaziergang mit Reese? Dann kannst du ein bisschen frische Luft schnappen.« Als sie sich umdrehte, stand Reese tatsächlich in der Nähe. Allerdings grinste er nicht mehr so selbstzufrieden wie sonst, sondern sah ernst aus. Sie wollte jedoch nicht mit Reese spazieren gehen, sondern hier bleiben. Erst recht jetzt, wo Kate sie berührte. Sie wollte sich in seine Arme werfen, aber sie riss sich zusammen. »Ich kann nicht gehen. Meine Schwester, Daphne!« »Ich kümmere mich schon um sie«, versicherte Kate ihr. »Geh nur.« »Du siehst sehr aufgewühlt aus.« »Ja, kommen Sie, Audrey.« Sie spürte, wie Reese ihr einen Arm um die Talie legte. »Wir machen einen Spaziergang um den See.« »Vielleicht bekomme ich ja dann auch den Kuss, den Sie mir versprochen haben.« Verschrocken sah sie Kate an und entwand sich Reese's Griff. »Ich habe ihm überhaupt nichts versprochen!« Kate grinste nur. »Amüsiert euch, ihr beiden!« »Das werden wir«, versicherte ihm Reese. »Und sie hat es mir doch versprochen.« »Erinnern Sie sich nicht mehr, Audrey. Ich meine, wir hätten uns darüber unterhalten, dass...« Sie legte ihm eine Hand auf den Mund. »Seien Sie still!« Etwas warmes und feuchtes strich über ihre Handfläche. Reese leckte ihre Hand ab. Ihr wurde auf einmal ganz anders und sie riss benommen ihre Hand weg. Das hatte sich gut angefühlt. Etwas zu gut. Sie kniff die Augen zusammen und wartete darauf, dass Reese etwas sagte, da sie ihm den Mund nicht länger zuhielt. Aber er grinste sie nur an. »Waißt du dein Handy dabei? Ich rufe euch an, falls irgendwas passiert«, sagte Kate und ignorierte ihre Reaktion auf Reese. »Meins liegt im Whirlpool«, erwiderte sie, ließ die Hand sinken und starrte Reese an. »Irgendjemand hat es da vorhin reingeworfen.« »Möchte ich wirklich wissen, was ihr beide im Whirlpool gemacht habt?«, fragte Kate. »Gar nichts«, schnaubte Audrey. »Ich habe auch kein Handy dabei«, erklärte Reese. »Das ist mit meinen Klamotten weggefahren, aber macht dir keine Sorgen. Wir kommen schon klar.« Er legte einen Arm um Audreys Schulter und grinste. »Ich werde mich gut um sie kümmern«, er ein Restaurant gab. Aber Kate hatte lauter gute, gesunde Sachen eingekauft, und irgendjemand musste ja das Kochen übernehmen. Da die Männer diesbezüglich keine Anstalten machten, fiel diese Aufgabe offenbar ihr zu. Auf der Rückseite einer Hackfleischpackung stand ein Rezept für Hackbraten, daher hatte sie beschlossen, das zu kochen. So schwer konnte das ja nicht sein. Es fehlten zwar ein paar Gewürze, aber das würde sie mit etwas mehr Pfeffer und Salz schon ausgleichen. Als sie den Braten aus dem Ofen zog, sah er gut aus und roch sogar noch besser. Zufrieden stellte Audre die Form auf den Tisch und kehrte in die Küche zurück, um dazu einen kleinen Salat zu machen. Das war keine Drei-Sterne-Küche, aber ein gutes Abendessen. Sie wollte, dass ihre Schwester sich wohlfühlte, während sie versuchte, wieder clean zu werden, und ein gesundes Essen im Kreis ihrer Freunde wäre ein guter Anfang. Wenn es ihnen gelang, Daphne abzulenken, sodass sie zufrieden war, dann müsste das doch funktionieren. Und mit Kate an ihrer Seite, davon war Audrey überzeugt, müsste es möglich sein, Daphne wieder auf den rechten Weg zurückzuführen. Sie würde es schon schaffen, beschloss sie. Während das Essen abkühlte, kamen Reese und Kate wieder ins Haus, wuschen sich die Hände und setzten sich an den Tisch. Einen Augenblick später stieg auch Daphne die Treppe herunter und sah zittrig und schwach aus. Audreys Herz wurde schwer. In nicht einmal einem Tag hatte sich Daphnes Zustand drastisch verschlechtert. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen und zitterte am ganzen Körper. Beim Gehen machte sie kleine Schritte und bekam die Füße kaum hoch, und sie sah dünner aus als jemals zuvor. Audrey trat zu Daphne und legte einen Arm um sie. »Wie fühlst du dich?« Daphne schob Audreys Arm verärgert weg. »Fass mich nicht an, das tut weh!« Sofort ließ Audrey zerknirsch die Hand sinken. »Entschuldige, was kann ich dir bringen?« »Ein Glas Wasser«, antwortete Daphne und leckte sich die Lippen. Audrey bemerkte, dass sie trocken und rissig waren, als hätte Daphne mehrere Wochen in der Sonne verbracht. War die Entgiftung wirklich so schwer für ihre Schwester? Audrey hatte nie Drogen genommen, daher wusste sie es nicht, aber sie machte sich Sorgen. »Ich hol dir ein Glas«, sagte sie, »setz dich schon mal an den Tisch.« »Ich hab keinen Hunger!« »Setz dich trotzdem zu den anderen.« »Kate wird sich bestimmt freuen, dich zu sehen«, beharrte Audrey und versuchte fröhlich zu klingen. »Sag ihm wenigstens mal Hallo.« Kate stand vom Tisch auf, ging auf Daphne zu und streckte die Hände nach ihr aus. »Hallo, meine Schöne!« Daphne gelang gerade mal die Andeutung eines Lächelns, und sie legte ihre zitternden Hände in seine. »Du bist süß«, meinte sie, »ich seh scheiße aus.« »Du bist zu hart zu dir«, erwiderte Kate leise, »du machst eine schwere Zeit durch.« Er nahm ihre Hand, führte sie zum Tisch und rückte ihr einen Stuhl zurecht. Audrey lächelte, als sie das sah. Es war wunderbar, dass Kate hier war. Er wusste immer, was er ihrer Schwester sagen musste, damit sie sich benahm oder damit sie reagierte, und er behandelte sie wie eine Dame, selbst wenn es Daphne gar nicht gut ging. »Ich habe Hackbraten und Salat gemacht, Daphne«, sagte sie und stellte ein Glas Wasser auf den Tisch. »Möchtest du wenigstens mal kosten?« »Du solltest was essen«, erklärte Kate leise. »Außerdem hat sich Audrey wirklich Mühe gegeben.« Daphne zuckte mit den schmalen Schultern. »Ich werde versuchen, ein bisschen was zu essen.« Dann sah sie zu Reese hinüber, der ihr am Tisch gegenüber saß. »Hey, Sie sind der Karl aus dem Whirlpool, oder? Sie sind immer noch da?« »Das bin ich«, erwiderte Reese freundlich und sah Audrey an. »Ihre Schwester hat angeboten, mich in die Stadt zurückzufahren, aber ich genieße Ihre Gesellschaft so sehr, dass ich beschlossen habe, noch ein wenig zu bleiben.« Audrey schnaubte. »Wenn es doch nur so einfach wäre, ihn loszuwerden.« Sie tat Daphne eine kleine Portion auf, nahm dann Reese's Teller und häufte das Essen darauf. Der Hackbraten war in der Mitte noch ein wenig rosa, aber sie dachte, wenn man ein Steak blutig essen konnte, dann galt das vermutlich auch für Hackbraten. Als er seinen vollen Teller skeptisch beäugte, lächelte sie ihn zuckersüß an und stellte die Portion vor ihm ab. »Ich dachte, bei Ihrer Höhlenmenschpersönlichkeit haben Sie bestimmt auch einen ebensolchen Hunger.« »War das ein Hinweis, dass ich Sie in meine Höhle schleifen soll?« Er grinste sie anzüglich an. Sie warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Nicht im Entf...« »Nun«, warf Kate ein und unterbrach sie. »Ich bin am Verhungern und es duftet köstlich. Vielen Dank, dass du das Kochen übernommen hast.« »Sie wird eines Tages eine gute Hausfrau abgeben, nicht wahr?«, meinte Reese beiläufig. Audrey erstarrte und warf ihm einen finsteren Blick zu. Er lächelte verschmitzt, nahm seine Serviette und breitete sie auf seinem Schoß aus. »Das stimmt«, meinte Kate, dem die Spannungen zwischen den beiden völlig entgingen. Er warf Daphne einen liebevollen Blick zu und lächelte dann Audrey an, als sie einen Teller vor ihm abstellte. »Effleute«, sagte Audrey, füllte sich selbst etwas auf und setzte sich wieder. »Nicht, dass es kalt wird!« Ihr Blick glitt zu Daphne. Sie hatte ihre Gabel in der Hand, aber noch nichts gegessen. Stattdessen stocherte sie auf ihrem Teller herum, zerlegte ihr Essen und schob es herum. »Hatte sie keinen Hunger? Sie hatte doch noch nichts gegessen.« Audrey sah Kate besorgt an, aber der schüttelte nur den Kopf, um anzudeuten, dass sie Daphne in Ruhe lassen sollte. Reese gab ein ersticktes Geräusch von sich, und Audrey wandte gerade noch rechtzeitig den Kopf, um zu sehen, wie er etwas in seine Serviette spuckte. Ihm stiegen die Tränen in die Augen, während er hustete. Sie riss die Augen auf. »Haben Sie sich verschluckt?« »Ja, ich habe versucht, es runterzuschlucken. Das war das Problem.« »Wes ausspuckt hat verloren«, sagte Daphne mit leiser, erschöpfter Stimme. Audrey sah zu Kate hinüber, der gepeinigt das Gesicht verzog. Während sie ihn ansah, griff er nach seinem Wasserglas und hustete höflich in einer Hand. Daphne zog einen Mundwinkel hoch. »Ihr hättet Audrey eben nicht in die Küche lassen sollen. Sie kann einfach nicht kochen.« Sie schob den Hackbraten auf ihrem Teller hin und her. »Ein Glück, dass ich keinen Hunger habe.« »So schlimm kann es doch nicht sein.« Nach einem weiteren wütenden Blick auf Reese, der Witze machte, während ihre Schwester doch was essen musste, kostete Audrey den Hackbraten. Das feuchte, halb rohe, nach Zwiebeln schmeckende Hackfleisch berührte ihre Zunge, und der salzige, fettige Geschmack war kaum zu ertragen. Audrey musste würgen, tat es Reese nach und spuckte den Bissen in ihre Serviette. »Ich muss bei dem Rezept was übersehen haben.« »Vielleicht die Anleitung?« schlug Reese vor. Sie warf ihre Serviette auf den Teller. »Ich wüsste nicht, dass Sie sich freiwillig zum Kochen gemeldet hätten.« »Ist das eine Herausforderung,« erwiderte er, »denn die nehme ich nur zu gerne an. Wollen wir wetten, wer das bessere Abendessen zubereiten kann?« »Ich wette nicht mit Ihnen, Sie Idiot!« spiel sie aus und sah dann zu Kate und Daphne hinüber, die ihren Ausbruch staunend mit ansahen. »Entschuldigt,« murmelte sie und zwang sich, ruhiger zu werden. »Ich bin eben frustriert.« »Dann halten Sie mich nicht für einen Idioten,« stichelte Reese. »Das habe ich nicht gesagt,« entgegnete sie spitz. Daphne seufzte schwer und trank einen Schluck Wasser. Kate schob seinen Teller zur Seite und widmete sich seinem Salat. »Na, wenigstens hast du es versucht, Audrey. Das rechne ich dir hoch an. Vielleicht schmeckt der Hackbraten ja besser, wenn man ihn aufwärmt.« Sie lächelte ihn bei diesen Worten liebevoll an. »Das wärmen wir doch nicht mehr auf,« schimpfte Reese. »Meine Portion kommt in den Müll. Es können die Maden fressen.« Im nächsten Augenblick stellte Daphne ihr Glas auf den Tisch. Ihr Gesicht lief grün an und sie sprang auf. Audrey warf Reese einen vernichtenden Blick zu und stand ebenfalls auf. »Können Sie nicht mal für fünf Minuten den Mund halten? Sehen Sie nur, was Sie angerichtet haben!« »Nichts,« entgegnete er direkt. »Das hat sie sich selbst zuzuschreiben.« Audrey schluckte ihren Zorn herunter und folgte Daphne. Sie fand ihre Schwester im Badezimmer auf dem Fußboden, wo sie sich in die Toilette übergab. Audrey setzte sich neben sie, schob ihr strähniges, trockenes Haar zur Seite und rieb ihr den Rücken, während die Krämpfe Daphne schüttelten. Als nichts mehr herauskam, lehnte Daphne die Wange an die Toilettenschüssel und seufzte ermattet. »Wie ich das hasse!« »Das tut mir so leid,« meinte Audrey. »Ich wünschte, ich könnte dir helfen.« »Das kannst du.« »Fahr in die Stadt und besorg mir was, nur ein bisschen, damit ich das besser durchstehe.« »Nein, Daph.« »Nicht viel,« beharrte Daphne mit verzweifelter Stimme. »Nur genug, damit ich nicht so leiden muss. Es würde mir helfen, davon loszukommen, wenn es mir nicht mehr ganz so schlecht geht.« »Das kann ich nicht tun.« »Selbst wenn ich wüsste, wo ich Drogen besorgen kann, würde ich keine kaufen.« Audrey schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht für dich tun.« Sie drehte sich um und schubste Audrey so heftig, dass sie gegen die Badewanne stürzte. »Das ist alles deine Schuld!« schnaubte sie. »Ich hatte genug Drogen für diesen Monat dabei, aber du hast alles weggeworfen. Willst du mich umbringen?« »Einen kalten Entzug stehe ich nicht durch.« Sie begann zu weinen und legte die Wange wieder an das kalte Porzellan, während sie erneut würgen musste. »Ich brauche meine Pillen, sonst schaffe ich das nicht.« »Es ist gerade mal der erste Tag, Daphne!« Audrey rappelte sich auf, setzte sich auf den Rand der Badewanne und streichelte erneut Daphnes Rücken. »Sei stark! Wenn ich stark wäre, dann wäre ich nicht hier!« Daphne schluchzte. »Bring mich zurück in die Stadt, bitte! Ich habe meine Meinung geändert!« Schmerz und Verzweiflung stiegen in Audrey auf. Daphne strich jetzt schon die Segel? Sie war nicht einmal vierundzwanzig Stunden hier, und schon wollte Daphne alles hinschmeißen. Das lief ja wie bei jedem anderen Mal, wenn Daphne versucht hatte, clean zu werden. Vorher hatte sie immer große Töne gespuckt, aber sobald sie leiden musste, gab sie auf. »Wenn ich dich zurück in die Stadt bringe, sind wir wieder genau da, wo wir vorher waren,« flüsterte Audrey, deren Herz schwer wurde, während sie ihrer Schwester weiter den Rücken rieb. Daphne war so dünn, dass sie jeden Wirbel spüren konnte, und sie hätte vor Frustration am liebsten geweint. Wenn das hier nicht funktionierte, würde ihre Schwester sterben. Dann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis ein Foto von Daphne mit der Schlagzeile »Überdosis« auf dem Titel irgendeiner Klatschzeitung auftauchte. »Ich hasse dich!«, jammerte Daphne. »Ich kann das nicht!« Ein Schatten fiel in das Zimmer, und Audrey sah, dass Kate mit gepeinigtem Gesicht in der Tür stand. »Geht es ihr gut?« »Es geht schon«, begann Audrey, wurde jedoch von Daphnes trockenem Würgen unterbrochen. Kate kniete sich neben Daphne und streichelt ihr mit den Fingern die eingefallene Wange. »Ist alles okay, Daph? Was brauchst du?« »Meine Pillen!«, stieß sie weinend hervor. »Irgendwas! Egal was! Es tut so weh!« »Was hast du genommen, bevor du hierher gekommen bist?«, wollte Kate wissen. »Alles«, wimmerte sie. Audrey war speiübel. »Wie tief war ihre Schwester nur gesunken!« »Was musstest du unbedingt haben? Worauf kannst du keinesfalls verzichten?« »Auf Koks«, jammerte Daphne und wischte sich mit ihrem Handrücken die laufende Nase ab. »Und meine Pillen!« »Was für Pillen!« »Xana! Xana! Ich brauche sie!«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Sie beruhigen mich!« Zu Audreys Entsetzen holte Kate ein kleines Tablettendöschen aus der Tasche und hielt es hoch. Daphne griff staunend danach, aber Kate hielt es sofort so, dass sie nicht rankommen konnte. »Nur eine, Daphne!« »Nur eine,« stimmte Daphne schwer atmend zu. Sie streckte die Hände aus, die furchtbar zitterten. »Tu das nicht, Kate!«, setzte Audrey an, aber er schüttelte nur den Kopf. Sie schürzte die Lippen und saß schweigend da, während Kate vorsichtig eine Tablette herausholte und Daphne reichte, die sie so begierig in den Mund steckte, als wäre es ein Bonbon. Dann legte sie die Wange wieder an die Toilette, seufzte und schloss die Augen. Audrey war jedoch ganz und gar nicht glücklich. »Kann ich kurz mit dir reden, Kate?« Sie verließen das Bad und gingen ein paar Schritte weiter. Audrey musste die Fäuste ballen, da ihre Hände vor Wut zitterten. »Was machst du denn, Kate? Wir haben sie doch hergebracht, damit sie clean wird!« »Ich habe mit ihrem Manager gesprochen,« erwiderte Kate mit leiser, ruhiger Stimme. »Sie hat in den letzten ein oder zwei Jahren verdammt viel Xanax genommen, und es ist gefährlich, das Zeug vom einen auf den anderen Tag ganz abzusetzen. Ihr Manager hat immer einen kleinen Vorrat zur Hand, und ich habe mit meinen Ärzten über die Nebenwirkungen gesprochen. Sie denken, dass es einfacher wäre, die Dosis langsam zu reduzieren, als auf einen Schlag aufzuhören.« Als Audrey ihn weiterhin wütend anstarrte, gab er zu. »Ich habe auch meinen Hausarzt einfliegen lassen, der sich ganz in der Nähe in einer Hütte auffällt, falls es einen Notfall geben sollte.« »Ich will nur das Beste für Sie, Audrey, und das weißt du auch.« Er rieb ihre Schulter. »Vertrau mir.« Die Hand, die sie durch den Pullover streichelte, tat so gut. »Ich vertraue dir, Kate.« »Es ist nur so, dass ich mir sehr große Sorgen um sie mache, und es fällt mir schwer, sie so zu sehen.« Auf einmal stiegen ihr Tränen in die Augen, und sie presste die Handflächen darauf. »Ich mache mir solche Sorgen.« »Ich weiß«, sagte er sanft, »aber ich bin hier und werde dir helfen.« Er sah in ihr vorbei und nickte. »Warum machst du nicht einen Spaziergang mit Reese? Dann kannst du ein bisschen frische Luft schnappen.« Als sie sich umdrehte, stand Reese tatsächlich in der Nähe. Allerdings grinste er nicht mehr so selbstzufrieden wie sonst, sondern sah ernst aus. Sie wollte jedoch nicht mit Reese spazieren gehen, sondern hier bleiben. Erst recht jetzt, wo Kate sie berührte. Sie wollte sich in seine Arme werfen, aber sie riss sich zusammen. »Ich kann nicht gehen. Meine Schwester, Daphne!« »Ich kümmere mich schon um sie«, versicherte Kate ihr. »Geh nur. Du siehst sehr aufgewühlt aus.« »Ja, kommen Sie, Audrey.« Sie spürte, wie Reese ihr einen Arm um die Taille legte. »Wir machen einen Spaziergang um den See.« »Vielleicht bekomme ich ja dann auch den Kuss, den Sie mir versprochen haben.« Erschrocken sah sie Kate an und entwand sich Reese's Griff. »Ich habe ihm überhaupt nichts versprochen!« Kate grinste nur. »Amüsiert euch, ihr beiden!« »Das werden wir«, versicherte ihm Reese. »Und sie hat es mir doch versprochen.« »Erinnern Sie sich nicht mehr, Audrey? Ich meine, wir hätten uns darüber unterhalten, dass...« Sie legte ihm eine Hand auf den Mund. »Seien Sie still!« Etwas warmes und feuchtes strich über ihre Handfläche. Reese leckte ihre Hand ab. Ihr wurde auf einmal ganz anders und sie riss benommen ihre Hand weg. Das hatte sich... gut angefühlt. Etwas zu gut. Sie kniff die Augen zusammen und wartete darauf, dass Reese etwas sagte, da sie ihm den Mund nicht länger zuhielt. Aber er grinste sie nur an. »Hast du dein Handy dabei? Ich rufe euch an, falls irgendwas passiert«, sagte Kate und ignorierte ihre Reaktion auf Reese. »Meins liegt im Whirlpool«, erwiderte sie, ließ die Hand sinken und starrte Reese an. »Irgendjemand hat es da vorhin reingeworfen. Möchte ich wirklich wissen, was ihr beide im Whirlpool gemacht habt?«, fragte Kate. »Gar nichts«, schnaubte Audrey. »Ich habe auch kein Handy dabei«, erklärte Reese. »Das ist mit meinen Klamotten weggefahren, aber mach dir keine Sorgen. Wir kommen schon klar.« Er legte einen Arm um Audres Schulter und grinste. »Ich werde mich gut um sie kümmern.« Direkt. »Das hat sie sich selbst zuzuschreiben.« Audrey schluckte ihren Zorn herunter und folgte Daphne. Sie fand ihre Schwester im Badezimmer auf dem Fußboden, wo sie sich in die Toilette übergab. Audrey setzte sich neben sie, schob ihr strähniges, trockenes Haar zur Seite und rieb ihr den Rücken, während die Krämpfe Daphne schüttelten. Als nichts mehr herauskam, lehnte Daphne die Wange an die Toilettenschüssel und seufzte ermattet. »Wie ich das hasse!« »Das tut mir so leid«, meinte Audrey. »Ich wünschte, ich könnte dir helfen.« »Das kannst du. Fahr in die Stadt und besorg mir was. Nur ein bisschen, damit ich das besser durchstehe.« »Nein, Daph.« »Nicht viel«, beharrte Daphne mit verzweifelter Stimme. »Nur genug, damit ich nicht so leiden muss.« »Es würde mir helfen, davon loszukommen, wenn es mir nicht mehr ganz so schlecht geht.« »Das kann ich nicht tun. Selbst wenn ich wüsste, wo ich Drogen besorgen kann, würde ich keine kaufen.« Audrey schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht für dich tun.« Daphne drehte sich um und schubste Audrey so heftig, dass sie gegen die Badewanne stürzte. »Das ist alles deine Schuld«, schnaubte sie. »Ich hatte genug Drogen für diesen Monat dabei, aber du hast alles weggeworfen. Willst du mich umbringen?« »Einen kalten Entzug stehe ich nicht durch.« Sie begann zu weinen und legte die Wange wieder an das kalte Porzellan, während sie erneut würgen musste. »Ich brauche meine Pillen, sonst schaffe ich das nicht.« »Es ist gerade mal der erste Tag, Daphne.« Audrey rappelte sich auf, setzte sich auf den Rand der Badewanne und streichelte erneut Daphnes Rücken. »Sei stark! Wenn ich stark wäre, dann wäre ich nicht hier!« Daphne schluchzte. »Bring mich zurück in die Stadt, bitte! Ich habe meine Meinung geändert!« Schmerz und Verzweiflung stiegen in Audrey auf. Daphne strich jetzt schon die Segel? Sie war nicht einmal vierundzwanzig Stunden hier und schon wollte Daphne alles hinschmeißen. Das lief ja wie bei jedem anderen Mal, wenn Daphne versucht hatte, clean zu werden. Vorher hatte sie immer große Töne gespuckt, aber sobald sie leiden musste, gab sie auf. »Wenn ich dich zurück in die Stadt bringe, sind wir wieder genau da, wo wir vorher waren,« flüsterte Audrey, deren Herz schwer wurde, während sie ihrer Schwester weiter den Rücken rieb. Daphne war so dünn, dass sie jeden Wirbel spüren konnte, und sie hätte vor Frustration am liebsten geweint. Wenn das hier nicht funktionierte, würde ihre Schwester sterben. Dann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis ein Foto von Daphne mit der Schlagzeile »Überdosis« auf dem Titel irgendeiner Klatschzeitung auftauchte. »Ich hasse dich,« jammerte Daphne. »Ich kann das nicht.« Ein Schatten fiel in das Zimmer, und Audrey sah, dass Kate mit gepeinigtem Gesicht in der Tür stand. »Geht es ihr gut?« »Es geht schon,« begann Audrey, wurde jedoch von Daphnes trockenem Würgen unterbrochen. Kate kniete sich neben Daphne und streichelt ihr mit den Fingern die eingefallene Wange. »Ist alles okay, Daph? Was brauchst du?« »Meine Pillen!«, stieß sie weinend hervor. »Irgendwas! Egal was! Es tut so weh!« »Was hast du genommen, bevor du hierhergekommen bist?«, wollte Kate wissen. »Alles!«, wimmerte sie. Audrey war speiübel. »Wie tief war ihre Schwester nur gesunken.« »Was musstest du unbedingt haben? Worauf kannst du keinesfalls verzichten?« »Auf Koks!«, jammerte Daphne und wischte sich mit dem Handrücken die laufende Nase ab. »Und meine Pillen!« »Was für Pillen!« »Xana! Xana! Ich brauche sie!«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Sie beruhigen mich!« Zu Audreys Entsetzen holte Kate ein kleines Tablettendöschen aus der Tasche und hielt es hoch. Daphne griff staunend danach, aber Kate hielt es sofort so, dass sie nicht rankommen konnte. »Nur eine, Daphne!« »Nur eine!«, stimmte Daphne schwer atmend zu. Sie streckte die Hände aus, die furchtbar zitterten. »Tu das nicht, Kate!«, setzte Audrey an, aber er schüttelte nur den Kopf. Sie schürzte die Lippen und saß schweigend da, während Kate vorsichtig eine Tablette herausholte und Daphne reichte, die sie so begierig in den Mund steckte, als wäre es ein Bonbon. Dann legte sie die Wange wieder an die Toilette, seufzte und schloss die Augen. Audrey war jedoch ganz und gar nicht glücklich. »Kann ich kurz mit dir reden, Kate?« Sie verließen das Bad und gingen ein paar Schritte weiter. Audrey musste die Fäuste ballen, da ihre Hände vor Wut zitterten. »Was machst du denn, Kate? Wir haben sie doch hergebracht, damit sie clean wird!« »Ich habe mit ihrem Manager gesprochen,« erwiderte Kate mit leiser, ruhiger Stimme. »Sie hat in den letzten ein oder zwei Jahren verdammt viel Xanax genommen, und es ist gefährlich, das Zeug vom einen auf den anderen Tag ganz abzusetzen. Ihr Manager hat immer einen kleinen Vorrat zur Hand, und ich habe mit meinen Ärzten über die Nebenwirkungen gesprochen. Sie denken, dass es einfacher wäre, die Dosis langsam zu reduzieren, als auf einen Schlag aufzuhören. Als Audrey ihn weiterhin wütend anstarrte, gab er zu, »Ich habe auch meinen Hausarzt einpflegen lassen, der sich ganz in der Nähe in einer Hütte auffällt, falls es einen Notfall geben sollte.« »Ich will nur das Beste für Sie, Audrey, und das weißt du auch.« Er rieb ihre Schulter. »Vertrau mir.« Die Hand, die sie durch den Pullover streichelte, tat so gut. »Ich vertraue dir, Kate. Es ist nur so, dass ich mir sehr große Sorgen um sie mache, und es fällt mir schwer, sie so zu sehen.« Auf einmal stiegen ihr Tränen in die Augen, und sie presste die Handflächen darauf. »Ich mache mir solche Sorgen.« »Ich weiß«, sagte er sanft, »aber ich bin hier und werde dir helfen.« Er sah in ihr vorbei und nickte. »Warum machst du nicht einen Spaziergang mit Reese? Dann kannst du ein bisschen frische Luft schnappen.« Als sie sich umdrehte, stand Reese tatsächlich in der Nähe. Allerdings grinste er nicht mehr so selbstzufrieden wie sonst, sondern sah ernst aus. Sie wollte jedoch nicht mit Reese spazieren gehen, sondern hier bleiben. Erst recht jetzt, wo Kate sie berührte. Sie wollte sich in seine Arme werfen, aber sie riss sich zusammen. »Ich kann nicht gehen. Meine Schwester, Daphne!« »Ich kümmere mich schon um sie«, versicherte Kate ihr. »Geh nur.« »Du siehst sehr aufgewühlt aus.« »Ja, kommen Sie, Audrey.« Sie spürte, wie Reese ihr einen Arm um die Taille legte. »Wir machen einen Spaziergang um den See.« »Vielleicht bekomme ich ja dann auch den Kuss, den Sie mir versprochen haben.« Erschrocken sah sie Kate an und entwand sich Reese's Griff. »Ich habe ihm überhaupt nichts versprochen!« Kate grinste nur. »Amüsiert euch, ihr beiden!« »Das werden wir«, versicherte ihm Reese. »Und sie hat es mir doch versprochen.« »Erinnern Sie sich nicht mehr, Audrey? Ich meine, wir hätten uns darüber unterhalten, dass...« Sie legte ihm eine Hand auf den Mund. »Seien Sie still!« Etwas warmes und feuchtes strich über ihre Handfläche. Reese leckte ihre Hand ab. Ihr wurde auf einmal ganz anders, und sie riss benommen ihre Hand weg. Das hatte sich gut angefühlt. Etwas zu gut. Sie kniff die Augen zusammen und wartete darauf, dass Reese etwas sagte, da sie ihm den Mund nicht länger zuhielt. Aber er grinste sie nur an. »Hast du dein Handy dabei? Ich rufe euch an, falls irgendwas passiert«, sagte Kate und ignorierte ihre Reaktion auf Reese. »Meins liegt im Whirlpool«, erwiderte sie, ließ die Hand sinken und starrte Reese an. »Irgendjemand hat es da vorhin reingeworfen. Möchte ich wirklich wissen, was ihr beide im Whirlpool gemacht habt?«, fragte Kate. »Gar nichts«, schnaubte Audrey. »Ich habe auch kein Handy dabei«, erklärte Reese. »Es ist mit meinen Klamotten weggefahren, aber macht dir keine Sorgen. Wir kommen schon klar.« Er legte einen Arm um Audreys Schulter und grinste. »Ich werde mich gut um sie kümmern.« »Eine, Daphne«, »nur eine«, stimmte Daphne schwer atmend zu. Sie streckte die Hände aus, die furchtbar zitterten. »Tu das nicht, Kate«, setzte Audrey an, aber er schüttelte nur den Kopf. Sie schürzte die Lippen und saß schweigend da, während Kate vorsichtig eine Tablette herausholte und Daphne reichte, die sie so begierig in den Mund steckte, als wäre es ein Bonbon. Dann legte sie die Wange wieder an die Toilette, seufzte und schloss die Augen. Audrey war jedoch ganz und gar nicht glücklich. »Kann ich kurz mit dir reden, Kate?« Sie verließen das Bad und gingen ein paar Schritte weiter. Audrey musste die Fäuste ballen, da ihre Hände vor Wut zitterten. »Was machst du denn, Kate? Wir haben sie doch hergebracht, damit sie clean wird!« »Ich habe mit ihrem Manager gesprochen«, erwiderte Kate mit leiser, ruhiger Stimme. »Sie hat in den letzten ein oder zwei Jahren verdammt viel Xanax genommen, und es ist gefährlich, das Zeug vom einen auf den anderen Tag ganz abzusetzen. Ihr Manager hat immer einen kleinen Vorrat zur Hand, und ich habe mit meinen Ärzten über die Nebenwirkungen gesprochen. Sie denken, dass es einfacher wäre, die Dosis langsam zu reduzieren, als auf einen Schlag aufzuhören. Als Audrey ihn weiterhin wütend anstarrte, gab er zu. »Ich habe auch meinen Hausarzt einfliegen lassen, der sich ganz in der Nähe in einer Hütte auffällt, falls es einen Notfall geben sollte.« »Ich will nur das Beste für sie, Audrey, und das weißt du auch«, er rieb ihre Schulter. »Vertrau mir«, die Hand, die sie durch den Pullover streichelte, tat so gut. »Ich vertraue dir, Kate. Es ist nur so, dass ich mir sehr große Sorgen um sie mache, und es fällt mir schwer, sie so zu sehen.« Auf einmal stiegen ihr Tränen in die Augen, und sie presste die Handflächen darauf. »Ich mache mir solche Sorgen.« »Ich weiß«, sagte er sanft, »aber ich bin hier und werde dir helfen.« Er sah in ihr vorbei und nickte. »Warum machst du nicht einen Spaziergang mit Reese? Dann kannst du ein bisschen frische Luft schnappen.« Als sie sich umdrehte, stand Reese tatsächlich in der Nähe. Allerdings grinste er nicht mehr so selbstzufrieden wie sonst, sondern sah ernst aus. Sie wollte jedoch nicht mit Reese spazieren gehen, sondern hierbleiben. Erst recht jetzt, wo Kate sie berührte. Sie wollte sich in seine Arme werfen, aber sie riss sich zusammen. »Ich kann nicht gehen. Meine Schwester, Daphne!« »Ich kümmere mich schon um sie«, versicherte Kate ihr. »Geh nur. Du siehst sehr aufgewühlt aus.« »Ja, kommen Sie, Audrey.« Sie spürte, wie Reese ihr einen Arm um die Talie legte. »Wir machen einen Spaziergang um den See.« »Vielleicht bekomme ich ja dann auch den Kuss, den Sie mir versprochen haben.« Verschrocken sah sie Kate an und entwand sich Reese's Griff. »Ich habe ihm überhaupt nichts versprochen!« Kate grinste nur. »Amüsiert euch, ihr beiden!« »Das werden wir«, versicherte ihm Reese. »Und sie hat es mir doch versprochen.« »Erinnern Sie sich nicht mehr, Audrey?« »Ich meine, wir hätten uns darüber unterhalten, dass...« Sie legte ihm eine Hand auf den Mund. »Seien Sie still!« Etwas Warmes und Feuchtes strich über ihre Handfläche. Reese leckte ihre Hand ab. Ihr wurde auf einmal ganz anders und sie riss benommen ihre Hand weg. Das hatte sich gut angefühlt. Etwas zu gut. Sie kniff die Augen zusammen und wartete darauf, dass Reese etwas sagte, da sie ihm den Mund nicht länger zuhielt. Aber er grinste sie nur an. »Hast du dein Handy dabei? Ich rufe euch an, falls irgendwas passiert«, sagte Kate und ignorierte ihre Reaktion auf Reese. »Meins liegt im Whirlpool«, erwiderte sie, ließ die Hand sinken und starrte Reese an. »Irgendjemand hat es da vorhin reingeworfen.« »Möchte ich wirklich wissen, was ihr beide im Whirlpool gemacht habt?«, fragte Kate. »Gar nichts«, schnaubte Audrey. »Ich habe auch kein Handy dabei«, erklärte Reese. »Das ist mit meinen Klamotten weggefahren, aber mach dir keine Sorgen. Wir kommen schon klar.« Er legte einen Arm um Audreys Schulter und grinste. »Ich werde mich gut um sie kümmern.« Sie ist tatsächlich in der Nähe. Allerdings grinste er nicht mehr so selbstzufrieden wie sonst, sondern sah ernst aus. Sie wollte jedoch nicht mit Reese spazieren gehen, sondern hier bleiben. Erst recht jetzt, wo Kate sie berührte. Sie wollte sich in seine Arme werfen, aber sie riss sich zusammen. »Ich kann nicht gehen. Meine Schwester, Daphne!« »Ich kümmere mich schon um sie«, versicherte Kate ihr. »Geh nur.« »Du siehst sehr aufgewühlt aus.« »Ja, kommen Sie, Audrey.« Sie spürte, wie Reese ihr einen Arm um die Taille legte. »Wir machen einen Spaziergang um den See.« »Vielleicht bekomme ich ja dann auch den Kuss, den Sie mir versprochen haben.« Erschrocken sah sie Kate an und entwand sich Reese's Griff. »Ich habe ihm überhaupt nichts versprochen!« Kate grinste nur. »Amüsiert euch, ihr beiden!« »Das werden wir«, versicherte ihm Reese. »Und sie hat es mir doch versprochen.« »Erinnern Sie sich nicht mehr, Audrey? Ich meine, wir hätten uns darüber unterhalten, dass...« Sie legte ihm eine Hand auf den Mund. »Seien Sie still!« Etwas warmes und feuchtes strich über ihre Handfläche. Reese leckte ihre Hand ab. Ihr wurde auf einmal ganz anders und sie riss benommen ihre Hand weg. Das hatte sich gut angefühlt. Etwas zu gut. Sie kniff die Augen zusammen und wartete darauf, dass Reese etwas sagte, da sie ihm den Mund nicht länger zuhielt. Aber er grinste sie nur an. »Hast du dein Handy dabei? Ich rufe euch an, falls irgendwas passiert«, sagte Kate und ignorierte ihre Reaktion auf Reese. »Meins liegt im Whirlpool«, erwiderte sie, ließ die Hand sinken und starrte Reese an. »Irgendjemand hat es da vorhin reingeworfen.« »Möchte ich wirklich wissen, was ihr beide im Whirlpool gemacht habt?«, fragte Kate. »Gar nichts«, schnaubte Audrey. »Ich habe auch kein Handy dabei«, erklärte Reese. »Was ist mit meinen Klamotten weggefahren? Aber mach dir keine Sorgen. Wir kommen schon klar.« Er legte einen Arm um Audreys Schulter und grinste. »Ich werde mich gut um sie kümmern.« »Seien Sie still«, etwas warmes und feuchtes strich über ihre Handfläche. Reese leckte ihre Hand ab. Ihr wurde auf einmal ganz anders und sie riss benommen ihre Hand weg. Das hatte sich gut angefühlt. Etwas zu gut. Sie kniff die Augen zusammen und wartete darauf, dass Reese etwas sagte, da sie ihm den Mund nicht länger zuhielt, aber er grinste sie nur an. »Hast du dein Handy dabei? Ich rufe euch an, falls irgendwas passiert«, sagte Kate und ignorierte ihre Reaktion auf Reese. »Meins liegt im Whirlpool«, erwiderte sie, ließ die Hand sinken und starrte Reese an. »Irgendjemand hat es da vorhin reingeworfen. Möchte ich wirklich wissen, was ihr beide im Whirlpool gemacht habt?«, fragte Kate. »Gar nichts«, schnaubte Audrey. »Ich habe auch kein Handy dabei«, erklärte Reese. »Was ist mit meinen Klamotten weggefahren? Aber mach dir keine Sorgen. Wir kommen schon klar.« Er legte einen Arm um Audres Schulter. »Ihr legte einen Arm um Audres Schulter und grinste.« »Ich werde mich gut um sie kümmern.« Reaktion auf Reese. »Meins liegt im Whirlpool«, erwiderte sie, ließ die Hand sinken und starrte Reese an. »Irgendjemand hat es da vorhin reingeworfen. Möchte ich wirklich wissen, was ihr beide im Whirlpool gemacht habt?«, fragte Kate. »Gar nichts«, schnaubte Audrey. »Ich habe auch kein Handy dabei«, erklärte Reese. »Das ist mit meinen Klamotten weggefahren. Aber mach dir keine Sorgen. Wir kommen schon klar.« Er legte einen Arm um Audres Schulter und grinste. »Ich werde mich gut um sie kümmern.« »Ich habe auch kein Handy dabei«, erklärte Reese. »Das ist mit meinen Klamotten weggefahren. Aber mach dir keine Sorgen. Wir kommen schon klar.« Er legte einen Arm um Audres Schulter und grinste. »Ich werde mich gut um sie kümmern.« »Klar« Er legte einen Arm um Audres Schulter und grinste. »Ich werde mich gut um sie kümmern.« Reese war davon überzeugt, dass dieses Wochenende ein einziger Reinfall werden würde. Das war ihm jetzt völlig klar. Er hatte hier einen drogensüchtigen Popstar mit einem Gutmenschen und Milliardär, der heimlich in sie verliebt war. Dazu kam noch die einsame Zwillingsschwester, die ihr Herz an den Milliardär verschenkt hatte, und alle drei wussten nichts von den Gefühlen des anderen. Zu allem Überfluss hatte Audrey auch noch einen Stock im Arsch. Das konnte doch alles nicht gut gehen. Zu jeder anderen Zeit hätte er diese Kombination höchst amüsant gefunden. Kate war schließlich erwachsen und konnte auf sich aufpassen. Außerdem war Daphne alt genug, um von all den Drogen abhängig zu sein, wie es die Klatschzeitungen berichteten, und hatte sich ihr Schicksal selbst zuzuschreiben. Sein Mitgefühl für sie hielt sich in Grenzen. Aber wieso hatte er Mitgefühl mit der kleinen Eiskönigin, der man früher oder später das Herz brechen würde? Das konnte er sich selbst nicht erklären. Er sagte sich, dass es schlicht und einfach die Herausforderung war, dass er sich langweilte und nach einer Ablenkung sehnte, die ihre Gereiztheit durchaus darstellte. Aber es stachelte ihn auch an. Audrey warf ihm vernichtende Blicke zu, aber nur weil Kate ihr dabei half, die Einkäufe wegzuräumen, und Daphne den Rücken streichelte, während sie sich übergab, war er es wert, angebetet und verehrt zu werden? Er wollte wissen, ob er Audrey dazu bringen konnte, ihn auch so anzusehen. Aus diesem Grund hatte er auch den Mund aufgemacht und auf den Kuss bestanden, den sie ihm versprochen hatte. Audrey war natürlich puterrot geworden, sodass ihre Sommersprossen deutlich zutage traten. Sie hatte geschnauft und protestiert, war dann aber schnell verschwunden, als Kate sie fragend angesehen hatte. Tja, das wollte sie ihrem Herzensritter wohl lieber nicht erklären, was? Seltsamerweise hatte er das Gefühl, die steife kleine Audrey beschützen zu müssen. Vielleicht hatte sie ja doch eine freche Seite und gab sich die größte Mühe, diese vor Kate zu verbergen. Keine Sorge, dachte Reese, wenn da ein Funke in dir steckt, dann bin ich genau der richtige Mann, um ihn hervorzulocken. Selbst ihre Schritte auf dem schmalen Weg zum See wirkten ruckartig und verärgert, stellte er amüsiert fest. Sie ging einige Meter vor ihm, hatte die Arme um den Oberkörper gelegt und drückte den Rücken gerade durch. Das sah niedlich aus, ein wenig wie ein wütender Hase, fluffig und harmlos. Er ließ sie ein paar Minuten lang in Ruhe, und als sie am Steg ankamen, drehte sie sich zu ihm um, starrte ihn wütend an und zitterte leicht. Sie trug keine Jacke, und hier draußen im Nachtwind war es bitter kalt. »Reicht Ihnen das als Spaziergang? Oder sollen wir zurück ins Haus gehen, damit Sie mich dort erneut demütigen können?« Hier. Reese zog die Jacke aus, die er sich aus Kates Schrank geborgt hatte, und reichte sie ihr. Sie nahm sie und musterte ihn misstrauisch. »Ist Ihnen nicht kalt?« Nein. Er beobachtete, wie sie sich die Jacke um die Schultern legte und eng an den Körper drückte. »Außerdem ist sie mir zu klein.« »Sämtliche Kleidungsstücke von Kate sind Ihnen zu klein«, erwiderte sie, und blickte vielsagend auf das viel zu enge T-Shirt mit dem Aufdruck eines Fitnessclubs, das er trug. »Ja, diese Jeans drückt mir sogar die Hoden platt. Vermutlich bin ich kastriert, bevor das Wochenende vorbei ist.« Sie hatte wieder diesen seltsamen Gesichtsausdruck bekommen, und er vermutete, dass sie im Mondlicht rot geworden war. Aber es war zu dunkel, um das zu erkennen. »Das wäre vielleicht nicht die schlechteste Lösung«, konterte sie mit spitzer Stimme. »Wenn man ihren Ruf bedenkt?« »Die Welt würde etwas Großes verlieren, wenn das geschieht«, prallte er und sah belustigt mit an, wie sie noch steifer wurde. »Sie haben eine sehr hohe Meinung von sich. Irgendjemand muss es ja tun.« »Tja, vermutlich schon«, bestätigte sie und schniefte hochnäsig. »Es wird Zeit, ihr diese Arroganz auszutreiben.« »Und? Bekomme ich jetzt meinen Kuss?« Trotz der schlechten Lichtverhältnisse sah er den vernichtenden Blick, den sie ihm zuwarf. »Wissen Sie eigentlich, wie sehr ich sie gerade hasse?« »Ich habe keine Ahnung, und es ist mir auch egal. Aber Sie werden es mir vermutlich trotzdem verraten.« Sie schwieg trotzig. »So schlimm wird es schon nicht werden«, neckte er sie, verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich an einen Stegpfeiler. »Ich habe schon öfter gehört, dass ich ziemlich gut küssen kann.« »Sie sind verdammt eingebildet«, murmelte sie. »Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass ich Sie möglicherweise gar nicht küssen möchte?« »Dass Ihr sogenannter Scham bei mir einfach nicht zieht?« »Haben Sie etwa Angst, dass Sie nicht gut sind?« »Liegt es am Lampenfieber?« »Sie war fassungslos.« »Das ist es, nicht wahr? Ich kann es Ihnen beibringen, wenn Sie möchten, damit Sie richtig gut darin sind, wenn Kate endlich zur Vernunft kommt.« Ihm war auch in der Dunkelheit klar, dass Audrey schäumte. »Ich verabscheue Sie!« »Hm, also keine Lektionen?« »Träumen Sie ruhig weiter«, stieß sie hervor. »Das war nicht Teil unserer Vereinbarung. Wir haben uns auf einen Kuss im Austausch gegen Ihr Schweigen geeinigt.« Er rieb sich das Kinn, als würde er darüber nachdenken. »Ich würde behaupten, dass wir uns über Details noch gar nicht geeinigt haben.« »Hätten wir besser machen sollen«, Reese deutete auf sie. »Wie wäre es damit? Sie sagen mir, was der Kuss Ihrer Meinung nach enthalten soll, dann verrate ich Ihnen, was ich mir gedacht habe, und wir treffen uns in der Mitte.« Sie sah ihn misstrauisch, aber auch hoffnungsvoll an und zog sich die geborgte Jacke enger um die Schultern. »Das klingt vernünftig.« »Ich bin ja auch ein vernünftiger Mann.« Sie schnaubte ungläubig, und er musste grinsen. Vielleicht war sie ja doch nicht so verklemmt, wie er gedacht hatte. »Ein Kuss auf die Wange«, schlug sie vor. »Na super«, entgegnete er. »Wir wissen beide, dass es nicht darum ging. Ich rede von einem richtigen Gute-Nacht-Kuss.« »Sie haben nicht gesagt, wer wen wo küssen würde. Ich finde, ich sollte entscheiden, wie es laufen soll, und das ist mein Vorschlag.« »Tja, da wir hier offenbar Wildkörperteile auswählen, möchte ich, dass Sie mich auf den Schwanz küssen.« Als sie entrüstet keuchte, fuhr er trocken fort. »Also können wir uns auch genauso gut in der Mitte treffen und auf den Mund küssen.« »Sie sind widerwärtig.« »Ja, ja. Sie haben mit einem zu schlechten Gebot angefangen. Da musste ich einfach hochkontern, Süße.« »Ich bin nicht Ihre Süße.« »Okay. Auf den Mund. Aber ohne Zunge.« »Oh nein, mit Zunge«, erklärte er. »Aber wenn Sie sich dann besser fühlen, werde ich den Takt angeben.« »Wie bitte?« Da war sie wieder, diese halb erschrockene, halb entsetzte Miene, die ihm sagte, dass sie vermutlich schon wieder rot geworden war. »Was meinen Sie denn damit?« »Ich meine damit, dass meine Zunge die ganze Arbeit machen wird. Sie können mir die Zungen-Action überlassen.« Sie schüttelte wieder den Kopf. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keinem Zungenkuss zugestimmt habe.« »Sie ohne Zunge ist kein richtiger Kuss.« »Himmel! Was haben Sie aber anders gesehen, als Sie vorgeschlagen haben, dass ich Ihren Schwanz küsse?« Er lachte überrascht und amüsierte sich über ihre Erwiderung. Er mochte sie, trotz ihrer steifen Schultern und ihrer ganzen Art. »Woher wollen Sie denn wissen, was genau ich da vorgeschlagen habe?« Sie stockte. »Aber lenken Sie jetzt nicht von unserem Handel ab,« neckte er sie. »Bleiben wir beim Thema. Wie lange?« »Was?« »Wie lange soll der Kuss dauern?« »Ich habe doch keine Stoppuhr dabei.« »Soll ich eine holen?« Er deutete auf die Hütte oben auf dem Hügel. »Ich kann zurück zum Haus gehen und Kate sagen, dass wir eine brauchen, damit wir sicherstellen können, dass der Kuss richtig...« Sie legte die Hände an seine Brust, um ihn aufzuhalten, da er so tat, als wollte er zurückgehen. »Sie bleiben schön hier!« Er grinste kaum merklich. »Was immer Sie wünschen.« »Wenn das doch nur in jeder Beziehung gelten würde,« erklärte sie keck. Wieder lachte er. »Dann einigen wir uns auf drei Minuten für den Kuss?« »Das kommt mir verdammt lange vor.« Sie sah ihn skeptisch an. »Ich bin für eine Minute.« »Drei.« »Dann einigen wir uns auf zwei Minuten.« Als er nicht widersprach, fügte sie hinzu. »Was ist mit den Händen?« Er sah sie fragend an. »Wollen Sie da den ersten Vorschlag machen?« »Nein, danke. Ich habe meine Lektion schon bei den Lippen gelernt.« Sie stemmte die Hände in die Hüften und sah ihn herausfordernd an. »Ich will nur wissen, welche Rolle die Hände in dieser Gleichung spielen.« Reese grinste. Sie lernt schnell. »Ich würde vorschlagen, dass wir die Hände vorerst aus dem Spiel lassen. Es sei denn, Sie haben etwas dagegen.« »Wohl kaum.« Sie dachte kurz nach und starrte ihn dann misstrauisch an. »Haben wir auch alles bedacht?« »Was meinen Sie?« Er hatte viel zu viel Spaß dabei. »Ich habe das Gefühl, dass Sie es gegen mich einsetzen werden, falls ich etwas übersehe.« Er lachte. »War das etwa doppeldeutig?« »Sie fangen ja schon wieder an.« »Hey, ich bin bereit, wenn Sie es sind.« Er breitete die Arme aus. »Ich warte nur darauf, dass Sie anfangen.« »Ich?« Wieder verlor sie die Fassung. »Warum muss ich denn anfangen?« »Weil Sie die Wette verloren haben. So lauten die Regeln.« Er verschränkte die Arme vor der Brust. »Und jetzt hören Sie auf, Zeit zu schinden.« »Das mache ich doch gar nicht.« Sie zog entrüstet die Schultern hoch. »Ach nein? Ich kann auch wieder hereingehen, wenn Sie die ganze Sache ableisen wollen.« »Es wird ja langsam offensichtlich, dass Sie einen Rückzieher machen.« Er konnte nicht weiterreden, weil sie vorstürmte, die Hände auf seine Wangen legte und ihre Lippen auf seine drückte. Dann spürte er auch schon, wie ihre Zunge dagegen stupste. Großer Gott, war das heiß! Ihre impulsive Bewegung überraschte Reese derart, dass er sich noch gar nicht vorgestellt hatte, wie es sich anfühlen würde, sie zu küssen. Er war erstaunt, wie weich ihre Lippen waren und wie wundervoll sich ihr Mund anfühlte. Ihre Hände an seinen Wangen fühlten sich kalt an, sodass ihre warmen Lippen einen noch größeren Kontrast darstellten, und ihre beeindruckenden Brüste drückten sich gegen seine Brust, und zwar genau an der Stelle, an der er seine Arme verschränkt hatte. Er war so verblüfft, dass er nicht sofort reagieren konnte. Anscheinend sah sie seine ausbleibende Reaktion als Herausforderung an, da sie sanft an seiner Unterlippe saugte und ihn dazu drängte, den Mund zu öffnen. »Lippen!« rief sie ihm flüsternd in Erinnerung. Sofort öffnete er die Lippen, und ihre Zunge glitt in seinen Mund und umspielte seine. Zärtlich, aber entschlossen, strich sie mit der Zungenspitze über seine Lippen und fuhr sie nach, bevor sie erneut damit seine Zunge streichelte. Verdammt! Audreys Mund war unglaublich. Er war fassungslos, dass diese steife Frau so küssen konnte. Sie glich fast einer Dämonin, als wüsste sie, dass sie jetzt das Sagen hatte, und er ihr unterlegen war. Wieder strich sie mit der Zunge über seine fast schon keck, bevor sie sie zurückzog. »Zunge!« flüsterte sie. »Mmm!« stieß er stöhnend hervor, während sie lustvoll seufzte und die Zunge wieder in seinen Mund schob. Endlich reagierte er. Sie zuckte kurz zusammen, spielte dann jedoch mit, und ihre Münder verschmolzen in einem sinnlichen Intermezzo. Der Kuss war unglaublich. Ihre weiche Zunge tanzte um seine herum, und sie presste die weichen Lippen gegen seine. Sie schmeckte wunderbar, warm. Und wie Honig! Reese wollte mehr von ihr. Er ließ die Arme sinken und legte die Hände dann an ihre Hüften, zwar dicht an ihren Hintern, aber doch so, dass er ihn nicht berührte. Er wusste, dass sie flüchten würde, wenn er das tat, und er wollte auf keinen Fall, dass dieser Kuss endete. Diese heiße, selbstsichere Audrey, die ihn da wie eine Teufelin küsste, passte überhaupt nicht zu dieser sauer-töpfischen, viel zu anständigen Frau mit dem steifen Rücken, die er so gern ärgerte, und das erregte ihn noch viel mehr. Es war eine Überraschung, die ihn unglaublich anmachte. Seine Hände umklammerten ihre Taille und drückten sie an sich. Sein Penis hatte sich bei ihrem feuchten Kuss sofort geregt, und nur Sekunden später war er steinhart. Die Art, wie sie ihre vollen Brüste an seine Brust presste, war fast genauso irritierend wie das Eindringen ihrer Zunge in seinen Mund. Nach einem Augenblick entzog sie sich ihm leise wimmernd, und ihre Lippen glänzten feucht im Mondlicht. Sie sah benommen zu ihm auf. »Ich schätze, das waren zwei Minuten.« Er stöhnte und beugte sich vor, um ihren Mund erneut zu erobern. »Scheiß auf die zwei Minuten!« Sie beugte sich nach hinten und rümpfte die Nase, als wäre sie entrüstet. »Wir hatten uns auf zwei Minuten geeinigt.« Er war ein wenig vor den Kopf gestoßen. Hatte sie den Kuss etwa nicht so genossen wie er? Sie hatte lustvoll gesölft. Ihre Lippen und ihre Zunge hatten enthusiastisch mitgemacht. Sie hatte sich an ihn gedrückt, und jetzt, wo sie ihn richtig heiß gemacht hatte, wollte sie aufhören?« Er stöhnte kehlig. »Wir können gern noch weitermachen, wenn Sie möchten.« »Ich möchte aber nicht«, erwiderte sie, entwand sich ihm und machte einen Schritt nach hinten. »Das habe ich nur gemacht, weil Sie mich erpresst haben.« Irgendwie bezweifelte er das. Reese hatte ihre Reaktion durchaus mitbekommen, als seine Zunge, die ihre liebkost hatte, und ihr leises Stöhnen gehört. »Aber wenn sie Spielchen mit ihm spielen wollte, dann war das auch in Ordnung.« Sie wurde schon merken, dass er bei solchen Flirts nicht zu schlagen war, und sie fingen ja gerade erst an. »Wie Sie wollen«, meinte er und schaffte es nur mit Mühe, lässig zu klingen. »Gehen Sie jetzt zurück zur Hütte?« »Ja«, erwiderte sie spitz. Dann wirbelte sie herum und eilte schnellen Schrittes zum Haus zurück. Reese rieb sich die Lippen, die noch immer feucht und warm von ihrem Kuss waren, und grinste. Audrey mochte so tun, als hätte es sie nicht berührt, aber er war davon überzeugt, dass sie log. Unter der Oberfläche dieser Frau steckte viel mehr, als es den Anschein machte. Und er war entschlossen, herauszufinden, was sich da noch so verbarg. Jetzt musste er sich wohl neue Methoden ausdenken, wie er diese impulsive, feurige, kleine Rothaarige wieder hervorlocken konnte. Großer Gott, auf was hatte sie sich da nur eingelassen? Audrey lief zurück zur Hütte und rückte die Jacke dabei fest an sich. Sie atmete schnell, und ihre Beine waren wackelig und drohten nachzugeben. Aber sie blieb nicht stehen, sondern rannte die Stufen hinauf, riss die Tür auf und eilte ins Haus. Kate sah aus der Badezimmertür um die Ecke. Er hatte sich einen kleinen Holzstuhl geholt. Noch immer waren Würgegeräusche aus dem Bad zu hören, und sie wusste, dass sich Daphne noch dort aufhielt. Ist alles okay? Sein geliebtes Gesicht sah so besorgt und so wunderschön aus. Aber sie wollte ihn in diesem Augenblick eigentlich gar nicht sehen. Nicht, nachdem sie einen anderen Mann geküsst hatte. Sie schämte sich so sehr. Alles bestens, stieß Audrey hervor, doch ihre Stimme klang schriller, als ihr lieb war. Sie wurde schon wieder rot, aber aus Sorge um ihre Schwester ging sie weiter auf das Badezimmer zu. Geht es ihr gut? Kate nickte. Ich werde bei ihr bleiben und ihr Gesellschaft leisten. Daphne murmelte im Bad etwas, das Audrey nicht verstehen konnte, und sie war in diesem Augenblick sehr dankbar, dass Kate sich freiwillig anbot, um bei Daphne zu bleiben. Im Moment hätte sie das nicht gekonnt, da ihr Verstand und ihr Körper in völligem Aufruhr waren. Ich, ähm, gehe dann mal nach oben. Okay. Er drehte sich wieder zu Daphne um und sprach leise und beruhigend auf sie ein. Audrey rannte die Holztreppe nach oben, wo sich die Schlafzimmer befanden. Daphnes Schuhe lagen vor der letzten Tür, daher lag dahinter vermutlich ihr Zimmer. Sie ging hinein und runzelte die Stirn. Der Raum stand nach Zigaretten und abgestandenem Rauch. Audrey ging zum Fenster, zog die Vorhänge auf und kippte dann ein Fenster. Als die kalte Nachtluft hereindrang, zog sie die Jacke enger um sich. Sie roch nach Reese. Ihr erster Impuls war, sie sofort auszuziehen, aber stattdessen sah sie sich im Zimmer um. Es war dunkel, und das einzige Licht kam vom Vollmond. Niemand würde wissen, dass sie hier oben war, daher zog sie die Jacke vorsichtig enger an sich und schnüffelte daran. Wenn sie es sich ehrlich eingestand, dann war der Geruch wunderbar. Reese roch nach Seife, Sonne, der Natur und hatte einen würzigen, moschusartigen Duft an sich, den sie langsam mit ihm identifizierte. Als sie tief einatmete, musste sie wieder an den Kuss auf dem Steg denken, und sie sah fast schon automatisch aus dem Fenster und hielt nach der vertrauten Gestaltausschau. Er stand noch immer an der Stelle, an der sie ihn vor wenigen Minuten verlassen hatte, lehnte am Holzgeländer und hatte eine Hand an den Mund gehoben. Als sie ihn so sah, hätte sie schwören können, dass er sich die Lippen rieb. Tief in ihrem Inneren erschauerte sie. Hatte ihm der Kuss etwa auch etwas bedeutet? Er sah zur Hütte hinauf und sie kreischte auf und rannte vom Fenster weg, um sich mit dem Rücken an die Wand zu drücken. Im nächsten Augenblick schallte sie sich für ihre Dummheit. Er konnte mit Sicherheit nicht sehen, dass sie ihn beobachtete, an der er Jacke roch und seinen Geruch genoss. Aber trotzdem war ihr das unangenehm. Audrey ließ sich mit dem Rücken an der Wand zu Boden gleiten, zog die Knie an und wickelte die Jacke um ihren Körper. Aber Kate war heute Nacht hier. Kate war hier. Und sie war nach draußen gegangen und hatte einen anderen Mann geküsst. Was stimmte bloß nicht mit ihr? Sie hatte seit Jahren davon geträumt, ein ruhiges Wochenende alleine mit Kate zu verbringen. Sie hatte sich ausgemalt, wie sie in der Zeit ihre alte, schöne Freundschaft wieder aufleben und daraus vielleicht etwas Neues entstehen ließen. Aber sie hatte ihre kranke, drogensüchtige Schwester nicht eingeplant, die Kates Zeit beanspruchte, und erst recht nicht Kates Freund, der sie innerhalb von Sekunden in den Wahnsinn treiben konnte. Doch mit Daphne kam sie klar. Kate bewunderte auch Daphne, aber sie war in ihrem erbärmlichen Zustand keine Konkurrenz, zumindest nicht auf romantischer Ebene. Aber Reese hatte sie nicht mit eingeplant. Reese, der bei ihrer Ankunft mit einer wunderschönen nackten Blondine im Whirlpool gesessen hatte. Reese, der ihr unter die Haut ging und sie mit jedem Wort und jedem Grinsen auf die Palme brachte. Reese, der sie erpresst hatte, damit sie ihn küsste. Sie hätte es ablehnen sollen. Wieso hatte sie ihm nicht gesagt, dass er Kate ruhig ihr Geheimnis verraten sollte? Was hätte denn schon Schlimmes passieren können? Aber stattdessen war sie mit Reese nach draußen gegangen, um ihn zu küssen, obwohl sie ihn und seine arrogante Art nicht ausstehen konnte. Dann hatte sie sogar noch mit ihm darüber verhandelt, wo sie sich küssen würden und wie lange der Kuss dauern sollte. Und obwohl sie ihn dafür verabscheute, dass er sie dazu gezwungen hatte, waren da doch verrückte kleine Schmetterlinge, die aufgeregt in ihrem Bauch tanzten. Es war so unglaublich heiß gewesen. Etwas, das der gute Zwilling niemals tun würde, es sei denn, er wurde dazu gezwungen. Da ihr die Kontrolle aber irgendwie entrissen worden war, hatte sie es ebenfalls tun wollen. Und nicht nur das, sie hatte Reese außerdem beweisen wollen, dass er nicht der Einzige war, der andere überraschen konnte. Daher war sie ins kalte Wasser gesprungen und hatte ihn geküsst. Sie wusste, dass sie gut küssen konnte. Trotz ihrer Gefühle für Kate hatte sie viele Freunde gehabt, wenngleich sie nur mit wenigen geschlafen hatte. Sie gab sich nicht leichtherzig hin und zog es vor, viele Wochen, manchmal sogar Monate, das endlose Petting und die Küsse zu genießen. Bevor es zum eigentlichen Akt kam. Daher hatte sie sehr viel Erfahrung im Küssen und sie wusste, wie sie einem Mann damit den Kopf verdrehen konnte. Und sie hatte jeden schmutzigen Trick aus ihrem Repertoire eingesetzt, um seine Welt auf den Kopf zu stellen und sein anzügliches Grinsen verschwinden zu lassen. Sie wollte ihn auch ein bisschen aufrütteln. Aber sie hatte nicht damit gerechnet, dass sie den Kuss selbst derart genießen würde. Oh, und wie sie ihn genossen hatte! Schon waren die Schmetterlinge wieder da und tanzten in ihrem Bauch, und sie presste die Oberschenkel aneinander. Seine Lippen waren so weich und voll, und er schmeckte so gut. Außerdem konnte er ebenfalls sehr gut küssen. Als seine Zunge die ihre gestreichelt hatte, waren all seine Worte darüber, dass er ihr etwas beibringen wollte, vergessen, und sie hatte den Kuss schlicht und einfach genossen. Das lag nur daran, dass es verboten gewesen war, sagte sie sich. Mehr war da nicht. Sie hätte nicht mitten in der Nacht auf dem Steg stehen und einen dreisten Fremden küssen dürfen. Sie hätte im Haus und an der Seite ihrer Schwester sein sollen, um Kate zu demonstrieren, was für eine gute und hingebungsvolle Schwester sie war. Ihm zeigen, dass sie die gute, süße Zwillingsschwester war und daher genau richtig für einen Mann, der so liebenswert, hingebungsvoll und attraktiv war wie er. Doch stattdessen hatte sie Reese Durham einen Zungenkuss gegeben. Und es hatte ihr gefallen, entsetzt vergrub Audrey das Gesicht in den Händen. Dummerweise bedeutete das aber auch, dass Reese's Duft erneut um sie herum aufstieg, da sie noch immer seine Jacke anhatte. Ihm hatte der Kuss auch gefallen. Sie hatte gemerkt, dass er über ihre anfängliche Aggressivität erst erschrocken war, doch danach hatte er es genossen. Ihr Ego hatte förmlich froh lockt, dass dieser große, selbstsichere Mann durch ihren Kuss einen Dämpfer bekommen hatte. Doch dann hatte sie sich darin verloren. Schließlich hatte er sogar noch vorgeschlagen, dass sie sich weiter küssen sollten. Doch sie hatte abgelehnt. Sie hatte das starre Pokerface der geschäftsmäßigen Audrey aufgesetzt. Aber eigentlich hatte sie viel lieber Ja gesagt. Oh, wie gern hätte sie das getan. Für einen ganz kurzen Augenblick wollte sie mal der böse Zwilling sein, der wilde Zwilling, der sich auf den Steg sinken ließ und mit einem Mann schlief, den sie kaum kannte, weil er den Teil von ihr zum Klingen brachte, den sie so angestrengt zu kontrollieren versuchte. Audrey war fest entschlossen, um jeden Preis der gute Zwilling zu sein. Kate war ein guter, liebenswürdiger Mann mit einem sanften Herzen. Er würde sich nicht in jemanden verlieben, der eine wilde, impulsive Seite hatte. Er brauchte jemanden, der vertrauenswürdig und ehrenwert war, so wie er selbst. Erst, da sie sich nichts im Leben mehr wünschte als Kates Liebe, hatte sie sich Reese entzogen. Warum bereute sie es dann jetzt, wo sie hier oben alleine im Dunkeln saß? Es ergab doch keinen Sinn. Irgendwie hasste sie sich sogar dafür, selbst als sie in Erinnerungen schwelgte und sich über die Lippen rieb. Sofort öffnete er die Lippen und ihre Zunge glitt in seinen Mund und umspielte seine. Zärtlich, aber entschlossen, strich sie mit der Zungenspitze über seine Lippen und fuhr sie nach, bevor sie erneut damit seine Zunge streichelte. Verdammt! Audreys Mund war unglaublich. Er war fassungslos, dass diese steife Frau so küssen konnte. Sie glich fast einer Dämonin. Als wüsste sie, dass sie jetzt das Sagen hatte und er ihr unterlegen war. Wieder strich sie mit der Zunge über seine, fast schon keck, bevor sie sie zurückzog. Zunge, flüsterte sie. Mh, stieß er stöhnend hervor, während sie lustvoll seufzte und die Zunge wieder in seinen Mund schob. Endlich reagierte er. Sie zuckte kurz zusammen, spielte dann jedoch mit und ihre Münder verschmolzen in einem sinnlichen Intermezzo. Der Kuss war unglaublich. Ihre weiche Zunge tanzte um seine herum, und sie presste die weichen Lippen gegen seine. Sie schmeckte wunderbar, warm und wie Honig. Reese wollte mehr von ihr. Er ließ die Arme sinken und legte die Hände dann an ihre Hüften, zwar dicht an ihren Hintern, aber doch so, dass er ihn nicht berührte. Er wusste, dass sie flüchten würde, wenn er das tat, und er wollte auf keinen Fall, dass dieser Kuss endete. Diese heiße, selbstsichere Audrey, die ihn da wie eine Teufelin küsste, passte überhaupt nicht zu dieser sauer-töpfischen, viel zu anständigen Frau mit dem steifen Rücken, die er so gern ärgerte, und das erregte ihn noch viel mehr. Es war eine Überraschung, die ihn unglaublich anmachte. Seine Hände umklammerten ihre Taille und drückten sie an sich. Sein Penis hatte sich bei ihrem feuchten Kuss sofort geregt, und nur Sekunden später war er steinhart. Die Art, wie sie ihre vollen Brüste an seine Brust presste, war fast genauso irritierend wie das Eindringen ihrer Zunge in seinen Mund. Nach einem Augenblick entzog sie sich ihm leise wimmernd, und ihre Lippen glänzten feucht im Mondlicht. Sie sah benommen zu ihm auf. »Ich schätze, das waren zwei Minuten.« Er stöhnte und beugte sich vor, um ihren Mund erneut zu erobern. »Scheiß auf die zwei Minuten!« Sie beugte sich nach hinten und rümpfte die Nase, als wäre sie entrüstet. »Wir hatten uns auf zwei Minuten geeinigt.« Er war ein wenig vor den Kopf gestoßen. Hatte sie den Kuss etwa nicht so genossen wie er? Sie hatte lustvoll gesolft. Ihre Lippen und ihre Zunge hatten enthusiastisch mitgemacht. Sie hatte sich an ihn gedrückt, und jetzt, wo sie ihn richtig heiß gemacht hatte, wollte sie aufhören? Er stöhnte kehlig. »Wir können gern noch weitermachen, wenn Sie möchten.« »Ich möchte aber nicht«, erwiderte sie, entwand sich ihm und machte einen Schritt nach hinten. »Das habe ich nur gemacht, weil Sie mich erpresst haben.« Irgendwie bezweifelte er das. Reese hatte ihre Reaktion durchaus mitbekommen, als seine Zunge, die ihre liebkost hatte, und ihr leises Stöhnen gehört. Aber wenn sie Spielchen mit ihm spielen wollte, dann war das auch in Ordnung. Sie würde schon merken, dass er bei solchen Floyds nicht zu schlagen war, und sie fingen ja gerade erst an. »Wie Sie wollen«, meinte er, und schaffte es nur mit Mühe, lässig zu klingen. »Gehen Sie jetzt zurück zur Hütte?« »Ja«, erwiderte sie spitz. Dann wirbelte sie herum und eilte schnellen Schrittes zum Haus zurück. Reese rieb sich die Lippen, die noch immer feucht und warm von ihrem Kuss waren, und grinste. Audrey mochte so tun, als hätte es sie nicht berührt, aber er war davon überzeugt, dass sie log. Unter der Oberfläche dieser Frau steckte viel mehr, als es den Anschein machte. Und er war entschlossen, herauszufinden, was sich da noch so verbarg. Jetzt musste er sich wohl neue Methoden ausdenken, wie er diese impulsive, feurige, kleine, rothaarige wieder hervorlocken konnte. Großer Gott, auf was hatte sie sich da nur eingelassen? Audrey lief zurück zur Hütte und rückte die Jacke dabei fest an sich. Sie atmete schnell, und ihre Beine waren wackelig und drohten nachzugeben. Aber sie blieb nicht stehen, sondern rannte die Stufen hinauf, riss die Tür auf und eilte ins Haus. Kate sah aus der Badezimmertür um die Ecke. Er hatte sich einen kleinen Holzstuhl geholt. Noch immer waren Würgegeräusche aus dem Bad zu hören, und sie wusste, dass sich Daphne noch dort aufhielt. Ist alles okay? Audrey, sein geliebtes Gesicht sah so besorgt und so wunderschön aus. Aber sie wollte ihn in diesem Augenblick eigentlich gar nicht sehen. Nicht, nachdem sie einen anderen Mann geküsst hatte. Sie schämte sich so sehr. Alles bestens, stieß Audrey hervor, doch ihre Stimme klang schriller, als ihr lieb war. Sie wurde schon wieder rot, aber aus Sorge um ihre Schwester ging sie weiter auf das Badezimmer zu. Geht es ihr gut? Kate nickte. Ich werde bei ihr bleiben und ihr Gesellschaft leisten. Daphne murmelte im Bad etwas, das Audrey nicht verstehen konnte, und sie war in diesem Augenblick sehr dankbar, dass Kate sich freiwillig anbot, um bei Daphne zu bleiben. Im Moment hätte sie das nicht gekonnt, da ihr Verstand und ihr Körper in völligem Aufruhr waren. Ich, ähm, gehe dann mal nach oben. Okay. Er drehte sich wieder zu Daphne um und sprach leise und beruhigend auf sie ein. Audrey rannte die Holztreppe nach oben, wo sich die Schlafzimmer befanden. Daphnes Schuhe lagen vor der letzten Tür, daher lag dahinter vermutlich ihr Zimmer. Sie ging hinein und runzelte die Stirn. Der Raum stand nach Zigaretten und abgestandenem Rauch. Audrey ging zum Fenster, zog die Vorhänge auf und kippte dann ein Fenster. Als die kalte Nachtluft hereindrang, zog sie die Jacke enger um sich. Sie roch nach Reese. Ihr erster Impuls war, sie sofort auszuziehen, aber stattdessen sah sie sich im Zimmer um. Es war dunkel und das einzige Licht kam vom Vollmond. Niemand würde wissen, dass sie hier oben war. Daher zog sie die Jacke vorsichtig enger an sich und schnüffelte daran. Wenn sie es sich ehrlich eingestand, dann war der Geruch wunderbar. Reese roch nach Seife, Sonne, der Natur und hatte einen würzigen, moschusartigen Duft an sich, den sie langsam mit ihm identifizierte. Als sie tief einatmete, musste sie wieder an den Kuss auf dem Steg denken, und sie sah fast schon automatisch aus dem Fenster und hielt nach der vertrauten Gestaltausschau. Er stand noch immer an der Stelle, an der sie ihn vor wenigen Minuten verlassen hatte, lehnte am Holzgeländer und hatte eine Hand an den Mund gehoben. Als sie ihn so sah, hätte sie schwören können, dass er sich die Lippen rieb. Tief in ihrem Inneren erschauerte sie. Hatte ihm der Kuss etwa auch etwas bedeutet? Er sah zur Hütte hinauf, und sie kreischte auf und rannte vom Fenster weg, um sich mit dem Rücken an die Wand zu drücken. Im nächsten Augenblick schallte sie sich für ihre Dummheit. Er konnte mit Sicherheit nicht sehen, dass sie ihn beobachtete, an der Jacke roch und seinen Geruch genoss. Aber trotzdem war ihr das unangenehm. Audrey ließ sich mit dem Rücken an der Wand zu Boden gleiten, zog die Knie an und wickelte die Jacke um ihren Körper. Kate war heute Nacht hier. Kate war hier. Und sie war nach draußen gegangen und hatte einen anderen Mann geküsst. Was stimmte bloß nicht mit ihr? Sie hatte seit Jahren davon geträumt, ein ruhiges Wochenende alleine mit Kate zu verbringen. Sie hatte sich ausgemalt, wie sie in der Zeit ihre alte, schöne Freundschaft wieder aufleben und daraus vielleicht etwas Neues entstehen ließen. Aber sie hatte ihre kranke, drogensüchtige Schwester nicht eingeplant, die Kates Zeit beanspruchte, und erst recht nicht Kates Freund, der sie innerhalb von Sekunden in den Wahnsinn treiben konnte. Doch mit Daphne kam sie klar. Kate bewunderte auch Daphne, aber sie war in ihrem erbärmlichen Zustand keine Konkurrenz, zumindest nicht auf romantischer Ebene. Aber Reese hatte sie nicht mit eingeplant. Reese, der bei ihrer Ankunft mit einer wunderschönen nackten Blondine im Whirlpool gesessen hatte. Reese, der ihr unter die Haut ging und sie mit jedem Wort und jedem Grinsen auf die Palme brachte. Reese, der sie erpresst hatte, damit sie ihn küsste. Sie hätte es ablehnen sollen. Wieso hatte sie ihm nicht gesagt, dass er Kate ruhig ihr Geheimnis verraten sollte? Was hätte denn schon Schlimmes passieren können? Aber stattdessen war sie mit Reese nach draußen gegangen, um ihn zu küssen, obwohl sie ihn und seine arrogante Art nicht ausstehen konnte. Dann hatte sie sogar noch mit ihm darüber verhandelt, wo sie sich küssen würden und wie lange der Kuss dauern sollte. Und obwohl sie ihn dafür verabscheute, dass er sie dazu gezwungen hatte, waren da doch verrückte kleine Schmetterlinge, die aufgeregt in ihrem Bauch tanzten. Es war so unglaublich heiß gewesen. Etwas, das der gute Zwilling niemals tun würde, es sei denn, er wurde dazu gezwungen. Da ihr die Kontrolle aber irgendwie entrissen worden war, hatte sie es ebenfalls tun wollen. Und nicht nur das, sie hatte Reese außerdem beweisen wollen, dass er nicht der Einzige war, der andere überraschen konnte. Daher war sie ins kalte Wasser gesprungen und hatte ihn geküsst. Sie wusste, dass sie gut küssen konnte. Trotz ihrer Gefühle für Kate hatte sie viele Freunde gehabt, wenngleich sie nur mit wenigen geschlafen hatte. Sie gab sich nicht leichtherzig hin und zog es vor, viele Wochen, manchmal sogar Monate, das endlose Petting und die Küsse zu genießen, bevor es zum eigentlichen Akt kam. Daher hatte sie sehr viel Erfahrung im Küssen und sie wusste, wie sie einem Mann damit den Kopf verdrehen konnte. Und sie hatte jeden schmutzigen Trick aus ihrem Repertoire eingesetzt, um seine Welt auf den Kopf zu stellen und sein anzügliches Grinsen verschwinden zu lassen. Sie wollte ihn auch ein bisschen aufrütteln. Aber sie hatte nicht damit gerechnet, dass sie den Kuss selbst derart genießen würde. Och, und wie sie ihn genossen hatte! Schon waren die Schmetterlinge wieder da und tanzten in ihrem Bauch, und sie presste die Oberschenkel aneinander. Seine Lippen waren so weich und voll, und er schmeckte so gut. Außerdem konnte er ebenfalls sehr gut küssen, als seine Zunge die ihre gestreichelt hatte. Waren all seine Worte darüber, dass er ihr etwas beibringen wollte, vergessen, und sie hatte den Kuss schlicht und einfach genossen. Das lag nur daran, dass es verboten gewesen war, sagte sie sich. Mehr war da nicht. Sie hätte nicht mitten in der Nacht auf dem Steg stehen und einen dreisten Fremden küssen dürfen. Sie hätte im Haus und an der Seite ihrer Schwester sein sollen, um Kate zu demonstrieren, was für eine gute und hingebungsvolle Schwester sie war. Ihm zeigen, dass sie die gute, süße Zwillingsschwester war und daher genau richtig für einen Mann, der so liebenswert, hingebungsvoll und attraktiv war wie er. Doch stattdessen hatte sie Reese Durham einen Zungenkuss gegeben. Und es hatte ihr gefallen, entsetzt vergrub Audrey das Gesicht in den Händen. Dummerweise bedeutete das aber auch, dass Reese's Duft erneut um sie herum aufstieg, da sie noch immer seine Jacke anhatte. Ihm hatte der Kuss auch gefallen. Sie hatte gemerkt, dass er über ihre anfängliche Aggressivität erst erschrocken war, doch danach hatte er es genossen. Ihr Ego hatte förmlich froh lockt, dass dieser große, selbstsichere Mann durch ihren Kuss einen Dämpfer bekommen hatte. Doch dann hatte sie sich darin verloren. Schließlich hatte er sogar noch vorgeschlagen, dass sie sich weiter küssen sollten. Doch sie hatte abgelehnt. Sie hatte das starre Pokerface der geschäftsmäßigen Audrey aufgesetzt. Aber eigentlich hätte sie viel lieber Ja gesagt. Oh, wie gern hätte sie das getan. Für einen ganz kurzen Augenblick wollte sie mal der böse Zwilling sein, der wilde Zwilling, der sich auf den Steg sinken ließ und mit einem Mann schlief, den sie kaum kannte, weil er den Teil von ihr zum Kringen brachte, den sie so angestrengt zu kontrollieren versuchte. Audrey war fest entschlossen, um jeden Preis der gute Zwilling zu sein. Kate war ein guter, liebenswürdiger Mann mit einem sanften Herzen. Er würde sich nicht in jemanden verlieben, der eine wilde, impulsive Seite hatte. Er brauchte jemanden, der vertrauenswürdig und ehrenwert war, so wie er selbst. Da sie sich nichts im Leben mehr wünschte als Kates Liebe, hatte sie sich Reese entzogen. Warum bereute sie es dann jetzt, wo sie hier oben alleine im Dunkeln saß? Es ergab doch keinen Sinn. Irgendwie hasste sie sich sogar dafür. Selbst als sie in Erinnerungen schwelgte und sich über die Lippen rieb. Als sie tief einatmete, musste sie wieder an den Kuss auf dem Steg denken, und sie sah fast schon automatisch aus dem Fenster und hielt nach der vertrauten Gestaltausschau. Er stand noch immer an der Stelle, an der sie ihn vor wenigen Minuten verlassen hatte, lehnte am Holzgeländer und hatte eine Hand an den Mund gehoben. Als sie ihn so sah, hätte sie schwören können, dass er sich die Lippen rieb. Tief in ihrem Inneren erschauerte sie. Hatte ihm der Kuss etwa auch etwas Bedeutet? Er sah zur Hütte hinauf, und sie kreischte auf und rannte vom Fenster weg, um sich mit dem Rücken an die Wand zu drücken. Im nächsten Augenblick schallt sie sich für ihre Dummheit. Er konnte mit Sicherheit nicht sehen, dass sie ihn beobachtete, an der er Jacke roch und seinen Geruch genoss. Aber trotzdem war ihr das unangenehm. Audrey ließ sich mit dem Rücken an der Wand zu Boden gleiten, zog die Knie an und wickelte die Jacke um ihren Körper. Kate war heute Nacht hier. Kate war hier. Und sie war nach draußen gegangen und hatte einen anderen Mann geküsst. Was stimmte bloß nicht mit ihr? Sie hatte seit Jahren davon geträumt, ein ruhiges Wochenende alleine mit Kate zu verbringen. Sie hatte sich ausgemalt, wie sie in der Zeit ihre alte, schöne Freundschaft wieder aufleben und daraus vielleicht etwas Neues entstehen ließen. Aber sie hatte ihre kranke, drogensüchtige Schwester nicht eingeplant, die Kates Zeit beanspruchte, und erst recht nicht Kates Freund, der sie innerhalb von Sekunden in den Wahnsinn treiben konnte. Doch mit Daphne kam sie klar. Kate bewunderte auch Daphne, aber sie war in ihrem erbärmlichen Zustand keine Konkurrenz, zumindest nicht auf romantischer Ebene. Aber Reese hatte sie nicht mit eingeplant. Reese, der bei ihrer Ankunft mit einer wunderschönen nackten Blondine im Whirlpool gesessen hatte. Reese, der ihr unter die Haut ging und sie mit jedem Wort und jedem Grinsen auf die Palme brachte. Reese, der sie erpresst hatte, damit sie ihn küsste. Sie hätte es ablehnen sollen. Wieso hatte sie ihm nicht gesagt, dass er Kate ruhig ihr Geheimnis verraten sollte? Was hätte denn schon Schlimmes passieren können? Aber stattdessen war sie mit Reese nach draußen gegangen, um ihn zu küssen, obwohl sie ihn und seine arrogante Art nicht ausstehen konnte. Dann hatte sie sogar noch mit ihm darüber verhandelt, wo sie sich küssen würden und wie lange der Kuss dauern sollte. Und obwohl sie ihn dafür verabscheute, dass er sie dazu gezwungen hatte, waren da doch verrückte kleine Schmetterlinge, die aufgeregt in ihrem Bauch tanzten. Es war so unglaublich heiß gewesen. Etwas, das der gute Zwilling niemals tun würde, es sei denn, er wurde dazu gezwungen. Da ihr die Kontrolle aber irgendwie entrissen worden war, hatte sie es ebenfalls tun wollen. Und nicht nur das, sie hatte Reese außerdem beweisen wollen, dass er nicht der Einzige war, der andere überraschen konnte. Daher war sie ins kalte Wasser gesprungen und hatte ihn geküsst. Sie wusste, dass sie gut küssen konnte. Trotz ihrer Gefühle für Kate hatte sie viele Freunde gehabt, wenngleich sie nur mit wenigen geschlafen hatte. Sie gab sich nicht leichtherzig hin und zog es vor, viele Wochen, manchmal sogar Monate, das endlose Petting und die Küsse zu genießen, bevor es zum eigentlichen Akt kam. Daher hatte sie sehr viel Erfahrung im Küssen und sie wusste, wie sie einem Mann damit den Kopf verdrehen konnte. Und sie hatte jeden schmutzigen Trick aus ihrem Repertoire eingesetzt, um seine Welt auf den Kopf zu stellen und sein anzügliches Grinsen verschwinden zu lassen. Sie wollte ihn auch ein bisschen aufrütteln. Aber sie hatte nicht damit gerechnet, dass sie den Kuss selbst derart genießen würde. Och, und wie sie ihn genossen hatte! Schon waren die Schmetterlinge wieder da und tanzten in ihrem Bauch, und sie presste die Oberschenkel aneinander. Seine Lippen waren so weich und voll, und er schmeckte so gut. Außerdem konnte er ebenfalls sehr gut küssen. Als seine Zunge die ihre gestreichelt hatte, waren all seine Worte darüber, dass er ihr etwas beibringen wollte, vergessen, und sie hatte den Kuss schlicht und einfach genossen. »Das lag nur daran, dass es verboten gewesen war«, sagte sie sich. »Mär war da nicht.« Sie hätte nicht mitten in der Nacht auf dem Steg stehen und einen dreisten Fremden küssen dürfen. Sie hätte im Haus und an der Seite ihrer Schwester sein sollen, um Kate zu demonstrieren, was für eine gute und hingebungsvolle Schwester sie war. Ihm zeigen, dass sie die gute, süße Zwillingsschwester war, und daher genau richtig für einen Mann, der so liebenswert, hingebungsvoll und attraktiv war wie er. Doch stattdessen hatte sie Reese Durham einen Zungenkuss gegeben. »Und es hatte ihr gefallen«, entsetzt vergrub Audrey das Gesicht in den Händen. »Dummerweise bedeutete das aber auch, dass Reese's Duft erneut um sie herum aufstieg, da sie noch immer seine Jacke anhatte. Ihm hatte der Kuss auch gefallen. Sie hatte gemerkt, dass er über ihre anfängliche Aggressivität erst erschrocken war, doch danach hatte er es genossen. Ihr Ego hatte förmlich froh lockt, dass dieser große, selbstsichere Mann durch ihren Kuss einen Dämpfer bekommen hatte. Doch dann hatte sie sich darin verloren. Schließlich hatte er sogar noch vorgeschlagen, dass sie sich weiter küssen sollten. Doch sie hatte abgelehnt. Sie hatte das starre Pokerface der geschäftsmäßigen Audrey aufgesetzt. Aber eigentlich hätte sie viel lieber Ja gesagt. Oh, wie gern hätte sie das getan. Für einen ganz kurzen Augenblick wollte sie mal der böse Zwilling sein, der wilde Zwilling, der sich auf den Steg sinken ließ und mit einem Mann schlief, den sie kaum kannte, weil er den Teil von ihr zum Klingen brachte, den sie so angestrengt zu kontrollieren versuchte. Audrey war fest entschlossen, um jeden Preis der gute Zwilling zu sein. Kate war ein guter, liebenswürdiger Mann mit einem sanften Herzen. Er würde sich nicht in jemanden verlieben, der eine wilde, impulsive Seite hatte. Er brauchte jemanden, der vertrauenswürdig und ehrenwert war, so wie er selbst. Da sie sich nichts im Leben mehr wünschte als Kates Liebe, hatte sie sich Reese entzogen. Warum bereute sie es dann jetzt, wo sie hier oben alleine im Dunkeln saß? Es ergab doch keinen Sinn. Irgendwie hasste sie sich sogar dafür, selbst als sie in Erinnerungen schwelgte und sich über die Lippen rieb. Manchmal sogar Monate, das endlose Petting und die Küsse zu genießen, bevor es zum eigentlichen Akt kam. Daher hatte sie sehr viel Erfahrung im Küssen und sie wusste, wie sie einem Mann damit den Kopf verdrehen konnte. Und sie hatte jeden schmutzigen Trick aus ihrem Repertoire eingesetzt, um seine Welt auf den Kopf zu stellen und sein anzügliches Grinsen verschwinden zu lassen. Sie wollte ihn auch ein bisschen aufrütteln. Aber sie hatte nicht damit gerechnet, dass sie den Kuss selbst derart genießen würde. Och, und wie sie ihn genossen hatte! Schon waren die Schmetterlinge wieder da und tanzten in ihrem Bauch und sie presste die Oberschenkel aneinander. Seine Lippen waren so weich und voll und er schmeckte so gut. Außerdem konnte er ebenfalls sehr gut küssen. Als seine Zunge die ihre gestreichelt hatte, waren all seine Worte darüber, dass er ihr etwas beibringen wollte, vergessen und sie hatte den Kuss schlicht und einfach genossen. Das lag nur daran, dass es verboten gewesen war, sagte sie sich. Mehr war da nicht. Sie hätte nicht mitten in der Nacht auf dem Steg stehen und einen dreisten Fremden küssen dürfen. Sie hätte im Haus und an der Seite ihrer Schwester sein sollen, um Kate zu demonstrieren, was für eine gute und hingebungsvolle Schwester sie war. Ihm zeigen, dass sie die gute, süße Zwillingsschwester war und daher genau richtig für einen Mann, der so liebenswert, hingebungsvoll und attraktiv war wie er. Doch stattdessen hatte sie Reese Durham einen Zungenkuss gegeben. Und es hatte ihr gefallen, entsetzt vergrub Audrey das Gesicht in den Händen. Dummerweise bedeutete das aber auch, dass Reese's Duft erneut um sie herum aufstieg, da sie noch immer seine Jacke anhatte. Ihm hatte der Kuss auch gefallen. Sie hatte gemerkt, dass er über ihre anfängliche Aggressivität erst erschrocken war, doch danach hatte er es genossen. Ihr Ego hatte förmlich froh lockt, dass dieser große, selbstsichere Mann durch ihren Kuss einen Dämpfer bekommen hatte. Doch dann hatte sie sich darin verloren. Schließlich hatte er sogar noch vorgeschlagen, dass sie sich weiter küssen sollten. Doch sie hatte abgelehnt. Sie hatte das starre Pokerface der geschäftsmäßigen Audrey aufgesetzt. Aber eigentlich hätte sie viel lieber Ja gesagt. Oh, wie gern hätte sie das getan. Für einen ganz kurzen Augenblick wollte sie mal der böse Zwilling sein, der wilde Zwilling, der sich auf den Steg sinken ließ und mit einem Mann schlief, den sie kaum kannte, weil er den Teil von ihr zum Klingen brachte, den sie so angestrengt zu kontrollieren versuchte. Audrey war fest entschlossen, um jeden Preis der gute Zwilling zu sein. Kate war ein guter, liebenswürdiger Mann mit einem sanften Herzen. Er würde sich nicht in jemanden verlieben, der eine wilde, impulsive Seite hatte. Er brauchte jemanden, der vertrauenswürdig und ehrenwert war, so wie er selbst. Da sie sich nichts im Leben mehr wünschte als Kates Liebe, hatte sie sich Reese entzogen. Warum bereute sie es dann jetzt, wo sie hier oben alleine im Dunkeln saß? Es ergab doch keinen Sinn. Irgendwie hasste sie sich sogar dafür. Selbst als sie in Erinnerungen schwelgte und sich über die Lippen rieb. Dummerweise bedeutete das aber auch, dass Reese's Duft erneut um sie herum aufstieg, da sie noch immer seine Jacke anhatte. Ihm hatte der Kuss auch gefallen. Sie hatte gemerkt, dass er über ihre anfängliche Aggressivität erst erschrocken war, doch danach hatte er es genossen. Ihr Ego hatte förmlich froh lockt, dass dieser große, selbstsichere Mann durch ihren Kuss einen Dämpfer bekommen hatte. Doch dann hatte sie sich darin verloren. Schließlich hatte er sogar noch vorgeschlagen, dass sie sich weiter küssen sollten. Doch sie hatte abgelehnt. Sie hatte das starre Pokerface der geschäftsmäßigen Audrey aufgesetzt. Aber eigentlich hätte sie viel lieber Ja gesagt. Oh, wie gern hätte sie das getan. Für einen ganz kurzen Augenblick wollte sie mal der böse Zwilling sein, der wilde Zwilling, der sich auf den Steg sinken ließ und mit einem Mann schlief, den sie kaum kannte, weil er den Teil von ihr zum Klingen brachte, den sie so angestrengt zu kontrollieren versuchte. Audrey war fest entschlossen, um jeden Preis der gute Zwilling zu sein. Kate war ein guter, liebenswürdiger Mann mit einem sanften Herzen. Er würde sich nicht in jemanden verlieben, der eine wilde, impulsive Seite hatte. Er brauchte jemanden, der vertrauenswürdig und ehrenwert war, so wie er selbst. Da sie sich nichts im Leben mehr wünschte als Kates Liebe, hatte sie sich Reese entzogen. Warum bereute sie es dann jetzt, wo sie hier oben alleine im Dunkeln saß? Es ergab doch keinen Sinn. Irgendwie hasste sie sich sogar dafür, selbst als sie in Erinnerungen schwelgte und sich über die Lippen rieb. Auf den Steg sinken ließ und mit einem Mann schlief, den sie kaum kannte, weil er den Teil von ihr zum Klingen brachte, den sie so angestrengt zu kontrollieren versuchte. Audrey war fest entschlossen, um jeden Preis der gute Zwilling zu sein. Kate war ein guter, liebenswürdiger Mann mit einem sanften Herzen. Er würde sich nicht in jemanden verlieben, der eine wilde, impulsive Seite hatte. Er brauchte jemanden, der vertrauenswürdig und ehrenwert war, so wie er selbst. Da sie sich nichts im Leben mehr wünschte als Kates Liebe, hatte sie sich Reese entzogen. Warum bereute sie es dann jetzt, wo sie hier oben alleine im Dunkeln saß? Es ergab doch keinen Sinn. Irgendwie hasste sie sich sogar dafür, selbst als sie in Erinnerungen schwelgte und sich über die Lippen rieb. Vertrauenswürdig und ehrenwert war, so wie er selbst. Da sie sich nichts im Leben mehr wünschte als Kates Liebe, hatte sie sich Reese entzogen. Warum bereute sie es dann jetzt, wo sie hier oben alleine im Dunkeln saß? Es ergab doch keinen Sinn. Irgendwie hasste sie sich sogar dafür, selbst als sie in Erinnerungen schwelgte und sich über die Lippen rieb. Wenn er im Dunkeln saß, es ergab doch keinen Sinn. Irgendwie hasste sie sich sogar dafür, selbst als sie in Erinnerungen schwelgte und sich über die Lippen rieb. Selbst als sie in Erinnerungen schwelgte und sich über die Lippen rieb. Ich über die Lippen rieb. Am nächsten Morgen wachte Audrey zusammengerollt auf ihrer Seite des breiten Bettes auf. Sie hatte auf der Bettdecke und bei geöffnetem Fenster geschlafen. Es war eiskalt im Zimmer und roch nach Kiefern und Eis, und die Jacke, die sie noch immer trug, duftete nicht mehr nach dem Mann, den sie letzte Nacht geküsst hatte. Na, dann eben nicht. Sie hatte in ihrer Kleidung geschlafen und erinnerte sich nur noch dunkel daran, dass sie eingenickt war, während sie auf ihre Zwillingsschwester gewartet hatte. Aber die andere Seite des Bettes war unberührt, und Audrey rieb sich die Augen und zog sich dann um. An diesem Tag trug sie ein schlichtes, langärmliches, graues T-Shirt und ihre Lieblingsjeans. Sie spritzte sich etwas Wasser ins Gesicht und fuhr sich dann mit den nassen Händen durchs Haar, das sie wieder zu ihrem typischen, praktischen Dutt hochsteckte. Danach ging sie nach unten. In der Hütte war kein Geräusch zu hören, und Audrey schlich durch den Flur und fragte sich, wo alle steckten. War sie als erste wach geworden? In diesem Fall konnte sie auch gleich Frühstück machen. Das würde sie ja wohl noch hinkriegen. Sie schlich ins Wohnzimmer und erstarrte. Auf dem Sofa gegenüber vom inzwischen erloschenen Kamin lag Daphne auf dem Rücken. Ihre Zwillingsschwester sah schrecklich aus. Ihre Gesichtszüge wirkten ausgemergelt, und ihr Haar war verschwitzt und klebte an ihrer blassen Haut. Ihr Kopf lag auf einem Kissen, das auf Kates Schoß ruhte, der wiederum im Sitzen schlief. Er hatte den Kopf in den Nacken gelegt, und sein blondes Haar war zerzaust. Sein Mund stand offen, und er schnarchte leise. Zwischen seinen Füßen stand ein Plastikeimer, der wahrscheinlich für Daphne bestimmt war. Sie sahen beide völlig erschöpft aus. Audreys Schuldgefühle machten sich bemerkbar, als sie sie sah. Sie hätte während der Nacht bei Daphne sein und ihr helfen müssen. Stattdessen war sie in ihrer eigenen, turbulenten Gedankenwelt gefangen gewesen. Kate hatte, wie immer ganz der Gentleman, diese Aufgabe übernommen. Audrey musterte ihn einen Moment lang und bewunderte seine klaren, attraktiven Gesichtszüge. Auf seinem Unterkiefer, dem Kinn und über der Oberlippe zeichnete sich ein dunkler Bartschatten ab, und sie stellte fest, dass sie ihn zum ersten Mal leicht zerzaust erblickte. Das kam ihr irgendwie merkwürdig vor. Selbst sein Oberhemd war zerknittert, und er hatte die Ärmel hochgekrempelt. Er sah auf seltsame Weise verletzlich aus, und sie musste bei seinem Anblick lächeln. Aber sie war froh, dass er da war. Nicht nur, weil er Daphne helfen konnte, sondern weil sie so endlich mal wieder längere Zeit zusammen waren. Sie hatte von dem Tag geträumt, an dem sie sich wiedersehen würden, und auch wenn sie es anders geplant hatte, ärgerte sie sich nicht darüber. Den heutigen Tag wollte sie allerdings an der Seite ihrer Schwester verbringen. Wenn Kate dasselbe vorhatte, war das umso besser. Sie ließ ihn vorerst schlafen und beschloss, Frühstück zu machen. Leise schlich sie durch das Wohnzimmer und öffnete die Schwingtür, durch die man in die Küche gelangte. Bei dem Anblick, der sich ihr dort bot, erstarrte sie. Leise wandte ihr seinen breiten Rücken zu, dessen Muskeln in Bewegung waren, als er etwas aus einem der Schränke holte. Er trug eine alberne, karierte Schlafanzughose, die unglaublich eng an seinem knackigen Hintern anlag, und so tief saß, dass sie seinen Steiß sehen konnte. Und dass er keine Unterhose trug. Seine Füße waren nackt. Als er sich umdrehte und bemerkte, dass sie wie versteinert in der Tür stand, grinste er sie wieder so verschmitzt an. »Guten Morgen«, flüsterte er. Sein Blick schien an ihrem Mund zu verharren. Dann bemerkte er den festgesteckten Dutt und wirkte amüsiert. »Bereit für den Kampf?« »Machen Sie sich nicht lächerlich«, flüsterte sie zurück. »Ich wollte Frühstück machen und wusste nicht, dass schon jemand aufgestanden ist.« »Was machen Sie hier?« »Sie«, erwiderte er und deutete mit dem Kartoffelschäler in seiner Hand auf sie, »komm diesen Lebensmitteln nicht zu nahe. Das Desaster gestern Abend hat mir gereicht.« Sie trat neben ihn, verschränkte die Arme vor der Brust und musterte die Dinge, die vor ihm auf der Arbeitsplatte lagen. Da stand eine Schüssel mit aufgeschlagenen Eiern, eine weitere mit Pfannkuchenteig, und er hatte einen Berg abgewaschener Kartoffeln vor sich liegen. »Was soll das werden? Erzählen Sie mir jetzt nicht, Sie hätten beschlossen, für uns zu kochen.« »Einer muss es ja machen«, konterte er mit schiefem Grinsen, »und die beiden im Wohnzimmer sehen aus, als hätten sie eine harte Nacht hinter sich.« »Da haben Sie recht«, stimmte sie ihm zu. »Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht geholfen habe.« »Ich nicht«, entgegnete er. »Sie waren damit beschäftigt, mich bei Laune zu halten.« Sie schlug ihm auf den Arm und nahm eine Kartoffel in die Hand. »Soll ich die schälen?« »Ich weiß nicht«, er lehnte sich an die Arbeitsplatte und schaute auf sie herab. »Kriegen Sie das hin?« Sie starrte ihn wütend an. »Ich bin nicht gänzlich unbegabt.« »Oh, das habe ich gemerkt«, erklärte er, und sie bekam rote Wangen. Als es in ihrem Magen zu flattern begann, biss sie sich auf die Lippen. »Aber ich habe von den Kartoffeln gesprochen.« Sie verdrehte die Augen und nahm ihm den Kartoffelschäler aus der Hand. Dann schnappte sie sich ein paar Kartoffeln und ging zum Mülleimer. »Ich schäle und Sie kochen.« »Wie Sie wollen«, meinte er und reichte ihr die restlichen Kartoffeln. Er holte eine Pfanne aus dem Schrank, stellte sie auf den Herd und drehte dann so beiläufig an den Knöpfen, als hätte er schon jede Menge Mahlzeiten zubereitet. Dabei pfiff er leise, und als er zum Kühlschrank ging und sich vorbeugte, platzte beinahe seine Hose. Audrey erstarrte beim Anblick seines in die Luft geregten Hinterns, über den sich der Stoff erschreckend straff spannte. Sie konnte seine Po-Ritze deutlich sehen, und er hatte einen sehr ansehnlichen Hintern. Sie starrte ihn einige Sekunden lang an und zwang sich dann, sich wieder auf die Kartoffeln zu konzentrieren, während er sich aufrichtete und sich mit einer Packung Speck in der Hand wieder umdrehte. Die Kartoffeln in ihrer Hand bekamen ein paar merkwürdige Schrammen. »Haben Sie etwa meinen Hintern angestarrt, Audrey?« Sie seufzte schwer. »Sie haben ihn in die Luft gereckt, Reese. Er ließ es sich nicht vermeiden. Hat Ihnen der Anblick gefallen?« »Nein!« antwortete sie, so zickig sie konnte. »Sie haben Zillulitis!« Er lachte leise. »Sie lügen. Sie sind ganz rot geworden.« Sie starrte ihn wütend an und schabte noch fester an der Kartoffel herum. Er zog ein Messer aus einem Messerblock und deutete damit auf sie. »Versuchen Sie, noch ein bisschen was von der Kartoffel zum Braten übrig zu lassen.« Als sie auf die Kartoffel herabblickte, stellte sie fest, dass sie sie in ihrer Wut bereits ziemlich malträtiert hatte. Schnell entfernte sie die restliche Schale, legte die Kartoffel auf die Arbeitsplatte, warf ihm einen gereizten Blick zu und griff nach der nächsten. »Dann reisen Sie also heute ab?« »Nein.« Er legte ein paar Speckstreifen in die Pfanne. »Ich brauche ohnehin Urlaub. Und das hat sich durch Camillas Verschwinden. Nicht geändert.« Wütend schabte sie an der nächsten Kartoffel herum. »Sie sind hier nicht willkommen.« »Eigentlich,« korrigierte er sie entspannt, »bin ich das durchaus.« Er legte den restlichen Speck zurück in den Kühlschrank. »Nur weil Sie nicht mit mir gerechnet haben, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht hier sein darf.« »Meine Schwester versucht clean zu werden. Sie kann jemanden wie Sie nicht gebrauchen, der Sie dabei stört.« »Habe ich Sie denn gestört?« »Hat Sie Ihnen gegenüber erwähnt, dass Sie mich nicht hier haben will?« »Ach, stimmt ja.« »Das können Sie gar nicht wissen, weil Sie zu sehr damit beschäftigt waren, Kate anzuhimmeln und Zeit mit mir zu verbringen, anstatt mit ihr.« Audrey bearbeitete die Kartoffel immer heftiger. »So war das doch gar nicht. Ich...« Ein heftiger Schmerz schoss durch ihren Finger, der sofort zu bluten begann. Sie hatte sich geschnitten. Reese seufzte, nahm ihr die Kartoffel aus der Hand und warf sie ins Spülbecken. Mussten Sie sich denn gleich verletzen? Bevor sie protestieren konnte, packte er ihre Taille und setzte sie neben dem Spülbecken auf die Arbeitsplatte, als würde sie nicht das Geringste wiegen. Sie staunte. Daphne war ein Fliegengewicht, Audrey hingegen... Nun ja, Audrey war robust, wenn man es schmeichelhaft ausdrücken wollte. Aber er hatte sie hochgehoben, als wäre das gar nichts. Als er ihren Finger aus der Faust zog, mit der sie ihn umklammerte, ließ sie zu, dass er die Wunde untersuchte, und starrte ihn erstaunt und verwirrt an. Ruhig drehte er den Wasserhahn auf und hielt ihren Finger darunter. Mit der freien Hand öffnete er eine Schublade und nahm ein Päckchen mit Pflastern heraus. Aus genau diesem Grund wollte ich nicht, dass Sie kochen, Audrey, sagte er spöttisch. Sie haben ein aufbrausendes Temperament und können sich nicht konzentrieren, wenn Sie wütend werden. Er sah sie von unter seinen erstaunlich dichten Wimpern an. Und in meiner Gegenwart scheinen Sie ständig wütend zu sein. Das stimmt doch gar nicht, widersprach sie ihm leise, auch wenn er recht hatte. Sie hatte so hart daran gearbeitet, in allen Bereichen ihres Lebens kontrolliert und effizient zu sein, aber dieser Mann schien all ihre Bemühungen im Handumdrehen zunichte zu machen. Er drehte den Wasserhahn wieder zu. Als er ein Pflaster aus der Packung nahm, drang erneut ein Tropfen Blut aus der Wunde. »Es blutet noch immer«, merkte sie an. Reese beugte sich vor, leckte die kleine Wunde ab und klebte dann das Pflaster darauf, während sie schockiert und wie erstarrt da saß. Bei der Berührung seiner Zunge war ihr ganz warm geworden. Sie presste die Oberschenkel aneinander. »Das hätten Sie nicht tun sollen«, hauchte sie und war überrascht, weil ihre Stimme auf einmal so rau klang. Er sah sie an, und sein Blick ging erst zu ihrem Mund und dann wieder zu ihren Augen. »Wieso nicht?« »Ich könnte eine schlimme Krankheit haben«, sein freches Grinsen umspielte erneut seine Lippen. »Sie? Miss Ordentlich? Miss Jedes Haar an seinem Platz? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie im Bett auch Miss geht auf Nummer sicher sind.« Irgendwie klang das bei ihm, als wäre sie eine stinklangweilige Frau. Das störte sie dann doch. »Sie haben nicht die geringste Ahnung, wie ich im Bett bin«, stieß sie hervor. Einen Sekundenbruchteil später hätte sie diese Worte am liebsten wieder zurückgenommen. »Ich würde es aber gern herausfinden«, sagte Reese und kam näher. Sein warmer, moschusartiger Geruch stieg ihr wieder in die Nase, und sie atmete schneller. Einen Augenblick lang glaubte sie schon, er würde sie küssen oder berühren, und verlangend stieg in ihr auf, während ihr Puls zwischen ihren Beinen pochte und sich ihr ganzer Körper nach ihm sehnte. Aber er reichte ihr nur eine Hand, um ihr von der Arbeitsplatte herunterzuhelfen. Sie nahm seine Hand und sah ihn dann verwirrt an. »Der Speck brennt an«, erklärte er nur und drehte sich wieder zum Herd um. »Decken Sie schon mal den Tisch? Dabei können Sie sich hoffentlich nicht verletzen.« Als er ihr den Rücken und seinen Knackarsch zuwandte, hätte sie ihn wirklich gern getreten, am liebsten in diesen wundervollen Hintern. Das Frühstück war unglaublich. Bis Audrey den Tisch gedeckt hatte, war Reese mit einem Teller voll perfekt gebratenem Speck, einem Stapel Pfannkuchen und dem perfektesten Rührei, das sie je gesehen hatte, aufgetaucht. Außerdem gab es noch einen Teller mit Toast und eine Kanne Kaffee, die auf einer Warmhalteplatte stand, und alles sah lecker aus und roch wundervoll. Audrey war beeindruckt. Wie konnte sich dieser arrogante, gut aussehende Idiot als derart häuslicher Mensch entpuppen, zumindest was das Kochen betraf? Gegen ihn waren ihre Versuche am Herd jämmerlich. Sie musste es unbedingt herausfinden. Enries Durham schlummerte mehr, als man ihm ansah. Das wurde immer offensichtlicher. Sie vergaß das alles jedoch wieder, als Daphne und Kate hereinkamen. Ihre Zwillingsschwester sah blass und leicht grünlich aus, und ihr Haar war fettig und zerzaust. Daphne presste die Lippen aufeinander, und ohne die falschen Wimpern und das dick aufgetragene Make-up sah sie kränklich, müde und viel zu alt aus. Audrey eilte sofort zu ihr und legte ihr einen Arm um die Taille. Wie fühlst du dich? Daphne schob sie gereizt von sich weg. Mir geht es gut, lass mich in Ruhe. Mann, du bist eine richtige Glucke. Verletzt trat Audrey einen Schritt zurück und sah Kate an, der müde aussah, ihr jedoch ein sanftes Lächeln schenkte. Danke, dass du Frühstück gemacht hast, Audrey. Du hast dich selbst übertroffen. Oh, das... Bevor sie ihren Protest aussprechen konnte, tauchte Reese hinter ihr auf und schlug ihr auf die Schulter. Das hat sie super gemacht, nicht wahr? Ich bin heute Morgen aufgewacht und da stand sie schon schuftend in der Küche. Audrey warf ihm einen vernichtenden Blick zu, aber er grinste nur auf sie herab. Was hatte er jetzt wieder vor? Daphne ließ sich auf den nächstbesten Stuhl sinken und drückte dann eine Hand an ihren Mund. Ich kann davon nichts essen. Schon beim Anblick dreht sich mir der Magen um. Du solltest aber etwas essen, protestierte Audrey, die immer unruhiger wurde. Daphne sah richtig gehend krank aus. Ich esse was, wenn ich meine nächste Pille gekriegt habe, erklärte Daphne und sah Kate hoffnungsvoll an. Er sah auf die Uhr und schüttelte dann den Kopf. Das wird leider noch zwölf Stunden dauern. Daphne verzog den Mund und schob den Teller vor sich weg. Dann esse ich auch erst in zwölf Stunden. Daphne, begann Audrey. Du bist nicht meine Mutter, Audrey, also halt einfach die Klappe. Reese trat vor und stellte zu Audres Überraschung eine Tasse vor Daphne, in die er schwarzen Kaffee eingoss. Dann legte er zwei Toastscheiben auf ihren Teller und deutete darauf. Ich bin auch nicht ihre Mutter, aber sie werden das jetzt essen. Er zeigte auf die Tasse. Und sie werden den Kaffee trinken und aufhören sich zu beschweren. Schweigen breitete sich im Raum aus. Und dann räusperte sich Kate. Na, wir anderen können aber wenigstens was essen. Er zog den Stuhl neben Daphne unter dem Tisch hervor. Reese klopfte auf den Stuhl an der Stelle, an der Audrey noch neben ihrer Zwillingsschwester stand. Warum setzt du dich nicht neben Audrey, Kate? Das würde ihr bestimmt gefallen. Audrey starrte Reese an. Mann, konnte es denn nicht noch offensichtlicher machen? Kate grinste sie an. Ich hatte eigentlich eher den Eindruck, dass sie lieber neben dir sitzen möchte, Reese. Großer Gott, glaubte Kate etwa, sie würde sich für Reese interessieren? Das wäre ihr größter Albtraum. Ich kann dir versichern, dass ich auf gar keinen Fall neben Reese sitzen möchte. Na, wenn das so ist, meinte Kate und rückte Audrey einen Stuhl zurecht. Sie setzte sich und strahlte ihn an. Er war so ein wundervoller Mann. Daphne schnaubte, nahm eine trockene Toastscheibe in die Hand, knabberte daran herum und warf Reese einen hasserfüllten Blick zu, als er sich neben sie setzte. Genauso verlief der Rest ihrer ersten gemeinsamen Mahlzeit in der Jagdhütte. Daphne aß widerwillig einige Bissen, Kate saß neben Audrey und sorgte dafür, dass die Unterhaltung nicht ins Stocken geriet, wobei er alle mit einbezog, sodass sich niemand vernachlässigt fühlte. Reese saß ihr gegenüber und grinste sie frech an, während sie das köstliche Frühstück genoss, das er zubereitet hatte, auch wenn er behauptete, dass sie es gewesen wäre. Das war eine ziemlich verzwickte Situation, fand Audrey, und sie konnte sich gut vorstellen, dass sie bald noch verzwickter werden würde. Audrey fühlte sich schuldig, und so blieb sie den ganzen Tag lang an Daphnes Seite. Sie half ihrer Schwester beim Duschen, da sich Daphne zu schwach fühlte, um alleine auf den Beinen zu bleiben, und als Daphne ein Nickerchen machte und sich dann im Bett übergab, bezog Audrey sofort alles neu und machte die Wäsche, ohne zu meckern. Daphne war hingegen die ganze Zeit mürrisch und nicht besonders nett zu Audrey, woraufhin diese noch mehr versuchte, es Daphne recht zu machen. Sie wusste, dass Daphne gerade eine schwere Zeit durchmachte, und wollte ihr helfen, das durchzustehen. Sie räumte hinter ihrer Schwester her, machte ihr Toast, als sie Hunger bekam, und las im Schlafzimmer ein Buch, während Daphne schlief. Wenn Daphne wach war und sich übergab, säuberte Audrey den Eimer und wischte ihrer Schwester das Gesicht ab. Sie packte ihre Sachen aus und blieb in Bewegung. Kurz gesagt, sie war immer da. Dabei war sie nicht einmal der Meinung, dass Daphne ihre Bemühungen zu schätzen wusste. Das tat sie definitiv nicht. Daphne brauchte sie eigentlich gar nicht. Aber sie fühlte sich so schuldig, dass sie Daphne einfach nicht alleine lassen konnte. Dabei fühlte sie sich wegen vieler Dinge schuldig, weil es Daphne so schlecht ging und sie am Vorabend trotzdem Kate überlassen hatte, weil Daphne sie ablehnte, weil sie sich darauf konzentrieren sollte, ihrer Schwester zu helfen, anstatt auf ihre Vernahrtheit in Kate. Außerdem fühlte sie sich ungemein schuldig, weil sie Reese geküsst hatte und weil er sie an diesem Morgen auf die Arbeitsplatte gehoben und ihren Finger abgeleckt hatte. Am schlimmsten war jedoch, dass sie bei beidem derart erregt gewesen war. Sie war in Kate verliebt und wollte für Daphne da sein. Warum konzentrierte sie sich dann derart auf Reese Durham? Sie mochte den Mann doch nicht mal. Er war ein Idiot und ein Playboy, zwei Dinge, die sie verabscheute. Sie waren in jeglicher Hinsicht verschieden. Er hatte sie sogar erpresst, damit sie ihn küsste. Aber in seiner Nähe fühlte sie sich lebendig und ein bisschen wild und sorglos und natürlich ungemein erregt. Das alles war ganz schlecht. Sie war doch der gute Zwilling. Sie war wegen ihrer Schwester hier. Audrey war hier, weil Daphne sie brauchte und weil sie Zeit mit Kate verbringen wollte. Reese spielte bei all diesen Überlegungen überhaupt keine Rolle. Also kümmerte sie sich um Daphne und bemutterte sie, bis ihre Schwester jedes Mal ihre Hand wegstieß, wenn sie ihr ein feuchtes Tuch auf die Stirn legen wollte. Sie versuchte weiterhin, sich nützlich zu machen, bis Daphne sie anschrie, dass sie endlich verschwinden sollte. Einen Augenblick später kam Kate mit einer Pille und einem Glas Wasser in der Hand herein und Daphne wurde sofort wieder lammform. Da fühlte sich Audrey noch schlechter. Also ging sie mit ihrem Buch nach unten, um ihre Schwester vorerst in Ruhe zu lassen. Sie sah sich in der Hütte nach Reese um, weil sie mit ihm reden wollte. Aber er war offenbar spazieren gegangen, und sie versuchte sich einzureden, dass die Enttäuschung, die sie daraufhin empfand, töricht war. Sie legte sich auf die Couch vor dem Kamin und begann zu lesen, düste aber kurz darauf ein. Als sie wieder aufwachte, war es dunkel, das Feuer war ausgegangen, und irgendjemand hatte ihr Buch auf den Boden gelegt und sie mit einer Decke zugedeckt. Audrey wickelte die Decke um sich und ging die Treppe hinauf, um nach Daphne zu sehen. Ihre Schwester lag mit schweißbedeckter Stirn im Bett, und der Eimer stand in Reichweite. Sie hatte sogar die Bettdecke durchgeschwitzt. Vielleicht war die Couch doch keine so schlechte Idee. Sie ging wieder nach unten, wickelte sich wieder in die Decke und stellte sich vor, dass Kate sie gesehen und liebevoll zugedeckt hatte. Aber aus irgendeinem Grund erschien auf Kates Gesicht ein freches Grinsen, das gar nicht zu Kate passte und von einem Ziegenbart umrahmt war. Und sie bildete sich ein, dass die Decke nach Reese duftete. Am nächsten Morgen wachte Audrey vom Klappern von Töpfen und Pfannen in der Küche auf. Sie gähnte, rieb sich die Augen, kroch unter der Decke hervor und marschierte in die Küche. Natürlich traf sie dort auf Reese, der in einem großen Topf herumrührte, der auf dem Herd stand. Es roch nach frischem Kaffee. Einen Augenblick lang genoss sie den Anblick seines Hinterns, dann räusperte sie sich allerdings, um auf sich aufmerksam zu machen. Er drehte sich um und lächelte sie an. Guten Morgen, Sonnenschein! Aus irgendeinem Grund wurde ihr ganz warm und schwummerig, als er sie so offen erfreut ansah. Ach, das sind nur die Hormone, nichts weiter! Sie war vermutlich einfach nur froh, dass ihr mal wieder jemand etwas Nettes sagte und sie nicht verfluchte oder um Pillen anbettelte. Sie sah in den Topf. Was gibt es denn heute zum Frühstück? Sie haben beschlossen, einen großen Topf Haferbrei zu kochen, da Ihre Schwester den trotz ihres Magens essen kann, antwortete er fröhlich und gab etwas braunen Zucker in die Masse. Eine sehr kluge Entscheidung! Ich bin eine hervorragende Köchin, erwiderte sie trocken. Verraten Sie mir, warum Sie behauptet haben, ich hätte Frühstück gemacht. Sie wollen hier einen Mann bezürzen, erwiderte er. Da kann es doch nicht schaden, wenn Kate glaubt, Sie wären eine Göttin in der Küche. Er mag traditionelle Frauen. Wirklich? Das musste sie sich merken. Dann sollte ich Ihnen wohl danken. Er zuckte mit den Achseln und musterte ihr Haar. Schlecht geschlafen? Sie runzelte die Stirn. Wie kommen Sie auf die Idee? Ihr Dutt hängt ganz schief. Audrey betastete ihre Haare. Er hatte Recht, der Dutt hing schief und war im Begriff, sich zu lösen. Verdammt! Reese legte den Kochlöffel hin, drehte sich zu ihr um und streckte die Hände aus. Ich bringe das für Sie in Ordnung. Sie war irritiert, stand jedoch still und ließ die Hände sinken. Das ist sehr nett von Ihnen. Ach, Quatsch, ich will nur wissen, wie Ihre Haare aussehen, wenn Sie sie nicht im Oma-Stil tragen. Dann schnitt er das Haarband mit einer Schere durch. Sie kreischte auf und versuchte, sich ihm zu entziehen, während er mit den Fingern durch ihr Haar fuhr, sodass es locker ihr Gesicht umspielte. Sie blöd, Mann! Wow, all dieses ungezähmte, offene Haar, neckte er sie und versuchte noch einmal mit den Fingern hindurchzufahren. Sie sehen aus wie eine Wilde. Was sollen denn die Leute denken? Sie versetzte ihm einen spielerischen Schlag in die Magengrube und wollte einen Schritt nach hinten machen. Sie sind wirklich ein widerlicher Kerl! All dieses rote, wundervolle Haar, säuselte er und massierte ihre Kopfhaut, wobei er ihre Schimpftierade ignorierte. Wenn Sie einen Mann suchen, dann sollten Sie es offen tragen, anstatt so auszusehen wie eine verschrobene Schulmeisterin. Ich bin keine verschrobene Schulmeisterin, stieß sie schnaubend hervor, entwand sich ihm und schlug nach seinen Händen, als er erneut durch ihre Haare streichen wollte. Das sagen Sie nur, weil Sie insgeheim auf verschrobene Schulmeisterinnen stehen. Glauben Sie? Ich glaube, dass Sie mich nur aus dem Grund unbedingt küssen wollten, fauchte sie. Ich... Hey, Kate! sagte Reese schnell und sah über ihre Schulter. Sie keuchte und wirbelte herum. Da war niemand. Dieser Idiot! Audrey drehte sich um und schlug Reese mit der Handfläche auf den Arm. Sein schämisches Grinsen ignorierte sie. Sie sind echt ein Arschloch! Und Sie sind so durchschaubar! Er musterte ihr Haar noch einmal anerkennend, nahm dann den Holzlöffel wieder in die Hand und rührte den Haferbrei um. Warum sagen Sie dem Mann nicht einfach, dass Sie ihn lieben? Er wird es so oder so herausfinden, wenn Sie ihn weiterhin so anhimmeln. Ich himmle ihn überhaupt nicht an, widersprach sie und goss sich einen Kaffee ein. Oh doch, entgegnete er. Das sieht doch jeder, dass Sie scharf auf ihn sind. Was hat er denn an sich, dass sie so heiß macht? Ist es seine Art, den weißen Ritter zu spielen? Das blonde Haar? Sein Geld? Sie schnaubte und beschloss nicht, darauf zu antworten. Hm, es ist das Geld, sagte er gerissen. Ich wusste es. Das stimmt doch gar nicht, stieß sie mit zusammengebissenen Zähnen hervor. Kate ist anders als die meisten Männer, das ist alles. Inwiefern ist er anders? Weil er nicht versucht, ihnen unter den Rock zu gucken? Er sah sie erneut bewundernd an, und sein Blick ruhte auf ihrem offenen Haar. War das etwa Interesse in seinen Augen? Himmel, er war so ein Schwein! Und warum hatte sie auf einmal das Gefühl, ihm gefallen zu wollen? Sie war ja bald genauso verdorben wie er. Kate ist ein Gentleman, erklärte sie. Ich weiß nicht, warum ich Ihnen erklären muss, was ich an Kate mag. Aber eigentlich mag ich alles an ihm. Die Art, wie er die Bedürfnisse anderer über seine eigenen stellt. Die Art, wie er uns immer beschützt. Dass er zu jedem nett und höflich ist. Er ist klug und erfolgreich, ohne dabei seine Integrität zu verlieren. Solche Menschen sind selten. Sie warf ihm einen Seitenblick zu und pustete in ihren Kaffee, bevor sie hinzufügte. Die meisten Männer scheinen andere Menschen einfach nur zu benutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Spielen Sie damit auf mich und die Erben im Whirlpool an? Das können Sie ruhig offen aussprechen. Damit verletzen Sie meine Gefühle nicht. Genau darauf beziehe ich mich, sagte sie spitz. Ein Mann wie Kate würde so etwas nie tun. Das stimmt, gab er zu und sah sie an. Er schien nicht beleidigt zu sein. Vielmehr sah er sie auf einmal fast schon herausfordernd an. Wollen Sie wissen, was der wahre Unterschied zwischen Kate und mir ist? Ich kriege wirklich, was ich will. Kate ist zu höflich, um zuzugeben, dass er etwas haben möchte, und deswegen wird er als unglücklicher Mann enden. Ich hingegen nehme mir, was ich will, und dabei ist es mir scheißegal, was andere darüber denken. Man kann nicht sein ganzes Leben lang versuchen, es immer nur den anderen recht zu machen. Denn dann ist man am Ende der Einzige, der unglücklich ist. Und woher wissen Sie, was Kate will? Ich bin sein Freund und kann es erkennen. Und ich bin nicht seine Freundin? Er zuckte mit den Achseln. Ich glaube, dass Ihre Gefühle für ihn oder das, was Sie dafür halten, sie daran hindern, zu erkennen, was er wirklich will. Sie verdrehte die Augen. Ich weiß durchaus, was ich für Kate empfinde, ohne dass ich dafür Ihre Hilfe benötige. Na, dann ist's ja gut. Wie gut kann er denn küssen? Sie klappte den Mund auf und schloss ihn sofort wieder. Das geht Sie nichts an. Sie werden rot und haben schon wieder diesen zickigen Unterton. Wir haben ihn noch nie geküsst, oder? Er hat mich schon geküsst, brach es aus ihr heraus, und sie musste daran denken, wie er sie vor all den Jahren auf die Wange geküsst hatte. Ein Kuss auf die Wange zählt nicht, erklärte Reese, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Sie schwieg. Hm. Okay, das war überflüssig. Was sollte dieses kleine Hm denn heißen, wollte sie wissen. Nichts. Das ist gelogen. Ich habe mich nur gefragt, wieso Sie den Mann, in den Sie verliebt sind, noch nie geküsst haben. Mich hingegen schon. Wegen einer Wette. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Wette und einer Erpressung, nur damit Sie es wissen. Eine solche Wette hätte ich niemals angenommen. Wären Sie zu feige dazu? Audrey knirschte mit den Zähnen. Ich bin nicht feige. Anscheinend sind Sie zu feige, um Kate zu küssen. Woher soll ich wissen, ob Sie zu feige für eine Wette sind? Offenbar macht die kleine Miss Perfect sowas nicht mit. Das ist ihr viel zu riskant. Aus irgendeinem Grund ärgerte sie sich sehr darüber, als kleine Miss Perfect bezeichnet zu werden. Bei ihm klang es fast so, als wäre es schlecht, ein guter Mensch zu sein. Ich küsse Kate, wenn ich es will. Aber er soll jetzt noch nicht wissen, dass ich in ihn verliebt bin. Feigling. Ich bin kein Feigling. Dann beweisen Sie es. Reese's Augen funkelten. Wie wäre es mit einer kleinen Wette? Sie hatte das Gefühl, in die Ecke gedrängt worden zu sein. Außerdem waren die Schmetterlinge in ihrem Bauch schon wieder da. Als Reese sie so verschmitzt ansah, wurde ihr ganz anders. Was für eine Wette! Wenn Sie Kate bis Sonnenuntergang küssen, werde ich abreisen. Sie riss die Augen auf. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Ich soll Kate küssen und werde die größte Nervensäge aller Zeiten los? Ich bin dabei!« Er legte eine Hand auf seine Brust. »Sie verletzen mich, Audrey. Werden Sie mich denn gar nicht vermissen?« »Nicht eine Sekunde!« erwiderte sie Torken, auch wenn die Schmetterlinge in ihrem Bauch anderer Meinung waren. »Dann muss ich also bloß Kate küssen, damit Sie ihre Sachen packen und verschwinden?« »Abgemacht.« »Augenblick mal!« Er legte den Kochlöffel weg und schaltete den Herd aus. Nachdem er den Topf runtergenommen hatte, drehte er sich zu Audrey um. »Nicht so schnell. Sie müssen Kate vor meinen Augen küssen. Nicht, dass Sie es hinterher bloß behaupten und mich anlügen, um mich loszuwerden. Ich muss es sehen.« »In Ordnung.« »Auf den Mund, mit Zunge und allem. Das dürfte Ihnen ja nicht schwerfallen, wenn Sie den Mann wirklich lieben.« Er grinste breit. »So, wie Sie mich gestern Abend geküsst haben.« Sie wurde puterrot. »Okay. Dann fangen Sie lieber schon mal an zu packen.« »Ach, ich glaube nicht, dass ich das tun muss,« erwiderte er und musterte sie. »Ich bezweifle, dass Sie das durchziehen. Und wenn Sie es nicht tun?« Sie zog fragend eine Augenbraue hoch und war gespannt, was er als nächstes sagen würde. Wollte er noch einen Kuss? Bei dem Gedanken wurde ihr ganz warm im Bauch. Seltsamerweise hatte sie nichts dagegen, Reese noch einmal zu küssen, obwohl es schmutzig und falsch war. »Dann gehen wir heute Nacht nackt baden.« Audrey riss den Mund auf. »Wie bitte?« Er kam auf sie zu, ragte vor ihr auf und stemmte rechts und links neben ihr die Hände auf die Arbeitsplatte. »Rede ich so undeutlich?«, fragte er grinsend. »Sie, ich, nackt im See, heute Nacht.« »Aber nur, wenn Sie die Sache nicht durchziehen. Sollten Sie es tun, dann«, er zuckte mit den Achseln, »dann bin ich vor Sonnenaufgang verschwunden.« »Versprochen.« Sie hielt inne und dachte darüber nach. Das war eine ebenso verrückte wie lächerliche Wette. Und sie wollte sie auf keinen Fall ablehnen. Falls sie gewann, dann in jeder Hinsicht. Reese würde verschwinden, er würde nicht länger die Stimmung in der gemütlichen Jagdhütte stören, und sie könnte ihre Zeit endlich Kate widmen. Und ihrer Schwester. Außerdem sollte sie Kate küssen. Hallo? Das war doch an sich schon eine Belohnung. Audrey trommelte nachdenklich mit den Fingern gegen ihre Unterlippe. Allerdings musste sie den Kuss initiieren, da Kate ihr gegenüber bisher noch kein besonders großes Interesse gezeigt hatte. Sie wusste, dass er sie für eine Freundin oder kleine Schwester hielt. Aus diesem Grund würde er sie auch nie von sich aus küssen, und erst recht nicht mit Zunge. Sie musste auf ihn zugehen, ihn sich schnappen und ihn so küssen, wie sie es bei Reese getan hatte. Dazu musste sie allerdings erst mal ihren Mut zusammennehmen. Sehr viel Mut. Aber wenn sie gewann, falls sie jedoch verlor, würde sie mit diesem frechen, dreisten Affen vor sich nackt baden gehen. Sie hatte den Idioten bereits geküsst, und jetzt stimmte sie auch noch zu, sich vor ihm auszuziehen, wenn sie die Wette verlor. Aber er würde gehen, wenn sie Kate küsste. War das nicht genau das, was sie wollte? Sie würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie sah zu ihm auf. Sein Grinsen gab ihr zu verstehen, dass er felsenfest davon ausging, heute Nacht mit ihr nackt baden zu gehen. Er dachte, sie würde es nicht schaffen. Audrey hielt ihm mit klopfendem Herzen die Hand hin. Die Wette gilt! Wenn ich gewinne, verschwinden sie. Wenn sie gewinnen, gehen wir nackt baden. Reese schlug ein, und sie schüttelten sich die Hände. Sie half ihrer Schwester beim Duschen, da sich Daphne zu schwach fühlte, um alleine auf den Beinen zu bleiben, und als Daphne ein Nickerchen machte und sich dann im Bett übergab, bezog Audrey sofort alles neu und machte die Wäsche ohne zu meckern. Daphne war hingegen die ganze Zeit mürrisch und nicht besonders nett zu Audrey, woraufhin diese noch mehr versuchte, es Daphne recht zu machen. Sie wusste, dass Daphne gerade eine schwere Zeit durchmachte, und wollte ihr helfen, das durchzustehen. Sie räumte hinter ihrer Schwester her, machte ihr Toast, als sie Hunger bekam, und las im Schlafzimmer ein Buch, während Daphne schlief. Wenn Daphne wach war und sich übergab, säuberte Audrey den Eimer und wischte ihrer Schwester das Gesicht ab. Sie packte ihre Sachen aus und blieb in Bewegung. Kurz gesagt, sie war immer da. Dabei war sie nicht einmal der Meinung, dass Daphne ihre Bemühungen zu schätzen wusste. Das tat sie definitiv nicht. Daphne brauchte sie eigentlich gar nicht. Aber sie fühlte sich so schuldig, dass sie Daphne einfach nicht alleine lassen konnte. Dabei fühlte sie sich wegen vieler Dinge schuldig. Weil es Daphne so schlecht ging und sie am Vorabend trotzdem Kate überlassen hatte, weil Daphne sie ablehnte, weil sie sich darauf konzentrieren sollte, ihrer Schwester zu helfen, anstatt auf ihre Vernahrtheit in Kate. Außerdem fühlte sie sich ungemein schuldig, weil sie Reese geküsst hatte und weil er sie an diesem Morgen auf die Arbeitsplatte gehoben und ihren Finger abgeleckt hatte. Am schlimmsten war jedoch, dass sie bei beidem derart erregt gewesen war. Sie war in Kate verliebt und wollte für Daphne da sein. Warum konzentrierte sie sich dann derart auf Reese Durham? Sie mochte den Mann doch nicht mal. Er war ein Idiot und ein Playboy, zwei Dinge, die sie verabscheute. Sie waren in jeglicher Hinsicht verschieden. Er hatte sie sogar erpresst, damit sie ihn küsste. Aber in seiner Nähe fühlte sie sich lebendig und ein bisschen wild und sorglos und natürlich ungemein erregt. Das alles war ganz schlecht. Sie war doch der gute Zwilling. Sie war wegen ihrer Schwester hier. Audrey war hier, weil Daphne sie brauchte und weil sie Zeit mit Kate verbringen wollte. Reese spielte bei all diesen Überlegungen überhaupt keine Rolle. Also kümmerte sie sich um Daphne und bemutterte sie, bis ihre Schwester jedes Mal ihre Hand wegstieß, wenn sie ihr ein feuchtes Tuch auf die Stirn legen wollte. Sie versuchte weiterhin, sich nützlich zu machen, bis Daphne sie anschrie, dass sie endlich verschwinden sollte. Einen Augenblick später kam Kate mit einer Pille und einem Glas Wasser in der Hand herein, und Daphne wurde sofort wieder lammfromm. Da fühlte sich Audrey noch schlechter. Also ging sie mit ihrem Buch nach unten, um ihre Schwester vorerst in Ruhe zu lassen. Sie sah sich in der Hütte nach Reese um, weil sie mit ihm reden wollte. Aber er war offenbar spazieren gegangen, und sie versuchte, sich einzureden, dass die Enttäuschung, die sie daraufhin empfand, töricht war. Sie legte sich auf die Couch vor dem Kamin und begann zu lesen, düste aber kurz darauf ein. Als sie wieder aufwachte, war es dunkel, das Feuer war ausgegangen, und irgendjemand hatte ihr Buch auf den Boden gelegt und sie mit einer Decke zugedeckt. Audrey wickelte die Decke um sich und ging die Treppe hinauf, um nach Daphne zu sehen. Ihre Schwester lag mit schweißbedeckter Stirn im Bett, und der Eimer stand in Reichweite. Sie hatte sogar die Bettdecke durchgeschwitzt. Vielleicht war die Couch doch keine so schlechte Idee. Sie ging wieder nach unten, wickelte sich wieder in die Decke und stellte sich vor, dass Kate sie gesehen und liebevoll zugedeckt hatte. Aber aus irgendeinem Grund erschien auf Kates Gesicht ein freches Grinsen, das gar nicht zu Kate passte und von einem Ziegenbart umrahmt war. Und sie bildete sich ein, dass die Decke nach Reese duftete. Am nächsten Morgen wachte Audrey vom Klappern von Töpfen und Pfannen in der Küche auf. Sie gähnte, rieb sich die Augen, kroch unter der Decke hervor und marschierte in die Küche. Natürlich traf sie dort auf Reese, der in einem großen Topf herumrührte, der auf dem Herd stand. Es roch nach frischem Kaffee. Einen Augenblick lang genoss sie den Anblick seines Hinterns, dann räusperte sie sich allerdings, um auf sich aufmerksam zu machen. Er drehte sich um und lächelte sie an. »Guten Morgen, Sonnenschein!« Aus irgendeinem Grund wurde ihr ganz warm und schwummerig, als er sie so offen erfreut ansah. »Ach, das sind nur die Hormone, nichts weiter!« Sie war vermutlich einfach nur froh, dass ihr mal wieder jemand etwas Nettes sagte und sie nicht verfluchte oder um Pillen anbettelte. Sie sah in den Topf. »Was gibt es denn heute zum Frühstück?« »Sie haben beschlossen, einen großen Topf Haferbrei zu kochen, da Ihre Schwester den trotz ihres Magens essen kann,« antwortete er fröhlich und gab etwas braunen Zucker in die Masse. »Eine sehr kluge Entscheidung!« »Ich bin eine hervorragende Köchin,« erwiderte sie trocken. »Verraten Sie mir, warum Sie behauptet haben, ich hätte Frühstück gemacht.« »Sie wollen hier einen Mann bezürzen,« erwiderte er. »Da kann es doch nicht schaden, wenn Kate glaubt, Sie wären eine Göttin in der Küche.« »Er mag traditionelle Frauen.« »Wirklich?« Das musste sie sich merken. »Dann sollte ich Ihnen wohl danken.« Er zog mit den Achseln und musterte ihr Haar. »Schlecht geschlafen?« Sie runzelte die Stirn. »Wie kommen Sie auf die Idee? Ihr Dutt hängt ganz schief. Audrey betastete ihre Haare. Er hatte Recht. Der Dutt hing schief und war im Begriff, sich zu lösen. Verdammt!« Reese legte den Kochlöffel hin, drehte sich zu ihr um und streckte die Hände aus. »Ich bringe das für Sie in Ordnung.« Sie war irritiert, stand jedoch still und ließ die Hände sinken. »Das ist sehr nett von Ihnen.« »Ach, Quatsch. Ich will nur wissen, wie Ihre Haare aussehen, wenn Sie sie nicht im Oma-Stil tragen.« Dann schnitt er das Haarband mit einer Schere durch. Sie kreischte auf und versuchte, sich ihm zu entziehen, während er mit den Fingern durch ihr Haar fuhr, sodass es locker ihr Gesicht umspielte. »Sie Blödmann!« »Wow, all dieses ungezähmte, offene Haar!« neckte er sie und versuchte, noch einmal mit den Fingern hindurchzufahren. »Sie sehen aus wie eine Wilde. Was sollen denn die Leute denken?« Sie versetzte ihm einen spielerischen Schlag in die Magengrube und wollte einen Schritt nach hinten machen. »Sie sind wirklich ein widerlicher Kerl!« All dieses rote, wundervolle Haar, säuselte er und massierte ihre Kopfhaut, wobei er ihre Schimpftierade ignorierte. »Wenn Sie einen Mann suchen, dann sollten Sie es offen tragen, anstatt so auszusehen wie eine verschrobene Schulmeisterin.« »Ich bin keine verschrobene Schulmeisterin!« stieß sie schnaubend hervor, entwand sich ihm und schlug nach seinen Händen, als er erneut durch ihre Haare streichen wollte. »Das sagen Sie nur, weil Sie insgeheim auf verschrobene Schulmeisterinnen stehen.« »Glauben Sie?« »Ich glaube, dass Sie mich nur aus dem Grund unbedingt küssen wollten,« fauchte sie. »Ich...« »Hey, Kate!« sagte Reese schnell und sah über ihre Schulter. Sie keuchte und wirbelte herum. »Da war niemand!« »Dieser Idiot!« Audrey drehte sich um und schlug Reese mit der Handfläche auf den Arm. Sein schämisches Grinsen ignorierte sie. »Sie sind echt ein Arschloch!« »Und Sie sind so durchschaubar!« Er musterte ihr Haar noch einmal anerkennend, nahm dann den Holzlöffel wieder in die Hand und rührte den Haferbrei um. »Warum sagen Sie dem Mann nicht einfach, dass Sie ihn lieben? Er wird es so oder so herausfinden, wenn Sie ihn weiterhin so anhimmeln. Ich himmle ihn überhaupt nicht an,« widersprach sie und goss sich einen Kaffee ein. »Oh doch,« entgegnete er, »das sieht doch jeder, dass Sie scharf auf ihn sind. Was hat er denn an sich, dass sie so heiß macht? Ist es seine Art, den weißen Ritter zu spielen? Das blonde Haar?« »Sein Geld?« Sie schnaubte und beschloss nicht, darauf zu antworten. »Hm, es ist das Geld,« sagte er gerissen. »Ich wusste es.« »Das stimmt doch gar nicht,« stieß sie mit zusammengebissenen Zähnen hervor. »Kate ist anders als die meisten Männer, das ist alles.« »Inwiefern ist er anders?« »Weil er nicht versucht, Ihnen unter den Rock zu gucken?« Er sah sie erneut bewundernd an, und sein Blick ruhte auf ihrem offenen Haar. »War das etwa Interesse in seinen Augen?« Er war so ein Schwein. Und warum hatte sie auf einmal das Gefühl, ihm gefallen zu wollen? Sie war ja bald genauso verdorben wie er. »Kate ist ein Gentleman,« erklärte sie. »Ich weiß nicht, warum ich Ihnen erklären muss, was ich an Kate mag. Aber eigentlich mag ich alles an ihm. Die Art, wie er die Bedürfnisse anderer über seine eigenen stellt. Die Art, wie er uns immer beschützt. Dass er zu jedem nett und höflich ist. Er ist klug und erfolgreich, ohne dabei seine Integrität zu verlieren. Solche Menschen sind selten. Sie warf ihm einen Seitenblick zu und pustete in ihren Kaffee, bevor sie hinzufügte. Die meisten Männer scheinen andere Menschen einfach nur zu benutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. »Spielen Sie damit auf mich und die Erbin im Whirlpool an? Das können Sie ruhig offen aussprechen. Damit verletzen Sie meine Gefühle nicht.« »Genau darauf beziehe ich mich,« sagte sie spitz. »Ein Mann wie Kate würde so etwas nie tun.« »Das stimmt,« gab er zu und sah sie an. Er schien nicht beleidigt zu sein. Vielmehr sah er sie auf einmal fast schon herausfordernd an. »Wollen Sie wissen, was der wahre Unterschied zwischen Kate und mir ist? Ich kriege wirklich, was ich will. Kate ist zu höflich, um zuzugeben, dass er etwas haben möchte, und deswegen wird er als unglücklicher Mann enden. Ich hingegen nehme mir, was ich will, und dabei ist es mir scheißegal, was andere darüber denken. Man kann nicht sein ganzes Leben lang versuchen, es immer nur den anderen recht zu machen, denn dann ist man am Ende der Einzige, der unglücklich ist.« »Und woher wissen Sie, was Kate will?« »Ich bin sein Freund und kann es erkennen.« »Und ich bin nicht seine Freundin?« Er zuckte mit den Achseln. »Ich glaube, dass Ihre Gefühle für ihn oder das, was Sie dafür halten, Sie daran hindern, zu erkennen, was er wirklich will.« Sie verdrehte die Augen. »Ich weiß durchaus, was ich für Kate empfinde, ohne dass ich dafür Ihre Hilfe benötige.« »Na, dann ist's ja gut. Wie gut kann er denn küssen?« Sie klappte den Mund auf und schloss ihn sofort wieder. »Was geht Sie nichts an?« »Sie werden rot und haben schon wieder diesen zickigen Unterton. Sie haben ihn noch nie geküsst, oder?« »Er hat mich schon geküsst,« brach es aus ihr heraus, und sie musste daran denken, wie er sie vor all den Jahren auf die Wange geküsst hatte. »Ein Kuss auf die Wange zählt nicht,« erklärte Reese, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Sie schwieg. »Hm.« »Okay, das war überflüssig.« »Was sollte dieses kleine »Hm« denn heißen?«, wollte sie wissen. »Nichts.« »Das ist gelogen.« »Ich habe mich nur gefragt, wieso Sie den Mann, in den Sie verliebt sind, noch nie geküsst haben, mich hingegen schon.« »Wegen einer Wette.« »Es gibt einen Unterschied zwischen einer Wette und einer Erpressung, nur damit Sie es wissen.« »Eine solche Wette hätte ich niemals angenommen.« »Wären Sie zu feige dazu?« Audrey knirschte mit den Zähnen. »Ich bin nicht feige.« »Anscheinend sind Sie zu feige, um Kate zu küssen.« »Woher soll ich wissen, ob Sie zu feige für eine Wette sind?« Offenbar macht die kleine Miss Perfect sowas nicht mit. Das ist ihr viel zu riskant. Aus irgendeinem Grund ärgerte sie sich sehr darüber, als kleine Miss Perfect bezeichnet zu werden. Bei ihm klang es fast so, als wäre es schlecht, ein guter Mensch zu sein. »Ich küsse Kate, wenn ich es will. Aber er soll jetzt noch nicht wissen, dass ich in ihn verliebt bin.« »Feigling.« »Ich bin kein Feigling.« »Dann beweisen Sie es.« Reese's Augen funkelten. »Wie wäre es mit einer kleinen Wette?« Sie hatte das Gefühl, in die Ecke gedrängt worden zu sein. Außerdem waren die Schmetterlinge in ihrem Bauch schon wieder da. Als Reese sie so verschmitzt ansah, wurde ihr ganz anders. Was für eine Wette! »Wenn Sie Kate bis Sonnenuntergang küssen, werde ich abreisen.« Sie riss die Augen auf. »Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Ich soll Kate küssen und werde die größte Nervensäge aller Zeiten los? Ich bin dabei!« Er legte eine Hand auf seine Brust. »Sie verletzen mich, Audrey. Werden Sie mich denn gar nicht vermissen?« »Nicht eine Sekunde!« erwiderte sie trocken, auch wenn die Schmetterlinge in ihrem Bauch anderer Meinung waren. »Dann muss ich also bloß Kate küssen, damit Sie Ihre Sachen packen und verschwinden?« »Abgemacht.« »Augenblick mal!« Er legte den Kochlöffel weg und schaltete den Herd aus. Nachdem er den Topf runtergenommen hatte, drehte er sich zu Audrey um. »Nicht so schnell!« »Sie müssen Kate vor meinen Augen küssen. Nicht, dass Sie es hinterher bloß behaupten und mich anlügen, um mich loszuwerden. Ich muss es sehen.« »In Ordnung.« »Auf den Mund, mit Zunge und allem. Das dürfte Ihnen ja nicht schwerfallen, wenn Sie den Mann wirklich lieben.« Er grinste breit. »So, wie Sie mich gestern Abend geküsst haben.« Sie wurde puterrot. »Okay.« »Dann fangen Sie lieber schon mal an zu packen.« »Ach, ich glaube nicht, dass ich das tun muss,« erwiderte er und musterte sie. »Ich bezweifle, dass Sie das durchziehen.« »Und wenn Sie es nicht tun?« Sie zog fragend eine Augenbraue hoch und war gespannt, was er als nächstes sagen würde. Hatte er noch einen Kuss? Bei dem Gedanken wurde ihr ganz warm im Bauch. Seltsamerweise hatte sie nichts dagegen, Reese noch einmal zu küssen, obwohl es schmutzig und falsch war. »Dann gehen wir heute Nacht nackt baden.« Audrey riss den Mund auf. »Wie bitte?« Er kam auf sie zu, ragte vor ihr auf und stemmte rechts und links neben ihr die Hände auf die Arbeitsplatte. »Rede ich so undeutlich?« fragte er grinsend. »Sie, ich, nackt im See, heute Nacht.« »Aber nur, wenn Sie die Sache nicht durchziehen. Sollten Sie es tun, dann...« Er zuckte mit den Achseln. »Dann bin ich vor Sonnenaufgang verschwunden.« »Versprochen.« Sie hielt inne und dachte darüber nach. Das war eine ebenso verrückte wie lächerliche Wette. Und sie wollte sie auf keinen Fall ablehnen. Falls sie gewann, dann in jeder Hinsicht. Reese würde verschwinden, er würde nicht länger die Stimmung in der gemütlichen Jagdhütte stören, und sie könnte ihre Zeit endlich Kate widmen. »Und ihre Schwester. Außerdem sollte sie Kate küssen. Hallo? Das war doch an sich schon eine Belohnung.« Audrey trommelte nachdenklich mit den Fingern gegen ihre Unterlippe. Allerdings musste sie den Kuss initiieren, da Kate ihr gegenüber bisher noch kein besonders großes Interesse gezeigt hatte. Sie wusste, dass er sie für eine Freundin oder kleine Schwester hielt. Aus diesem Grund würde er sie auch nie von sich aus küssen. Und erst recht nicht mit Zunge. Sie musste auf ihn zugehen, ihn sich schnappen und ihn so küssen, wie sie es bei Reese getan hatte. Dazu musste sie allerdings erst mal ihren Mut zusammennehmen. Sehr viel Mut. Aber wenn sie gewann! Falls sie jedoch verlor, würde sie mit diesem frechen, dreisten Affen vor sich nackt baden gehen. Sie hatte den Idioten bereits geküsst, und jetzt stimmte sie auch noch zu, sich vor ihm auszuziehen, wenn sie die Wette verlor. Aber er würde gehen, wenn sie Kate küsste. War das nicht genau das, was sie wollte? Sie würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie sah zu ihm auf. Sein Grinsen gab ihr zu verstehen, dass er felsenfest davon ausging, heute Nacht mit ihr nackt baden zu gehen. Er dachte, sie würde es nicht schaffen. Audrey hielt ihm mit klopfendem Herzen die Hand hin. Die Wette gilt! Wenn ich gewinne, verschwinden sie. Wenn sie gewinnen, gehen wir nackt baden. Reese schlug ein, und sie schüttelten sich die Hände. Sehen hervor. Kate ist anders als die meisten Männer, das ist alles. Inwiefern ist er anders? Weil er nicht versucht, ihnen unter den Rock zu gucken? Er sah sie erneut bewundernd an, und sein Blick ruhte auf ihrem offenen Haar. War das etwa Interesse in seinen Augen? Himmel, er war so ein Schwein! Und warum hatte sie auf einmal das Gefühl, ihm gefallen zu wollen? Sie war ja bald genauso verdorben wie er. Kate ist ein Gentleman, erklärte sie. Ich weiß nicht, warum ich Ihnen erklären muss, was ich an Kate mag. Aber eigentlich mag ich alles an ihm. Die Art, wie er die Bedürfnisse anderer über seine eigenen stellt. Die Art, wie er uns immer beschützt. Dass er zu jedem nett und höflich ist. Er ist klug und erfolgreich, ohne dabei seine Integrität zu verlieren. Solche Menschen sind selten. Sie warf ihm einen Seitenblick zu und pustete in ihren Kaffee, bevor sie hinzufügte. Die meisten Männer scheinen andere Menschen einfach nur zu benutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Spielen Sie damit auf mich und die Erbin im Whirlpool an? Es können Sie ruhig offen aussprechen. Damit verletzen Sie meine Gefühle nicht. Genau darauf beziehe ich mich, sagte sie spitz. Ein Mann wie Kate würde so etwas nie tun. Das stimmt, gab er zu und sah sie an. Er schien nicht beleidigt zu sein. Vielmehr sah er sie auf einmal fast schon herausfordernd an. Wollen Sie wissen, was der wahre Unterschied zwischen Kate und mir ist? Ich kriege wirklich, was ich will. Kate ist zu höflich, um zuzugeben, dass er etwas haben möchte, und deswegen wird er als unglücklicher Mann enden. Ich hingegen nehme mir, was ich will, und dabei ist es mir scheißegal, was andere darüber denken. Man kann nicht sein ganzes Leben lang versuchen, es immer nur den anderen recht zu machen. Denn dann ist man am Ende der Einzige, der unglücklich ist. Und woher wissen Sie, was Kate will? Ich bin sein Freund und kann es erkennen. Und ich bin nicht seine Freundin? Er zuckte mit den Achseln. Ich glaube, dass ihre Gefühle für ihn, oder das, was sie dafür halten, sie daran hindern, zu erkennen, was er wirklich will. Sie verdrehte die Augen. Ich weiß durchaus, was ich für Kate empfinde, ohne dass ich dafür ihre Hilfe benötige. Na, dann ist's ja gut. Wie gut kann er denn küssen? Sie klappte den Mund auf und schloss ihn sofort wieder. Was geht sie nichts an? Sie werden rot und haben schon wieder diesen zickigen Unterton. Sie haben ihn noch nie geküsst, oder? Er hat mich schon geküsst, brach es aus ihr heraus, und sie musste daran denken, wie er sie vor all den Jahren auf die Wange geküsst hatte. Ein Kuss auf die Wange zählt nicht, erklärte Reese. Als hätte er ihre Gedanken gelesen. Sie schwieg. Hm. Okay, das war überflüssig. Was sollte dieses kleine Hm denn heißen? Wollte sie wissen. Nichts. Das ist gelogen. Ich habe mich nur gefragt, wieso sie den Mann, in den sie verliebt sind, noch nie geküsst haben. Mich hingegen schon. Wegen einer Wette. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Wette und einer Erpressung, nur damit sie's wissen. Eine solche Wette hätte ich niemals angenommen. Wären sie zu feige dazu? Audrey knirschte mit den Zähnen. Ich bin nicht feige. Anscheinend sind sie zu feige, um Kate zu küssen. Woher soll ich wissen, ob sie zu feige für eine Wette sind? Offenbar macht die kleine Miss Perfect sowas nicht mit. Das ist ihr viel zu riskant. Aus irgendeinem Grund ärgerte sie sich sehr darüber, als kleine Miss Perfect bezeichnet zu werden. Bei ihm klang es fast so, als wäre es schlecht, ein guter Mensch zu sein. Ich küsse Kate, wenn ich es will. Aber er soll jetzt noch nicht wissen, dass ich in ihn verliebt bin. Feigling. Ich bin kein Feigling. Dann beweisen sie es. Reese's Augen funkelten. Wie wäre es mit einer kleinen Wette? Sie hatte das Gefühl, in die Ecke gedrängt worden zu sein. Außerdem waren die Schmetterlinge in ihrem Bauch schon wieder da. Als Reese sie so verschmitzt ansah, wurde ihr ganz anders. Was für eine Wette! Wenn sie Kate bis Sonnenuntergang küssen, werde ich abreisen. Sie riss die Augen auf. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Ich soll Kate küssen und werde die größte Nervensäge aller Zeiten los? Ich bin dabei! Er legte eine Hand auf seine Brust. Sie verletzen mich, Audrey. Werden Sie mich denn gar nicht vermissen? Nicht eine Sekunde, erwiderte sie trocken, auch wenn die Schmetterlinge in ihrem Bauch anderer Meinung waren. Dann muss ich also bloß Kate küssen, damit Sie ihre Sachen packen und verschwinden? Abgemacht. Augenblick mal! Er legte den Kochlöffel weg und schaltete den Herd aus. Nachdem er den Topf runtergenommen hatte, drehte er sich zu Audrey um. Nicht so schnell! Sie müssen Kate vor meinen Augen küssen. Nicht, dass Sie es hinterher bloß behaupten und mich anlügen, um mich loszuwerden. Ich muss es sehen. In Ordnung. Auf den Mund, mit Zunge und allem. Das dürfte Ihnen ja nicht schwerfallen, wenn Sie den Mann wirklich lieben. Er grinste breit. So, wie Sie mich gestern Abend geküsst haben. Sie wurde puterrot. Okay, dann fangen Sie lieber schon mal an zu packen. Ach, ich glaube nicht, dass ich das tun muss, erwiderte er und musterte sie. Ich bezweifle, dass Sie das durchziehen. Und wenn Sie es nicht tun? Sie zog fragend eine Augenbraue hoch und war gespannt, was er als nächstes sagen würde. Wollte er noch einen Kuss? Bei dem Gedanken wurde ihr ganz warm im Bauch. Seltsamerweise hatte sie nichts dagegen, Reese noch einmal zu küssen, obwohl es schmutzig und falsch war. Dann gehen wir heute Nacht nackt baden. Audrey riss den Mund auf. Wie bitte? Er kam auf sie zu, ragte vor ihr auf und stemmte rechts und links neben ihr die Hände auf die Arbeitsplatte. Rede ich so undeutlich, fragte er grinsend. Sie, ich, nackt im See, heute Nacht. Aber nur, wenn Sie die Sache nicht durchziehen. Sollten Sie es tun, dann... Er zuckte mit den Achseln. Dann bin ich vor Sonnenaufgang verschwunden. Versprochen. Sie hielt inne und dachte darüber nach. Das war eine ebenso verrückte wie lächerliche Wette. Und sie wollte sie auf keinen Fall ablehnen. Falls sie gewann, dann in jeder Hinsicht. Reese würde verschwinden, er würde nicht länger die Stimmung in der gemütlichen Jagdhütte stören, und sie könnte ihre Zeit endlich Kate widmen. Und ihre Schwester. Außerdem sollte sie Kate küssen. Hallo? Das war doch an sich schon eine Belohnung. Audrey trommelte nachdenklich mit den Fingern gegen ihre Unterlippe. Allerdings musste sie den Kuss initiieren, da Kate ihr gegenüber bisher noch kein besonders großes Interesse gezeigt hatte. Sie wusste, dass er sie für eine Freundin oder kleine Schwester hielt. Aus diesem Grund würde er sie auch nie von sich aus küssen. Und erst recht nicht mit Zunge. Sie musste auf ihn zugehen, ihn sich schnappen und ihn so küssen, wie sie es bei Reese getan hatte. Dazu musste sie allerdings erst mal ihren Mut zusammennehmen. Sehr viel Mut. Aber wenn sie gewann... Falls sie jedoch verlor, würde sie mit diesem frechen, dreisten Affen vor sich nackt baden gehen. Sie hatte den Idioten bereits geküsst, und jetzt stimmte sie auch noch zu, sich vor ihm auszuziehen, wenn sie die Wette verlor. Aber er würde gehen, wenn sie Kate küsste. War das nicht genau das, was sie wollte? Sie würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie sah zu ihm auf. Sein Grinsen gab ihr zu verstehen, dass er felsenfest davon ausging, heute Nacht mit ihr nackt baden zu gehen. Er dachte, sie würde es nicht schaffen. Audrey hielt ihm mit klopfendem Herzen die Hand hin. Die Wette gilt. Wenn ich gewinne, verschwinden sie. Wenn sie gewinnen, gehen wir nackt baden. Reese schlug ein, und sie schüttelten sich die Hände. Nsa wurde ihr ganz anders. Was für eine Wette! Wenn sie Kate bis Sonnenuntergang küssen, werde ich abreisen. Sie riss die Augen auf. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Ich soll Kate küssen und werde die größte Nervensäge aller Zeiten los? Ich bin dabei! Er legte eine Hand auf seine Brust. Sie verletzen mich, Audrey. Werden Sie mich denn gar nicht vermissen? Nicht eine Sekunde! Erwiderte sie Trocken, auch wenn die Schmetterlinge in ihrem Bauch anderer Meinung waren. Dann muss ich also bloß Kate küssen, damit Sie ihre Sachen packen und verschwinden? Abgemacht. Augenblick mal! Er legte den Kochlöffel weg und schaltete den Herd aus. Nachdem er den Topf runtergenommen hatte, drehte er sich zu Audrey um. Nicht so schnell! Sie müssen Kate vor meinen Augen küssen. Nicht, dass Sie es hinterher bloß behaupten und mich anlügen, um mich loszuwerden. Ich muss es sehen. In Ordnung. Auf den Mund, mit Zunge und allem. Das dürfte Ihnen ja nicht schwerfallen, wenn Sie den Mann wirklich lieben. Er grinste breit. So wie Sie mich gestern Abend geküsst haben. Sie wurde puterrot. Okay, dann fangen Sie lieber schon mal an zu packen. Ach, ich glaube nicht, dass ich das tun muss, erwiderte er und musterte sie. Ich bezweifle, dass Sie das durchziehen. Und wenn Sie es nicht tun? Sie zog fragend eine Augenbraue hoch und war gespannt, was er als nächstes sagen würde. Hatte er noch einen Kuss? Bei dem Gedanken wurde ihr ganz warm im Bauch. Seltsamerweise hatte sie nichts dagegen, Reese noch einmal zu küssen, obwohl es schmutzig und falsch war. Dann gehen wir heute Nacht nackt baden. Audrey riss den Mund auf. Wie bitte? Er kam auf sie zu, ragte vor ihr auf und stemmte rechts und links neben ihr die Hände auf die Arbeitsplatte. Rede ich so undeutlich? Fragte er grinsend. Sie, ich, nackt im See, heute Nacht. Aber nur, wenn Sie die Sache nicht durchziehen. Sollten Sie es tun, dann... Er zuckte mit den Achseln. Dann bin ich vor Sonnenaufgang verschwunden. Versprochen. Sie hielt inne und dachte darüber nach. Das war eine ebenso verrückte wie lächerliche Wette. Und sie wollte sie auf keinen Fall ablehnen. Falls sie gewann, dann in jeder Hinsicht. Reese würde verschwinden, er würde nicht länger die Stimmung in der gemütlichen Jagdhütte stören, und sie könnte ihre Zeit endlich Kate widmen. Und ihre Schwester. Außerdem sollte sie Kate küssen. Hallo? Das war doch an sich schon eine Belohnung. Audrey trommelte nachdenklich mit den Fingern gegen ihre Unterlippe. Allerdings musste sie den Kuss initiieren, da Kate ihr gegenüber bisher noch kein besonders großes Interesse gezeigt hatte. Sie wusste, dass er sie für eine Freundin oder kleine Schwester hielt. Aus diesem Grund würde er sie auch nie von sich aus küssen. Und erst recht nicht mit Zunge. Sie musste auf ihn zugehen, ihn sich schnappen und ihn so küssen, wie sie es bei Reese getan hatte. Dazu musste sie allerdings erst mal ihren Mut zusammennehmen. Sehr viel Mut. Aber wenn sie gewann... Falls sie jedoch verlor, würde sie mit diesem frechen, dreisten Affen vor sich nackt baden gehen. Sie hatte den Idioten bereits geküsst, und jetzt stimmte sie auch noch zu, sich vor ihm auszuziehen, wenn sie die Wette verlor. Aber er würde gehen, wenn sie Kate küsste. War das nicht genau das, was sie wollte? Sie würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie sah zu ihm auf. Sein Grinsen gab ihr zu verstehen, dass er felsenfest davon ausging, heute Nacht mit ihr nackt baden zu gehen. Er dachte, sie würde es nicht schaffen. Audrey hielt ihm mit klopfendem Herzen die Hand hin. Die Wette gilt. Wenn ich gewinne, verschwinden sie. Wenn sie gewinnen, gehen wir nackt baden. Reese schlug ein, und sie schüttelten sich die Hände. Im See heute Nacht. Aber nur, wenn sie die Sache nicht durchziehen. Sollten sie es tun, dann... Er zuckte mit den Achseln. Dann bin ich vor Sonnenaufgang verschwunden. Versprochen. Sie hielt inne und dachte darüber nach. Ach, das war eine ebenso verrückte wie lächerliche Wette. Und sie wollte sie auf keinen Fall ablehnen. Falls sie gewann, dann in jeder Hinsicht. Reese würde verschwinden, er würde nicht länger die Stimmung in der gemütlichen Jagdhütte stören, und sie könnte ihre Zeit endlich Kate widmen. Und ihre Schwester. Außerdem sollte sie Kate küssen. Hallo? Das war doch an sich schon eine Belohnung. Audrey trommelte nachdenklich mit den Fingern gegen ihre Unterlippe. Allerdings musste sie den Kuss initiieren, da Kate ihr gegenüber bisher noch kein besonders großes Interesse gezeigt hatte. Sie wusste, dass er sie für eine Freundin oder kleine Schwester hielt. Aus diesem Grund würde er sie auch nie von sich aus küssen. Und erst recht nicht mit Zunge. Sie musste auf ihn zugehen, ihn sich schnappen und ihn so küssen, wie sie es bei Reese getan hatte. Dazu musste sie allerdings erst mal ihren Mut zusammennehmen. Sehr viel Mut. Aber wenn sie gewann... Falls sie jedoch verlor, würde sie mit diesem frechen, dreisten Affen vor sich nackt baden gehen. Sie hatte den Idioten bereits geküsst, und jetzt stimmte sie auch noch zu, sich vor ihm auszuziehen, wenn sie die Wette verlor. Aber er würde gehen, wenn sie Kate küsste. War das nicht genau das, was sie wollte? Sie würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie sah zu ihm auf. Sein Grinsen gab ihr zu verstehen, dass er felsenfest davon ausging, heute Nacht mit ihr nackt baden zu gehen. Er dachte, sie würde es nicht schaffen. Audrey hielt ihm mit klopfendem Herzen die Hand hin. Die Wette gilt! Wenn ich gewinne, verschwinden sie. Wenn sie gewinnen, gehen wir nackt baden. Reese schlug ein, und sie schüttelten sich die Hände. Und erst recht nicht mit Zunge. Sie musste auf ihn zugehen, ihn sich schnappen und ihn so küssen, wie sie es bei Reese getan hatte. Dazu musste sie allerdings erst mal ihren Mut zusammennehmen. Sehr viel Mut. Aber wenn sie gewann... Falls sie jedoch verlor, würde sie mit diesem frechen, dreisten Affen vor sich nackt baden gehen. Sie hatte den Idioten bereits geküsst, und jetzt stimmte sie auch noch zu, sich vor ihm auszuziehen, wenn sie die Wette verlor. Aber er würde gehen, wenn sie Kate küsste. War das nicht genau das, was sie wollte? Sie würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie sah zu ihm auf. Sein Grinsen gab ihr zu verstehen, dass er felsenfest davon ausging, heute Nacht mit ihr nackt baden zu gehen. Er dachte, sie würde es nicht schaffen. Audrey hielt ihm mit klopfendem Herzen die Hand hin. Die Wette gilt! Wenn ich gewinne, verschwinden sie. Wenn sie gewinnen, gehen wir nackt baden. Reese schlug ein, und sie schüttelten sich die Hände. Reese schlug ein, und sie schüttelte sie. Sie schüttelten sich die Hände. Es nicht schaffen. Audrey hielt ihm mit klopfendem Herzen die Hand hin. Die Wette gilt! Wenn ich gewinne, verschwinden sie. Wenn sie gewinnen, gehen wir nackt baden. Reese schlug ein, und sie schüttelten sich die Hände. Sie. Wenn sie gewinnen, gehen wir nackt baden. Reese schlug ein, und sie schüttelten sich die Hände. Ein, und sie schüttelten sich die Hände. Sie schüttelten sich die Hände. Verdammt! Sie würde die Wette verlieren. Das war nicht fair. Ausgerechnet heute musste sie diese Wette abschließen. Der Tag war schlimmer als jeder andere. Daphne wachte früh auf, war benommen und hatte schlechte Laune. Audrey blieb in ihrer Nähe und brachte ihr Decken oder was zu trinken, wenn sie darum bat. Es machte ihr nichts aus, ihrer Schwester zu helfen, aber sie fragte sich schon, warum Reese ständig hin und her lief, und wo Kate blieb, der doch normalerweise immer in Daphnes Nähe war, wenn sie nicht gerade schlief. Als er gegen Mittag noch immer nicht aufgetaucht war, fragte Audrey unschuldig. »Schläft Kate heute länger?« »Ach, der ist zum Einkaufen in die Stadt gefahren«, erwiderte Daphne. »Er ist heute Morgen schon ganz früh aufgebrochen. Meine Zigaretten sind alle und Reese hat vorgeschlagen, die Vorräte aufzustocken.« Audrey kniff die Augen zusammen und warf Reese einen bösen Blick zu. »Ach, hat er das?« »Hm«, war alles, was Reese darauf erwiderte, aber seine Lippen umspielte ein anzügliches Grinsen. Er legte die Füße auf den Wohnzimmertisch, sah Audrey an und hob vielsagend die Augenbrauen. »Dieses Arschloch!« Er hatte die ganze Zeit gewusst, dass Kate nicht da war und trotzdem diese blöde Wette vorgeschlagen. Sie hasste ihn. Sie hasste ihn von ganzem Herzen. Er hatte das nur getan, damit sie mit ihm nackt baden gingen. »Wann kommt Kate denn zurück?« wollte sie wissen und ließ ihre Stimme dabei so entspannt wie möglich klingen. Daphne zuckte mit den Achseln und musterte sie irritiert. »Was interessiert es dich?« Nicht zum ersten Mal wünschte sich Audrey, dass Daphne durch den Entzug nicht derart schlechte Laune hätte. »Er ist bestimmt rechtzeitig zurück, um dir deine Pille zu geben«, meinte Audrey. Da Daphne sie immer zum Abendessen bekam, wäre er dann wohl wieder da. Daphne rieb sich das Gesicht und stöhnte. »Von mir aus kann es gar nicht schnell genug gehen.« Zumindest darin waren sie sich einig. Den ganzen Nachmittag war Audrey völlig angespannt. Sie las ihr Buch zu Ende und ging dann im Wohnzimmer auf und ab, während Daphne oben in einen unruhigen Schlaf gefallen war. Audrey hätte sich ja auch hingelegt, aber Daphne hatte endlich genug von Audreys Bemutterungsversuchen, sie hatte sie aus dem Zimmer geworfen und die Tür abgeschlossen. »Tja, das war Audrey nur recht. Dann soll sie ihre Kotze doch selbst aufwischen.« Stattdessen fing sie ein neues Buch an, saß hinten auf der Terrasse und sah mit an, wie die Sonne ihrer Meinung nach viel zu schnell unterging. Reese hackte in der Zwischenzeit Holz. Er hatte sein T-Shirt ausgezogen, und obwohl es Winter und ziemlich kühl draußen war, schwitzte er, während er die Holzscheite auf einen Baumstumpf legte und ordentlich mit der Axt in zwei Hälften spaltete. Audrey redete sich ein, dass das Licht auf der Terrasse besser war und sie aus diesem Grund dort saß, und nicht etwa, weil Reese halbnackt war und seine Muskeln vor Schweiß glänzten. Nein, das war nicht der Grund. Aber als er genug Holz gehackt hatte und nach oben ging, um zu duschen, blieb Audrey alleine zurück. Sie ging ins Badezimmer im Erdgeschoss und starrte nachdenklich ihr Spiegelbild ein. Die Zeit, in der sie Kate küssen musste, wenn er endlich zurückkam, wurde immer knapper. Sie musste es einfach schaffen. Schließlich hatte sie nicht vor, mit Reese nackt baden zu gehen. Vielleicht sollte sie sich schminken und ihr Haar anders als zu einem Dutt gebunden tragen. Sie zog das Haarband heraus, sodass ihr die Haare auf die Schultern fielen. Reese hatte es offenbar gefallen, wenn sie sie offen trug. Auch wenn es ihr eigentlich egal war, was Reese gut fand, schien er doch gut beurteilen zu können, was Männer als attraktiv ansahen. Schließlich war er ja schon mit verdammt vielen Frauen ausgegangen. Wenn Reese fand, dass sie mit offenem Haar sexy aussah, dann sah Kate das doch bestimmt genauso, oder? Audrey bürstete sich das Haar und ließ die Finger durch die sanften Wellen gleiten, die der Dutt hinterlassen hatte. Ihr Haar war glänzend und weich, und ihre natürliche Haarfarbe erinnerte an wundervolles Kupfer. Würde Kate sie attraktiv finden? Sie holte ihre Handtasche aus dem Wohnzimmer und zog ihr Kosmetiktäschchen heraus. Nude-Lippenstift, Nude-Lidschatten und Concealer, um die Augenringe zu überschminken. Nichts, was sie in eine wunderschöne Frau verwandeln würde, die man küssen wollte. Seufzend steckte sie das Täschchen wieder weg und warf einen Blick in Daphnes ausgebeulte Schminktasche. Kurze Zeit später hatte sie sich falsche Wimpern angeklebt, die Augen geschminkt und einen glänzenden Lippenstift aufgetragen, der ihre Lippen voll und prall aussehen ließ. Ihre Sommersprossen waren unter einer dünnen Puderschicht verschwunden, und ihr Haar wellte sich weich und sanft. Nicht übel, sie sah überhaupt nicht mehr aus wie die normale Audrey, aber die ignorierte Kate ja ohnehin. Er sah sie als langweilige, aber geliebte Freundin. Sie klimperte mit den Wimpern und musste zugeben, dass sie ihrer Zwillingsschwester damit ein bisschen ähnlich sah. Allerdings war sie eine dicke, sommersprossige Version der schlanken und grazilen Daphne. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Audrey zögerte und starrte ihr Spiegelbild an. Da wurde die Haustür zugeschlagen und sie erschrak. Kate war zurück. Sie wirbelte herum, lief aus dem Bad und schlug die Tür hinter sich zu. Er hatte mehrere Einkaufstüten im Arm und sah ziemlich erschöpft aus. Als er Audrey sah, lächelte er und deutete auf die Tüten. »Hey, Odd, hilfst du mir, die Sachen reinzutragen?« »Aber klar!« Sie klimperte mit den Wimpern und lächelte. »Schön, dass du wieder da bist!« Kate erwiderte ihr Lächeln. »Ich freue mich auch, dein liebes Gesicht zu sehen.« »Ach wenn das keine Ermutigung war!« Audrey wurde vor Freude über das Kompliment rot, ging die Stufen hinunter zu Kates Wagen und half ihm, die Einkäufe ins Haus zu tragen. Als sie die Arme voller Tüten hatte, war sie derart abgelenkt, dass sie beinahe gegen Reese gepreilt wäre. Er nahm ihr die Tüten ab und starrte sie dann entgeistert an. »Stimmt was nicht?« flüsterte sie, lächelte aber weiterhin, falls Kate zu ihnen herübersehen sollte. Reese's Miene wurde finster, während er erst ihre Haare und dann ihr Gesicht betrachtete. »Anscheinend fahren sie jetzt die schweren Geschütze auf.« »So ist es«, erwiderte sie, »und die Sonne ist noch nicht untergegangen. Auch wenn Sie mit unfairen Mitteln gekämpft haben, kann ich noch immer gewinnen. Machen Sie sich schon mal Abreise fertig!« Reese knurrte nur und erwiderte nichts. Schweigend räumten sie die Einkäufe weg. Reese schien sich darüber zu ärgern, dass sie sich geschminkt hatte und die Haare offen trug. Kate war anderweitig beschäftigt und Audrey … Tja, sie zermaterte sich das Gehirn, wie sie ihren ältesten Freund innerhalb einer Stunde verführen konnte. Die ganze Sache machte sie wirklich nervös. Sie ging sie nur widerwillig an. Kate aus der Ferne zu lieben, war sicher. Niemand verletzte die Gefühle des anderen, wenn das Interesse nicht gegenseitig war. Wenn sie ihm jetzt ihre Liebe gestand, würde sich alles ändern. Aber wenn sie es nicht tat, musste sie mit seinem besten Freund nackt baden gehen. »Wie geht es, Daphne?« erkundigte sich Kate leise. »Läft sie?« »Sie ist ziemlich schlecht gelaunt«, antwortete Audrey mit leisem Lächeln. »Aber das wird schon wieder, denke ich.« »Sie hat eine harte Woche hinter sich«, sagte Kate mit besorgter Stimme. Er wirkte abgelenkt und erschöpft, als wäre er die letzten Nächte mit Daphne aufgeblieben und hätte nicht geschlafen. »Was vermutlich auch der Fall war«, dachte Audrey. »Er war ihnen ein so guter Freund.« »War es da ein Wunder, dass sie ihn liebte?« Audrey nahm seine Hand und drückte sie. »Danke, dass du für uns da bist.« Kate schien überrascht zu sein, dass sie ihn berührte, und dann drückte er ihre Hand und lächelte sie zärtlich an. »Aber natürlich. Ich habe doch gesagt, dass ich immer für Daphne da sein würde. Und das bin ich auch. Sie weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann.« »Das können wir beide«, stellte Audrey fest und lächelte ihn an. Sein Gesicht war so wundervoll und auf klassische Weise attraktiv. Er sah völlig anders aus als Reese. Reese's Gesicht wurde schon allein durch seine gigantische Persönlichkeit gut aussehend. Allerdings sah Reese auch aus, als würde er besser in einen Boxring als in einen Geschäftsanzug passen. Kate war wunderschön wie eine Statue. Reese war sexy wie eine Naturgewalt. »Die Zeit wird knapp«, flüsterte ihr Reese ins Ohr und drängelte sich an ihr vorbei, um die letzten Einkäufe im Kühlschrank zu verstauen. Reese's Direktheit erschreckte Audrey, und sie hätte beinahe die Stirn gerunzelt. Er warf ihr einen finsteren Blick zu. Sie machte einen Schritt nach vorn, sodass sich ihre Brüste gegen Kates Brust drückten. Zu ihrer Überraschung und Verärgerung ging Kate automatisch einen Schritt nach hinten und blieb ganz der Gentleman. »Kate, können wir uns mal kurz unter vier Augen unterhalten?«, fragte Audrey mit rauer, erotischer Stimme. »Ich wollte eigentlich erst mal nach Daphne sehen«, erwiderte Kate und zeigte zur Treppe. »Es wird nicht lange dauern«, versicherte sie ihm und berührte seinen Arm. »Bitte, es ist wichtig, ich möchte mit dir reden. Irgendwo, wo wir alleine sind.« Sie drehte sich um und funkelte Reese wütend an. »Natürlich«, Kate deutete auf die Tür, »wollen wir auf die Terrasse gehen?« »Das ist eine gute Idee«, sagte sie und ging in die Richtung. Dabei warf sie Reese einen triumphierenden Blick zu, doch der sah sie nur mürrisch an. »Er hat nicht geglaubt, dass ich es durchziehe«, dachte sie. Aber sie würde es ihm schon zeigen. »Na warte, Reese Durham, das Spiel fängt gerade erst an.« Audrey trat auf die Terrasse und wartete auf Kate. Einen Augenblick später kam er mit vor Sorge gerunzelter Stirn heraus. »Ist alles in Ordnung?« Sie nickte und trat zum Geländer, um sich die wunderschöne Umgebung anzusehen. Es lag noch kein Schnee, obwohl es schon ziemlich kalt geworden war, und die Berge schimmerten purpuren in der Ferne, während sich die Bäume wie grüner Samt vor dem orange-roten Himmel abzeichneten. Die Sonne ging bereits unter, und Audrey hatte keine Zeit zu verlieren. Automatisch drehte sie sich zur Hütte um und sah, wie Reese aus dem Küchenfenster zu ihr herausblickte. Na gut, sie musste es eben durchstehen und dafür sorgen, dass sie die Wette gewann. Kate sah sie gespannt an. »Wolltest du über etwas Bestimmtes reden, Audrey?« Sie lehnte sich mit dem Hintern an das Geländer. »Komme her, Kate«, als er zögerte, fügte sie hinzu. »Ich möchte nicht so laut reden, damit wir die anderen nicht stören.« Er nickte, steckte die Hände in die Hosentaschen und kam auf sie zu. Als er auf armes Länge Abstand war, blieb er stehen. »Na genug?« »Na genug«, stimmte sie zu. »Worum geht es denn?« Seine Miene wirkte einen Moment lang ausdruckslos. »Es geht um Daphne, nicht wahr?« »Nein, nein«, versicherte sie ihm hastig, »so schlimm ist es nicht.« »Ich mache mir Sorgen um sie. Sie erholt sich, aber sie freut sich nicht darüber. Dabei muss sie das auch selbst wollen. Es reicht nicht, dass wir uns das für sie wünschen, es ist fast so, als wäre es ihr egal.« »Das kann ich mir nicht vorstellen«, meinte Audrey und versuchte, ihre Unruhe in den Griff zu bekommen. Wenn er über ihre Schwester und ihre gesundheitlichen Probleme sprach, dann würden sie sich niemals küssen. »Darüber wollte ich auch nicht mit ihr reden.« »Nicht?« Kate strich sich mit einer Hand über das Kinn und ihr fiel auf, dass er sich noch immer nicht rasiert hatte. Er schien auch abgelenkt zu sein. So durcheinander hatte sie Kate noch nie gesehen und das warf sie aus der Bahn. Achte er sich wirklich so große Sorgen um Daphne? Es ging ihr doch immer besser. Sie hatte sich heute nicht mehr so oft übergeben müssen und sogar ihren Toast drin behalten. Es würde vielleicht noch eine Woche dauern und dann hätte sie es geschafft. Worüber denn dann? Auf einmal hatte Audrey das Gefühl, als würde ihr ihre Zunge nicht mehr gehorchen. Das war ihre Chance. Jetzt musste sie ihre Kindheitsträume und geheimen Wünsche beiseite schieben und ihnen gestehen, was sie für ihn empfand. Sie konnte sich noch genau daran erinnern, was sie damals gespürt hatte. Dass sie ihn immer geliebt hatte, dass er ihr alles bedeutet hatte und sie sich immer gewünscht hatte, er würde ihre Liebe erwidern. Sein Gesichtsausdruck war liebevoll, als er darauf wartete, dass sie etwas sagte. Und das ermutigte sie. »Ich«, sie schluckte schwer, »ich wollte mit dir darüber reden, wie viel es mir bedeutet, dass du hier bist.« »Himmel, das war ja schwerer, als sie gedacht hatte, vor allem, wenn er sie so geduldig ansah.« »Wir beide kennen uns schon so lange.« »Das stimmt«, bestätigte er grinsend, »ich weiß noch, wie die Nachbarskinder eure Dreiräder geklaut haben und ich sie für euch zurückklauen musste.« »Du bist schon immer unser Held gewesen«, murmelte sie, »das werde ich auch immer sein«, erklärte er ernst, »du weißt, dass ich immer da sein werde, wenn einer von euch beiden mich braucht.« »Das weiß ich, so wie an diesem Wochenende«, Audrey nahm seine Hand, sie fühlte sich warm an und er drückte ihre Hand, als wäre sie seine kleine Schwester, die er ermutigen musste. »Ich...« »Ja«, sie beugte sich ein wenig vor, sodass ihr die Haare teilweise ins Gesicht fielen und klimperte mit ihren falschen Wimpern. Falls es so wirkte wie bei Daphne, dann sahen ihre Augen damit groß und wunderschön aus. Sie hoffte, dass er sie als sanft und verletzlich ansah, vielleicht sogar verlockend. »Ich wollte nur, dass du weißt, wie wichtig mir das ist, dass wir so auf dich vertrauen können. Dass du für mich sehr wichtig bist«, »du für mich doch auch«, versicherte er ihr. Das war ja fast so, als würden sie sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. »Sprich es endlich aus«, sagte sie sich, »gesteh ihm deine Liebe, pack ihn am Kragen und küss ihn, so wie du Reese geküsst hast.« Aber das hier war Kate, und bei ihm konnte sie nicht so impulsiv sein. Sie wusste noch genau, wie er sie damals an ihrem 13. Geburtstag auf dem Steg angesehen hatte. Diesen enttäuschten Blick, nachdem sie Daphne ins Wasser geschubst hatte, wurde sie nie vergessen. Als hätte sie sich als jemand entpuppt, den er nicht mochte. Diesen Gesichtsausdruck wollte sie bei ihm nie wiedersehen. Als sie ihn jetzt ansah und merkte, wie er ungeduldig darauf wartete, dass sie ihm sagte, was so wichtig war, wurde ihr bewusst, dass er sie ganz genau so ansehen würde, wenn sie ihm ihre Liebe bestand. Auf einmal wusste sie mit hundertprozentiger Sicherheit, dass er ihre Gefühle nicht erwiderte. Die Worte blieben ihr im Hals stecken. »Kate«, rief Daphne im Haus, »Kate, bist du zurück? Hast du meine Pille?« Kate berührte Audreys Arm und sah sich dann zur Hütte um. »Ich muss gehen, Audrey, können wir später weiterreden?« »Na klar«, erwiderte sie und seufzte leise. »Später«, er lächelte sie noch einmal an, ging dann zurück ins Haus und schloss leise die Tür hinter sich. Audrey starrte in den Wald und den blöden Sonnenuntergang hinaus. Sie hätte die Sache in die Hand nehmen können. Sie hätte Kate küssen können, ob er es nun wollte oder nicht, nur damit Reese verschwand und sie die Wette gewann. Aber das hätte sich auf jeder Ebene falsch angefühlt, sodass sie es einfach nicht über sich gebracht hatte. Sie war frustriert, dass ihr Kate keine Möglichkeit dazu gegeben hatte, aber sie ärgerte sich vor allem über sich selbst. Schließlich hätte sie die Wette ja auch nicht annehmen müssen. Die Tür quietschte, als sie geöffnet wurde, aber Audrey drehte sich nicht um. Sie wusste auch so, wer es war. Es war Reese, der sich diebisch darüber freuen würde, dass er ihre kleine Wette gewonnen hatte. Zum zweiten Mal in Folge zwang er sie mehr oder weniger dazu, etwas zu tun, was sie nicht tun wollte. Eigentlich sollte sie stinksauer auf ihn sein. Doch stattdessen hatte sie vor Aufregung Schmetterlinge im Bauch, und ihr Herz schlug schneller. Sie sah zu Reese hinüber. Er stand in dem viel zu engen T-Shirt eines Fitnessstudios, das er sich von Kate geborgt hatte, auf der Terrasse, hatte die Arme verschränkt und grinste zufrieden. »Haben Sie im letzten Augenblick kalte Füße bekommen, Miss Ethepetete?« »Etwas in der Art«, erwiderte sie und zuckte mit den Achseln. »Aber es war natürlich auch so gut wie unmöglich zu gewinnen, wenn jemand für eine denkbar schlechte Ausgangslage sorgt. Er würde denn etwas so Frevelhaftes tun?« »Jemand, der im Morgengrauen zusammen mit Kate aufgestanden ist und wusste, dass er längst nicht mehr da war, als er die Wette vorgeschlagen hat«, meinte sie trocken. Er deutete mit gespielter Überraschung auf sich und grinste sie dann frech, ausgesprochen frech an. »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich alle Register ziehe, um zu gewinnen.« »Das haben Sie heute definitiv bewiesen.« Sie zwang sich, ihre Stimme ausdruckslos klingen zu lassen. »Gut gemacht. Sie haben ein Nacktbaden mit Daphne Pettys unattraktiver Zwillingsschwester gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!« Er sah sie irritiert an. »Wenn Sie das so ausdrücken, fällt es mir irgendwie schwer, mich darüber zu freuen.« »Worüber sollte man sich denn da freuen?« »Über die Tatsache, dass ich mit einer heißen, sinnlichen, rothaarigen Nackt baden gehen werde?« Sie schnaubte. »Sie freuen sich bloß, weil Sie gewonnen haben, und das ist auch schon alles. Dafür müssen Sie jetzt nicht so dick auftragen.« »Wann Sie meinen?« Reese sah zum Teich hinüber. »Sollen wir jetzt baden gehen?« »Am helllichten Tag?« Sie sah ihn schockiert an. »Dann in einer Stunde?« Sie dachte darüber nach und schüttelte den Kopf. »Dann sind Daph und Kate noch wach.« »Ich will nicht, dass Sie von unserer Wette erfahren.« »Es wäre ja auch zu schrecklich, wenn sich irgendjemand hier in der Hütte amüsieren würde,« kommentierte Reese trocken. »Hier amüsiert sich nur einer,« dachte sie grimmig. »Um Mitternacht.« »Lassen Sie mich auch nicht hängen, Patty.« »Das ist doch lächerlich. Ich will nur nicht, dass die anderen es mitkriegen.« »Okay, dann um Mitternacht«, stimmte er zu. »Aber wenn Sie mich sitzen lassen...« »Ich lasse Sie nicht sitzen.« Dieser Mann ging ihr echt auf die Nerven. »Wenn doch nur diese Schmetterlinge in Ihrem Bauch nicht wären.« »Gut.« Kurz darauf ging er wieder ins Haus. Anscheinend war sie um Mitternacht zum Nacktbaden verabredet. »Großer Gott!« Audrey seufzte. »Warum hatte sie sich dieses kuschelige Wochenende so vorgestellt, dass sie es sich mit Kate vor dem Kamin gemütlich machte und sie einander besser kennenlernten, während Daphne schlief? Stattdessen hatte der böse Zwilling die ganze Aufmerksamkeit des Helden, während der gute Zwilling lauter verrückte, lächerliche Wetten mit dem Schurken abschloss. Sollte der gute Zwilling nicht derjenige sein, der letzten Endes belohnt wurde? Für sie fühlte es sich irgendwie nicht so an. Die Stunden verstrichen quälend langsam. Das Abendessen war eher unangenehm, da sich Daphne erneut weigerte, etwas zu essen. Reese hatte für Audrey und Kate Burger gemacht, und da er wieder behauptete, Audrey hätte gekocht, hatte sie danach zum Dank den Abwasch übernommen. Schließlich hielt er noch immer an dieser Scharade fest. Wenn er ihr nicht ständig so vielsagende Blicke zugeworfen hätte, wäre sie wenigstens nicht andauernd rot geworden. Audrey behauptete, müde zu sein, und ging früh zu Bett. Sie kramte in ihrer Tasche herum, bis sie ein BH und ein Höschen fand, in denen sie schwimmen gehen konnte. Aber sie hatte kein Glück. Anders als die Heldinnen in den Liebesromanen, die sie immer las, trug sie keine schönen erotischen Dessous, nur weil sie es konnte. Alle ihre Kleidungsstücke waren praktisch und funktional, und das galt auch für ihre Unterwäsche. Ihr bequemer, hautfarbener BH und das dazu passende Höschen mussten reichen. Danach legte sie sich hin und versuchte, einige Stunden zu schlafen. Doch es gelang ihr nicht. Die Schmetterlinge in ihrem Bauch waren inzwischen riesig geworden, und ihr Puls pochte so laut in ihren Ohren, dass sie schon glaubte, die anderen müssten ihn ebenfalls hören können. Sie war ... nervös. Das, was sie vorhatte, passte überhaupt nicht zu der vernünftigen Audrey Petty, dem überaus guten Zwilling. Daphne hätte so etwas vielleicht gemacht, aber sie nahm ja auch bewusstseinsverändernde Drogen und trank viel Alkohol. Als ihre Schwester ein paar Stunden später hereinkam, tat Audrey so, als würde sie schlafen. Daphne interessierte es ohnehin nicht. Sie legte sich einfach auf ihre Seite des Bettes, rückte ihre Kissen zurecht und war Sekunden später eingeschlafen. Audrey wartete dennoch einige Minuten, bevor sie auf die Uhr auf dem Nachttisch sah. Dreiundzwanzig Uhr dreißig. Verdammt! Noch eine halbe Stunde! Sie lag wartend im Bett, versteifte sich vor lauter Nervosität und beobachtete, wie die Uhr weiter tickte. Währenddessen betete sie, dass Kate schon tief und fest schlief und sie ihn nicht weckte, wenn sie sich rausschlich, denn das war eine furchtbare Vorstellung. Viel zu bald war es Zeit, wieder aufzustehen. Sie schwang die Beine aus dem Bett, hielt inne und wartete, ob sich Daphne regte. Aber ihre Schwester schlief tief und fest und nach kurzem Zögern stand Audrey auf. Keine Reaktion. Puh! Audrey zog sich eine Jeans über ihr Schlafshirt und band ihr Haar zu ihrem üblichen festen Dutt. Auf nackten Füßen schlich sie durch den Flur und zuckte bei jeder knarrenden Bodendiele zusammen. Reese wartete bereits an der Hintertür. Er lehnte lässig mit dem Rücken daran und sah auf die Uhr. Er trug noch immer dieselbe Schlafanzughose, die er offenbar gar nicht mehr auszog, und ein anderes von Kates T-Shirts, das ihm ebenfalls viel zu eng war. Als er sie sah, grinste er, und dann streifte sein Blick ihren. Sie sind gewappnet, wie ich sehe. Halten Sie einfach den Mund, damit ich es hinter mich bringen kann, sagte sie leise. »Augenblick noch«, erwiderte er und verschwand im Flur. Eine Minute später kam er mit zwei weichen Handtüchern zurück. Beim Anblick der Handtücher sackte Audreys Magen in ihre Kniekehlen. »Großer Gott! Sie würde es tatsächlich tun!« Sie bekam Panik, kämpfte jedoch sofort dagegen an. Sie würde das so schnell wie möglich hinter sich bringen und wieder ins Bett gehen. Niemand musste je davon erfahren, das war keine große Sache. Männer wie Reese gingen wahrscheinlich ständig mit Frauen nackt baden. Sie nahm ihm ein Handtuch ab, öffnete die Tür und ging nach draußen. Es war frisch. Nein, es war sogar ziemlich kalt. Sie erschauerte, als sie ins Freie trat und der Wind durch den dünnen Stoff ihrer Kleidung drang. »Können wir das nicht in einer anderen Nacht machen, wenn es nicht so kalt ist?« »Wollen Sie lieber in den Whirlpool gehen?« Bilder von Reese mit der Erbin stiegen vor ihrem inneren Auge auf, und sie runzelte die Stirn. »Auf gar keinen Fall!« Er kicherte und legte ihr eine Hand auf den Rücken. »Na dann los!« Der Weg hinunter zum See kam ihr endlos vor. Reese murmelte irgendetwas, aber sie hörte gar nicht zu. Die Schmetterlinge in ihrem Bauch schienen gar nicht mehr verschwinden zu wollen, und sie ging wie durch einen Nebel und spürte nichts außer der starken, warmen Hand auf ihrem Rücken. Irgendwie gefiel ihr das. Dann standen sie am Ende des Stegs. Audrey starrte auf das dunkle Wasser hinab, das gegen die Holzpfeiler schlug, und sah Reese dann skeptisch an. »Inen ist hoffentlich klar, dass ich sie hasse.« Reese kicherte, legte sein Handtuch in sicherer Entfernung auf den Steg und stemmte dann die Hände in die Hüften. »Sind Sie bereit?« »Natürlich nicht!« Sie warf ihr Handtuch auf seins. »Und ich gehe auch nicht als Erste rein.« »Doch, das werden Sie. Sie haben die Wette schließlich verloren.« »Oh nein,« beharrte sie. »Woher weiß ich, dass Sie nicht einfach zurück ins Haus rennen, sobald ich ins Wasser gesprungen bin?« »Weil ich ein Mann bin, der sein Wort hält?« Er grinste sie verschmitzt an. »Außerdem freue ich mich darauf, Sie nackt zu sehen.« »Die Freude ist nicht beiderseitig,« sagte sie spitz, obwohl sie bei seinen Worten noch aufgeregter wurde. Großer Gott, sie würde Reese schon wieder nackt sehen. Am ersten Tag, als sie ihn nur in einer Badehose im Whirlpool erwischt hatte, war sie nicht besonders aufmerksam gewesen. Aber jetzt flackerten lebhafte Bilder vor ihrem inneren Auge auf, und sie versuchte, sich vorzustellen, was sie erwartete. Sie musste sich eingestehen, dass sie neugierig war, was sie natürlich nicht zugeben würde, nie im Leben. »Okay, wenn Sie zu feige sind, gehe ich eben als Erster rein.« Reese zog sich lässig das T-Shirt über den Kopf. Sie konnte sehen, wie er seine Muskeln auf wunderbare Weise anspannte und bewunderte seine glänzende Haut und seinen perfekten Körperbau. Danach zwinkerte er ihr zu, als wüsste er ganz genau, dass sie ihn beobachtet hatte. Sie wurde rot, wandte den Blick aber nicht ab. Er warf sein T-Shirt auf das Handtuch und legte die Hände an den Saum seiner Schlafanzugshose. Dann zog er sie mit einem Ruck ganz herunter, und sie starrte auf seine nackten Hüften, seinen perfekten Hintern und seinen Penis, der bereits halb erigiert war. Ihr Mund wurde ganz trocken. Es sah wunderschön aus. Am liebsten hätte sie die Hand ausgestreckt und mit den Fingern seiner Haut berührt und seinen Hintern gestreichelt, den Penis angefasst, der aus den Schamhaaren aufragte, ihn wieder geküsst und herausgefunden, wie sein Körper auf ihre Berührung reagierte. Aber sie tat es nicht. Sie stand vielmehr wie erstarrt da, während er die Hose auf den Kleiderhaufen warf. Dann streckte er lässig die Arme über den Kopf aus, als würde er sich für einen Schwimmwettbewerb aufwärmen. Sie sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. »Das macht Ihnen richtig Spaß, nicht wahr?« »Ungemein«, er grinste sie an und trat dann vom Steg. Das Wasser spritzte auf und sie hörte, wie er nach Luft schnappte. »Ist es sehr kalt?« »Es geht«, gab er zu. Sie stellte betrübt fest, dass nur noch seine Schultern und sein Kopf aus dem Wasser ragten. »Jetzt sind Sie dran«, sie zögerte. »Spielen Sie jetzt etwa die Tugendhafte, Frau Saubermann?« Audrey funkelte ihn an. Das Feuer in ihrem Bauch war zurückgekehrt, vielleicht auch durch den Anblick seines nackten, wunderschönen Körpers. Sie weigerte sich, über ihre kreidebleiche Haut und ihre üppige Figur nachzudenken. Er hatte das so gewollt, und jetzt sollte er es auch so haben. Derart ermutigt zog Audrey ihr Schlafshirt aus, öffnete den Reißverschluss ihrer Jeans und ließ sie zu Boden gleiten. Jetzt hatte sie nur noch ihren schlichten BH und das Höschen an. »Runter mit den Haaren«, rief er. »Auf keinen Fall«, entgegnete sie und griff nach der Klemme ihres BHs. Sie zögerte einen Moment und ihr Mut wankte, weil er sie beobachtete. Er wartete darauf, dass sie sich auszog. Konnte sie das tun? Aber sie hatte wohl kaum eine andere Wahl. Audrey biss sich auf die Unterlippe, schloss die Augen, holte tief Luft, öffnete den BH und ließ ihn zu Boden fallen. Ohne die Augen zu öffnen und seine Reaktion mitzubekommen, zog sie auch den Slip aus, schob ihn mit dem Fuß zur Seite und machte einen Schritt vom Steg, bevor sie es sich noch einmal anders überlegen konnte. Das Wasser war eiskalt. Sobald es ihre Haut berührte, schien es ihr die Luft aus den Lungen zu pressen, und sie schrie überrascht auf. Da sie die Augen geschlossen hatte und nicht wusste, wie tief das Wasser war, stellte sie im nächsten Augenblick fest, dass ihr Kopf unterging. Sie hatte noch nie etwas so Kaltes gespürt. Sofort kam sie zurück an die Oberfläche und riss die Augen auf. Sie klapperte mit den Zähnen. Oh mein Gott, ist das kalt! Er grinste sie an und hob dann einen Finger an die Lippen, damit sie leise war. Sie bespritzte ihn mit Wasser. Lassen Sie den Blödsinn, ich frieh mir hier was ab! Sie hätten mich ruhig vorwarnen können! Er hatte so getan, als wäre das Wasser ganz annehmbar. Unnehmbar! Dieser Lügner! Wenn ich es ihnen verraten hätte, dann wären sie nicht reingesprungen und hätten mich um meinen Sieg gebracht und die Gelegenheit, sie nackt zu sehen. Er grinste, und sie bemerkte, dass sich seine Lippen leicht blau verfärbt hatten. Blöd, Mann! Nicht so laut, Audrey, sonst wecken sie noch die anderen, sagte er leise und schwamm auf sie zu. Dann nahm er ihren Arm. Sie keuchte, weil er sich im kalten Wasser so warm anfühlte. Automatisch griff sie nach ihm. Er presste ihren nackten Körper an seinen und legte ihm die Arme um den Hals. Sie stöhnte vor Wonne, weil er so warm war. Es war, als wäre sie in einem Bottich voller Eis und würde sich an einem Heizstrahler festhalten. Sie fühlen sich so gut an! Er legte die Arme um sie, schob eine Hand unter ihren Hintern und drückte sie an sich. Dabei stöhnte er leise. Das kann ich nur zurückgeben. Audrey zitterte und drückte sich fester an ihn. Sie legte ein Bein um seine Hüfte, um ihn noch enger an sich zu ziehen. Das war eine sehr intime Berührung, aber in diesem Augenblick war sie nur an seiner Wärme interessiert. »Wie lange müssen wir hier drin bleiben?« Im Moment möchte ich eigentlich gar nicht raus, murmelte er und drückte ihre Po-Backe. Seine Stimme klang auf einmal ganz tief und rau. Sie wollte schon protestieren und sagen, dass sie so schnell wie möglich wieder ins Trockene wollte, aber sie drückte das Gesicht an seine Wange und die Brüste an seine Brust. Er bedrängte sie nicht. Im Grunde genommen stand er nur da und ließ sie an sich herumklettern, abgesehen von seiner Hand, die ihre Po-Backe umfing. Während sie sich an seinen warmen Körper klammerte, stellte sie fest, dass er sich gut anfühlte. Überall feste Stellen und wundervolle Muskeln. Ihr Mund lag dicht neben seinem Ohr, und er zuckte jedes Mal zusammen, wenn sie ausatmete. Da kam die impulsive, feurige Audrey, die sie sonst immer so gut versteckte, wieder an die Oberfläche. Sie beugte sich vor und biss sanft in sein Ohrläppchen. Da lächelte sie noch einmal an, ging dann zurück ins Haus und schloss leise die Tür hinter sich. Audrey starrte in den Wald und den blöden Sonnenuntergang hinaus. Sie hätte die Sache in die Hand nehmen können. Sie hätte Kate küssen können, ob er es nun wollte oder nicht, nur damit Reese verschwand und sie die Wette gewann. Aber das hätte sich auf jeder Ebene falsch angefühlt, sodass sie es einfach nicht über sich gebracht hatte. Sie war frustriert, dass ihr Kate keine Möglichkeit dazu gegeben hatte, aber sie ärgerte sich vor allem über sich selbst. Schließlich hätte sie die Wette ja auch nicht annehmen müssen. Die Tür quietschte, als sie geöffnet wurde, aber Audrey drehte sich nicht um. Sie wusste auch so, wer es war. Es war Reese, der sich diebisch darüber freuen würde, dass er ihre kleine Wette gewonnen hatte. Zum zweiten Mal in Folge zwang er sie mehr oder weniger dazu, etwas zu tun, was sie nicht tun wollte. Eigentlich sollte sie stinksauer auf ihn sein. Doch stattdessen hatte sie vor Aufregung Schmetterlinge im Bauch. Und ihr Herz schlug schneller. Sie sah zu Reese hinüber. Er stand in dem viel zu engen T-Shirt eines Fitnessstudios, das er sich von Kate geborgt hatte, auf der Terrasse, hatte die Arme verschränkt und grinste zufrieden. »Haben Sie im letzten Augenblick kalte Füße bekommen, Miss Ethepetete?« »Etwas in der Art«, erwiderte sie und zuckte mit den Achseln. »Aber es war natürlich auch so gut wie unmöglich zu gewinnen, wenn jemand für eine denkbar schlechte Ausgangslage sorgt. Er würde denn etwas so Frevelhaftes tun?« »Jemand, der im Morgengrauen zusammen mit Kate aufgestanden ist und wusste, dass er längst nicht mehr da war, als er die Wette vorgeschlagen hat«, meinte sie trocken. Er deutete mit gespielter Überraschung auf sich und grinste sie dann frech, ausgesprochen frech, an. »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich alle Register ziehe, um zu gewinnen.« »Das haben Sie heute definitiv bewiesen.« Sie zwang sich, ihre Stimme ausdruckslos klingen zu lassen. »Gut gemacht. Sie haben ein Nacktbaden mit Daphne Pettys unattraktiver Zwillingsschwester gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!« Er sah sie irritiert an. »Wenn Sie das so ausdrücken, fällt es mir irgendwie schwer, mich darüber zu freuen.« »Worüber sollte man sich denn da freuen?« »Über die Tatsache, dass ich mit einer heißen, sinnlichen, rothaarigen Nacktbaden gehen werde?« Sie schnaubte. »Sie freuen sich bloß, weil Sie gewonnen haben, und das ist auch schon alles. Dafür müssen Sie jetzt nicht so dick auftragen.« »Und Sie meinen?« Reese sah zum Teich hinüber. »Sollen wir jetzt baden gehen?« »Am helllichten Tag?« Sie sah ihn schockiert an. »Dann in einer Stunde?« Sie dachte darüber nach und schüttelte den Kopf. »Dann sind Daph und Kate noch wach.« »Ich will nicht, dass Sie von unserer Wette erfahren.« »Es wäre ja auch zu schrecklich, wenn sich irgendjemand hier in der Hütte amüsieren würde,« kommentierte Reese trocken. »Hier amüsiert sich nur einer,« dachte sie grimmig. »Um Mitternacht.« »Lassen Sie mich auch nicht hängen, Patty.« »Das ist doch lächerlich. Ich will nur nicht, dass die anderen das mitkriegen.« »Okay, dann um Mitternacht«, stimmte er zu. »Aber wenn Sie mich sitzen lassen, ich lasse Sie nicht sitzen.« Dieser Mann ging ihr echt auf die Nerven. »Wenn doch nur diese Schmetterlinge in Ihrem Bauch nicht wären.« »Gut«, kurz darauf ging er wieder ins Haus. Anscheinend war sie um Mitternacht zum Nacktbaden verabredet. »Großer Gott«, Audrey seufzte, »warum hatte sie sich dieses kuschelige Wochenende so vorgestellt, dass sie es sich mit Kate vor dem Kamin gemütlich machte und sie einander besser kennenlernten, während Daphne schlief? Stattdessen hatte der böse Zwilling die ganze Aufmerksamkeit des Helden, während der gute Zwilling lauter verrückte, lächerliche Wetten mit dem Schurken abschloss. Sollte der gute Zwilling nicht derjenige sein, der letzten Endes belohnt wurde? Für sie fühlte es sich irgendwie nicht so an. Die Stunden verstrichen quälend langsam. Das Abendessen war eher unangenehm, da sich Daphne erneut weigerte, etwas zu essen. Reese hatte für Audrey und Kate Burger gemacht, und da er wieder behauptete, Audrey hätte gekocht, hatte sie danach zum Dank den Abwasch übernommen. Schließlich hielt er noch immer an dieser Scharade fest. Wenn er ihr nicht ständig so vielsagende Blicke zugeworfen hätte, wäre sie wenigstens nicht andauernd rot geworden. Audrey behauptete, müde zu sein, und ging früh zu Bett. Sie kramte in ihrer Tasche herum, bis sie ein BH und ein Höschen fand, in denen sie schwimmen gehen konnte. Aber sie hatte kein Glück. Anders als die Heldinnen in den Liebesromanen, die sie immer las, trug sie keine schönen erotischen Dessous, nur weil sie es konnte. Alle ihre Kleidungsstücke waren praktisch und funktional, und das galt auch für ihre Unterwäsche. Ihr bequemer, hautfarbener BH und das dazu passende Höschen mussten reichen. Danach legte sie sich hin und versuchte, einige Stunden zu schlafen. Doch es gelang ihr nicht. Die Schmetterlinge in ihrem Bauch waren inzwischen riesig geworden, und ihr Puls pochte so laut in ihren Ohren, dass sie schon glaubte, die anderen müssten ihn ebenfalls hören können. Sie war nervös. Das, was sie vorhatte, passte überhaupt nicht zu der vernünftigen Audrey Petty, dem überaus guten Zwilling. Daphne hätte so etwas vielleicht gemacht, aber sie nahm ja auch bewusstseinsverändernde Drogen und trank viel Alkohol. Als ihre Schwester ein paar Stunden später hereinkam, tat Audrey so, als würde sie schlafen. Daphne interessierte es ohnehin nicht. Sie legte sich einfach auf ihre Seite des Bettes, rückte ihre Kissen zurecht und war Sekunden später eingeschlafen. Audrey wartete dennoch einige Minuten, bevor sie auf die Uhr auf dem Nachttisch sah. »23.30 Uhr. Verdammt! Noch eine halbe Stunde!« Sie lag wartend im Bett, versteifte sich vor lauter Nervosität und beobachtete, wie die Uhr weiter tickte. Währenddessen betete sie, dass Kate schon tief und fest schlief und sie ihn nicht weckte, wenn sie sich rausschlich, denn das war eine furchtbare Vorstellung. Viel zu bald war es Zeit, wieder aufzustehen. Sie schwang die Beine aus dem Bett, hielt inne und wartete, ob sich Daphne regte. Aber ihre Schwester schlief tief und fest und nach kurzem Zögern stand Audrey auf. Keine Reaktion. Puh. Audrey zog sich einer Jeans über ihr Schlafshirt und band ihr Haar zu ihrem üblichen festen Dutt. Auf nackten Füßen schlich sie durch den Flur und zuckte bei jeder knarrenden Bodendiele zusammen. Reese wartete bereits an der Hintertür. Er lehnte lässig mit dem Rücken daran und sah auf die Uhr. Er trug noch immer dieselbe Schlafanzughose, die er offenbar gar nicht mehr auszog, und ein anderes von Kates T-Shirts, das ihm ebenfalls viel zu eng war. Als er sie sah, grinste er, und dann streifte sein Blick ihren. Sie sind gewappnet, wie ich sehe. Halten Sie einfach den Mund, damit ich es hinter mich bringen kann, sagte sie leise. Augenblick noch, erwiderte er und verschwand im Flur. Eine Minute später kam er mit zwei weichen Handtüchern zurück. Beim Anblick der Handtücher sackte Audrey's Magen in ihre Kniekehlen. Großer Gott, sie würde es tatsächlich tun. Sie bekam Panik, kämpfte jedoch sofort dagegen an. Sie würde das so schnell wie möglich hinter sich bringen und wieder ins Bett gehen. Niemand musste je davon erfahren, das war keine große Sache. Männer wie Reese gingen wahrscheinlich ständig mit Frauen nackt baden. Sie nahm ihm ein Handtuch ab, öffnete die Tür und ging nach draußen. Es war frisch. Nein, es war sogar ziemlich kalt. Sie erschauerte, als sie ins Freie trat und der Wind durch den dünnen Stoff ihrer Kleidung drang. Können wir das nicht in einer anderen Nacht machen, wenn es nicht so kalt ist? Wollen Sie lieber in den Whirlpool gehen? Bilder von Reese mit der Erbin stiegen vor ihrem inneren Auge auf, und sie runzelte die Stirn. Auf gar keinen Fall! Er kicherte und legte ihr eine Hand auf den Rücken. Na dann los! Der Weg hinunter zum See kam ihr endlos vor. Reese murmelte irgendetwas, aber sie hörte gar nicht zu. Die Schmetterlinge in ihrem Bauch schienen gar nicht mehr verschwinden zu wollen, und sie ging wie durch einen Nebel und spürte nichts außer der starken, warmen Hand auf ihrem Rücken. Irgendwie gefiel ihr das. Dann standen sie am Ende des Stegs. Audrey starrte auf das dunkle Wasser hinab, das gegen die Holzpfeiler schlug, und sah Reese dann skeptisch an. Ihnen ist hoffentlich klar, dass ich sie hasse. Reese kicherte, legte sein Handtuch in sicherer Entfernung auf den Steg und stemmte dann die Hände in die Hüften. Sind Sie bereit? Natürlich nicht. Sie warf ihr Handtuch auf seins. Und ich gehe auch nicht als Erste rein. Doch, das werden Sie. Sie haben die Wette schließlich verloren. Oh nein, beharrte sie. Woher weiß ich, dass Sie nicht einfach zurück ins Haus rennen, sobald ich ins Wasser gesprungen bin? Weil ich ein Mann bin, der sein Wort hält? Er grinste sie verschmitzt an. Außerdem freue ich mich darauf, Sie nackt zu sehen. Die Freude ist nicht beiderseitig, sagte sie spitz, obwohl sie bei seinen Worten noch aufgeregter wurde. Großer Gott, sie würde Reese schon wieder nackt sehen. Am ersten Tag, als sie ihn nur in einer Badehose im Whirlpool erwischt hatte, war sie nicht besonders aufmerksam gewesen. Aber jetzt flackerten lebhafte Bilder vor ihrem inneren Auge auf, und sie versuchte, sich vorzustellen, was sie erwartete. Sie musste sich eingestehen, dass sie neugierig war, was sie natürlich nicht zugeben würde, nie im Leben. Okay, wenn Sie zu feige sind, gehe ich eben als Erster rein. Reese zog sich lässig das T-Shirt über den Kopf. Sie konnte sehen, wie er seine Muskeln auf wunderbare Weise anspannte und bewunderte seine glänzende Haut und seinen perfekten Körperbau. Danach zwinkerte er ihr zu, als wüsste er ganz genau, dass sie ihn beobachtet hatte. Sie wurde rot, wandte den Blick aber nicht ab. Er warf sein T-Shirt auf das Handtuch und legte die Hände an den Saum seiner Schlafanzugshose. Dann zog er sie mit einem Ruck ganz herunter, und sie starrte auf seine nackten Hüften, seinen perfekten Hintern und seinen Penis, der bereits halb erigiert war. Ihr Mund wurde ganz trocken. Es sah wunderschön aus. Am liebsten hätte sie die Hand ausgestreckt und mit den Fingern seiner Haut berührt und seinen Hintern gestreichelt. Den Penis angefasst, der aus den Schamhaaren aufragte. Ihn wieder geküsst und herausgefunden, wie sein Körper auf ihre Berührung reagierte. Aber sie tat es nicht. Sie stand vielmehr wie erstarrt da, während er die Hose auf den Kleiderhaufen warf. Dann streckte er lässig die Arme über den Kopf aus, als würde er sich für einen Schwimmwettbewerb aufwärmen. Sie sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. Das macht Ihnen richtig Spaß, nicht wahr? Ungemein! Er grinste sie an und trat dann vom Steg. Das Wasser spritzte auf, und sie hörte, wie er nach Luft schnappte. Ist es sehr kalt? Es geht, gab er zu. Sie stellte betrübt fest, dass nur noch seine Schultern und sein Kopf aus dem Wasser ragten. Jetzt sind Sie dran! Sie zögerte. Spielen Sie jetzt etwa die Tugendhafte, Frau Saubermann? Audrey funkelte ihn an. Das Feuer in ihrem Bauch war zurückgekehrt, vielleicht auch durch den Anblick seines nackten, wunderschönen Körpers. Sie weigerte sich, über ihre kreidebleiche Haut und ihre üppige Figur nachzudenken. Er hatte das so gewollt, und jetzt sollte er es auch so haben. Derart ermutigt zog Audrey ihr Schlafshirt aus, öffnete den Reißverschluss ihrer Jeans und ließ sie zu Boden gleiten. Jetzt hatte sie nur noch ihren schlichten BH und das Höschen an. Runter mit den Haaren! Dann rief er. Auf keinen Fall! entgegnete sie und griff nach der Klemme ihres BHs. Sie zögerte einen Moment und ihr Mut wankte, weil er sie beobachtete. Er wartete darauf, dass sie sich auszog. Konnte sie das tun? Aber sie hatte wohl kaum eine andere Wahl. Audrey biss sich auf die Unterlippe, schloss die Augen, holte tief Luft, öffnete den BH und ließ ihn zu Boden fallen. Ohne die Augen zu öffnen und seine Reaktion mitzubekommen, zog sie auch den Slip aus, schob ihn mit dem Fuß zur Seite und machte einen Schritt vom Steg, bevor sie es sich noch einmal anders überlegen konnte. Das Wasser war eiskalt. Sobald es ihre Haut berührte, schien es ihr die Luft aus den Lungen zu pressen, und sie schrie überrascht auf. Da sie die Augen geschlossen hatte und nicht wusste, wie tief das Wasser war, stellte sie im nächsten Augenblick fest, dass ihr Kopf unterging. Sie hatte noch nie etwas so Kaltes gespürt. Sofort kam sie zurück an die Oberfläche und riss die Augen auf. Sie klapperte mit den Zähnen. Oh mein Gott, ist das kalt! Er grinste sie an und hob dann einen Finger an die Lippen, damit sie leise war. Sie bespritzte ihn mit Wasser. Lassen Sie den Blödsinn, ich frieh mir hier was ab! Sie hätten mich ruhig vorwarnen können! Er hatte so getan, als wäre das Wasser ganz annehmbar. Dieser Lügner! Wenn ich es ihnen verraten hätte, dann wären sie nicht reingesprungen und hätten mich um meinen Sieg gebracht und die Gelegenheit, sie nackt zu sehen. Er grinste und sie bemerkte, dass sich seine Lippen leicht blau verfärbt hatten. Blöd Mann! Nicht so laut, Audrey, sonst wecken sie noch die anderen, sagte er leise und schwamm auf sie zu. Dann nahm er ihren Arm. Sie keuchte, weil er sich im kalten Wasser so warm anfühlte. Automatisch griff sie nach ihm, presste ihren nackten Körper an seinen und legte ihm die Arme um den Hals. Sie stöhnte vor Wonne, weil er so warm war. Es war, als wäre sie in einem Bottich voller Eis und würde sich an einem Heizstrahler festhalten. Sie fühlen sich so gut an. Er legte die Arme um sie, schob eine Hand unter ihren Hintern und drückte sie an sich. Dabei stöhnte er leise. Das kann ich nur zurückgeben. Audrey zitterte und drückte sich fester an ihn. Sie legte ein Bein um seine Hüfte, um ihn noch enger an sich zu ziehen. Das war eine sehr intime Berührung, aber in diesem Augenblick war sie nur an seiner Wärme interessiert. Wie lange müssen wir hier drin bleiben? Im Moment möchte ich eigentlich gar nicht raus, murmelte er und drückte ihre Pobacke. Seine Stimme klang auf einmal ganz tief und rau. Sie wollte schon protestieren und sagen, dass sie so schnell wie möglich wieder ins Trockene wollte, aber sie drückte das Gesicht an seine Wange und die Brüste an seine Brust. Er bedrängte sie nicht. Im Grunde genommen stand er nur da und ließ sie an sich herumklettern, abgesehen von seiner Hand, die ihre Pobacke umfing. Während sie sich an seinen warmen Körper klammerte, stellte sie fest, dass er sich gut anfühlte. Überall feste Stellen und wundervolle Muskeln. Ihr Mund lag dicht neben seinem Ohr und er zuckte jedes Mal zusammen, wenn sie ausatmete. Da kam die impulsive, feurige Audrey, die sie sonst immer so gut versteckte, wieder an die Oberfläche. Sie beugte sich vor und biss sanft in sein Ohrläppchen. Da, als sie ins Freie trat und der Wind durch den dünnen Stoff ihrer Kleidung drang, »Können wir das nicht in einer anderen Nacht machen, wenn es nicht so kalt ist?« »Wollen Sie lieber in den Whirlpool gehen?« Bilder von Reese mit der Erbin stiegen vor ihrem inneren Auge auf, und sie runzelte die Stirn. »Auf gar keinen Fall!« Er kicherte und legte ihr eine Hand auf den Rücken. »Na dann los!« Der Weg hinunter zum See kam ihr endlos vor. Reese murmelte irgendetwas, aber sie hörte gar nicht zu. Die Schmetterlinge in ihrem Bauch schienen gar nicht mehr verschwinden zu wollen, und sie ging wie durch einen Nebel und spürte nichts außer der starken, warmen Hand auf ihrem Rücken. Irgendwie gefiel ihr das. Dann standen sie am Ende des Stegs. Audrey starrte auf das dunkle Wasser hinab, das gegen die Holzpfeiler schlug, und sah Reese dann skeptisch an. »Inen ist hoffentlich klar, dass ich sie hasse.« Reese kicherte, legte sein Handtuch in sicherer Entfernung auf den Steg und stemmte dann die Hände in die Hüften. »Sind Sie bereit?« »Natürlich nicht!« Sie warf ihr Handtuch auf seins. »Und ich gehe auch nicht als Erste rein.« »Doch, das werden Sie. Sie haben die Wette schließlich verloren.« »Oh nein!« beharrte sie. »Woher weiß ich, dass Sie nicht einfach zurück ins Haus rennen, sobald ich ins Wasser gesprungen bin?« »Weil ich ein Mann bin, der sein Wort hält?« Er grinste sie verschmitzt an. »Außerdem freue ich mich darauf, Sie nackt zu sehen.« »Die Freude ist nicht beiderseitig,« sagte sie spitz, obwohl sie bei seinen Worten noch aufgeregter wurde. »Großer Gott! Sie würde Reese schon wieder nackt sehen.« Am ersten Tag, als sie ihn nur in einer Badehose im Whirlpool erwischt hatte, war sie nicht besonders aufmerksam gewesen. Aber jetzt flackerten lebhafte Bilder vor ihrem inneren Auge auf, und sie versuchte, sich vorzustellen, was sie erwartete. Sie musste sich eingestehen, dass sie neugierig war, was sie natürlich nicht zugeben würde, nie im Leben. »Okay, wenn Sie zu feige sind, gehe ich eben als Erster rein.« Reese zog sich lässig das T-Shirt über den Kopf. Sie konnte sehen, wie er seine Muskeln auf wunderbare Weise anspannte und bewunderte seine glänzende Haut und seinen perfekten Körperbau. Danach zwinkerte er ihr zu, als wüsste er ganz genau, dass sie ihn beobachtet hatte. Sie wurde rot, wandte den Blick aber nicht ab. Er warf sein T-Shirt auf das Handtuch und legte die Hände an den Saum seiner Schlafanzugshose. Dann zog er sie mit einem Ruck ganz herunter, und sie starrte auf seine nackten Hüften, seinen perfekten Hintern und seinen Penis, der bereits halb irrigiert war. Ihr Mund wurde ganz trocken. Es sah wunderschön aus. Am liebsten hätte sie die Hand ausgestreckt und mit den Fingern seiner Haut berührt und seinen Hintern gestreichelt, den Penis angefasst, der aus den Schamhaaren aufragte, ihn wieder geküsst und herausgefunden, wie sein Körper auf ihre Berührung reagierte. Aber sie tat es nicht. Sie stand vielmehr wie erstarrt da, während er die Hose auf den Kleiderhaufen warf. Dann streckte er lässig die Arme über den Kopf aus, als würde er sich für einen Schwimmwettbewerb aufwärmen. Sie sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. Das macht Ihnen richtig Spaß, nicht wahr? Ungemein! Er grinste sie an und trat dann vom Steg. Das Wasser spritzte auf, und sie hörte, wie er nach Luft schnappte. Ist es sehr kalt? Es geht, gab er zu. Sie stellte betrübt fest, dass nur noch seine Schultern und sein Kopf aus dem Wasser ragten. Jetzt sind Sie dran! Sie zögerte. Spielen Sie jetzt etwa die Tugendhafte, Frau Saubermann? Audrey funkelte ihn an. Das Feuer in ihrem Bauch war zurückgekehrt, vielleicht auch durch den Anblick seines nackten, wunderschönen Körpers. Sie weigerte sich, über ihre kreidebleiche Haut und ihre üppige Figur nachzudenken. Er hatte das so gewollt, und jetzt sollte er es auch so haben. Derart ermutigt zog Audrey ihr Schlafshirt aus, öffnete den Reißverschluss ihrer Jeans und ließ sie zu Boden gleiten. Jetzt hatte sie nur noch ihren schlichten BH und das Höschen an. Runter mit den Haaren! Dann rief er. Auf keinen Fall! Entgegnete sie und griff nach der Klemme ihres BHs. Sie zögerte einen Moment und ihr Mut wankte, weil er sie beobachtete. Er wartete darauf, dass sie sich auszog. Konnte sie das tun? Aber sie hatte wohl kaum eine andere Wahl. Audrey biss sich auf die Unterlippe, schloss die Augen, holte tief Luft, öffnete den BH und ließ ihn zu Boden fallen. Ohne die Augen zu öffnen und seine Reaktion mitzubekommen, zog sie auch den Slip aus, schob ihn mit dem Fuß zur Seite und machte einen Schritt vom Steg, bevor sie es sich noch einmal anders überlegen konnte. Das Wasser war eiskalt. Sobald es ihre Haut berührte, schien es ihr die Luft aus den Lungen zu pressen, und sie schrie überrascht auf. Da sie die Augen geschlossen hatte und nicht wusste, wie tief das Wasser war, stellte sie im nächsten Augenblick fest, dass ihr Kopf unterging. Sie hatte noch nie etwas so Kaltes gespürt. Sofort kam sie zurück an die Oberfläche und riss die Augen auf. Sie klapperte mit den Zähnen. Oh mein Gott, ist das kalt! Er grinste sie an und hob dann einen Finger an die Lippen, damit sie leise war. Sie bespritzte ihn mit Wasser. Lassen Sie den Blödsinn, ich frieh mir hier was ab! Sie hätten mich ruhig vorwarnen können! Er hatte so getan, als wäre das Wasser ganz annehmbar. Dieser Lügner! Wenn ich es ihnen verraten hätte, dann wären sie nicht reingesprungen und hätten mich um meinen Sieg gebracht und die Gelegenheit, sie nackt zu sehen. Er grinste und sie bemerkte, dass sich seine Lippen leicht blau verfärbt hatten. Blöd Mann! Nicht so laut, Audrey, sonst wecken sie noch die anderen, sagte er leise und schwamm auf sie zu. Dann nahm er ihren Arm. Sie keuchte, weil er sich im kalten Wasser so warm anfühlte. Automatisch griff sie nach ihm, presste ihren nackten Körper an seinen und legte ihm die Arme um den Hals. Sie stöhnte vor Wonne, weil er so warm war. Es war, als wäre sie in einem Bottich voller Eis und würde sich an einem Heizstrahler festhalten. Sie fühlen sich so gut an. Er legte die Arme um sie, schob eine Hand unter ihren Hintern und drückte sie an sich. Dabei stöhnte er leise. Das kann ich nur zurückgeben. Audrey zitterte und drückte sich fester an ihn. Sie legte ein Bein um seine Hüfte, um ihn noch enger an sich zu ziehen. Das war eine sehr intime Berührung, aber in diesem Augenblick war sie nur an seiner Wärme interessiert. Wie lange müssen wir hier drin bleiben? Im Moment möchte ich eigentlich gar nicht raus, murmelte er und drückte ihre Pobacke. Seine Stimme klang auf einmal ganz tief und rau. Sie wollte schon protestieren und sagen, dass sie so schnell wie möglich wieder ins Trockene wollte, aber sie drückte das Gesicht an seine Wange und die Brüste an seine Brust. Er bedrängte sie nicht. Im Grunde genommen stand er nur da und ließ sie an sich herumklettern, abgesehen von seiner Hand, die ihre Pobacke umfing. Während sie sich an seinen warmen Körper klammerte, stellte sie fest, dass er sich gut anfühlte. Überall feste Stellen und wundervolle Muskeln. Ihr Mund lag dicht neben seinem Ohr, und er zuckte jedes Mal zusammen, wenn sie ausatmete. Da kam die impulsive, feurige Audrey, die sie sonst immer so gut versteckte, wieder an die Oberfläche. Sie beugte sich vor und biss sanft in sein Ohrläppchen. Doch durch den Anblick seines nackten, wunderschönen Körpers, sie weigerte sich, über ihre kreidebleiche Haut und ihre üppige Figur nachzudenken. Er hatte das so gewollt, und jetzt sollte er es auch so haben. Derart ermutigt zog Audrey ihr Schlafshirt aus, öffnete den Reißverschluss ihrer Jeans und ließ sie zu Boden gleiten. Jetzt hatte sie nur noch ihren schlichten BH und das Höschen an. »Runter mit den Haaren!« rief er. »Auf keinen Fall!« entgegnete sie und griff nach der Klemme ihres BHs. Sie zögerte einen Moment und ihr Mut wankte, weil er sie beobachtete. Er wartete darauf, dass sie sich auszog. Konnte sie das tun? Aber sie hatte wohl kaum eine andere Wahl. Audrey biss sich auf die Unterlippe, schloss die Augen, holte tief Luft, öffnete den BH und ließ ihn zu Boden fallen. Ohne die Augen zu öffnen und seine Reaktion mitzubekommen, zog sie auch den Slip aus, schob ihn mit dem Fuß zur Seite und machte einen Schritt vom Steg, bevor sie es sich noch einmal anders überlegen konnte. Das Wasser war eiskalt. Sobald es ihre Haut berührte, schien es ihr die Luft aus den Lungen zu pressen, und sie schrie überrascht auf. Da sie die Augen geschlossen hatte und nicht wusste, wie tief das Wasser war, stellte sie im nächsten Augenblick fest, dass ihr Kopf unterging. Sie hatte noch nie etwas so Kaltes gespürt. Sofort kam sie zurück an die Oberfläche und riss die Augen auf. Sie klapperte mit den Zähnen. »Oh mein Gott! Ist das kalt!« Er grinste sie an und hob dann einen Finger an die Lippen, damit sie leise war. Sie bespritzte ihn mit Wasser. »Lassen Sie den Blödsinn! Ich frieh mir hier was ab! Sie hätten mich ruhig vorwarnen können!« Er hatte so getan, als wäre das Wasser ganz annehmbar. »Dieser Lügner!« »Ein ich es Ihnen verraten hätte, dann wären Sie nicht reingesprungen und hätten mich um meinen Sieg gebracht und die Gelegenheit, Sie nackt zu sehen.« Er grinste und sie bemerkte, dass sich seine Lippen leicht blau verfärbt hatten. »Blöd, Mann!« »Nicht so laut, Audrey, sonst wecken Sie noch die anderen!« sagte er leise und schwamm auf sie zu. Dann nahm er ihren Arm. Sie keuchte, weil er sich im kalten Wasser so warm anfühlte. Automatisch griff sie nach ihm, presste ihren nackten Körper an seinen und legte ihm die Arme um den Hals. Sie stöhnte vor Wonne, weil er so warm war. Es war, als wäre sie in einem Bottich voller Eis und würde sich an einem Heizstrahler festhalten. »Sie fühlen sich so gut an!« Er legte die Arme um sie, schob eine Hand unter ihren Hintern und drückte sie an sich. Dabei stöhnte er leise. »Das kann ich nur zurückgeben.« Audrey zitterte und drückte sich fester an ihn. Sie legte ein Bein um seine Hüfte, um ihn noch enger an sich zu ziehen. Das war eine sehr intime Berührung, aber in diesem Augenblick war sie nur an seiner Wärme interessiert. »Wie lange müssen wir hier drin bleiben?« »Im Moment möchte ich eigentlich gar nicht raus«, murmelte er und drückte ihre Pobacke. Seine Stimme klang auf einmal ganz tief und rau. Sie wollte schon protestieren und sagen, dass sie so schnell wie möglich wieder ins Trockene wollte, aber sie drückte das Gesicht an seine Wange und die Brüste an seine Brust. Er bedrängte sie nicht. Im Grunde genommen stand er nur da und ließ sie an sich herumklettern, abgesehen von seiner Hand, die ihre Pobacke umfing. Während sie sich an seinen warmen Körper klammerte, stellte sie fest, dass er sich gut anfühlte. Überall feste Stellen und wundervolle Muskeln. Ihr Mund lag dicht neben seinem Ohr, und er zuckte jedes Mal zusammen, wenn sie ausatmete. Da kam die impulsive, feurige Audrey, die sie sonst immer so gut versteckte, wieder an die Oberfläche. Sie beugte sich vor und biss sanft in sein Ohrläppchen, merkte, dass sich seine Lippen leicht blau verfärbt hatten. »Blödmann!« »Nicht so laut, Audrey, sonst wecken sie noch die anderen!«, sagte er leise und schwamm auf sie zu. Dann nahm er ihren Arm. Sie keuchte, weil er sich im kalten Wasser so warm anfühlte. Automatisch griff sie nach ihm, presste ihren nackten Körper an seinen und legte ihm die Arme um den Hals. Sie stöhnte vor Wonne, weil er so warm war. Es war, als wäre sie in einem Bottich voller Eis und würde sich an einem Heizstrahler festhalten. Sie fühlen sich so gut an!« Er legte die Arme um sie, schob eine Hand unter ihren Hintern und drückte sie an sich. Dabei stöhnte er leise. »Das kann ich nur zurückgeben.« Audrey zitterte und drückte sich fester an ihn. Sie legte ein Bein um seine Hüfte, um ihn noch enger an sich zu ziehen. Das war eine sehr intime Berührung, aber in diesem Augenblick war sie nur an seiner Wärme interessiert. »Wie lange müssen wir hier drin bleiben?« »Im Moment möchte ich eigentlich gar nicht raus«, murmelte er und drückte ihre Pobacke. Seine Stimme klang auf einmal ganz tief und rau. Sie wollte schon protestieren und sagen, dass sie so schnell wie möglich wieder ins Trockene wollte, aber sie drückte das Gesicht an seine Wange und die Brüste an seine Brust. Er bedrängte sie nicht. Im Grunde genommen stand er nur da und ließ sie an sich herumklettern, abgesehen von seiner Hand, die ihre Pobacke umfing. Während sie sich an seinen warmen Körper klammerte, stellte sie fest, dass er sich gut anfühlte. Überall feste Stellen und wundervolle Muskeln. Ihr Mund lag dicht neben seinem Ohr, und er zuckte jedes Mal zusammen, wenn sie ausatmete. Da kam die impulsive, feurige Audrey, die sie sonst immer so gut versteckte, wieder an die Oberfläche. Sie beugte sich vor und biss sanft in sein Ohrläppchen. »Wür müssen wir hier drin bleiben?« »Im Moment möchte ich eigentlich gar nicht raus«, murmelte er und drückte ihre Pobacke. Seine Stimme klang auf einmal ganz tief und rau. Sie wollte schon protestieren und sagen, dass sie so schnell wie möglich wieder ins Trockene wollte, aber sie drückte das Gesicht an seine Wange und die Brüste an seine Brust. Er bedrängte sie nicht. Im Grunde genommen stand er nur da und ließ sie an sich herumklettern, abgesehen von seiner Hand, die ihre Pobacke umfing. Während sie sich an seinen warmen Körper klammerte, stellte sie fest, dass er sich gut anfühlte. Überall feste Stellen und wundervolle Muskeln. Ihr Mund lag dicht neben seinem Ohr, und er zuckte jedes Mal zusammen, wenn sie ausatmete. Da kam die impulsive, feurige Audrey, die sie sonst immer so gut versteckte, wieder an die Oberfläche. Sie beugte sich vor und biss sanft in sein Ohrläppchen. Seine Hand, die ihre Pobacke umfing. Während sie sich an seinen warmen Körper klammerte, stellte sie fest, dass er sich gut anfühlte. Überall feste Stellen und wundervolle Muskeln. Ihr Mund lag dicht neben seinem Ohr, und er zuckte jedes Mal zusammen, wenn sie ausatmete. Da kam die impulsive, feurige Audrey, die sie sonst immer so gut versteckte, wieder an die Oberfläche. Sie beugte sich vor und biss sanft in sein Ohrläppchen. Und er zuckte jedes Mal zusammen, wenn sie ausatmete. Da kam die impulsive, feurige Audrey, die sie sonst immer so gut versteckte, wieder an die Oberfläche. Sie beugte sich vor und biss sanft in sein Ohrläppchen. Gut versteckte wieder an die Oberfläche. Sie beugte sich vor und biss sanft in sein Ohrläppchen. Und biss sanft in sein Ohrläppchen. Ohrläppchen. Reese stöhnte und umklammerte sie fester. Er legte den anderen Arm um sie und drückte sie an sich. Diese Reaktion gefiel ihr. Also nahm sie sein Ohrläppchen in den Mund und saugte daran. Er bewegte die Hüften und umklammerte ihre Pobacke etwas fester, als würde er versuchen, nicht die Kontrolle zu verlieren, es jedoch nicht schaffen. Oh, verdammt, Audrey. Das fühlt sich so gut an. Wieder knabberte sie an seinem Ohr und küßte sich dann an seinem Unterkiefer entlang. Er drehte den Kopf und eroberte ihren Mund, während er sich ihr anderes Bein auch noch über die Hüfte schlang. Audrey stöhnte und klammerte sich an ihn. Er stieß die Zunge in ihren Mund und ihre Hüfte drückte sich auf seinen Penis. Im nächsten Moment hatte er ihn auch schon zwischen ihre Beine geschoben und presste sich in ihren Schritt, wo er verharrte. Es war keine Penetration, nur eine intime Berührung. Sie presste die Beine um ihn, vertiefte den Kuss und umklammerte seine Schultern. Dies war keine sanfte, genüssliche Erkundung ihrer Münder wie beim letzten Mal. Dieser Kuss war hart. Wild und tief. Er war unkontrolliert und voller Verlangen. Ihre Zähne stießen gegeneinander, ihre Lippen zitterten, aber das war ihnen völlig egal. Es zählten nur ihre Zungen. Er bewegte eine Hand in dem eisigen Wasser an ihrer Seite entlang, ein warmer Fleck in der Kälte. Dann schob er sie zwischen ihre Körper und umfing ihre Brust, woraufhin sie leise wimmerte. Er fühlte sich so gut an. Ein Stöhnen drang tief aus seiner Kehle, und er streichelte mit dem Daumen über ihre Brustwarze, um die ohnehin schon steife Knospe wieder und wieder zu liebkosen. »Die wollte ich schon anfassen, seitdem ich dich das erste Mal gesehen habe«, stieß er keuchend hervor. »Lügner«, erwiderte sie und stöhnte leise, um dann mit den Zähnen an seiner Unterlippe zu knabbern, woraufhin er wiederum aufstöhnte. »Das ist nicht gelogen«, erklärte er, drehte ihre Brustwarze zwischen den Fingern und kniff hinein, während er sie genau beobachtete, um ihre Reaktion darauf zu sehen. »Ich wusste die ganze Zeit, dass unter dieser anständigen, steifen Audrey ein feuriges Weib steckt, und es macht einen halben Spaß, sie hervorzulocken.« Sie stöhnte und vergrub das Gesicht an seinem Hals, als sie von ihren Empfindungen übermannt wurde. »Das fühlt sich so gut an.« Er nahm die Hand von ihrer Brust, und sie wimmerte protestierend. Doch er glitt damit tiefer, und im nächsten Augenblick spürte sie, wie er unter Wasser ihre Schamhaare berührte. »Magst du es, was ich mit meinen Fingern mache?« Sie grub die Fingernägel in seiner Haut und konnte ihm nicht antworten. Stattdessen leckte sie über seinen Hals und biss ihn ins Schlüsselbein, um ihm zu zeigen, wie sehr ihr seine Berührungen gefielen. »Das war so wild und verrückt, und sie war hier mit einem Mann, der überhaupt nicht zu ihr passte.« Aber sie genoss jede einzelne Minute. Seine Finger glitten zwischen ihre Schamlippen, und sie schrie auf, als er ihre Klitoris berührte. Sie biss in seine Schulter, und Reese gluckste tief und fast schon kehrig vor Begierde. »Das ist mein feuriges Mädchen«, knurrte er, umkreiste ihre Klitoris mit einem Finger und ließ sie vor Lust am ganzen Körper erbeben. »Soll ich dich zum Höhepunkt bringen?« Sie drückte das Gesicht gegen seine Haut und saugte daran. Ihre Hüften bewegten sich unter seinen Fingern, reagierten darauf und gaben ihm ihre Antwort. Sie saugte, biss, leckte und knabberte an ihm, da sie einfach nicht anders konnte. Und die ganze Zeit bewegte sie die Hüften. Sie wollte es so sehr. »Sag meinen Namen, du feuriges Mädchen«, murmelte er, als sie sich immer heftiger bewegte und das Wasser aufspritzte. Da sie nicht reagierte, hielt er inne. »Reece«, knurrte sie an seiner Haut und biss ihn. »Ach, verdammt, so ist es richtig«, sagte er atemlos. »Sag ihn noch mal, und ich schenke dir einen unvergesslichen Höhepunkt.« Sie musste unbedingt kommen. Ihre Hüften kreisten an seinen, und sie klammerte sich an ihn. »Reece«, stieß sie hervor, ging dann wieder zu seinem Hals über, leckte über die kräftigen Muskeln und biss sanft hinein. »Reece, ich bin so kurz davor.« »Bist du das?« hauchte er. Seine Finger änderten den Rhythmus auf ihrer Klitoris und vollzogen jetzt keine quälenden Kreise mehr, sondern streichelten sie von ihrer Öffnung bis zur Klitoris. »Bist du?« »Ja«, keuchte sie und klammerte sich an ihn. »Bitte, bitte, Reece.« Auf einmal fiel ein Lichtstrahl auf sie. »Reece, bist du das?« Audrey erstarrte. »Reece ebenfalls.« Er ließ sie los und sank automatisch tiefer ins Wasser. Dann schob er sie hinter sich und bedeckte sein Gesicht mit einer Hand, mit der Hand, die eben noch zwischen ihren Beinen gelegen hatte. Audrey klammerte sich an seinen Rücken. »Wer ist da?« rief Reese. Jemand lachte. »Verdammt, Kumpel! Wer soll hier schon sein?« Das Licht ging aus. »Ich habe ein Geräusch gehört und wollte nachsehen, was das war. Oh! Hi, Audrey!« »Oh Gott, es war Kate!« Sie war entsetzt und gedemütigt. Sie hatte sich gerade von Reece befingern lassen, seinem besten Freund. Sie war kurz vor einem Orgasmus gewesen und von dem Mann, den sie seit der Grundschulzeit liebte, erwischt worden. Das war wirklich die schlimmste Nacht ihres Lebens. Heiße Tränen stiegen ihr in die Augen und an Schluchzen schnürte ihr die Kehle zu. »Hi!« stieß sie mit rauer Stimme hervor. Reese strich mit einer Hand über ihren Arm, als wollte er sie beruhigen. »Hey, Kate, hättest du was dagegen, wieder reinzugehen?« sagte Reese laut. »Du lässt meinen Schwanz schrumpfen. Tut mir leid, ich wollte euch nicht stören.« Er schaltete die Lampe wieder ein und leuchtete in Richtung Haus. »Macht nur weiter!« Er schien nicht mal verstört zu sein, dass er sie bei so etwas erwischt hatte, dass er Audrey und Reese ertappt hatte. Er schien vielmehr amüsiert. Und das tat weh. Das tat sehr weh. Wenn er nicht nur als Freundin an ihr interessiert wäre, dann hätte er verärgert oder eifersüchtig sein müssen. Stattdessen fand er es nur witzig, dass er sie erwischt hatte. Reese rieb ihr weiterhin den Arm und hielt sie schützend hinter sich. Nach einer langen Minute murmelte er. »Er ist weg!« Audrey stieß sich von ihm ab und musste die Tränen herunterschlucken, die ihr vor Scham in die Augen stiegen. Sie schwamm von Reese weg und aufs Ufer zu. Beinahe rechnete sie schon damit, dass er protestieren würde, aber er sagte nichts und schwamm ihr nur hinterher. Als sie am Ufer angekommen war, rannte sie zu ihrem Handtuch, legte es um sich, schnappte sich ihre Klamotten und lief zurück zum Haus. »Warte doch, Audrey!« rief Reese ihr nach. »Willst du nicht darüber reden?« »Nein!« antwortete sie und lief weiter, bevor er noch etwas sagen konnte. Ach, verdammt! Er hätte Kate umbringen können. Der Mann hatte ein verdammt schlechtes Timing. Reese wickelte sich das Handtuch um die Hüften, hob seine Kleidung auf und ging zurück zum Haus. Audrey war vor wenigen Augenblicken weggerannt und er war sich ziemlich sicher, dass sie geweint hatte. Das wiederum traf Reese derart tief, dass er es selbst kaum fassen konnte. Kate liebte sie nicht. Falls sie je über ihre blinde Vernahrtheit in den Mann hinwegkam und die Augen aufmachte, würde sie das begreifen. Aber sie sahen nur das, was sie sehen wollte, und das frustrierte Reese. Audrey war wunderschön. Nicht auf die Art und Weise, wie es die Frauen waren, mit denen er sonst ausging. Diese Frauen waren perfekt gebräunt, hatten einen perfekten Körper und nichts zwischen den Ohren als den Gedanken an den nächsten Termin im Schönheitssalon. Diese Frauen langweilten ihn. Bei Audrey kam er hingegen nie zur Ruhe. Es gefiel ihm, dass sie keine Angst hatte, ihm zu widersprechen. Er mochte es, dass sie ständig nachtachte, auch wenn sich ihre Gedanken hauptsächlich um Kate oder ihre Schwester zu drehen schienen. Außerdem war er fasziniert von diesem feurigen Mädchen, das er unter dieser spröden Oberfläche hervorlocken konnte. In Audrey loderte ein verborgenes Feuer, und er hatte nicht die leiseste Ahnung, warum sie sich solche Mühe gab, das zu verstecken, und sich hinter dieser langweiligen Kleidung und diesem steifen Dutt verbarrikadierte. Aus diesem Grund ließ er sie nicht in Ruhe. Er wollte sehen, wie Audrey diese schroffe Oberfläche durchbrach. Denn diese Audrey war ein Tier. Er grinste und rieb sich das Ohrläppchen, als er zum Haus ging und daran denken musste, was sie getan hatte. Dieses Mal hatte er sie nicht anstacheln müssen. Sie hatte an seinem Ohr geknabbert und seinen Kuss danach ebenso wild erwidert. Sie hatte die Beine um ihn gelegt, war furchtlos und verrückt über seinem Penis herumgehüpft und hatte ihre großen Brüste gegen ihn gedrückt. Und das war das Heißeste, was er seit verdammt langer Zeit erlebt hatte. Sie war kurz vor dem Orgasmus gewesen. Das hatte er ganz deutlich daran erkannt, wie sie ihn gebissen und geleckt hatte, als wäre sie am liebsten in ihn reingekrochen. Doch dann hatte Kate mit seinem miserablen Timing alles zunichte gemacht. Reese betrat die Hütte und schloss leise die Tür hinter sich. Im Wohnzimmer war es still, da offenbar alle auf ihre Zimmer gegangen waren und so taten, als würden sie schlafen. Reese ging ebenfalls nach oben und warf das Handtuch auf den Boden, sobald er seine Zimmertür hinter sich geschlossen hatte. Ihm war kühl, aber das konnte warten. Stattdessen ging er zu dem großen Spiegel an der Wand und schaltete die Lampe ein, die daneben auf der Kommode stand. Er grinste. Seine Schulter war mit roten Bissmalen bedeckt. Er spannte die Muskeln, drehte sich um und musterte seinen Rücken. Da waren Dutzende roter Kerben von ihren Fingernägeln. Audrey war wirklich ein kleiner Dämon. Das gefiel ihm. Er schaltete das Licht aus und legte sich ins Bett. Sein Penis war steif und schmerzte, und er strich geistesabwesend darüber, während er daran dachte, wie Audrey auf dem Steg gestanden und ihre palmuttfarbene Haut im Mondlicht geglänzt hatte. Ihr Körper war voller als der vieler Frauen, mit denen er ausgegangen war, und sie hatte breitere Hüften. Aber sie hatte sich in seinen Armen so weich und wunderbar angefühlt, und diese kurvigen Hüften gingen in eine Westenteil hierüber, über der dann ihre wunderschönen großen Brüste waren. Er stand auf Brüste, und ihre waren wunderbar. Voll und schwer und mit straffen, rosafarbenen Brustwarzen. Sie hielt sich offenbar nicht für attraktiv, aber seiner Meinung nach war sie hinreißend. Viel heißer als Camilla. Auf jeden Fall heißer als ihre kränkliche, berühmte Schwester, von der Kate so fasziniert zu sein schien. Vielleicht war es ganz gut, dass Kate sie erwischt hatte. Möglicherweise wachte sie jetzt auf und begriff, dass Kate kein Interesse an ihr hatte, und entschied sich für einen anderen, beispielsweise für Reese. Es würde ihm gefallen, diese üppige Rothaarige in seinem Bett zu haben. Bei dem Gedanken daran bearbeitete er sein Glied heftiger. Sie hatte etwas Besseres als Kate verdient. Nein, das stimmte nicht. Kate war der beste Mensch, den Reese kannte. Er war großzügig, gütig und dachte immer zuerst an andere. Aber Audrey war in seiner Gegenwart so zurückhaltend und vorsichtig. Das war nicht das, was Audrey brauchte. Sie musste jemanden haben, der das feurige Mädchen an die Oberfläche locken konnte. Jemanden wie ihn. Er strich sich noch einmal mit der Hand über die Schulter, grinste und dachte an die Kerben auf seiner Haut. Morgen musste er ein Trägerhemd anziehen, damit man die Wunden sehen konnte. Er konnte es kaum erwarten, mit anzusehen, wie sie vor Wut rote Wangen bekamen. Er bearbeitete sich weiter und legte die Hand fester um seinen Penis, während er sich Audreys gerötete Wangen vorstellte, wie er auf prallen Brüste und diesen engen Dutt, aus dem nie auch nur eine Locke herausrutschen konnte. Wie sie alles immer so einzwängte und unter Kontrolle hielt, um dann irgendwann wie ein Vulkan zu explodieren. Sein Orgasmus überraschte ihn. Er stöhnte und pumpte noch immer, während er sich auf seine Hand ergoss. War super. Er hatte sich gerade vorgestellt, den pedantischen Dutt einer Frau zu lösen. Und jetzt konnte er nicht mehr aufhören zu grinsen. Audrey lag zitternd im Bett, hatte einen frischen Schlafanzug angezogen und schwankte zwischen Zorn und Scham. Sie war zornig, weil sie sich fragte, ob Reese dieses Rendezvous im See nur arrangiert hatte, damit Kate sie dabei ertappte. Er wusste, was sie für Kate empfand. Er wusste, dass sie ihn liebte, und er hatte ihre Gefühle immer ganz offen verspottet. Sie hatte es ihm durchaus zugetraut, diese Situation mit Kate eingefädelt zu haben. Aber sie wusste auch, dass Kate dabei nie mitgespielt und sie nie so erniedrigt hätte. Kate war zu... naja, Kate war zu nett. Außerdem hatte sie ja angefangen, indem sie Reese geküsst hatte. Sie war entsetzt über sich selbst und hätte sich am liebsten unter der Bettdecke verkochen, um nie mehr rauszukommen. Sie hatte sich an Reese Durham herangeschmissen. Sie hatte sich unbedingt an ihn drücken müssen. Und sie war es auch gewesen, die sich wie eine Verhungernde auf ihn gestürzt hatte. Er hatte nur mitgemacht. Warum fühlte sie sich von diesem Mann so angezogen? Sie hätte sich doch eigentlich auf Kate konzentrieren sollen. Aber sie war sich Reese's Nähe jederzeit bewusst und bekam es sogar jedes Mal mit, wenn er die Po-Muskulatur anspannte, weil er sich vorbeugte. Es ärgerte sie, weil dies die Gelegenheit war, auf die sie so lange gewartet hatte. Endlich konnte sie mal mit Kate alleine sein. Doch sie verbrachte diese Zeit damit, sich mit Reese zu zanken und ihn jedes Mal zu befummeln, wenn Kate ihnen den Rücken zudrehte. Und heute Nacht hatte Kate sie erwischt. Aber es hatte ihn nicht gestört, dass sie einander befummelten. Er war nicht im geringsten eifersüchtig gewesen. Eigentlich hätte sie am Boden zerstört sein müssen. Sie konnte selbst kaum glauben, dass sie es nicht war. Aber es war ihr nur ungemein peinlich. Sie legte eine Hand zwischen ihre Beine und seufzte. Sie war noch immer sehr erregt. Und das gefiel ihr gar nicht. Am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang zog Reese ein Trägerhemd und eine Jogginghose an, die er in einer von Kates Schubladen gefunden hatte, und kochte Kaffee, bevor er hinausging, um noch mehr Holz zu hacken. Er hatte gerade zwei Stämme zerkleinert, als die Tür aufging und Kate in einem warmen Pullover und einer Jeans mit zwei Tassen Kaffee in der Hand herauskam. Er ging die Treppe herunter und auf Reese zu und reichte ihm eine Tasse. Können wir uns kurz unterhalten? Geht es um letzte Nacht? Wollte Reese wissen und nahm die Tasse entgegen. Worum denn sonst? Reese knurrte und setzte sich auf den Hackklotz. Kate hockte sich auf eine Treppenstufe und legte die Hände um die Kaffeetasse. Er sah einen langen Augenblick hinein und musterte dann Reese, wobei er die Augen im Licht der aufgehenden Sonne zukneifen musste. »So, du und Audrey, willst du mir nicht verraten, was da läuft?« »Es ist nur ein harmloser kleiner Flirt«, antwortete Reese leichtherzig. »Was willst du wissen? Du bist doch nicht an ihr interessiert, oder?« Kate warf ihm einen ungeduldigen Blick zu. »Du weißt, dass sie für mich wie eine Schwester ist. Ich will nicht, dass du ihr wehtust.« »Ich werde ihr nicht wehtun, Mann. Kate, hast du dich auf einmal in meinen Dad verwandelt?« »Ihr beide wart gestern nackt im See.« »Ihr wart förmlich miteinander verschmolzen. Es ist ganz normal, dass ich mir Sorgen mache, Reese. Wir wissen beide, dass du ein Frauenheld bist.« Das stimmte. Sie hatten alle unterschiedliche Stärken. Kate war der mit dem großen Herzen und der vorurteilsfreien Denkweise. Reese's Stärke waren die Menschen, insbesondere wenn er sie für seine eigenen Zwecke ausnutzen konnte. Das tat er nicht aus Gemeinheit. Die meisten Frauen wussten, was sie erwartete, wenn sie sich mit ihm einließen. Er hatte sich seinen Spitznamen in den Klatschzeitungen als »Playboy-Milliardär« redlich verdient. Aber aus irgendeinem Grund ärgerte es ihn, dass Kate automatisch davon ausging, er würde Audrey nur benutzen. »Ich werde ihr nicht wehtun, Kate.« »Wir haben nur ein wenig Spaß miteinander. Entspann dich.« »Die Mädels sagen, du wärst mit einer anderen hier gewesen, als sie hergekommen sind. Einer Camilla?« Reese seufzte. »Camilla ist ein nettes Mädchen, aber das war rein geschäftlich. Ihrem Dad gehört die Hotelkette, die eventuell in die Kolzfahrtschiffe investieren wird.« »Dann wirst du mit ihr schlafen?« Reese zuckte mit den Achseln. »Wir haben uns auch nur amüsiert.« »Das ist das Problem mit dir, Reese.« »Du nimmst in Bezug auf die Frauen nichts ernst.« »Audrey ist kein Mädchen, das du benutzen und wegwerfen kannst.« Kate runzelte die Stirn und sah einen Augenblick lang sehr unglücklich aus. »Sie hat was Besseres verdient.« »Was Besseres als mich? Jetzt verletzt du mich aber, Mann.« »Mir ist klar, dass du dich langweilst.« »Ach, hör doch auf«, unterbrach ihn Reese, der sein Temperament nicht mehr im Zaum halten konnte. »Ich schlafe nicht mit ihr, nur weil mir langweilig ist. Jetzt beleidigst du nicht nur mich, sondern auch sie.« »Ich möchte nur wissen, ob du sie wirklich magst, Reese. Das ist alles. Sie ist nicht so wie die anderen Frauen, mit denen du dich sonst abgibst.« Kates Stimme wurde sanfter. »Ich wollte dich nicht beleidigen.« »Ich weiß, sie ist wie eine Schwester für dich.« Reese rieb sich die Stirn und trank dann einen großen Schluck Kaffee, bevor er den Rest auf den Boden schüttete. »Das habe ich begriffen. Es ist nur...« »Ach, ich weiß es doch auch nicht. Sie ist anders. Es gefällt mir, wie sie hochgeht und sich ärgert, weil sie dann wie eine Tigerin auf mich losgeht.« Kate lachte leise und schnitt eine Grimasse. »Es ist schon komisch, so etwas über Audrey zu hören. Ich kenne sie seit meiner Kindheit, aber ich wüsste nicht, dass sie jemals jemand als Tigerin bezeichnet hätte.« »Sie ist nicht schlicht oder langweilig,« beharrte Reese, der das Bedürfnis hatte, sie zu verteidigen. »Das will sie einem nur glauben machen.« »Sie spielt es nur vor, weil sie denkt, dass man sie dann eher leiden mag oder etwas in der Art. Ich habe nie behauptet, dass sie schlicht oder langweilig wäre.« Kate schien dieser Gedanke zu überraschen. »Ich kenne die Zwillinge schon seit der Grundschule. Sie waren schon immer viel zu clever, als gut für sie ist. Deshalb musste ich auch nach deinen Absichten fragen.« »Und wenn ich sage, dass ich nur mit ihr schlafen und mich mit ihr amüsieren möchte, ohne an später zu denken?« »Dann würdest du unsere Freundschaft auf eine harte Probe stellen,« erklärte Kate. Das hatte Reese längst vermutet. Kate nahm Verantwortung sehr ernst, und für die Patty-Zwillinge fühlte er sich verantwortlich. »Aber du musst dir wirklich keine Sorgen machen.« Er hätte Kate beinahe verraten, dass Audrey eigentlich in ihn verliebt war, aber dann konnte er die Worte doch nicht aussprechen. Er konnte Kate nicht verletzen, nur weil sein Ego einen Dämpfer bekommen hatte. Außerdem hatte Kate jedes Recht, sich Sorgen zu machen. Wenn Audrey auch nur andeutete, dass sie in Reese's Bett wollte, würde er keine Sekunde zögern. Er schloss die Augen und rieb sich über das Gesicht, während er sich daran erinnerte, wie sie sich im Wasser an ihn geklammert und auf seiner Hand aufgebäumt hatte. Verdammt, das war echt heiß gewesen. Obwohl er wusste, dass sie Kate liebte, hatte ihn das nicht aufgehalten. Unter ihrer züchtigen Schale war Audrey ein heißer Feger, und es gefiel ihm, wenn dieser Teil ihrer Persönlichkeit an die Oberfläche kam. Jemand wie Kate würde nicht einmal wissen, wie man ihn hervorlockte. Sie brauchte einen Mann wie Reese, der die Leidenschaft in ihr weckte. Bei einem netten, höflichen Kerl wie Kate wäre das vergeudet. Für sie musste es ein gemeiner Kerl wie Reese sein, jemand, der sie so lange ärgerte, bis sie explodierte. Er grinste und rieb sich die Schulter. Das konnte er sogar beweisen. »Warum sagst du das?«, wollte Kate wissen und riss Reese aus seinen Gedanken. »Was?« Er hatte völlig vergessen, worüber sie sprachen, so vertieft war er in seiner Vorstellung gewesen, Audrey unter sich zu haben, die seinen Rücken zerkratzte und nach mehr verlangte. »Du hast gesagt, ich müsste mir keine Sorgen machen.« »Wieso nicht?« »Ach das!« Reese stand auf und drückte Kate seine leere Kaffeetasse in die Hand. »Weil ich nicht vorhabe, ihr das Herz zu brechen.« »Das ist ohnehin viel zu gut geschützt.« Irgendwas liegt dir doch auf der Seele. Audrey sah von ihrer Schüssel mit Haferbrei auf, blickte Daphne ins Gesicht und wurde automatisch rot. »Ich weiß nicht, was du meinst.« Daphne verdrehte die Augen und stach mit ihrem Löffel immer wieder in die Schüssel. »Ihr sind alleine. Du musst mir nichts vormachen.« Audrey musste zugeben, dass sie recht hatte. Die beiden Männer waren draußen und besorgten Feuerholz, sodass sie alleine frühstückten. Jemand hatte bereits Kaffee und Haferbrei gekocht und obwohl Daphne behauptete, keinen Hunger zu haben, stellte Audrey ihr eine Schüssel hin. Ihre Schwester war viel zu dünn und musste unbedingt etwas essen. Jetzt starrte Daphne Audrey allerdings an, als wäre ihr ein zweiter Kopf gewachsen. »Dann wirst du es mir also nicht erzählen.« »Was denn?« erwiderte Audrey mit Unschuldsmine. »Du solltest was essen. Ich habe mir mit dem Frühstück wirklich Mühe gegeben.« Daphne schnaubte und zog ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche. »Ich weiß, dass du das Frühstück nicht gemacht hast, Odd.« »Ich kenne deine Kochkünste. Hast du das schon vergessen?« »Ich habe keine Ahnung, warum wir diese Scharade weiterhin aufrecht halten, aber mir kannst du nichts vormachen.« Als sich Daphne eine Zigarette anzündete und daran zog, rumpfte Audrey die Nase. »Musst du hier drin rauchen, das stinkt.« »Ja, das tut es.« Daphne musterte die Zigarette zwischen ihren knochigen Fingern. »Eigentlich schmeckt sie mir nicht mal.« »Warum rauchst du dann?« »Weil du mir meine Crackpfeife weggenommen hast,« erwiderte Daphne grinsend. Als Audrey ernst blieb, seufzte sie. »Das war ein Witzschwesterchen. Der war aber nicht witzig.« Daphne zog noch einmal an der Zigarette und schnippte die Asche in ihre Haferbreischüssel. »Wirst du mir jetzt erzählen, was los ist, oder muss ich raten?« Als Audrey weiterhin zögerte, sah Daphne verletzt aus. »Du erzählst mir überhaupt nichts mehr.« »Ich wünschte, das wäre anders.« Audrey wurde ganz wehmütig. Bevor Daphne nach Los Angeles gezogen war, um ihre Musikkarriere zu verfolgen, hatten sich die Zwillinge sehr nahe gestanden. Doch seit ihrer Trennung hatte Audrey immer das Gefühl, ihre zweite Hälfte verloren zu haben. Das tat weh, und sie wollte ihre Schwester so gern zurückhaben. Aber dafür mussten sich beide Seiten anstrengen, vermutete sie. Also seufzte sie und rührte in ihrem Haferbrei herum, aß aber auch nichts. »Ich bin momentan ziemlich durcheinander.« »Oh«, Daphne zog ihre schwarz gefärbten Augenbrauen hoch. »Wegen eines Mannes?« Audrey wurde rot. »Also ja«, meinte Daphne, ohne darauf zu warten, dass Audrey etwas sagte. »Ganz spuck's schon aus.« »Ist es der große Kerl?« »Welcher große Kerl?«, hakte Audrey nach. Daphne wedelte mit ihrer Zigarette in der Luft herum. »Du weißt schon, Kates Freund.« »Wie heißt er noch gleich?« »Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern.« »Ich war zu sehr damit beschäftigt, mir die Seele aus dem Leib zu kotzen.« »Der, der dich ständig anstarrt, der Romeo aus dem Whirlpool.« »Sah Reese sie wirklich die ganze Zeit an?« »Das war Audrey noch gar nicht aufgefallen.« »Sein Name ist Reese Durham.« »Er ist einer von Kates Milliardärsfreunden.« »Igitt! Männer mit Geld bringen nichts als Ärger.« Daphne sah kurz traurig aus, aber dann schüttelte sie diese Regung ab und zog erneut an ihrer Zigarette. »Und?« »Släfst du mit ihm?« »Noch nicht.« Audrey biss sich auf die Lippe. »Aber ich möchte es.« »Dann tu es!« Sie schüttelte den Kopf. »So einfach ist das nicht, Daph. Ich stehe auch immer noch auf Kate.« »Das war die Untertreibung des Jahres.« »Hm, Liebeskummer.« Daphnes Augen funkelten, und sie sah zum ersten Mal seit Tagen nicht mehr so müde aus. »Ich bin so froh, dass es auch mal jemand anderen trifft.« »Hattest du schon mal Liebeskummer?« fragte Audrey. Daphne sprach nie über ihre Beziehungen, aber in ihren Songs ging es immer um Männer und Trennungen. Daphne schnippte mit den Fingern, als könnte sie damit jeglichen Kommentar verschwinden lassen. »Das ist vorbei. Außerdem reden wir hier über dich, Schwesterherz.« »Du willst also den großen Kerl, hast aber Angst, dass das deine Gefühle für Kate beeinflussen könnte.« »Weiß er, was du für ihn empfindest?« Audrey dachte einen Augenblick lang nach und überlegte, was ihre Schwester sagen sollte. »Er weiß, dass ich existiere, erwidert meine Gefühle aber nicht.« Daphne grinste. »Dann machst du Folgendes. Schlaf mit dem Whirlpool, Romeo, bis er dich langweilt. Danach kannst du Kate immer noch anhimmeln.« Audrey stand auf und zog die Schultern hoch. »Jetzt machst du dich über mich lustig. Das ist nicht witzig, Daph. Ich dachte, wir führen eine ernsthafte Unterhaltung.« »Warte«, sagte Daphne und griff nach Audres Arm. »Das war mein Ernst. Was ist falsch daran, mit ihm zu schlafen, solange es dir Spaß macht?« Audrey starrte sie an. »Ist das dein Ernst? Wir reden hier über mich? Ich bin keine Frau, die mit einem Mann schläft, wenn immer sie Lust dazu hat.« »Du bist nicht in einer Beziehung, Audrey. Und du hast selbst gesagt, dass Kate nicht mal weiß, was du für ihn empfindest.« »Warum amüsierst du dich nicht ein bisschen? Tupst dich aus? Das ist doch alles rein körperlich. Hab eine Affäre. Kate kann gar nicht wütend werden, wenn du mit jemandem ins Bett gehst, wo ihr gar nicht zusammen seid.« Audrey biss sich nachdenklich auf die Lippe. »Ich weiß nicht.« »Du bist nicht alt und verheiratet. Benimm dich deinem Alter entsprechend, Herrgott. Ich fühle mich ja schon alt, nur weil ich in deiner Nähe bin.« »Das tat weh.« »Na, vielen Dank auch, Daph. Das ist mein Ernst. Amüsierst du dich denn nie? Du siehst immer so ernst und unglücklich aus, als würdest du dir die größte Mühe geben, die langweiligste, unscheinbarste Person zu sein, die man sich vorstellen kann. Das ist doch keine Art zu leben.« Daphne drückte ihre Zigarette im Haferbrell aus. »Ich hatte gehofft, dass du dich geändert hast. In den letzten Tagen warst du so... lebhaft. Etwas gereizt, aber lebhaft. Das gefällt mir an dir. Du hattest wenigstens etwas Pfiff und warst nicht die ganze Zeit grau und langweilig.« »Ich wusste die ganze Zeit, dass unter dieser anständigen, steifen Audrey ein feuriges Weib steckt, und es macht einen Heidenspaß, sie hervorzulocken.« Audrey dachte einige Sekunden lang nach und starrte in ihrer Haferbrellschüssel. Wie viel über das, was wirklich los war, konnte sie Daphne erzählen? Konnte sie sich darauf verlassen, dass Daphne den Mund hielt? Sie musterte ihre Zwillingsschwester, die gerade mit leicht zitternden Fingern die nächste Zigarette aus der Schachtel holte. Doch dann beschloss Audrey, Daphne wenigstens ein bisschen zu vertrauen. »Ich war letzte Nacht mit Reese nackt baden.« Daphne fiel die Zigarette aus dem Mund. Sie fing sie auf und holte ihr Feuerzeug aus der Tasche. »Im Ernst? Das hast du gemacht? Ich bin stolz auf dich!« Seltsam, aber sie freute sich über das Lob ihrer Zwillingsschwester. Auch wenn es um etwas so Uneinständiges wie nackt baden ging. Kate hat uns dabei erwischt. Daphne schnitt eine Grimasse. »Da haben wir noch so einen Spaßverderber. Kates Foto steht im Lexikon gleich neben der Erklärung für ernst.« »Er hat euch also erwischt? Was hast du dann gemacht?« »Hm, ich bin schreiend und mit einem Handtuch um den Lad zum Haus gerannt.« »Wie konnte ich das nur verschlafen?« murmelte Daphne grinsend und schüttelte den Kopf. »Und? Willst du da weitermachen, wo du letzte Nacht aufgehört hast?« »Ich weiß es nicht«, gab Audrey zu. Der Gedanke ließ sie nicht mehr los und wurde immer verlockender. Sollte sie Reese benutzen, so wie er sonst die Frauen benutzte? Mit ihm nur aus Spaß an der Freude schlafen? War das so eine schreckliche Vorstellung? Ich wüsste nicht, was ich Kate erzählen soll. »Das geht Kate überhaupt nichts an«, stellte Daphne schnippisch fest. »Er hat momentan absolut keinen Anspruch auf dich. Die einzigen Menschen, die das etwas angeht, sind du, dieser große Kerl und deine Zwillingsschwester, die alle Einzelheiten hören will.« Sie grinste Audrey an. »Du musst mir erzählen, wie er ist.« »Du gehst also davon aus, dass ich es mache?« sagte Audrey bruskiert. »Jetzt komme ich nicht auf die Tourort. Ich kenne dich. Und ich ermutige dich zu diesem Akt der Befreiung. Los, tu es!« »Schön, dass ich deine Erlaubnis habe«, meinte Audrey spöttisch. Aber sie wurde diesen Gedanken einfach nicht mehr los. Wie wäre es, mit einem Mann zu schlafen, ohne irgendeine Verpflichtung einzugehen? Noch dazu mit einem Mann wie Reese, der sie ganz verrückt machte. Er war klar, dass das mit ihm nicht von Dauer sein würde. Er benutzte Frauen, wie er diese Camilla im Whirlpool benutzt hatte. Sie waren Ablenkungen für ihn, und sie war nur die Neueste. Aber würde es nicht Spaß machen, diese Ablenkung für ihn zu sein? Wenn auch nur für eine Weile? Ein Trägerhemd und eine Jogginghose an, die er in einer von Kates Schubladen gefunden hatte, und kochte Kaffee, bevor er hinausging, um noch mehr Holz zu hacken. Er hatte gerade zwei Stämme zerkleinert, als die Tür aufging und Kate in einem warmen Pullover und einer Jeans mit zwei Tassen Kaffee in der Hand herauskam. Er ging die Treppe herunter und auf Reese zu und reichte ihm eine Tasse. »Können wir uns kurz unterhalten?« »Geht es um letzte Nacht?«, wollte Reese wissen und nahm die Tasse entgegen. »Warum denn sonst?« Reese knurrte und setzte sich auf den Hackklotz. Kate hockte sich auf eine Treppenstufe und legte die Hände um die Kaffeetasse. Er sah einen langen Augenblick hinein und musterte dann Reese, wobei er die Augen im Licht der aufgehenden Sonne zukneifen musste. »So, du und Audrey, willst du mir nicht verraten, was da läuft?« »Es ist nur ein harmloser kleiner Flirt,« antwortete Reese leichtherzig. »Was willst du wissen? Du bist doch nicht an ihr interessiert, oder?« Kate warf ihm einen ungeduldigen Blick zu. »Du weißt, dass sie für mich wie eine Schwester ist. Ich will nicht, dass du ihr wehtust.« »Ich werde ihr nicht wehtun, Mann.« »Kate, hast du dich auf einmal in meinen Dad verwandelt?« »Ihr beide wart gestern nackt im See.« »Ihr wart förmlich miteinander verschmolzen.« »Es ist ganz normal, dass ich mir Sorgen mache, Reese. Wir wissen beide, dass du ein Frauenheld bist.« Das stimmte. Sie hatten alle unterschiedliche Stärken. Kate war der mit dem großen Herzen und der vorurteilsfreien Denkweise. Reese's Stärke waren die Menschen, insbesondere wenn er sie für seine eigenen Zwecke ausnutzen konnte. Das tat er nicht aus Gemeinheit. Die meisten Frauen wussten, was sie erwartete, wenn sie sich mit ihm einließen. Er hatte sich seinen Spitznamen in den Klatschzeitungen als »Playboy-Milliardär« redlich verdient. Aber aus irgendeinem Grund ärgerte es ihn, dass Kate automatisch davon ausging, er würde Audrey nur benutzen. »Ich werde ihr nicht wehtun, Kate.« »Wir haben nur ein wenig Spaß miteinander. Entspann dich.« »Die Mädels sagen, du wärst mit einer anderen hier gewesen, als sie hergekommen sind. Einer Camilla?« Reese seufzte. »Camilla ist ein nettes Mädchen, aber das war rein geschäftlich. Ihrem Dad gehört die Hotelkette, die eventuell in die Kreuzfahrtschiffe investieren wird.« »Dann wirst du mit ihr schlafen?« Reese zuckte mit den Achseln. »Wir haben uns auch nur amüsiert.« »Das ist das Problem mit dir, Reese.« »Du nimmst in Bezug auf die Frauen nichts ernst.« »Audrey ist kein Mädchen, das du benutzen und wegwerfen kannst.« Kate runzelte die Stirn und sah einen Augenblick lang sehr unglücklich aus. »Sie hat was Besseres verdient.« »Was Besseres als mich? Jetzt verletzt du mich aber, Mann.« »Mir ist klar, dass du dich langweilst.« »Ach, hör doch auf!« unterbrach ihn Reese, der sein Temperament nicht mehr im Zaum halten konnte. »Ich schlafe nicht mit ihr, nur weil mir langweilig ist. Jetzt beleidigst du nicht nur mich, sondern auch sie.« »Ich möchte nur wissen, ob du sie wirklich magst, Reese. Das ist alles. Sie ist nicht so wie die anderen Frauen, mit denen du dich sonst abgibst.« Kates Stimme wurde sanfter. »Ich wollte dich nicht beleidigen.« »Ich weiß, sie ist wie eine Schwester für dich.« Reese rieb sich die Stirn und trank dann einen großen Schluck Kaffee, bevor er den Rest auf den Boden schüttete. »Das habe ich begriffen. Es ist nur...« »Ach, ich weiß es doch auch nicht. Sie ist anders.« »Es gefällt mir, wie sie hochgeht und sich ärgert, weil sie dann wie eine Tigerin auf mich losgeht.« Kate lachte leise und schnitt eine Grimasse. »Es ist schon komisch, so etwas über Audrey zu hören. Ich kenne sie seit meiner Kindheit, aber ich wüsste nicht, dass sie jemals jemand als Tigerin bezeichnet hätte.« »Sie ist nicht schlicht oder langweilig,« beharrte Reese, der das Bedürfnis hatte, sie zu verteidigen. »Das will sie einem nur glauben machen.« »Sie spielt es nur vor, weil sie denkt, dass man sie dann eher leiden mag oder etwas in der Art.« »Ich habe nie behauptet, dass sie schlicht oder langweilig wäre.« Kate schien dieser Gedanke zu überraschen. »Ich kenne die Zwillinge schon seit der Grundschule. Sie waren schon immer viel zu clever, als gut für sie ist. Deshalb musste ich auch nach deinen Absichten fragen.« »Und wenn ich sage, dass ich nur mit ihr schlafen und mich mit ihr amüsieren möchte, ohne an später zu denken?« »Dann würdest du unsere Freundschaft auf eine harte Probe stellen,« erklärte Kate. Das hatte Reese längst vermutet. Kate nahm Verantwortung sehr ernst, und für die Patty-Zwillinge fühlte er sich verantwortlich. »Aber du musst dir wirklich keine Sorgen machen.« Er hätte Kate beinahe verraten, dass Audrey eigentlich in ihn verliebt war. Aber dann konnte er die Worte doch nicht aussprechen. Er konnte Kate nicht verletzen, nur weil sein Ego einen Dämpfer bekommen hatte. Außerdem hatte Kate jedes Recht, sich Sorgen zu machen. Wenn Audrey auch nur andeutete, dass sie in Reese's Bett wollte, würde er keine Sekunde zögern. Er schloss die Augen und rieb sich über das Gesicht, während er sich daran erinnerte, wie sie sich im Wasser an ihn geklammert und auf seiner Hand aufgebäumt hatte. »Verdammt, das war echt heiß gewesen.« Obwohl er wusste, dass sie Kate liebte, hatte ihn das nicht aufgehalten. Unter ihrer züchtigen Schale war Audrey ein heißer Feger, und es gefiel ihm, wenn dieser Teil ihrer Persönlichkeit an die Oberfläche kam. Jemand wie Kate würde nicht einmal wissen, wie man ihn hervorlockte. Sie brauchte einen Mann wie Reese, der die Leidenschaft in ihr weckte. Bei einem netten, höflichen Kerl wie Kate wäre das vergeudet. Für sie musste es ein gemeiner Kerl wie Reese sein, jemand, der sie so lange ärgerte, bis sie explodierte. Er grinste und rieb sich die Schulter. Das konnte er sogar beweisen. »Warum sagst du das?«, wollte Kate wissen und riss Reese aus seinen Gedanken. »Was?« Er hatte völlig vergessen, worüber sie sprachen, so vertieft war er in seiner Vorstellung gewesen, Audrey unter sich zu haben, die seinen Rücken zerkratzte und nach mehr verlangte. »Du hast gesagt, ich müsste mir keine Sorgen machen.« »Wieso nicht?« »Ach das.« Reese stand auf und drückte Kate seine leere Kaffeetasse in die Hand. »Weil ich nicht vorhabe, ihr das Herz zu brechen.« »Das ist ohnehin viel zu gut geschützt.« »Irgendwas liegt dir doch auf der Seele.« Audrey sah von ihrer Schüssel mit Haferbrei auf, blickte Daphne ins Gesicht und wurde automatisch rot. »Ich weiß nicht, was du meinst.« Daphne verdrehte die Augen und stach mit ihrem Löffel immer wieder in die Schüssel. »Ihr sind alleine. Du musst mir nichts vormachen.« Audrey musste zugeben, dass sie recht hatte. Die beiden Männer waren draußen und besorgten Feuerholz, sodass sie alleine frühstückten. Jemand hatte bereits Kaffee und Haferbrei gekocht und obwohl Daphne behauptete, keinen Hunger zu haben, stellte Audrey ihr eine Schüssel hin. Ihre Schwester war viel zu dünn und musste unbedingt etwas essen. Jetzt starrte Daphne Audrey allerdings an, als wäre ihr ein zweiter Kopf gewachsen. »Dann wirst du es mir also nicht erzählen.« »Was denn?«, erwiderte Audrey mit Unschuldsmine. »Du solltest was essen. Ich habe mir mit dem Frühstück wirklich Mühe gegeben.« Daphne schnaubte und zog ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche. »Ich weiß, dass du das Frühstück nicht gemacht hast, Ord. Ich kenne deine Kochkünste, hast du das schon vergessen?« »Ich habe keine Ahnung, warum wir diese Scharade weiterhin aufrechthalten, aber mir kannst du nichts vormachen.« Als sich Daphne eine Zigarette anzündete und daran zog, rumpfte Audrey die Nase. »Musst du hier drin rauchen, das stinkt.« »Ja, das tut es.« Daphne musterte die Zigarette zwischen ihren knochigen Fingern. »Eigentlich schmeckt sie mir nicht mal.« »Warum rauchst du dann?« »Weil du mir meine Crackpfeife weggenommen hast,« erwiderte Daphne grinsend. Als Audrey ernst blieb, seufzte sie. »Das war ein Witzschwesterchen. Der war aber nicht witzig.« Daphne zog noch einmal an der Zigarette und schnippte die Asche in ihre Haferbrei-Schüssel. »Willst du mir jetzt erzählen, was los ist, oder muss ich raten?« Als Audrey weiterhin zögerte, sah Daphne verletzt aus. »Du erzählst mir überhaupt nichts mehr.« »Ich wünschte, das wäre anders.« Audrey wurde ganz wehmütig. Bevor Daphne nach Los Angeles gezogen war, um ihre Musikkarriere zu verfolgen, hatten sich die Zwillinge sehr nahe gestanden. Doch seit ihrer Trennung hatte Audrey immer das Gefühl, ihre zweite Hälfte verloren zu haben. Das tat weh, und sie wollte ihre Schwester so gern zurückhaben. Aber dafür mussten sich beide Seiten anstrengen, vermutete sie. Also seufzte sie und rührte in ihrem Haferbrei herum, aß aber auch nichts. »Ich bin momentan ziemlich durcheinander.« »Oh«, Daphne zog ihre schwarz gefärbten Augenbrauen hoch. »Wegen eines Mannes?« Audrey wurde rot. »Also ja«, meinte Daphne, ohne darauf zu warten, dass Audrey etwas sagte. »Ganz spuck's schon aus.« »Ist es der große Kerl?« »Welcher große Kerl?«, hakte Audrey nach. Daphne wedelte mit ihrer Zigarette in der Luft herum. »Du weißt schon, Kates Freund.« »Wie heißt er noch gleich?« »Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern.« »Ich war zu sehr damit beschäftigt, mir die Seele aus dem Leib zu kotzen.« »Der, der dich ständig anstarrt, der Romeo aus dem Whirlpool.« »Far Reese sie wirklich die ganze Zeit an?« »Far Audrey noch gar nicht aufgefallen?« »Sein Name ist Reese Durham.« »Er ist einer von Kates Milliardärsfreunden.« »Igitt! Männer mit Geld bringen nichts als Ärger!« Daphne sah kurz traurig aus, aber dann schüttelte sie diese Regung ab und zog erneut an ihrer Zigarette. »Und? Schläfst du mit ihm?« »Noch nicht.« Audrey biss sich auf die Lippe. »Aber ich möchte es.« »Dann tu es!« Sie schüttelte den Kopf. »So einfach ist das nicht, Daph. Ich stehe auch immer noch auf Kate.« Das war die Untertreibung des Jahres. »Hm, Liebeskummer.« Daphnes Augen funkelten, und sie sah zum ersten Mal seit Tagen nicht mehr so müde aus. »Ich bin so froh, dass es auch mal jemand anderen trifft.« »Hattest du schon mal Liebeskummer?« fragte Audrey. Daphne sprach nie über ihre Beziehungen, aber in ihren Songs ging es immer um Männer und Trennungen. Daphne schnippte mit den Fingern, als könnte sie damit jeglichen Kommentar verschwinden lassen. »Das ist vorbei. Außerdem reden wir hier über dich, Schwesterherz.« »Du willst also den großen Kerl, hast aber Angst, dass das deine Gefühle für Kate beeinflussen könnte.« »Weiß er, was du für ihn empfindest?« Audrey dachte einen Augenblick lang nach und überlegte, was ihre Schwester sagen sollte. »Er weiß, dass ich existiere, erwidert meine Gefühle aber nicht.« Daphne grinste. »Dann machst du Folgendes. Schlaf mit dem Whirlpool-Romeo, bis er dich langweilt. Danach kannst du Kate immer noch anhimmeln.« Audrey stand auf und zog die Schultern hoch. »Jetzt machst du dich über mich lustig. Das ist nicht witzig, Daph. Ich dachte, wir führen eine ernsthafte Unterhaltung.« »Warte«, sagte Daphne und griff nach Audreys Arm. »Das war mein Ernst. Was ist falsch daran, mit ihm zu schlafen, solange es dir Spaß macht?« Audrey starrte sie an. »Ist das dein Ernst? Wir reden hier über mich? Ich bin keine Frau, die mit einem Mann schläft, wenn immer sie Lust dazu hat.« »Du bist nicht in einer Beziehung, Audrey. Und du hast selbst gesagt, dass Kate nicht mal weiß, was du für ihn empfindest.« »Warum amüsierst du dich nicht ein bisschen?« »Tupf dich aus. Das ist doch alles rein körperlich. Hab eine Affäre. Kate kann gar nicht wütend werden, wenn du mit jemandem ins Bett gehst, wo ihr gar nicht zusammen seid.« Audrey biss sich nachdenklich auf die Lippe. »Ich weiß nicht. Du bist nicht alt und verheiratet. Benimm dich deinem Alter entsprechend, Herrgott. Ich fühle mich ja schon alt, nur weil ich in deiner Nähe bin.« »Das tat weh.« »Na, vielen Dank auch, Daph. Das ist mein Ernst.« »Amüsierst du dich denn nie? Du siehst immer so ernst und unglücklich aus, als würdest du dir die größte Mühe geben, die langweiligste, unscheinbarste Person zu sein, die man sich vorstellen kann.« »Das ist doch keine Art zu leben.« Daphne drückte ihre Zigarette im Haferbrill aus. »Ich hatte gehofft, dass du dich geändert hast. In den letzten Tagen warst du so... lebhaft. Etwas gereizt, aber lebhaft. Das gefällt mir an dir. Du hattest wenigstens etwas Pfiff und warst nicht die ganze Zeit grau und langweilig.« »Ich wusste die ganze Zeit, dass unter dieser anständigen, steifen Audrey ein feuriges Weib steckt, und es macht einen Heidenspaß, sie hervorzulocken.« Audrey dachte einige Sekunden lang nach und starrte in ihrer Haferbräschüssel. Wie viel über das, was wirklich los war, konnte sie Daphne erzählen? Konnte sie sich darauf verlassen, dass Daphne den Mund hielt? Sie musterte ihre Zwillingsschwester, die gerade mit leicht zitternden Fingern die nächste Zigarette aus der Schachtel holte. Doch dann beschloss Audrey, Daphne wenigstens ein bisschen zu vertrauen. »Ich war letzte Nacht mit Reese nackt baden.« Daphne fiel die Zigarette aus dem Mund. Sie fing sie auf und holte ihr Feuerzeug aus der Tasche. »Im Ernst? Das hast du gemacht? Ich bin stolz auf dich!« Seltsam, aber sie freute sich über das Lob ihrer Zwillingsschwester. Auch wenn es um etwas so Unanständiges wie nackt baden ging. »Kate hat uns dabei erwischt.« Daphne schnitt eine Grimasse. »Da haben wir noch so einen Spaßverderber. Kates Foto steht im Lexikon gleich neben der Erklärung für ernst.« »Er hat euch also erwischt? Was hast du dann gemacht?« »Hm, ich bin schreiend und mit einem Handtuch um den Lad zum Haus gerannt.« »Wie konnte ich das nur verschlafen?«, murmelte Daphne grinsend und schüttelte den Kopf. »Und? Willst du da weitermachen, wo du letzte Nacht aufgehört hast?« »Ich weiß es nicht«, gab Audrey zu. Der Gedanke ließ sie nicht mehr los und wurde immer verlockender. »Sollte sie Reese benutzen, so wie er sonst die Frauen benutzte? Mit ihm nur aus Spaß an der Freude schlafen? War das so eine schreckliche Vorstellung?« »Ich wüsste nicht, was ich Kate erzählen soll.« »Das geht Kate überhaupt nichts an«, stellte Daphne schnippisch fest. »Er hat momentan absolut keinen Anspruch auf dich. Die einzigen Menschen, die das etwas angeht, sind du, dieser große Kerl und deine Zwillingsschwester, die alle Einzelheiten hören will.« Sie grinste Audrey an. »Du musst mir erzählen, wie er ist.« »Du gehst also davon aus, dass ich es mache?«, sagte Audrey bruskiert. »Jetzt komme ich nicht auf die Tourort. Ich kenne dich. Und ich ermutige dich zu diesem Akt der Befreiung. Los, tu es!« »Schön, dass ich deine Erlaubnis habe«, meinte Audrey spöttisch, aber sie wurde diesen Gedanken einfach nicht mehr los. Wie wäre es, mit einem Mann zu schlafen, ohne irgendeine Verpflichtung einzugehen? Noch dazu mit einem Mann wie Reese, der sie ganz verrückt machte. Er war klar, dass das mit ihm nicht von Dauer sein würde. Er benutzte Frauen, wie er diese Camilla im Whirlpool benutzt hatte. Sie waren Ablenkungen für ihn, und sie war nur die Neueste. Aber würde es nicht Spaß machen, diese Ablenkung für ihn zu sein? Wenn auch nur für eine Weile?« Als Audrey ernst blieb, seufzte sie. »Das war ein Witzschwesterchen.« »Der war aber nicht witzig.« Daphne zog noch einmal an der Zigarette und schnippte die Asche in ihre Haferbreischüssel. »Wirst du mir jetzt erzählen, was los ist, oder muss ich raten?« Als Audrey weiterhin zögerte, sah Daphne verletzt aus. »Du erzählst mir überhaupt nichts mehr.« »Ich wünschte, das wäre anders.« Audrey wurde ganz wehmütig. Bevor Daphne nach Los Angeles gezogen war, um ihre Musikkarriere zu verfolgen, hatten sich die Zwillinge sehr nahe gestanden. Doch seit ihrer Trennung hatte Audrey immer das Gefühl, ihre zweite Hälfte verloren zu haben. Das tat weh, und sie wollte ihre Schwester so gern zurückhaben. Aber dafür mussten sich beide Seiten anstrengen, vermutete sie. Also seufzte sie und rührte in ihrem Haferbrei herum, aß aber auch nichts. »Ich bin momentan ziemlich durcheinander.« »Oh«, Daphne zog ihre schwarz gefärbten Augenbrauen hoch. »Wegen eines Mannes?« Audrey wurde rot. »Also ja«, meinte Daphne, ohne darauf zu warten, dass Audrey etwas sagte. »Lanz spuck's schon aus.« »Ist es der große Kerl?« »Welcher große Kerl?«, hakte Audrey nach. Daphne wedelte mit ihrer Zigarette in der Luft herum. »Du weißt schon, Kates Freund.« »Wie heißt er noch gleich?« »Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern.« »Ich war zu sehr damit beschäftigt, mir die Seele aus dem Leib zu kotzen.« »Der, der dich ständig anstarrt, der Romeo aus dem Whirlpool.« Sah Reese sie wirklich die ganze Zeit an? Das war Audrey noch gar nicht aufgefallen. »Sein Name ist Reese Durham. Er ist einer von Kates Milliardärsfreunden.« »Igitt! Männer mit Geld bringen nichts als Ärger.« Daphne sah kurz traurig aus, aber dann schüttelte sie diese Regung ab und zog erneut an ihrer Zigarette. »Und?« »Släfst du mit ihm?« »Noch nicht.« Audrey biss sich auf die Lippe. »Aber ich möchte es.« »Dann tu es!« Sie schüttelte den Kopf. »So einfach ist das nicht, Daph.« »Ich stehe auch immer noch auf Kate.« Das war die Untertreibung des Jahres. »Hm, Liebeskummer.« Daphnes Augen funkelten, und sie sah zum ersten Mal seit Tagen nicht mehr so müde aus. »Ich bin so froh, dass es auch mal jemand anderen trifft.« »Hattest du schon mal Liebeskummer?« fragte Audrey. Daphne sprach nie über ihre Beziehungen, aber in ihren Songs ging es immer um Männer und Trennungen. Daphne schnippte mit den Fingern, als könnte sie damit jeglichen Kommentar verschwinden lassen. »Das ist vorbei. Außerdem reden wir hier über dich, Schwesterherz.« »Du willst also den großen Kerl, hast aber Angst, dass das deine Gefühle für Kate beeinflussen könnte.« »Weiß er, was du für ihn empfindest?« Audrey dachte einen Augenblick lang nach und überlegte, was sie ihrer Schwester sagen sollte. »Er weiß, dass ich existiere, erwidert meine Gefühle aber nicht.« Daphne grinste. »Dann machst du Folgendes. Schlaf mit dem Whirlpool, Romeo, bis er dich langweilt. Danach kannst du Kate immer noch anhimmeln.« Audrey stand auf und zog die Schultern hoch. »Jetzt machst du dich über mich lustig. Das ist nicht witzig, Daph. Ich dachte, wir führen eine ernsthafte Unterhaltung.« »Warte«, sagte Daphne und griff nach Audres Arm. »Das war mein Ernst. Was ist falsch daran, mit ihm zu schlafen, solange es dir Spaß macht?« Audrey starrte sie an. »Ist das dein Ernst? Wir reden hier über mich? Ich bin keine Frau, die mit einem Mann schläft, wenn immer sie Lust dazu hat.« »Du bist nicht in einer Beziehung, Audrey. Und du hast selbst gesagt, dass Kate nicht mal weiß, was du für ihn empfindest.« »Warum amüsierst du dich nicht ein bisschen? Tupst dich aus? Das ist doch alles rein körperlich. Hab eine Affäre. Kate kann gar nicht wütend werden, wenn du mit jemandem ins Bett gehst, wo ihr gar nicht zusammen seid.« Audrey biss sich nachdenklich auf die Lippe. »Ich weiß nicht.« »Du bist nicht alt und verheiratet. Benimm dich deinem Alter entsprechend, Herrgott. Ich fühle mich ja schon alt, nur weil ich in deiner Nähe bin.« Das tat weh. »Na, vielen Dank auch, Daph. Das ist mein Ernst.« »Amusierst du dich denn nie? Du siehst immer so ernst und unglücklich aus, als würdest du dir die größte Mühe geben, die langweiligste, unscheinbarste Person zu sein, die man sich vorstellen kann. Das ist doch keine Art zu leben.« Daphne drückte ihre Zigarette im Haferbrill aus. »Ich hatte gehofft, dass du dich geändert hast. In den letzten Tagen warst du so lephaft.« »Etwas gereizt, aber lebhaft. Das gefällt mir an dir. Du hattest wenigstens etwas Pfiff und warst nicht die ganze Zeit grau und langweilig.« Ich wusste die ganze Zeit, dass unter dieser anständigen, steifen Audrey ein feuriges Weib steckt, und es macht einen Heidenspaß, sie hervorzulocken. Audrey dachte einige Sekunden lang nach und starrte in ihrer Haferbräschüssel. Wie viel über das, was wirklich los war, konnte sie Daphne erzählen? Konnte sie sich darauf verlassen, dass Daphne den Mund hielt? Sie musterte ihre Zwillingsschwester, die gerade mit leicht zitternden Fingern die nächste Zigarette aus der Schachtel holte. Doch dann beschloss Audrey, Daphne wenigstens ein bisschen zu vertrauen. »Ich war letzte Nacht mit Reese nackt baden.« Daphne fiel die Zigarette aus dem Mund. Sie fing sie auf und holte ihr Feuerzeug aus der Tasche. »Im Ernst? Das hast du gemacht? Ich bin stolz auf dich!« Seltsam, aber sie freute sich über das Lob ihrer Zwillingsschwester, auch wenn es um etwas so Unanständiges wie nackt baden ging. Kate hat uns dabei erwischt. Daphne schnitt eine Grimasse. »Da haben wir noch so einen Spaßverderber. Kates Foto steht im Lexikon gleich neben der Erklärung für ernst.« »Er hat euch also erwischt? Was hast du dann gemacht?« »Hm, ich bin schreiend und mit einem Handtuch um den Lad zum Haus gerannt.« »Wie konnte ich das nur verschlafen?«, murmelte Daphne grinsend und schüttelte den Kopf. »Und? Willst du da weitermachen, wo du letzte Nacht aufgehört hast?« »Ich weiß es nicht«, gab Audrey zu. Der Gedanke ließ sie nicht mehr los und wurde immer verlockender. Sollte sie Reese benutzen, so wie er sonst die Frauen benutzte? Mit ihm nur aus Spaß an der Freude schlafen? War das so eine schreckliche Vorstellung? Ich wüsste nicht, was ich Kate erzählen soll. »Das geht Kate überhaupt nichts an«, stellte Daphne schnippisch fest. »Er hat momentan absolut keinen Anspruch auf dich. Die einzigen Menschen, die das etwas angeht, sind du, dieser große Kerl und deine Zwillingsschwester, die alle Einzelheiten hören will.« Sie grinste Audrey an. »Du musst mir erzählen, wie er ist.« »Du gehst also davon aus, dass ich es mache?«, sagte Audrey bruskiert. »Jetzt komme ich nicht auf die Tourort. Ich kenne dich. Und ich ermutige dich zu diesem Akt der Befreiung. Los, tu es!« »Schön, dass ich deine Erlaubnis habe«, meinte Audrey spöttisch. Aber sie wurde diesen Gedanken einfach nicht mehr los. Wie wäre es, mit einem Mann zu schlafen, ohne irgendeine Verpflichtung einzugehen? Noch dazu mit einem Mann wie Reese, der sie ganz verrückt machte. Er war klar, dass das mit ihm nicht von Dauer sein würde. Er benutzte Frauen, wie er diese Camilla im Whirlpool benutzt hatte. Sie waren Ablenkungen für ihn, und sie war nur die Neueste. Aber würde es nicht Spaß machen, diese Ablenkung für ihn zu sein? Wenn auch nur für eine Weile? »Tupst dich aus. Das ist doch alles rein körperlich. Hab eine Affäre. Kate kann gar nicht wütend werden, wenn du mit jemandem ins Bett gehst, wo ihr gar nicht zusammen seid.« Audrey biss sich nachdenklich auf die Lippe. »Ich weiß nicht.« »Du bist nicht alt und verheiratet. Benimm dich deinem Alter entsprechend, Herrgott. Ich fühle mich ja schon alt, nur weil ich in deiner Nähe bin.« »Das tat weh.« »Na, vielen Dank auch, Dev. Das ist mein Ernst.« »Amusierst du dich denn nie?« »Du siehst immer so ernst und unglücklich aus, als würdest du dir die größte Mühe geben, die langweiligste, unscheinbarste Person zu sein, die man sich vorstellen kann. Das ist doch keine Art zu leben.« Daphne drückte ihre Zigarette im Haferbrill aus. »Ich hatte gehofft, dass du dich geändert hast. In den letzten Tagen warst du so... lebhaft. Etwas gereizt, aber lebhaft. Das gefällt mir an dir. Du hattest wenigstens etwas Pfiff und warst nicht die ganze Zeit grau und langweilig.« Ich wusste die ganze Zeit, dass unter dieser anständigen, steifen Audrey ein feuriges Weib steckt, und es macht einen Heidenspaß, sie hervorzulocken. Audrey dachte einige Sekunden lang nach und starrte in ihrer Haferbräschüssel. Wie viel über das, was wirklich los war, konnte sie Daphne erzählen? Konnte sie sich darauf verlassen, dass Daphne den Mund hielt? Sie musterte ihre Zwillingsschwester, die gerade mit leicht zitternden Fingern die nächste Zigarette aus der Schachtel holte. Doch dann beschloss Audrey, Daphne wenigstens ein bisschen zu vertrauen. Ich war letzte Nacht mit Reese nackt baden. Daphne fiel die Zigarette aus dem Mund. Sie fing sie auf und holte ihr Feuerzeug aus der Tasche. Im Ernst? Das hast du gemacht? Ich bin stolz auf dich! Seltsam, aber sie freute sich über das Lob ihrer Zwillingsschwester. Auch wenn es um etwas so Unanständiges wie nackt baden ging. Kate hat uns dabei erwischt. Daphne schnitt eine Grimasse. Da haben wir noch so einen Spaßverderber. Kates Foto steht im Lexikon gleich neben der Erklärung für ernst. Er hat euch also erwischt? Was hast du dann gemacht? Hm, ich bin schreiend und mit einem Handtuch um den Latz zum Haus gerannt. Wie konnte ich das nur verschlafen? murmelte Daphne grinsend und schüttelte den Kopf. Und? Willst du da weitermachen, wo du letzte Nacht aufgehört hast? Ich weiß es nicht, gab Audrey zu. Der Gedanke ließ sie nicht mehr los und wurde immer verlockender. Sollte sie Reese benutzen, so wie er sonst die Frauen benutzte? Mit ihm nur aus Spaß an der Freude schlafen? War das so eine schreckliche Vorstellung? Ich wüsste nicht, was ich Kate erzählen soll. Das geht Kate überhaupt nichts an, stellte Daphne schnippisch fest. Er hat momentan absolut keinen Anspruch auf dich. Die einzigen Menschen, die das etwas angeht, sind du, dieser große Kerl und deine Zwillingsschwester, die alle Einzelheiten hören will. Sie grinste Audrey an. Du musst mir erzählen, wie er ist. Du gehst also davon aus, dass ich es mache? sagte Audrey bruskiert. Jetzt komme ich nicht auf Detourort. Ich kenne dich. Und ich ermutige dich zu diesem Akt der Befreiung. Los, tu es! Schön, dass ich deine Erlaubnis habe, meinte Audrey spöttisch. Aber sie wurde diesen Gedanken einfach nicht mehr los. Wie wäre es, mit einem Mann zu schlafen, ohne irgendeine Verpflichtung einzugehen? Noch dazu mit einem Mann wie Reese, der sie ganz verrückt machte. Ihr war klar, dass das mit ihm nicht von Dauer sein würde. Er benutzte Frauen, wie er diese Camilla im Whirlpool benutzt hatte. Sie waren Ablenkungen für ihn, und sie war nur die Neueste. Aber würde es nicht Spaß machen, diese Ablenkung für ihn zu sein? Wenn auch nur für eine Weile? Nackt baden ging. Kate hat uns dabei erwischt. Daphne schnitt eine Grimasse. Da haben wir noch so einen Spaßverderber. Kates Foto steht im Lexikon gleich neben der Erklärung für ernst. Er hat euch also erwischt? Was hast du dann gemacht? Hm, ich bin schreiend und mit einem Handtuch um den Leib zum Haus gerannt. Wie konnte ich das nur verschlafen, murmelte Daphne grinsend und schüttelte den Kopf. Und? Willst du da weitermachen, wo du letzte Nacht aufgehört hast? Ich weiß es nicht, gab Audrey zu. Der Gedanke ließ sie nicht mehr los und wurde immer verlockender. Sollte sie Reese benutzen, so wie er sonst die Frauen benutzte? Mit ihm nur aus Spaß an der Freude schlafen? War das so eine schreckliche Vorstellung? Ich wüsste nicht, was ich Kate erzählen soll. Das geht Kate überhaupt nichts an, stellte Daphne schnippisch fest. Er hat momentan absolut keinen Anspruch auf dich. Die einzigen Menschen, die das etwas angeht, sind du, dieser große Kerl und deine Zwillingsschwester, die alle Einzelheiten hören will. Sie grinste Audrey an. Du musst mir erzählen, wie er ist. Du gehst also davon aus, dass ich es mache? sagte Audrey bruskiert. Jetzt komme ich nicht auf die Tourort, ich kenne dich. Und ich ermutige dich zu diesem Akt der Befreiung. Los, tu es! Schön, dass ich deine Erlaubnis habe, meinte Audrey spöttisch. Aber sie wurde diesen Gedanken einfach nicht mehr los. Wie wäre es, mit einem Mann zu schlafen, ohne irgendeine Verpflichtung einzugehen? Noch dazu mit einem Mann wie Reese, der sie ganz verrückt machte. Ihr war klar, dass das mit ihm nicht von Dauer sein würde. Er benutzte Frauen, wie er diese Camilla im Whirlpool benutzt hatte. Sie waren Ablenkungen für ihn, und sie war nur die Neueste. Aber würde es nicht Spaß machen, diese Ablenkung für ihn zu sein? Wenn auch nur für eine Weile? Jetzt sind du, dieser große Kerl und deine Zwillingsschwester, die alle Einzelheiten hören will. Sie grinste Audrey an. Du musst mir erzählen, wie er ist. Du gehst also davon aus, dass ich es mache? sagte Audrey bruskiert. Jetzt komme ich nicht auf die Tourort. Ich kenne dich, und ich ermutige dich zu diesem Akt der Befreiung. Los, tu es! Schön, dass ich deine Erlaubnis habe, meinte Audrey spöttisch. Aber sie wurde diesen Gedanken einfach nicht mehr los. Wie wäre es, mit einem Mann zu schlafen, ohne irgendeine Verpflichtung einzugehen? Noch dazu mit einem Mann wie Reese, der sie ganz verrückt machte. Ihr war klar, dass das mit ihm nicht von Dauer sein würde. Er benutzte Frauen, wie er diese Camilla im Whirlpool benutzt hatte. Sie waren Ablenkungen für ihn, und sie war nur die Neueste. Aber würde es nicht Spaß machen, diese Ablenkung für ihn zu sein? Wenn auch nur für eine Weile? Wie wäre es, mit einem Mann zu schlafen, ohne irgendeine Verpflichtung einzugehen? Noch dazu mit einem Mann wie Reese, der sie ganz verrückt machte. Ihr war klar, dass das mit ihm nicht von Dauer sein würde. Er benutzte Frauen, wie er diese Camilla im Whirlpool benutzt hatte. Sie waren Ablenkungen für ihn, und sie war nur die Neueste. Aber würde es nicht Spaß machen, diese Ablenkung für ihn zu sein? Wenn auch nur für eine Weile? Wie wäre es, mit einem Mann, wie er diese Camilla im Whirlpool benutzt hatte? Sie waren Ablenkungen für ihn, und sie war nur die Neueste. Aber würde es nicht Spaß machen, diese Ablenkung für ihn zu sein? Wenn auch nur für eine Weile? Aber würde es nicht Spaß machen, diese Ablenkung für ihn zu sein, wenn auch nur für eine Weile? Wenn auch nur für eine Weile? Ihre morgendliche Unterhaltung mit Daphne klang noch in Audres Kopf nach, als sie die Küche aufräumte und das Wohnzimmer in Ordnung brachte. Dann ging sie nach oben, um ihr Spiegelbild in Augenschein zu nehmen. »Shirt«, schlicht schwarz und langärmlich, »Jeans«, praktisch, »Haare«, fester Dutt, »Haut«, frisch gewaschen und voller Sommersprossen. Das war okay. Audre strich mit einer Hand über ihren Dutt und ging dann nach draußen, um Reese zu suchen. Er war nicht schwer zu finden, da das Geräusch des Holzhackens bis ins Haus zu hören war. Sie sah ihn mit der Axt in der Hand neben einem Holzhaufen auf einer kleinen Lichtung stehen. Er trug ein Trägerhemd und seine nackten, muskulösen Arme glänzten vor Schweiß. Offensichtlich war er schon seit einiger Zeit an der Arbeit. »Rees«, sie schirmte die Augen vor der Sonne ab und blieb in einiger Entfernung stehen. »Können wir uns kurz unterhalten?« Er drehte sich zu ihr um und legte die Axt auf den Boden. »Klar, es gibt's.« Sie sah sich um. »Wo steckt Kate?« »Der machte einen Morgenspaziergang. Er wollte sich das Gehirn durchpusten lassen. Wolltest du darüber mit mir reden?« Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und bückte sich dann nach einer Wasserflasche, die auf dem Boden stand. Als er sich wieder aufrichtete, bemerkte sie einige rot-blaue Kerben auf seiner Haut und beugte sich vor, um diese Nähe in Augenschein zu nehmen. Sie erschrak, als ihr klar wurde, worum es sich dabei handelte, während die Bilder der vergangenen Nacht vor ihrem inneren Auge auftauchten. Sie erinnerte sich daran, wie sie ihn gebissen und an seiner Haut gesaugt hatte. »Großer Gott, sie hatte ihm lauter Knutschflecken verpasst.« »Deine Schulter!« Reese grinste und sah sehr selbstzufrieden aus. Er zupfte an seinem Shirt. »Ich dachte, ich könnte sie auch gleich zur Schau stellen.« Sie knirschte mit den Zähnen. »Hat Kate das auch gesehen?« »Allerdings.« »Und du hast dieses Shirt mit Absicht angezogen?« »Kann schon sein.« Er zwinkerte ihr zu und trank einen Schluck Wasser. »Und? Worüber wolltest du mit mir reden?« Sie starrte seine Schulter an und spürte, wie ihr bei dem Anblick ganz warm wurde. »Das hatte sie getan?« Sie war letzte Nacht wirklich wild und außer Kontrolle gewesen. Sie wollte es gern wieder tun. Aber zuerst wurde sie ihn ein bisschen ärgern. Audrey packte sein Shirt. »Wir müssen reden.« »Hui, da hat aber jemand Autorität gefrühstückt«, sagte er amüsiert, ließ sich jedoch mitziehen. Sie führte ihn über den schlammigen Rasen auf die andere Seite der Hütte und unter die Veranda. Dort waren neben der Kellertür die Holzscheiter aufgeschichtet, die die Männer bereits gehackt hatten. Wenn man hier stand, war man vor aller Augen geschützt, da man aus den Fenstern nur auf die Bäume und den See dahinter blickte. Es war der perfekte Platz für das, was sie vorhatte. Als er ihr folgte, zog er den Kopf ein, um sich nicht zu stoßen, und sah sie irritiert an. »Warum verstecken wir uns?« Audrey zog ihn am Scheu zu sich heran. »Weil wir das, was wir gestern Abend angefangen haben, noch beenden müssen«, sagte sie leise. Dann legte sie eine Hand in seinen Schritt und rieb seinen Penis. Reese stieß die Luft aus. Er starrte sie einen Augenblick lang ungläubig an, doch dann breitete sich ein Lächeln auf seinen Lippen aus. »Du bist ein gieriges, kleines Ding. Das gefällt mir.« »Ach ja?« Sie beugte sich vor, knabberte an seinem Kinn und spürte seine Bartstoppel. Seltsamerweise erregte sie das sehr. »Warum zeigst du es mir dann nicht?« »Was genau müssen wir denn noch beenden, was wir gestern Nacht angefangen haben?« murmelte Reese und schob sie ein Stück nach hinten, bis sie mit dem Rücken gegen das aufgestapelte Holz stieß. Die Holzsplitter piekten sie durch den Stoff ihres T-Shirts hindurch, aber das war ihr egal. »Das kannst du dir doch bestimmt denken. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich meine Hand zwischen deinen Beinen hatte und du mich geritten hast.« Ihr wurde ganz warm im Schritt und sie atmete schneller. »Das klingt schon mal sehr gut.« »Willst du hier auf der Stelle mit mir schlafen?« Sie riet mit der Hand über die harte Schwellung in seiner Hose und genoss das Gefühl, seinen Penis unter den Fingern zu spüren und die Macht zu haben, mit ihm machen zu können, was sie wollte. »Ich hatte eher an ein intensives Vorspiel hier unten gedacht«, erklärte sie und strich mit den Lippen über seinen Mund. »Darauf kann dann später ein schöner, schmutziger Akt folgen.« Reese stöhnte und drückte sich gegen ihre Hand. Er legte eine Hand an den Saum ihrer Hose und zog den Reißverschluss herunter. »Soll ich dich zum Orgasmus bringen?« »Ja, das hatte ich mir so erhofft.« Sie leckte sich die Lippen und sah durch die Wimpern zu ihm auf. »Vielleicht könnten wir uns gegenseitig zum Höhepunkt bringen.« »Mmm«, hauchte er und starrte sie mit seinen strahlend blauen Augen an. »Damit bin ich einverstanden.« »Unter einer Bedingung.« Sie sah fragend zu ihm auf. »Unter welcher Bedingung?« Zu ihrer Überraschung streckte er die Hand nach ihrem Dutt aus und löste das Haarband. »Das Ding muss weg.« »Ich will die wilde Audrey, nicht die Spröde.« Sie schnaubte und war schon versucht, ihn in den Bauch zu boxen, weil er sie Spröde genannt hatte. Aber sie war viel zu erregt, um an so etwas wirklich denken zu können. Also stand sie einfach nur da, während er ihr Haar löste, dass ihr wie ein hellroter Vorhang auf die Schultern fiel. »Schon besser«, murmelte er. »Die heiße, sexy kleine Audrey.« »Es ist fast so, als wäre deine wilde Seite ein gut gehütetes Geheimnis.« Sie krümmte die Finger um sein erigiertes Glied, das seine Hose ausbeulte. »Und deine wilde Seite ist das am schlechtesten Gehütete.« Reese gluckste kehlig, zog sie an sich und legte ihr eine Hand auf den Hintern. »Schmeicheleien bringen dich ja auch nicht weiter.« »Ich wollte dir nicht schmeicheln«, konterte sie und streichelte ihn weiterhin. »Du bist überhaupt nicht mein Typ.« »Warum streichelst du dann meinen Schwanz?« Seine Finger nestelten erneut am Saum ihres Höschens und glitten dann hinein. »Ich sagte doch, dass du zu Ende bringen musst, was du angefangen hast«, flüsterte sie. Dann griff sie nach der Kordel seiner Jogginghose und zog daran, bis sich der Knoten löste und der Stoff herunterrutschte. Er trug wieder einmal keine Unterhose, und sie musterte seinen großen Penis, dessen Eichel bereits feucht geworden und mit einem Tropfen Prä-Ejakulat bedeckt war. Bei diesem Anblick erschauerte sie Verwonne, und dieses Gefühl wurde noch verstärkt, als seine Finger über ihren Venushügel in die weichen Locken glitten. Er stöhnte, als er sie spürte, und drückte das Gesicht gegen ihr zerzaustes Haar. »Bist du etwa schon feucht, Audrey? Bist du schon so erregt, oder hast du schon den ganzen Morgen daran gedacht, dass du herkommen und mich anfassen willst?« Sie umfing seinen heißen, nackten Penis mit der Hand. »Vielleicht ein bisschen von beidem?« Dann leckte sie ihm einen Schweißtropfen von der durch sie gezeichneten Schulter. Sein Glied fühlte sich sengend heiß an, so heiß, als stünde es in Flammen. Reese strich mit den Fingerspitzen über ihre Klitoris und liebkoste sie. Als sie erbebte, hielt er inne und rieb nur noch sanft mit den Fingerkuppen über den empfindlichen Nervenknoten. »Das ist die richtige Stelle.« Audrey wimmerte, legte die Finger fester um seinen Penis und bearbeitete ihn heftiger. »Shh«, raunte er ihr leise ins Ohr, wobei sein Atem in ihren Haaren kitzelte. »Nicht so schnell, Süße. Jetzt habe ich die Kontrolle.« Er legte die andere Hand in ihren Nacken, griff in ihr Haar und zog ihren Kopf nach hinten. Seine Lippen glitten über ihr Kinn und seine Zähne schabten über ihre Haut. »Du kleiner, heiser Feger! Meine freche, kleine Wildkatze!« Während er die Worte murmelte, glitten seine Finger an ihre feuchte Hitze und rieben an ihren Schamlippen. Sie klammerte sich an ihn. Er umkreiste ihre Öffnung, rieb über die empfindliche Haut, liebkoste dann erneut ihre Klitoris und wiederholte den wundervollen Kreislauf. Seine Bewegungen waren langsam und gemächlich, und sie ahnte, dass er sich absichtlich Zeit ließ, damit sie ihn irgendwie ermutigte, schneller zu werden. Doch er lenkte sie auch ab, und sie bewegte die Lippen, während seine geschickten Bewegungen sie erneut erschauern ließen. Es fiel ihr schwer, sich auf seinen Penis zu konzentrieren. Ihre Finger tanzten leicht über die Eichel, die immer feuchter wurde. Sie verstrich die Flüssigkeit und erkundete ihn mit den Fingern. Reese war überall gut gebaut, und sein Penis war glatt und lang und endete in einer prallen, dicken Eichel. Sie ließ die Finger weiterwandern und umfing seine Hoden, die schwer und heiß in ihrer Hand lagen. Reese stöhnte und leckte ihr über den Unterkiefer. »Du hast ganz schön geschickte Hände.« »Das kann man von dir auch sagen«, erwiderte sie und bewegte die Hüften, während seine Finger ihre Klitoris streichelten. »Oh, das ist gut, Süße. Willst du meine Hand halten?« Er drückte die Handfläche gegen ihre Klitoris, sodass seine Finger an ihrer Öffnung lagen, und hielt dann ganz still. Sie wimmerte, umklammerte mit einer Hand sein Glied und ballte die andere in seinem Shirt. »So ist es gut«, murmelte er und legte die Lippen auf ihre, um ihr einen flüchtigen, fast schon federleichten Kuss zu geben. »Drück dich wieder an mich, Audrey. Ich will spüren, wie du dich bewegst.« Sie kam seiner Bitte nach und stöhnte, als sich seine Handfläche durch ihre Bewegung fest gegen ihre Klitoris preiste. Dieses Gefühl war unglaublich, und sie wiederholte die Bewegung und zuckte mit den Hüften. »Nochmal«, befahl er leise. »Reite mich, Audrey.« Er küßte ihren Hals und ließ seine Zunge über ihrer Haut schnellen. Sie bäumte sich erneut auf. Dann konnte sie sich auf einmal nicht mehr bremsen. Sie rieb sich wieder und wieder an ihm. Als ihre Lust immer größer wurde, lehnte sich Audrey mit dem Rücken an den Holzstapel und bewegte die Hüften immer schneller, um sich an seiner Hand zu reiben. Sie war so feucht, dass seine ganze Hand benetzt war, doch er trieb sie mit sanften Worten immer weiter an. Und das schien ihm zu gefallen. Leise murmelnd ermutigte er sie, ihn zu reiten, während er mit den Lippen immer tiefer wanderte, sie zwischen den Brüsten küßte und die Haut leckte, die nicht mit Stoff bedeckt war. Doch dann knabberte er durch die Kleidung an ihrer Brust, umfing sie mit der Hand und drückte sie an seinen Mund. Im nächsten Augenblick biss er auch schon sanft in die empfindliche Brustwarze. Audrey verlor die Kontrolle. Sie stieß ein tiefes, kehliges Stöhnen aus und legte die Hand fest um seinen harten Penis, der noch immer feucht war, während sie ihren Orgasmus auskostete. »Ssch«, beruhigte er sie und drückte die Lippen auf ihre. Sie hörte sein leises Lachen, bevor er ihren Mund in Besitz nahm und seine Zunge hineinstieß. Dabei hörte er nicht auf, seine Hand in einer kreisförmigen Bewegung über ihre Klitoris zu reiben, sodass ihr Höhepunkt noch länger ausgedehnt wurde, bis sie sich wimmernd und mit weichen Knien an ihn lehnte. »Das ist mein Mädchen«, sagte er, als er sich endlich von ihr löste und Audrey von ihrem Orgasmus ganz schwach war. Benommen versuchte sie, sich zu orientieren. Sie stand an einen Holzstapel gelehnt. Reese's Hand steckte in ihrem jetzt völlig feuchten Höschen. Mit der anderen Hand umfing er ihre Brust und strich hin und wieder über die Brustwarze, in die er zuvor gebissen hatte, und sie klammerte sich an seinen harten, erigierten Penis, der aus seiner Hose herausragte. Reese beugte sich vor und küßte sie, allerdings jetzt drängender. »Wirst du mir jetzt die Ehre erweisen, du kleine Wildkatze?« Sie drückte sein Glied kurz und genoss seine Reaktion darauf. »Eigentlich dachte ich, ich wäre hier fertig. Du kommst doch bestimmt alleine, klar.« Er lachte und schien ihre Antwort höchst amüsant zu finden. »Du Frechdachs!« Er knabberte an ihren Lippen. »Ich komme natürlich alleine, klar, aber deine Hände fühlen sich viel besser an als meine. Sie sind nicht so rau und schwielig.« Sie musste grinsen. Es machte tatsächlich Spaß, mit ihm herumzualbern. Er bettelte sie nicht an, es ihm mit dem Mund zu machen, sondern teilte ihr vielmehr mit, dass es in Ordnung wäre, wenn sie keine Lust mehr hatte, er aber auch nichts dagegen hätte, wenn sie weitermachte. Och, und sie wollte auf jeden Fall weitermachen. Ihre verruchte Art, die sie die ganze Zeit so mühsam unterdrückt hatte, gewann mehr und mehr die Oberhand. Was machte es schon, wenn sie bei diesem einen Mann mal ungezogen war? Daphne hatte es richtig gesagt. Sie konnte ihn benutzen, ein wenig mit ihm spielen und dann einfach weiterziehen. Sie war schließlich nicht in einer Beziehung. Sie amüsierte sich nur. Daher grinste sie ihn frech an, entwand sich seinen Armen und ging vor ihm auf die Knie. Er stöhnte bei diesem Anblick. »Himmel, du siehst wunderschön aus!« Audrey lächelte, öffnete die Lippen und beugte sich ein kleines Stück vor. Aber sie nahm seinen Penis nicht in den Mund. Sie saß einfach nur da, wenige Zentimeter von ihm entfernt und hatte den Mund leicht geöffnet. Dann sah sie wartend zu ihm auf. »Verdammt, ist das heiß!« Reese schob eine Hand in ihr Haar, streichelte die zerzausten Locken und massierte ihre Kopfhaut. Aber er schob ihren Kopf nicht nach vorne, wie sie erwartet hatte. Stattdessen blickte er auf sie herab und dachte einige Sekunden lang nach. Dann drückte er mit seinen kräftigen Fingern gegen ihren Hinterkopf und schob sie mit sanfter Gewalt nach vorn. Ihre Lippen legten sich um seine Eichel und mit den Händen hielt sie sich an seinen Pobacken fest. Sie nahm die feuchte Eichel immer wieder kurz mit sanften Bewegungen in den Mund, um sie dann auf einmal fest einzusaugen und den Mund zusammenzupressen. Reese stöhnte zustimmend, bewegte sich jedoch nicht und stieß sich auch nicht tiefer in ihren Mund. Es war fast so, als würde er ihren Anblick ebenso wie das Gefühl genießen und es auskosten wollen. Sie freute sich darüber. Er zeigte ihr nur zu deutlich, wie sehr er es genoss, sie so zu sehen, und sie fühlte sich unglaublich sexy. Außerdem erregte es sie. Sie grub die Finger in seine festen Pobacken und genoss es, seine steinharten Muskeln zu spüren. Himmel, er hatte so einen tollen Hintern! Sie drückte ihn und ließ seine Eichel dann mit hörbaren Ploppen wieder aus ihrem Mund gleiten, um mit den Lippen darüber zu streichen. Als das Prä-Ejakulat ihre Lippen befeuchtete, weckte sie es ab und ließ dann ihre Zunge über seine Eichel schnellen. »So ist es gut«, stieß er heiser hervor und legte die Finger fester an ihren Hinterkopf. »Das ist wundervoll, Audrey! Nimm ihn wieder in den Mund!« Sie beugte sich vor, doch anstatt ihn wieder einzusaugen, strich sie mit der Zunge über seinen Penis und erkundete ihn. Sie umkreiste die Eichel mit der Zungenspitze und leckte daran. An der Unterseite befand sich eine dicke Vene, die sie mit der Zunge nachfuhr, um dann leicht den Penisansatz zu berühren und sich wieder der Eichel zuzuwenden. »Mmm«, seufzte er, und als sie aufsah, hatte er vor Wonne die Augen geschlossen. »Ich muss zugeben, dass ich erstaunt bin, wie gut die spröde, anständige kleine Audrey mit meinem Schwanz umgehen kann.« Sie legte eine Hand an den Penisansatz und drückte zu, während sie erneut über die Eichel leckte. »Hast du etwa gedacht, ich wäre noch Jungfrau?« Er kicherte und drückte die Finger fester in ihr Haar. Dabei drückte er sie jedoch nicht nach vorn, sondern hielt sie einfach nur fest. »Der Gedanke ist mir durchaus gekommen.« »Ich bin ganz und gar nicht jungfräulich«, erwiderte sie leise. »Vielleicht gefällt es mir einfach, wenn sich der Mann dafür anstrengen muss.« Sie leckte an der Unterseite seines Glieds entlang. »Und dann sorge ich dafür, dass er auf seine Kosten kommt.« »Verdammt, das tust du allerdings!« Sie grinste und nahm ihn wieder weit in den Mund, um dann an ihm zu saugen. Sie nahm ihn so tief in sich auf, dass ihre Lippen die Hand berührten, mit der sie seinen Penisansatz umklammerte, ließ ihn dann wieder herausgleiten und nahm ihn erneut auf, bis sie ihn hinten an der Kehle spürte. Sie entspannte den Kiefer und saugte an ihm. »Mann, das fühlt sich unglaublich an!« Er bewegte ganz leicht ihren Kopf hin und her. »Du bist definitiv keine Jungfrau mehr. Daran besteht gar kein Zweifel!« Sie ließ ihn das Tempo vorgeben, saugte ihn bei jedem Stoß seiner Hüften tief in den Mund und reagierte auf den Druck seiner Hand. Ihre Erregung stieg immer weiter, daß eine reine Freude an dem, was sie mit ihm anstellte, sie heiß machte. Die meisten Männer erwarteten, dass man ihnen einblies, aber bei Reese war es beinahe so, als würde sie nicht nur seinen Penis, sondern auch seinen Verstand bearbeiten. Sie wusste ganz genau, was sie tun musste, um ihn verrückt zu machen. Und sie hatte noch ein weiteres Ass im Ärmel. Sie ließ ihn aus ihrem Mund gleiten und legte beide Hände um seinen Penis, als wäre er ein Baseballschläger, wobei sie den sanften Druck ignorierte, mit dem er sie dazu bringen wollte, ihn wieder ganz in den Mund zu nehmen. Stattdessen saugte sie nur in seine Eichel und ließ die Zunge darüber schnellen. Dann begann sie zu summen. Sie spürte, wie er überrascht zusammenzuckte, aber sie hielt ihn fest und summte weiter. Es war kein Lied, sondern nur eine leise, wortlose Melodie, bei der ihre Kehle vibrierte. Sie wurde etwas lauter und umkreiste seine Eichel mit der Zunge. »Verdammt, das ist... Herr Himmel, das ist gut!« Seine Hand kallte sich in ihr Haar. »Mach weiter! Hör nicht auf damit!« Das hatte sie auch nicht vor. Sie summte noch etwas lauter und pumpte sein Glied mit beiden Händen im selben Rhythmus. »Verdammt!« stieß er hervor und zuckte mit den Hüften, um dann zu erstarren. »Audrey, wenn du nicht aufhörst, dann komme ich!« Sie summte noch lauter. Und rieb ihn erneut. »Och, verdammt!« Reese stieß sich in ihren Mund und übernahm die Kontrolle. Sie versuchte weiter zu summen, aber er stieß noch einmal fest in sie hinein und versteifte sich. Schon quoll sein Samen in ihren Mund und füllte ihn aus. Sie schluckte, während er seinen Penis zitternd aus ihrem Mund zog. Dann lehnte sie sich nach hinten und wischte sich den Mund ab. Schwer atmend stützte er sich auf den Holzstapel. Als er endlich wieder zu Atem gekommen war, sah er sie an und grinste schelmisch. »Verdammt!« »Du musst jetzt jeden Morgen hier rauskommen, wenn ich Holz hacke.« Dann ist es wenigstens nicht mehr so langweilig. Audrey stand auf und wischte sich die Mundwinkel trocken. »Gern geschehen«, sagte sie trocken. Er grinste, trat näher und legte erneut eine Hand an ihren Hinterkopf. Sie war überrascht, als er sich vorbeugte und sie grob küsste. »Ich danke dir.« Sie war schon wieder sehr erregt. Ihm einen zu blasen und ihn dann zu küssen, wirkte sich nicht gerade negativ auf ihre Libido aus. Tatsächlich war sie sogar geiler als jemals zuvor. Also, hauchte sie. »Heute Nacht?« Er sah sie mit loderndem Blick an. »Du bestimmst Zeit und Ort.« »Um Mitternacht«, erklärte sie, »wir treffen uns am Steg und gehen in den Wald. Bring Kondome mit.« »Du sorgst für die Decke«, sagte er. »Ich bring die Latte mit.« Sie stöhnte. »Was für ein blöder Witz.« »Ja, nach dem Sex fällt mir immer nur dummes Zeug ein. Tut mir leid.« Er gab ihr einen überraschend zärtlichen Kuss auf die Nasenspitze. »Jetzt kennst du mein großes Geheimnis.« »Ich verspreche, dass ich dich bei jeder Gelegenheit damit erpressen werde.« Versicherte sie ihm amüsiert und strich sich dann mit den Fingern durchs Haar, um es wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Er hielt ihre Hand fest. »Lass es für mich offen. Ich mag es, wenn es zerzaust und wild aussieht.« Sie wurde puterrot, ließ jedoch die Hand sinken. »Wie du willst.« »Auch heute Nacht.« Sie nickte und hatte bei den Gedanken wieder Schmetterlinge im Bauch. »Heute Nacht.« »Es würde ein sehr langer Tag werden.« Sie riefen immer schneller, um sich an seiner Hand zu reiben. Sie war so feucht, dass seine ganze Hand benetzt war, doch er trieb sie mit sanften Worten immer weiter an. Und das schien ihm zu gefallen. Leise murmelnd ermutigte er sie, ihn zu reiten, während er mit den Lippen immer tiefer wanderte, sie zwischen den Brüsten küßte und die Haut leckte, die nicht mit Stoff bedeckt war. Doch dann knabberte er durch die Kleidung an ihrer Brust, umfing sie mit der Hand und drückte sie an seinen Mund. Am nächsten Augenblick biss er auch schon sanft in die empfindliche Brust warz sah. Audrey verlor die Kontrolle. Sie stieß ein tiefes, kehliges Stöhnen aus und legte die Hand fest um seinen harten Penis, der noch immer feucht war, während sie ihren Orgasmus auskostete. »Schhh!« beruhigte er sie und drückte die Lippen auf ihre. Sie hörte sein leises Lachen, bevor er ihren Mund in Besitz nahm und seine Zunge hineinstieß. Dabei hörte er nicht auf, seine Hand in einer kreisförmigen Bewegung über ihre Klitoris zu reiben, sodass ihr Höhepunkt noch länger ausgedehnt wurde, bis sie sich wimmernd und mit weichen Knien an ihn lehnte. »Das ist mein Mädchen«, sagte er, als er sich endlich von ihr löste und Audrey von ihrem Orgasmus ganz schwach war. Benommen versuchte sie, sich zu orientieren. Sie stand an einen Holzstapel gelehnt. Reese's Hand steckte in ihrem jetzt völlig feuchten Höschen. Mit der anderen Hand umfing er ihre Brust und strich hin und wieder über die Brustwarze, in die er zuvor gebissen hatte. Und sie klammerte sich an seinen harten, erigierten Penis, der aus seiner Hose herausragte. Reese beugte sich vor und küßte sie, allerdings jetzt drängender. »Wirst du mir jetzt die Ehre erweisen, du kleine Wildkatze?« Sie drückte sein Glied kurz und genoss seine Reaktion darauf. »Eigentlich dachte ich, ich wäre hier fertig. Du kommst doch bestimmt alleine, klar.« Er lachte und schien ihre Antwort höchst amüsant zu finden. »Du Frechdachs!« Er knabberte an ihren Lippen. »Ich komme natürlich alleine, klar. Aber deine Hände fühlen sich viel besser an als meine. Sie sind nicht so rau und schwielig.« Sie musste grinsen. Es machte tatsächlich Spaß, mit ihm herumzualbern. Er bettelte sie nicht an, es ihm mit dem Mund zu machen, sondern teilte ihr vielmehr mit, dass es in Ordnung wäre, wenn sie keine Lust mehr hatte. Er aber auch nichts dagegen hätte, wenn sie weitermachte. Och, und sie wollte auf jeden Fall weitermachen. Ihre verruchte Art, die sie die ganze Zeit so mühsam unterdrückt hatte, gewann mehr und mehr die Oberhand. Was machte es schon, wenn sie bei diesem einen Mann mal ungezogen war? Daphne hatte es richtig gesagt. Sie konnte ihn benutzen, ein wenig mit ihm spielen und dann einfach weiterziehen. Sie war schließlich nicht in einer Beziehung. Sie amüsierte sich nur. Daher grinste sie ihn frech an, entwand sich seinen Armen und ging vor ihm auf die Knie. Er stöhnte bei diesem Anblick. »Himmel, du siehst wunderschön aus!« Audrey lächelte, öffnete die Lippen und beugte sich ein kleines Stück vor. Aber sie nahm seinen Penis nicht in den Mund. Sie saß einfach nur da, wenige Zentimeter von ihm entfernt und hatte den Mund leicht geöffnet. Dann sah sie wartend zu ihm auf. »Verdammt, ist das heiß!« Reese schob eine Hand in ihr Haar, streichelte die zerzausten Locken und massierte ihre Kopfhaut. Aber er schob ihren Kopf nicht nach vorne, wie sie erwartet hatte. Stattdessen blickte er auf sie herab und dachte einige Sekunden lang nach. Dann drückte er mit seinen kräftigen Fingern gegen ihren Hinterkopf und schob sie mit sanfter Gewalt nach vorn. Ihre Lippen legten sich um seine Eichel und mit den Händen hielt sie sich an seinen Pobacken fest. Sie nahm die feuchte Eichel immer wieder kurz mit sanften Bewegungen in den Mund, um sie dann auf einmal fest einzusaugen und den Mund zusammenzupressen. Reese stöhnte zustimmend, bewegte sich jedoch nicht und stieß sich auch nicht tiefer in ihren Mund. Es war fast so, als würde er ihren Anblick ebenso wie das Gefühl genießen und es auskosten wollen. Sie freute sich darüber. Er zeigte ihr nur zu deutlich, wie sehr er es genoss, sie so zu sehen, und sie fühlte sich unglaublich sexy. Außerdem erregte es sie. Sie grub die Finger in seine festen Pobacken und genoss es, seine steinharten Muskeln zu spüren. »Himmel, er hatte so einen tollen Hintern!« Sie drückte ihn und ließ seine Eichel dann mit hörbarem Ploppen wieder aus ihrem Mund gleiten, um mit den Lippen darüber zu streichen. Als das Prä-Ejakulat ihre Lippen befeuchtete, weckte sie es ab und ließ dann ihre Zunge über seine Eichel schnellen. »So ist es gut«, stieß er heiser hervor und legte die Finger fester an ihren Hinterkopf. »Das ist wundervoll, Audrey! Nimm ihn wieder in den Mund!« Sie beugte sich vor, doch anstatt ihn wieder einzusaugen, strich sie mit der Zunge über seinen Penis und erkundete ihn. Sie umkreiste die Eichel mit der Zungenspitze und leckte daran. An der Unterseite befand sich eine dicke Vene, die sie mit der Zunge nachfuhr, um dann leicht den Penisansatz zu berühren und sich wieder der Eichel zuzuwenden. »Mmm«, seufzte er, und als sie aufsah, hatte er vor Wonne die Augen geschlossen. »Ich muss zugeben, dass ich erstaunt bin, wie gut die spröde, anständige kleine Audrey mit meinem Schwanz umgehen kann.« Sie legte eine Hand an den Penisansatz und drückte zu, während sie erneut über die Eichel leckte. »Hast du etwa gedacht, ich wäre noch Jungfrau?« Er kicherte und drückte die Finger fester in ihr Haar. Dabei drückte er sie jedoch nicht nach vorn, sondern hielt sie einfach nur fest. »Der Gedanke ist mir durchaus gekommen.« »Ich bin ganz und gar nicht jungfräulich«, erwiderte sie leise. »Vielleicht gefällt es mir einfach, wenn sich der Mann dafür anstrengen muss.« Sie legte an der Unterseite seines Glieds entlang. »Und dann sorge ich dafür, dass er auf seine Kosten kommt.« »Verdammt, das tust du allerdings!« Sie grinste und nahm ihn wieder weit in den Mund, um dann an ihm zu saugen. Sie nahm ihn so tief in sich auf, dass ihre Lippen die Hand berührten, mit der sie seinen Penisansatz umklammerte, ließ ihn dann wieder herausgleiten und nahm ihn erneut auf, dass sie ihn hinten an der Kehle spürte. Sie entspannte den Kiefer und saugte an ihm. »Mann, das fühlt sich unglaublich an!« Er bewegte ganz leicht ihren Kopf hin und her. »Du bist definitiv keine Jungfrau mehr. Daran besteht gar kein Zweifel.« Sie ließ ihm das Tempo vorgeben, saugte ihn bei jedem Stoß seiner Hüften tief in den Mund und reagierte auf den Druck seiner Hand. Ihre Erregung stieg immer weiter, daß eine reine Freude an dem, was sie mit ihm anstellte, sie heiß machte. Die meisten Männer erwarteten, dass man ihnen einblies, aber bei Reese war es beinahe so, als würde sie nicht nur seinen Penis, sondern auch seinen Verstand bearbeiten. Sie wusste ganz genau, was sie tun musste, um ihn verrückt zu machen. Und sie hatte noch ein weiteres Ass im Ärmel. Sie ließ ihn aus ihrem Mund gleiten und legte beide Hände um seinen Penis, als wäre er ein Baseballschläger, wobei sie den sanften Druck ignorierte, mit dem er sie dazu bringen wollte, ihn wieder ganz in den Mund zu nehmen. Stattdessen saugte sie nur an seiner Eichel und ließ die Zunge darüber schnellen. Dann begann sie zu summen. Sie spürte, wie er überrascht zusammenzuckte, aber sie hielt ihn fest und summte weiter. Es war kein Lied, sondern nur eine leise, wortlose Melodie, bei der ihre Kehle vibrierte. Sie wurde etwas lauter und umkreiste seine Eichel mit der Zunge. »Verdammt, das ist... Himmel, das ist gut!« Seine Hand kallte sich in ihr Haar. »Mach weiter! Hör nicht auf damit!« Das hatte sie auch nicht vor. Sie summte noch etwas lauter und pumpte sein Glied mit beiden Händen im selben Rhythmus. »Verdammt!« stieß er hervor und zuckte mit den Hüften, um dann zu erstarren. »Audrey, wenn du nicht aufhörst, dann komme ich...« Sie summte noch lauter und rieb ihn erneut. »Oh, verdammt!« Reese stieß sich in ihren Mund und übernahm die Kontrolle. Sie versuchte weiter zu summen, aber er stieß noch einmal fest in sie hinein und versteifte sich. Schon quoll sein Samen in ihren Mund und füllte ihn aus. Sie schluckte, während er seinen Penis zitternd aus ihrem Mund zog. Dann lehnte sie sich nach hinten und wischte sich den Mund ab. Schwer atmend stützte er sich auf den Holzstapel. Als er endlich wieder zu Atem gekommen war, sah er sie an und grinste schelmisch. »Verdammt! Du musst jetzt jeden Morgen hier rauskommen, wenn ich Holz hacke. Dann ist es wenigstens nicht mehr so langweilig.« Audrey stand auf und wischte sich die Mundwinkel trocken. »Gern geschehen«, sagte sie trocken. Er grinste, trat näher und legte erneut eine Hand an ihren Hinterkopf. Sie war überrascht, als er sich vorbeugte und sie grob küsste. »Ich danke dir.« Sie war schon wieder sehr erregt. Ihm einen zu blasen und ihn dann zu küssen, wirkte sich nicht gerade negativ auf ihre Libido aus. Tatsächlich war sie sogar geiler als jemals zuvor. Also, hauchte sie. »Heute Nacht?« Er sah sie mit loderndem Blick an. »Du bestimmst Zeit und Ort.« »Um Mitternacht«, erklärte sie. »Wir treffen uns am Steg und gehen in den Wald. »Bring Kondome mit.« »Du sorgst für die Decke«, sagte er. »Ich bring die Latte mit.« Sie stöhnte. »Was für ein blöder Witz.« »Ja, nach dem Sex fällt mir immer nur dummes Zeug ein. Tut mir leid.« Er gab ihr einen überraschend zärtlichen Kuss auf die Nasenspitze. »Jetzt kennst du mein großes Geheimnis.« »Ich verspreche, dass ich dich bei jeder Gelegenheit damit erpressen werde.« Versicherte sie ihm amüsiert und strich sich dann mit den Fingern durchs Haar, um es wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Er hielt ihre Hand fest. »Lass es für mich offen.« »Ich mag es, wenn es zerzaust und wild aussieht.« Sie wurde puterrot, ließ jedoch die Hand sinken. »Wie du willst.« »Auch heute Nacht.« Sie nickte und hatte bei den Gedanken wieder Schmetterlinge im Bauch. »Heute Nacht.« »Es würde ein sehr langer Tag werden.« »Mmm«, seufzte er, und als sie aufsah, hatte er vor Wonne die Augen geschlossen. »Ich muss zugeben, dass ich erstaunt bin, wie gut die spröde, anständige kleine Audrey mit meinem Schwanz umgehen kann.« Sie legte eine Hand an den Penisansatz und drückte zu, während sie erneut über die Eichel leckte. »Hast du etwa gedacht, ich wäre noch Jungfrau?« Er kicherte und drückte die Finger fester in ihr Haar. Dabei drückte er sie jedoch nicht nach vorn, sondern hielt sie einfach nur fest. »Der Gedanke ist mir durchaus gekommen.« »Ich bin ganz und gar nicht jungfräulich«, erwiderte sie leise. »Vielleicht gefällt es mir einfach, wenn sich der Mann dafür anstrengen muss.« Sie legte an der Unterseite seines Glieds entlang. »Und dann sorge ich dafür, dass er auf seine Kosten kommt.« »Verdammt, das tust du allerdings!« Sie grinste und nahm ihn wieder weit in den Mund, um dann an ihm zu saugen. Sie nahm ihn so tief in sich auf, dass ihre Lippen die Hand berührten, mit der sie seinen Penisansatz umklammerte, ließ ihn dann wieder herausgleiten und nahm ihn erneut auf, bis sie ihn hinten an der Kehle spürte. Sie entspannte den Kiefer und saugte an ihm. »Mann, das fühlt sich unglaublich an!« Er bewegte ganz leicht ihren Kopf hin und her. »Du bist definitiv keine Jungfrau mehr. Daran besteht gar kein Zweifel.« Sie ließ ihn das Tempo vorgeben, saugte ihn bei jedem Stoß seiner Hüften tief in den Mund und reagierte auf den Druck seiner Hand. Ihre Erregung stieg immer weiter, daß eine reine Freude an dem, was sie mit ihm anstellte, sie heiß machte. Die meisten Männer erwarteten, dass man ihnen einblies, aber bei Reese war es beinahe so, als würde sie nicht nur seinen Penis, sondern auch seinen Verstand bearbeiten. Sie wusste ganz genau, was sie tun musste, um ihn verrückt zu machen. Und sie hatte noch ein weiteres Ass im Ärmel. Sie ließ ihn aus ihrem Mund gleiten und legte beide Hände um seinen Penis, als wäre er ein Baseballschläger, wobei sie den sanften Druck ignorierte, mit dem er sie dazu bringen wollte, ihn wieder ganz in den Mund zu nehmen. Stattdessen saugte sie nur an seiner Eichel und ließ die Zunge darüber schnellen. Dann begann sie zu summen. Sie spürte, wie er überrascht zusammenzuckte, aber sie hielt ihn fest und summte weiter. Es war kein Lied, sondern nur eine leise, wortlose Melodie, bei der ihre Kehle vibrierte. Sie wurde etwas lauter und umkreiste seine Eichel mit der Zunge. »Verdammt, das ist... Himmel, das ist gut!« Seine Hand keilte sich in ihr Haar. »Mach weiter! Hör nicht auf damit!« Das hatte sie auch nicht vor. Sie summte noch etwas lauter und pumpte sein Glied mit beiden Händen im selben Rhythmus. »Verdammt!« stieß er hervor und zuckte mit den Hüften, um dann zu erstarren. »Audrey, wenn du nicht aufhörst, dann komme ich...« Sie summte noch lauter und rieb ihn erneut. »Oh, verdammt!« Reese stieß sich in ihren Mund und übernahm die Kontrolle. Sie versuchte weiter zu summen, aber er stieß noch einmal fest in sie hinein und versteifte sich. Schon quoll sein Samen in ihren Mund und füllte ihn aus. Sie schluckte, während er seinen Penis zitternd aus ihrem Mund zog. Dann lehnte sie sich nach hinten und wischte sich den Mund ab. Schwer atmend stützte er sich auf den Holzstapel. Als er endlich wieder zu Atem gekommen war, sah er sie an und grinste schelmisch. »Verdammt! Du musst jetzt jeden Morgen hier rauskommen, wenn ich Holz hacke. Dann ist es wenigstens nicht mehr so langweilig.« Audrey stand auf und wischte sich die Mundwinkel trocken. »Gern geschehen«, sagte sie trocken. Er grinste, trat näher und legte erneut eine Hand an ihren Hinterkopf. Sie war überrascht, als er sich vorbeugte und sie grob küßte. »Ich danke dir.« Sie war schon wieder sehr erregt. Ihm einen zu blasen und ihn dann zu küssen, wirkte sich nicht gerade negativ auf ihre Libido aus. Tatsächlich war sie sogar geiler als jemals zuvor. Also, hauchte sie. »Heute Nacht?« Er sah sie mit loderndem Blick an. »Du bestimmst Zeit und Ort.« »Um Mitternacht«, erklärte sie. »Wir treffen uns am Steg und gehen in den Wald. »Bring Kondome mit.« »Du sorgst für die Decke«, sagte er. »Ich bring die Latte mit.« Sie stöhnte. »Was für ein blöder Witz.« »Ja, nach dem Sex fällt mir immer nur dummes Zeug ein. Tut mir leid.« Er gab ihr einen überraschend zärtlichen Kuss auf die Nasenspitze. »Jetzt kennst du mein großes Geheimnis.« »Ich verspreche, dass ich dich bei jeder Gelegenheit damit erpressen werde.« Versicherte sie ihm amüsiert und strich sich dann mit den Fingern durchs Haar, um es wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Er hielt ihre Hand fest. »Lass es für mich offen. Ich mag es, wenn es zerzaust und wild aussieht.« Sie wurde puterrot, ließ jedoch die Hand sinken. »Wie du willst.« »Auch heute Nacht.« Sie nickte und hatte bei den Gedanken wieder Schmetterlinge im Bauch. »Heute Nacht.« Es würde ein sehr langer Tag werden. Sich in ihr Haar. »Mach weiter. Hör nicht auf damit.« Das hatte sie auch nicht vor. Sie summte noch etwas lauter und pumpte sein Glied mit beiden Händen im selben Rhythmus. »Verdammt!« stieß er hervor und zuckte mit den Hüften, um dann zu erstarren. »Audrey, wenn du nicht aufhörst, dann komme ich.« Sie summte noch lauter und rieb ihn erneut. »Och, verdammt!« Reese stieß sich in ihren Mund und übernahm die Kontrolle. Sie versuchte weiter zu summen, aber er stieß noch einmal fest in sie hinein und versteifte sich. Schon quoll sein Samen in ihren Mund und füllte ihn aus. Sie schluckte, während er seinen Penis zitternd aus ihrem Mund zog. Dann lehnte sie sich nach hinten und wischte sich den Mund ab. Schwer atmend stützte er sich auf den Holzstapel. Als er endlich wieder zu Atem gekommen war, sah er sie an und grinste schelmisch. »Verdammt! Du musst jetzt jeden Morgen hier rauskommen, wenn ich Holz hacke. Dann ist es wenigstens nicht mehr so langweilig.« Audrey stand auf und wischte sich die Mundwinkel trocken. »Gern geschehen«, sagte sie trocken. Er grinste, trat näher und legte erneut eine Hand an ihren Hinterkopf. Sie war überrascht, als er sich vorbeugte und sie grob küsste. »Ich danke dir.« Sie war schon wieder sehr erregt. Ihm einen zu blasen und ihn dann zu küssen, wirkte sich nicht gerade negativ auf ihre Libido aus. Tatsächlich war sie sogar geiler als jemals zuvor. Also, hauchte sie. Heute Nacht? Er sah sie mit loderndem Blick an. Du bestimmst Zeit und Ort. Um Mitternacht, erklärte sie. Wir treffen uns am Steg und gehen in den Wald. Bring Kondome mit. »Du sorgst für die Decke«, sagte er. »Ich bring die Latte mit.« Sie stöhnte. »Was für ein blöder Witz. Ja, nach dem Sex fällt mir immer nur dummes Zeug ein. Tut mir leid.« Er gab ihr einen überraschend zärtlichen Kuss auf die Nasenspitze. »Jetzt kennst du mein großes Geheimnis.« »Ich verspreche, dass ich dich bei jeder Gelegenheit damit erpressen werde.« Versicherte sie ihm amüsiert und strich sich dann mit den Fingern durchs Haar, um es wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Er hielt ihre Hand fest. »Lass es für mich offen. Ich mag es, wenn es zerzaust und wild aussieht. Sie wurde puterrot, ließ jedoch die Hand sinken. Wie du willst. Auch heute Nacht.« Sie nickte und hatte bei dem Gedanken wieder Schmetterlinge im Bauch. »Heute Nacht. Es würde ein sehr langer Tag werden.« »Ich danke dir.« Sie war schon wieder sehr erregt. Ihm einen zu blasen und ihn dann zu küssen, wirkte sich nicht gerade negativ auf ihre Libido aus. »Tatsächlich war sie sogar geiler als jemals zuvor.« »Also«, hauchte sie. »Heute Nacht?« Er sah sie mit loderndem Blick an. »Du bestimmst Zeit und Ort.« »Um Mitternacht«, erklärte sie. »Wir treffen uns am Steg und gehen in den Wald. Bring Kondome mit.« »Du sorgst für die Decke«, sagte er. »Ich bring die Latte mit.« Sie stöhnte. »Was für ein blöder Witz.« »Ja, nach dem Sex fällt mir immer nur dummes Zeug ein. Tut mir leid.« Er gab ihr einen überraschend zärtlichen Kuss auf die Nasenspitze. »Jetzt kennst du mein großes Geheimnis.« »Ich verspreche, dass ich dich bei jeder Gelegenheit damit erpressen werde.« Versicherte sie ihm amüsiert und strich sich dann mit den Fingern durchs Haar, um es wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Er hielt ihre Hand fest. »Lass es für mich offen. Ich mag es, wenn es zerzaust und wild aussieht.« Sie wurde puterrot, ließ jedoch die Hand sinken. »Wie du willst.« »Auch heute Nacht.« Sie nickte und hatte bei dem Gedanken wieder Schmetterlinge im Bauch. »Heute Nacht.« »Es würde ein sehr langer Tag werden.« Er gab ihr einen überraschend zärtlichen Kuss auf die Nasenspitze. »Jetzt kennst du mein großes Geheimnis.« »Ich verspreche, dass ich dich bei jeder Gelegenheit damit erpressen werde.« Versicherte sie ihm amüsiert und strich sich dann mit den Fingern durchs Haar, um es wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Er hielt ihre Hand fest. »Lass es für mich offen. Ich mag es, wenn es zerzaust und wild aussieht.« Sie wurde puterrot, ließ jedoch die Hand sinken. »Wie du willst.« »Auch heute Nacht.« Sie nickte und hatte bei den Gedanken wieder Schmetterlinge im Bauch. »Heute Nacht.« »Es würde ein sehr langer Tag werden.« »Offen. Ich mag es, wenn es zerzaust und wild aussieht.« Sie wurde puterrot, ließ jedoch die Hand sinken. »Wie du willst.« »Auch heute Nacht.« »Sie nickte und hatte bei den Gedanken wieder Schmetterlinge im Bauch.« »Heute Nacht.« »Es würde ein sehr langer Tag werden.« »Es würde ein sehr langer Tag werden.« »Es würde ein sehr langer Tag werden.« Der Tag verging wie in Zeitlupe. Zumindest kam es Audrey so vor. Sie gab sich die größte Mühe, ruhig, cool und gelassen zu bleiben, während ihre Gedanken sich förmlich überschlugen. Sie würde Sex haben. Mit Reese. Heute Nacht im Wald. Geheimen, schmutzigen Sex mit einem Mann, der Frauen wie Taschentücher benutzte und wegwarf. Aber sie war unglaublich aufgeregt. Trotzdem musste sie so tun, als wäre alles ganz normal, damit Kate und Daphne nicht mitbekamen, was eigentlich los war. Also putzte sie das Haus, da sie wusste, dass Daphne sich nicht darüber wundern würde. Audrey hatte es gern sauber und ordentlich, und ihre Wohnung war immer makellos. Daher räumte sie die Jagdhüte auf, um sich zu beschäftigen, und weil sie wusste, dass Daphne ihr dabei ganz bestimmt keine Hilfe anbieten würde. Sie schrubte die Küche und wischte die Böden. Dann räumte sie das Zimmer auf, das sie sich mit ihrer Schwester teilte. Sie putzte die Bäder und kümmerte sich um die Wäsche, denn in der Hütte gab es sogar eine kleine Waschmaschine und einen Trockner. Sie faltete die Wäsche zusammen und wischte Staub, während Daphne und Kate im Wohnzimmer Karten spielten und Reese auf einer Couch ein Nickerchen machte. Aber sie schlenderte auch absichtlich an Reese vorbei und stupste ihn fest genug an, damit er aufwachte. Schließlich musste sie ja weiterhin den Anschein erwecken, als wäre sie von ihm genervt. Doch tatsächlich erregte sie ihre gespielte Verärgerung immer mehr. Sie konnte nicht aufhören, an ihr kleines Intermezzo vor dem Holzstapel zu denken, an die Art, wie er in ihr Haar gefasst und seinen Penis in ihren Mund geschoben hatte, während sie seine Pobacken umklammerte. Wie seine Lippen über ihre geglitten waren, während seine Finger in die Feuchtigkeit zwischen ihren Beinen getaucht waren, ihre Klitoris gerieben und sie wild gemacht hatten. Kein Wunder, dass Reese bei den Frauen so beliebt war. Er war ein sehr aufmerksamer Liebhaber. Er schien fasziniert von dem zu sein, was sie erregte, ohne dabei selbst zu kurz zu kommen. Das gefiel ihr. Sie hatte schon einige Männer im Bett gehabt, und nur wenige hatten es wirklich darauf angelegt, dass auch sie auf ihre Kosten kam. Die meisten Männer wollten nur wissen, was sie tun mussten, damit sie ihr Höschen auszog, und sobald das erst einmal passiert war, interessierte es sie nicht weiter, ob Audrey ebenfalls einen Höhepunkt hatte. Daher hatte sie gelernt, im Bett etwas aggressiver vorzugehen, da sie wusste, dass sie nur so ebenfalls Befriedigung finden würde. Meistens hatte das gut funktioniert. Reese schien es jedenfalls zu gefallen. Als sie nichts mehr zu waschen fand, zog sie die Betten ab, wusch das Bettzeug und beschäftigte sich damit. Daphne verdrehte nur die Augen über Audreys Geschäftigkeit. Sie hatte eine Zigarette im Mundwinkel hängen und betrachtete ihre Karten. Audrey hätte schwören können, dass Reese grinste, als sie mit einem Laken an ihm vorbeiging, und sie hatte den Raum schnell verlassen müssen, weil sie rot anlief. Manchmal waren ihr ihre Gefühle einfach zu eindeutig anzusehen. Danach bereitete sie zum Abendessen Sandwiches zu, da sie noch immer so tat, als wäre sie die Köchin in ihrem kleinen Domizil. Dann ging sie nach oben, um ausgiebig zu duschen. Sie wollte bei ihrem Rendezvous an diesem Abend gut duften. Audrey bediente sich an Daphnes teuren Seifen und Shampoos und rasierte sich die Beine und die Achselhöhlen. Einen Augenblick lang starrte sie ihren Venushügel an. Würde es Reese schockieren, wenn sie dort auf einmal keine Haare mehr hatte? Nachdenklich betrachtete sie den Rasierer, verwarf den Gedanken dann jedoch wieder. Sie wollte sich nicht für einen Mann verändern, nur um ihn zu beeindrucken. Sie ging in das Zimmer, das sie sich mit Daphne teilte, und legte sich aufs Bett, um einen ihrer Liebesromane zu lesen, und sich die Finger und Fußnägel blassrosa zu lackieren. Die Decke, die sie an diesem Abend mitnehmen wollte, verstaute sie schon mal unter dem Bett, und dann zog sie einen BH und einen Slip an, die zueinander passten, und bedauerte es, keine heißen Dessous mitgebracht zu haben. Verdammt! Sie besaß nicht mal welche. Schließlich wurde es dunkel, und gegen zehn zogen sich alle auf ihre Zimmer zurück. Daphne plauderte noch mit Audrey, als die Schwestern zu Bett gingen, und sie wirkte deutlich lebhafter als in den letzten Tagen. Ihr schreckliches Zittern war vergangen, und ihr war auch nicht mehr übel. Sie war blass, aber nicht mehr so kränklich grün, was Audrey große Sorgen bereitet hatte. Zwar rauchte sie noch wie ein Schlot, aber das war okay. Das Rauchen konnte man schließlich deutlich einfacher aufgeben als Kokain oder Xanax. Dank Kates sorgfältiger Planung und seiner wiederholten Gespräche mit seinem Hausarzt nahm Daphne inzwischen nur noch eine halbe Tablette am Tag und wurde sie bald ganz absetzen können. Audrey freute sich sehr darüber, dass sie so große Fortschritte machte, allerdings befürchtete sie auch, dass Daphne rückfällig werden könnte, sobald sie zurück in Los Angeles und auf sich allein gestellt war. Was würde passieren, wenn sie ihren hektischen Lebensstil wieder aufnahm? Ihre Zwillingsschwester machte nicht gerade den Eindruck, als wäre sie ein anderer Mensch geworden. Aber darüber durfte sie jetzt nicht zu lange nachdenken. Sie ging ins Bett und Audrey lag neben ihrer Schwester und versuchte, ruhig und gleichmäßig zu atmen. Dabei schlug ihr Herz eigentlich wie wild und ihre Gedanken rasten. Sie würde mit Reese Durham schlafen. Diese Vorstellung allein reichte aus, um ihren ganzen Körper vor Vorfreude kribbeln zu lassen. Sie wurde sogar schon feucht, wenn sie nur daran dachte, was im Verlauf der Nacht noch alles passieren würde. Im Lauf des Tages hatte sie sich das Ganze bereits ein Dutzend Mal vorgestellt. Reese würde sie gegen einen Baum drücken und ficken. Reese legte sie auf die Decke und liebte sie herrlich langsam. Reese nahm sie von hinten. Sie lag umgedreht auf Reese, damit sie sich gegenseitig oral befriedigen konnten. Gut, das half ihr nicht gerade dabei, ihren Herzschlag zu beruhigen. Audrey verschränkte die Finger auf der Brust und tat so, als würde sie schlafen, während sie sich nur zu deutlich bewusst war, dass ihre Schwester neben ihr lag. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis Stephanie endlich ruhig atmete und schließlich leise schnarchte. Audrey lag da und wartete, bis Stephanie tief und fest schlief. Dabei warf sie hin und wieder einen Blick auf die Uhr und wartete darauf, dass es Mitternacht wurde. 22.30 Uhr 23.00 Uhr 23.15 Uhr 23.20 Uhr Großer Gott, Audrey wurde ganz zappelig, während sie die Uhr anstarrte. Die Zeit schien immer langsamer zu werden, nur um dann wieder schneller zu vergehen. 23.45 Uhr 23.59 Uhr 24.00 Uhr Es war Mitternacht. Zeit zu gehen. 24.00 Uhr Sie schluckte schwer, war auf einmal nervös und drehte sich zu Daphne um. Ihre Schwester lag schon fast an der Bettkante, hatte sich in ihre Bettdecke eingewickelt und umklammerte ihr Kissen. Sie schlief und atmete gleichmäßig. Gut. Ganz langsam rutschte Audrey unter der Decke hervor und rollte sich seitlich vom Bett, wobei ihre Muskeln protestierten. Dann holte sie leise die Decke unter dem Bett hervor, die sie bereitgelegt hatte, und zog eine Kapuzenjacke über ihren Schlafanzug. Mit der Decke unter dem Arm schlich sie aus dem Zimmer und kam sich vor wie ein ungezogener Teenager, der sich rausschlich, um sich mit ihrem Freund zu treffen und verbotenerweise mit ihm zu schlafen. Nur, dass sie das als Teenager nie getan hatte. Vielmehr hatte sie immer Daphne Rückendeckung gegeben. Aber sie war nicht ungezogen, versicherte sie sich, als sie die Tür hinter sich zuzog und auf Zehenspitzen die Treppe herunterging. Im Wohnzimmer war niemand, also ging sie nach draußen und schloss auch diese Tür so leise, als hätte sie sich schon sehr oft rausgeschlichen, um sich mit Männern zu treffen. Audrey ging durch die ruhige, kühle Nacht zum Steg hinunter. Alles war still, fast schon zu still. Dadurch schienen ihre Gedanken noch viel lauter zu sein. Sie sagte sich noch einmal, dass sie nichts Falsches tat. Es war eher so, als würde sie einem Bedürfnis nachkommen. Niemand wurde je erfahren, dass sie mit Reese geschlafen hatte. Sie wurde ihn endlich vergessen und wieder zu ihrer traurigen, endlosen Vernahrtheit in Kate zurückkehren können. Seltsamerweise hatte sie daran kaum mehr gedacht, obwohl sie sich doch mit ihm hier in der Jagdhütte aufhielt. Sie runzelte die Stirn und strich über die Decke. Entscheinend war sie zu abgelenkt gewesen. Zuerst durch die Tatsache, dass ihre Schwester hier war und Probleme hatte, und jetzt dadurch, dass Reese ständig mit ihr flirtete und sie herausforderte. Sie hatte bei weitem nicht so viel Zeit mit Kate verbracht, wie sie gehofft hatte. Dennoch war dies ein Wiedersehen, und sie glaubte, dass sie sich näher sein würden als zuvor, wenn sie in ihr normales Leben zurückkehrten. Und das war doch gut. Nur, dass sie dann mit seinem besten Freund geschlafen hätte. Kate hatte sie ja sogar schon beim Nacktbaden mit Reese erwischt. Das würde er wohl kaum wieder vergessen. Ihr wurde flau im Magen. Würde ihre Affäre mit Reese ihre Chancen bei Kate auf Dauer zunichte machen? Wollte sie das wirklich? Sie zögerte und sah sich in der Dunkelheit um, während sie auf Reese wartete. Den Playboy. Den Mann, der die Frau nur benutzte. Den Mann, der absolut, vollkommen und in jeder Hinsicht falsch für sie war, während Kate perfekt zu ihr passte. Vielleicht war es doch ein Fehler. Sie sollte sofort umkehren und wieder ins Bett gehen, ihn sitzen lassen und so tun, als wäre überhaupt nichts passiert. Sie hatte sich schon fast dazu durchgerungen, genau das zu tun, als eines der Bretter hinter ihr knarrte und sich ein warmer Körper gegen ihren Rücken drückte. Eine Hand kam nach vorn und legte sich auf eine ihrer prallen Brüste und erstreichelte ihre Brustwarze durch den Stoff mit dem Daumen. »Hey, sexy!«, flüsterte ihr Reese ins Ohr und fuhr dann mit der Zunge ihre Ohrmuschel nach, während sein Daumen einen Kreis um ihre längst steife Brustwarze beschrieb. »Also bin ich froh, dich zu sehen.« Da war es um ihre Entschlossenheit geschehen. Audrey wurde schwach, dehnte sich an ihn und stieß ein leises Wimmern aus, während ihr am ganzen Körper warm wurde. Himmel, er wusste wirklich, wie er sie berühren musste, um ihre Knochen in Brei zu verwandeln. Sie drehte sich zu ihm um und bemerkte, dass er wieder ein altes Fitness-T-Shirt und die Schlafanzughose trug. »Hatte Kate denn keine anständigen Klamotten dabei, die er Reese leihen konnte?« »Lass uns von hier verschwinden,« raunte er in ihrem Haar und strich mit den Lippen über ihr Ohr. »Und uns ein Plätzchen suchen, wo wir unsere Ruhe haben, ja?« Sie nickte und hatte jeden Gedanken an seine Kleidung vergessen, als er ihr eine Hand in den Rücken legte und sie vom Steg führte. Sie würde das durchziehen. Sie war bereit dazu. Scheiß auf die Konsequenzen. Sie brauchte diese Nacht mit Reese, um ihn vergessen zu können. Er war wie ein Summen unter ihrer Haut, immer da, wie ein Juckreiz, der einfach nicht vergehen wollte. Er machte sie verrückt und brachte sie um den Verstand. Nach der heutigen Nacht wäre es damit vorbei, hoffte sie zumindest. Seine Hand auf ihrem Rücken war wie ein Brandmal auf ihrer Haut, und ihr Körper war sich dieser unbedeutenden, höflichen Berührung überaus bewusst. Er führte sie in den Wald und von der Hütte weg. Sie ließen den See hinter sich und gingen immer weiter, bis sie den Nachthimmel über sich nicht mehr sehen konnte, weil die Bäume so dicht standen und es um sie herum immer dunkler wurde. »Weißt du, wo wir hingehen?«, wollte sie irgendwann wissen. »Ja«, bestätigte er, »ich kenne da eine perfekte Stelle.« »Es ist nicht mehr weit.« »Ist es da auch sicher?« »Was ist mit Bären, Wildkatzen und anderen Tieren?« An so etwas hatte Audrey gar nicht gedacht, als sie den Wald vorgeschlagen hatte, aber jetzt, wo es um sie herum so dunkel wurde und die Bäume so dicht standen, kam es ihr auf einmal in den Sinn. Sie hörte ihn leise lachen. »Wir werden viel zu viel Lärm machen, mach dir keine Sorgen. Du willst doch nicht, dass Kate uns wieder stört, oder?« »Bloß nicht«, hauchte sie und ärgerte sich darüber, dass er sie daran erinnert hatte. Wieso hatte er ihn erwähnen müssen? Aber sie bekam keine Gelegenheit, ihn danach zu fragen. »Da wären wir«, sagte Reese und deutete nach vorn. Sie musste zugeben, dass sie im Dunkeln kaum etwas erkennen konnte. Da waren zwei Bäume eng miteinander verwachsen und bildeten eine Art Wiege zwischen ihren Wurzeln am Boden. Aber das war es auch schon. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Was ist das? »Diese Bäume sind perfekt für uns, meine grummelige kleine Wildkatze. Sie schützen uns vor dem Wind und die Äste hängen so tief, dass wir hochklettern können, falls wir ungebeten einen Besuch bekommen.« Sie erstarrte. »Ich dachte, wir wären hier sicher.« »Das sind wir auch, aber mein Hintern sieht nackt einfach umwerfend aus, und man weiß ja nie.« Sie sah in der Dunkelheit seine Zähne aufblitzen, als er grinste. »Außerdem habe ich dort vorhin ein paar Sachen versteckt.« »Wirklich?« Sie hatte gar nicht gemerkt, dass er das Haus verlassen hatte. »Was denn?« Er nahm ihr die Decke ab und breitete sie aus. »Das wirst du schon sehen.« »Was hast du versteckt?« fragte sie noch einmal nach. »Ich stehe nicht auf Peitschen und solche Sachen, falls du so etwas meinst.« »Das ist nichts für mich.« Außerdem machte sie der Gedanke an Reese mit einer Peitsche in der Hand, die er womöglich auch bei Camilla einsetzte, ganz unruhig. Die Eifersucht, die in ihr aufloderte, war fast schon peinlich. »Beruhige dich, Audrey«, sagte Reese, der leicht verärgert klang und die Decke zwischen die Baumwurzeln legte. »Da ist nicht seltsames Versteck, Miss Ethepetete. Nur Kondome, Wasserflaschen und solche Sachen, großer Gott.« »Oh«, jetzt kam sie sich töricht vor. »Nenn mich nicht Miss Ethepetete.« »Miss Ethepetete«, neckte er sie spöttisch und drehte sich zu ihr um. Er verschränkte die Arme vor der Brust, als würde er mit einem Angriff rechnen. »Du bist Miss Ethepetete. Du hast sogar die Haare wieder hochgesteckt. Hatte ich dich nicht gebeten, sie offen zu tragen?« Sie trug an diesem Abend einen Pferdeschwanz. »War das auch schon falsch?« »Das gab ihm noch lange nicht das Recht, sie zu beleidigen.« Sie schubste ihn verärgert. »Hör auf damit, Reese, du bist ein Blödmann!« »Und du bist schon wieder Miss Saubermann.« »Den mag ich ehrlich gesagt nicht besonders.« »Was ist aus der wilden Rothaarigen geworden, die mich heute Morgen am Holzvorrat vernascht hat?« Sie presste die Lippen aufeinander. »Ich bin nicht deine Barbie-Puppe.« »Ich werde mein Haar nicht auf eine bestimmte Weise tragen, nur damit du einen Steifen kriegst.« »Ach, und ich dachte, das wäre genau das, was du von mir erwartest.« »Heute Morgen sah es auf jeden Fall ganz danach aus, erinnerst du dich?« »Du hattest den Mund geöffnet und konntest es kaum erwarten, dass ich in dir reinstecke, und...« Sie wurde wütend und packte ihn vorne am Shirt, weil sie ihn am liebsten durchgeschüttelt hätte, da er sich wie ein Blödmann verhielt. »Warum tat er das?« »Es war fast so, als würde er sie absichtlich ärgern.« »Und je mehr er sagte, desto wütender wurde sie.« »Daher tat sie das Einzige, was ihr einfiel, um ihn zum Schweigen zu bringen.« Sie küsste ihn wild. Das funktionierte. In dem Augenblick, in dem sie die Lippen heftig auf seine drückte, verstummte der Strom aus irritierenden Bemerkungen. Auf einmal lagen seine Hände auf ihren Schultern, und er zog sie an sich, während der Kuss immer heißer und wilder wurde. Ihre Lippen pressten sich ungestüm aufeinander, als wollten sie sich gegenseitig auffressen. Der Kuss war eine Kombination aus Bestrafung und Wildheit, und ihr Körper vibrierte förmlich, als seine Zunge ihre berührte. Sie fing seine Zunge mit den Lippen und saugte an der Zungenspitze, dann ließ sie ihre Zunge darum schnellen und entlockte ihm damit an lustvolles Stöhnen. Irgendwie hatte sich all die Wut in eine Art Wettkampf verwandelt, und jetzt wollte sie ihn nur noch wild machen. Er sollte ebenso willenlos und verrückt werden, wie sie es längst war. Also küsste Audrey ihn noch aggressiver, saugte an seiner Zunge und ließ sie dann wieder los. Dann sog sie seine Unterlippe in den Mund und biss leicht darauf, während sie mit den Fingernägeln vorn an seinem Shirt herunterfuhr. Reese stöhnte wieder, dieses Mal lauter, und sie spürte, wie er seine Finger auf ihren Schultern verspannte. Aber er bewegte sich nicht, sondern überließ ihr die Führung. Tja, sie würde ihm schon zeigen, dass sie damit kein Problem hatte. Ihre Hände zerrten an seinem Shirt, und sie versuchte, es ihm herunterzureißen, ohne den innigen, wilden Kuss zu unterbrechen. Sie übernahm das Kommando und bewegte ihre Zunge immer aggressiver, wobei sie alle Gefühle, die sich den ganzen Tag über in ihr angestaut hatten, herausließ. Sie hatte sich ihr Teifen im Laufe des Tages so oft ausgemalt, aber fast immer war es in ihrer Fantasie auf langsamen, liebevollen und romantischen Sex hinausgelaufen. Eine genüssliche Erkundung ihrer Körper. Die Realität sah jedoch ganz anders aus. Sie brauchte es, und es musste grob, hart und sofort sein, und genau das zeigte sie ihm. Reese hob die Arme, damit sie ihm das T-Shirt über den Kopf ziehen konnte, aber es war zu eng und ließ sich nicht schnell genug ausziehen. Als sie den Stoff reißen hörte, hielt sie kurz inne und unterbrach den Kuss, um das Loch am Kragen anzustarren. Dann riss sie weiter daran, denn der Gedanke, diesem Mann das T-Shirt vom Leib zu reißen, erregte sie, und sie zerfetzte das Kleidungsstück. Er stöhnte, griff nach ihrem Pferdeschwanz und löste ihn. »Wirst du das mit all meinen Klamotten machen, Süße?« »Sei still, Reese!«, sagte sie und warf das ruinierte T-Shirt beiseite. »Hier wird nicht geredet!« Sie strich mit den Händen über seinen flachen Bauch und bewunderte seine festen Muskeln. Er fühlte sich so gut an. Seine Brustwarzen waren flach und hart, und als sie neugierig mit den Fingerspitzen darüber strich, zischte er. Sie beugte sich vor und biss in eine. Er keuchte überrascht und schob die Hände in ihr Haar, um ihren Kopf festzuhalten, als wollte er sie auffordern, ihn noch einmal zu beißen. Also tat sie es und nahm den harten kleinen Knubbel zwischen die Zähne, um vorsichtig zuzubeißen und dann sofort darüber zu lecken. Währenddessen wanderten ihre Hände zu seiner Hose, und sie löste die verknotete Kordel, sodass der Stoff an seinen Beinen herunterrutschte und sein Penis heraussprang. Wieder trug er keine Unterwäsche. Sie fragte sich, ob Reese überhaupt welche besaß. Aber eigentlich war es ihr egal. Sie drückte einen Kuss auf seinen Bauch und schob dann die Hose ganz herunter. »Hinlegen!«, verlangte sie. Er legte sich, ohne zu protestieren, auf die Decke. Sie zerrte an ihrer Schlafanzughose, die sie gar nicht schnell genug ausziehen konnte, und streifte sie dann ebenso ab wie ihr Höschen, während sie das Knistern eines Kondoms hörte. Als sie sich zu ihm umdrehte, klopfte er neben sich auf die Decke. Aber sie hatte nicht die geringste Absicht, sich neben ihn zu legen und ihm wieder die Führung zu überlassen. Weit gefehlt. In ihr brannte noch immer eine heiße Mischung aus Zorn und Verlangen, und das bedeutete, dass sie weiterhin die Kontrolle behalten würde. Sie ignorierte, dass sie nur unten herum nackt, am Oberkörper aber noch bekleidet war, ging zur Decke und drückte seine Schulter nach hinten, bis er auf dem Rücken lag. Dann setzte sie sich rittlings auf ihn und legte sich auf seinen Bauch, um amüsiert mit anzusehen, wie er in der Dunkelheit die Augen aufriss. »Willst du mich reiten, kleine Wildkatze?« Seine Stimme war nur noch ein raues, zufriedenes Flüstern. Audrey gab ihm keine Antwort. Sie bewegte einfach die Hüften auf seinem Bauch und genoss seinen gedämpften Wonnelaut. Er legte die Hände auf ihre nackten Oberschenkel und drückte sie an sich. Sie beugte sich vor und gab ihm noch einen wilden Kuss, drückte die Lippen auf seine und ließ ihr aufgestautes Verlangen frei. Und als sie beide vor Lust keuchten, hob sie die Hüften, packte seinen Penis und führte ihn an ihre Öffnung, um sich dann langsam herabzulassen, bis sie ihn ganz in sich aufgenommen hatte. Daraufhin seufzte sie lustvoll. »Verdammt, Audrey, du fühlst dich so gut an!« Er umklammerte ihre Oberschenkel. »Irgendwie gefällt es mir, wenn du so herrisch und wütend bist.« Er wollte sie herrisch und wütend? Sie kratzte mit den Fingernägeln über eine seiner Brustwarzen und verschob ein wenig die Hüften. Doch das daraus resultierende Gefühl trieb sie beinahe in den Wahnsinn. Er war so groß und füllte sie derart aus, dass er ihre Nervenenden perfekt berührte und alle Sehnsucht stillte, die sie den ganzen Tag empfunden hat. Sie musste es jetzt tun, und zwar auf der Stelle. Also bewegte sie sich vorsichtig und versuchte, einen Rhythmus zu finden. Das gelang ihr erstaunlich schnell, obwohl sie bisher so gut wie nie oben gesessen hatte. Normalerweise schämte sie sich für ihre großen Brüste, die beim Sex immer so aneinander klatschten. Aber im Moment waren sie nicht nackt, und sie war ohnehin viel zu erregt, um überhaupt an so etwas zu denken. Sie bewegte sich auf ihm, stemmte sich hoch und ließ sich dann wieder sinken, bis er ganz in sie eingedrungen war. Er reagierte darauf, indem er seine Hüften bewegte und sich auf sie einstellte, sodass sie noch heftiger gegeneinander stießen. Schon bald wurden ihre Stöße rauer und wilder, während sie sich aneinander rieben. In ihr begann ein Feuer zu lodern, und sie begriff, dass sich ihr Orgasmus aufbaute. Doch sie wusste, dass sie ohne orale Stimulation nur einen kurzen, flüchtigen Höhepunkt haben würde. Daher schloss sie die Augen, stemmte die Hände auf seine Brust und bewegte sich bewusster, um ihn herbeizuführen. Sie war sich Reese's kaum noch bewusst, sondern verlor sich in der Jagd nach ihrer Lust, während sie ihn ritt. Die Grobheit schien ihren Körper noch empfindlicher zu machen, und sie wurde auf ihm immer wilder und vergaß sich völlig. Mit jedem heftigen Zusammenprall kam sie ihrem Orgasmus näher. Und dann kam sie, zuckte am ganzen Körper und presste sich um Reese's Penis herum zusammen. Sie schrie überrascht auf, weil es sich so gut anfühlte, sich ihre Scheideverlust zusammenzog und sich ihre Oberschenkel verkrampften. Sie verlor den Rhythmus, aber das war egal. Reese hielt sie fest, und seine Bewegungen unter ihr wurden heftiger. Er stieß sich in sie hinein und grunzte bei jedem harten, heftigen Stoß, während sie selbst in ihrem tosenden Höhepunkt aufging. Dann fluchte er und versteifte sich, und sie spürte, wie er ebenfalls kam. Seine Hüften bebten und sein ganzer Körper zuckte. Sie brach auf seiner Brust zusammen, schwer atmend und höchst zufrieden mit sich. Soeben hatte sie einen Mann benutzt, und es hatte sich großartig angefühlt. Perfekte Stelle. Es ist nicht mehr weit. Ist es da auch sicher? Was ist mit Bären, Wildkatzen und anderen Tieren? An so etwas hatte Audrey gar nicht gedacht, als sie den Wald vorgeschlagen hatte. Aber jetzt, wo es um sie herum so dunkel wurde und die Bäume so dicht standen, kam es ihr auf einmal in den Sinn. Sie hörte ihn leise lachen. Wir werden viel zu viel Lärm machen, mach dir keine Sorgen. Du willst doch nicht, dass Kate uns wieder stört, oder? Bloß nicht, hauchte sie, und ärgerte sich darüber, dass er sie daran erinnert hatte. Wieso hatte er ihn erwähnen müssen? Aber sie bekam keine Gelegenheit, ihn danach zu fragen. Da wären wir, sagte Reese und deutete nach vorn. Sie musste zugeben, dass sie im Dunkeln kaum etwas erkennen konnte. Da waren zwei Bäume eng miteinander verwachsen und bildeten eine Art Wiege zwischen ihren Wurzeln am Boden. Aber das war es auch schon. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Was ist das? Diese Bäume sind perfekt für uns, meine grummelige kleine Wildkatze. Sie schützen uns vor dem Wind, und die Äste hängen so tief, dass wir hochklettern können, falls wir ungebeten einen Besuch bekommen. Sie erstarrte. Ich dachte, wir wären hier sicher. Das sind wir auch, aber mein Hintern sieht nackt einfach umwerfend aus, und man weiß ja nie. Sie sah in der Dunkelheit seine Zähne aufblitzen, als er grinste. Außerdem habe ich dort vorhin ein paar Sachen versteckt. Wirklich? Sie hatte gar nicht gemerkt, dass er das Haus verlassen hatte. Was denn? Er nahm ihr die Decke ab und breitete sie aus. Das wirst du schon sehen. Was hast du versteckt? fragte sie noch einmal nach. Ich stehe nicht auf Peitschen und solche Sachen, falls du so etwas meinst. Das ist nichts für mich. Außerdem machte sie der Gedanke an Reese mit einer Peitsche in der Hand, die er womöglich auch bei Camilla einsetzte, ganz unruhig. Die Eifersucht, die in ihr aufloderte, war fast schon peinlich. Beruhige dich, Audrey, sagte Reese, der leicht verärgert klang und die Decke zwischen die Baumwurzeln legte. Da ist nicht seltsames Versteck, Miss Ethepetete. Nur Kondome, Wasserflaschen und solche Sachen, großer Gott. Oh, jetzt kam sie sich töricht vor. Nenn mich nicht Miss Ethepetete. Miss Ethepetete, neckte er sie spöttisch und drehte sich zu ihr um. Er verschränkte die Arme vor der Brust, als würde er mit einem Angriff rechnen. Du bist Miss Ethepetete. Du hast sogar die Haare wieder hochgesteckt. Hatte ich dich nicht gebeten, sie offen zu tragen? Sie trug an diesem Abend einen Pferdeschwanz. War das auch schon falsch? Das gab ihm noch lange nicht das Recht, sie zu beleidigen. Sie schubste ihn verärgert. Hör auf damit, Reese, du bist ein Blödmann. Und du bist schon wieder Miss Saubermann. Den mag ich ehrlich gesagt nicht besonders. Was ist aus der wilden Rothaarigen geworden, die mich heute Morgen am Holzvorrat vernascht hat? Sie presste die Lippen aufeinander. Ich bin nicht deine Barbie-Puppe. Ich werde mein Haar nicht auf eine bestimmte Weise tragen, nur damit du einen Steifen kriegst. Ach, und ich dachte, das wäre genau das, was du von mir erwartest. Heute Morgen sah es auf jeden Fall ganz danach aus, erinnerst du dich? Du hattest den Mund geöffnet und konntest es kaum erwarten, dass ich in die Reihen stecke und... Sie wurde wütend und packte ihn vorne am Shirt, weil sie ihn am liebsten durchgeschüttelt hätte, da er sich wie ein Blödmann verhielt. Warum tat er das? Es war fast so, als würde er sie absichtlich ärgern. Und je mehr er sagte, desto wütender wurde sie. Daher tat sie das Einzige, was ihr einfiel, um ihn zum Schweigen zu bringen. Sie küsste ihn wild. Das funktionierte. In dem Augenblick, in dem sie die Lippen heftig auf seine drückte, verstummte der Strom aus irritierenden Bemerkungen. Auf einmal lagen seine Hände auf ihren Schultern und erzog sie an sich, während der Kuss immer heißer und wilder wurde. Ihre Lippen pressten sich ungestüm aufeinander, als wollten sie sich gegenseitig aufreißen. Der Kuss war eine Kombination aus Bestrafung und Wildheit, und ihr Körper vibrierte förmlich, als seine Zunge ihre berührte. Sie fing seine Zunge mit den Lippen und saugte an der Zungenspitze, dann ließ sie ihre Zunge darum schnellen und entlockte ihm damit an lustvolles Stöhnen. Irgendwie hatte sich all die Wut in eine Art Wettkampf verwandelt, und jetzt wollte sie ihn nur noch wild machen. Er sollte ebenso willenlos und verrückt werden, wie sie es längst war. Also küsste Audrey ihn noch aggressiver, saugte an seiner Zunge und ließ sie dann wieder los. Dann sog sie seine Unterlippe in den Mund und biss leicht darauf, während sie mit den Fingernägeln vorn an seinem Shirt herunterfuhr. Reese stöhnte wieder, dieses Mal lauter, und sie spürte, wie er seine Finger auf ihren Schultern verspannte. Aber er bewegte sich nicht, sondern überließ ihr die Führung. Tja, sie würde ihm schon zeigen, dass sie damit kein Problem hatte. Ihre Hände zerrten an seinem Shirt, und sie versuchte, es ihm herunterzureißen, ohne den innigen, wilden Kuss zu unterbrechen. Sie übernahm das Kommando und bewegte ihre Zunge immer aggressiver, wobei sie alle Gefühle, die sich den ganzen Tag über in ihr angestaut hatten, herausließ. Sie hatte sich ihr Teifen im Laufe des Tages so oft ausgemalt, aber fast immer war es in ihrer Fantasie auf langsamen, liebevollen und romantischen Sex hinausgelaufen. Eine genüssliche Erkundung ihrer Körper. Die Realität sah jedoch ganz anders aus. Sie brauchte es, und es musste grob, hart und sofort sein, und genau das zeigte sie ihm. Reese hob die Arme, damit sie ihm das T-Shirt über den Kopf ziehen konnte, aber es war zu eng und ließ sich nicht schnell genug ausziehen. Als sie den Stoff reißen hörte, hielt sie kurz inne und unterbrach den Kuss, um das Loch am Kragen anzustarren. Dann riss sie weiter daran, denn der Gedanke, diesem Mann das T-Shirt vom Leib zu reißen, erregte sie, und sie zerfetzte das Kleidungsstück. Er stöhnte, griff nach ihrem Pferdeschwanz und löste ihn. »Hörst du das mit all meinen Klamotten machen, Süße?« »Sei still, Reese«, sagte sie und warf das ruinierte T-Shirt beiseite. »Hier wird nicht geredet!« Sie strich mit den Händen über seinen flachen Bauch und bewunderte seine festen Muskeln. Er fühlte sich so gut an. Seine Brustwarzen waren flach und hart, und als sie neugierig mit den Fingerspitzen darüber strich, zischte er. Sie beugte sich vor und biss in eine. Er keuchte überrascht und schob die Hände in ihr Haar, um ihren Kopf festzuhalten, als wollte er sie auffordern, ihn noch einmal zu beißen. Also tat sie es und nahm den harten kleinen Knubbel zwischen die Zähne, um vorsichtig zuzubeißen und dann sofort darüber zu lecken. Währenddessen wanderten ihre Hände zu seiner Hose, und sie löste die verknotete Kordel, sodass der Stoff an seinen Beinen herunterrutschte und sein Penis heraussprang. Wieder trug er keine Unterwäsche. Sie fragte sich, ob Reese überhaupt welche besaß. Aber eigentlich war es ihr egal. Sie drückte einen Kuss auf seinen Bauch und schob dann die Hose ganz herunter. »Hinlegen«, verlangte sie. Er legte sich, ohne zu protestieren, auf die Decke. Sie zerrte an ihrer Schlafanzughose, die sie gar nicht schnell genug ausziehen konnte, und streifte sie dann ebenso ab wie ihr Höschen, während sie das Knistern eines Kondoms hörte. Als sie sich zu ihm umdrehte, klopfte er neben sich auf die Decke. Aber sie hatte nicht die geringste Absicht, sich neben ihn zu legen und ihm wieder die Führung zu überlassen. Weit gefehlt. In ihr brannte noch immer eine heiße Mischung aus Zorn und Verlangen, und das bedeutete, dass sie weiterhin die Kontrolle behalten würde. Sie ignorierte, dass sie nur unten herum nackt, am Oberkörper aber noch bekleidet war, ging zur Decke und drückte seine Schulter nach hinten, bis er auf dem Rücken lag. Dann setzte sie sich rittlings auf ihn und legte sich auf seinen Bauch, um amüsiert mit anzusehen, wie er in der Dunkelheit die Augen aufriss. »Willst du mich reiten, kleine Wildkatze?« Seine Stimme war nur noch ein raues, zufriedenes Flüstern. Audrey gab ihm keine Antwort. Sie bewegte einfach die Hüften auf seinem Bauch und genoss seinen gedämpften Wonnelaut. Er legte die Hände auf ihre nackten Oberschenkel und drückte sie an sich. Sie beugte sich vor und gab ihm noch einen wilden Kuss, drückte die Lippen auf seine und ließ ihr aufgestautes Verlangen frei. Und als sie beide vor Lust keuchten, hob sie die Hüften, packte seinen Penis und führte ihn an ihre Öffnung, um sich dann langsam herabzulassen, bis sie ihn ganz in sich aufgenommen hatte. Daraufhin seufzte sie lustvoll. »Verdammt, Audrey, du fühlst dich so gut an!« Er umklammerte ihre Oberschenkel. »Irgendwie gefällt es mir, wenn du so herrisch und wütend bist.« Er wollte sie herrisch und wütend? Sie kratzte mit den Fingernägeln über eine seiner Brustwarzen und verschob ein wenig die Hüften. Doch das daraus resultierende Gefühl trieb sie beinahe in den Wahnsinn. Er war so groß und füllte sie derart aus, dass er ihre Nervenenden perfekt berührte und alle Sehnsucht stillte, die sie den ganzen Tag empfunden hatte. Sie musste es jetzt tun, und zwar auf der Stelle. Also bewegte sie sich vorsichtig und versuchte, einen Rhythmus zu finden. Das gelang ihr erstaunlich schnell, obwohl sie bisher so gut wie nie oben gesessen hatte. Normalerweise schämte sie sich für ihre großen Brüste, die beim Sex immer so aneinander klatschten. Aber im Moment waren sie nicht nackt, und sie war ohnehin viel zu erregt, um überhaupt an so etwas zu denken. Sie bewegte sich auf ihm, stemmte sich hoch und ließ sich dann wieder sinken, bis er ganz in sie eingedrungen war. Er reagierte darauf, indem er seine Hüften bewegte und sich auf sie einstellte, sodass sie noch heftiger gegeneinander stießen. Schon bald wurden ihre Stöße rauer und wilder, während sie sich aneinander rieben. In ihr begann ein Feuer zu lodern, und sie begriff, dass sich ihr Orgasmus aufbaute. Doch sie wusste, dass sie ohne orale Stimulation nur einen kurzen, flüchtigen Höhepunkt haben würde. Daher schloss sie die Augen, stemmte die Hände auf seine Brust und bewegte sich bewusster, um ihn herbeizuführen. Sie war sich Reese's kaum noch bewusst, sondern verlor sich in der Jagd nach ihrer Lust, während sie ihn ritt. Die Grobheit schien ihren Körper noch empfindlicher zu machen, und sie wurde auf ihm immer wilder und vergaß sich völlig. Mit jedem heftigen Zusammenprall kam sie ihrem Orgasmus näher. Und dann kam sie, zuckte am ganzen Körper und presste sich um Reese's Penis herum zusammen. Sie schrie überrascht auf, weil es sich so gut anfühlte, sich ihre Scheideverlust zusammenzog und sich ihre Oberschenkel verkrampften. Sie verlor den Rhythmus, aber das war egal. Reese hielt sie fest, und seine Bewegungen unter ihr wurden heftiger. Er stieß sich in sie hinein und grunzte bei jedem harten, heftigen Stoß, während sie selbst in ihrem tosenden Höhepunkt aufging. Dann fluchte er und versteifte sich, und sie spürte, wie er ebenfalls kam. Seine Hüften bebten und sein ganzer Körper zuckte. Sie brach auf seiner Brust zusammen, schwer atmend und höchst zufrieden mit sich. Soeben hatte sie einen Mann benutzt, und es hatte sich großartig angefühlt. Und unterbrach den Kuss, um das Loch am Kragen anzustarren. Dann riss sie weiter daran, denn der Gedanke, diesem Mann das T-Shirt vom Leib zu reißen, erregte sie, und sie zerfetzte das Kleidungsstück. Er stöhnte, griff nach ihrem Pferdeschwanz und löste ihn. »Wirst du das mit all meinen Klamotten machen, Süße?« »Sei still, Reese«, sagte sie und warf das ruinierte T-Shirt beiseite. »Hier wird nicht geredet!« Sie strich mit den Händen über seinen flachen Bauch und bewunderte seine festen Muskeln. Er fühlte sich so gut an. Seine Brustwarzen waren flach und hart, und als sie neugierig mit den Fingerspitzen darüber strich, zischte er. Sie beugte sich vor und biss in eine. Er keuchte überrascht und schob die Hände in ihr Haar, um ihren Kopf festzuhalten, als wollte er sie auffordern, ihn noch einmal zu beißen. Also tat sie es und nahm den harten kleinen Knubbel zwischen die Zähne, um vorsichtig zuzubeißen und dann sofort darüber zu lecken. Währenddessen wanderten ihre Hände zu seiner Hose, und sie löste die verknotete Kordel, sodass der Stoff an seinen Beinen herunterrutschte und sein Penis heraussprang. Wieder trug er keine Unterwäsche. Sie fragte sich, ob Reese überhaupt welche besaß. Aber eigentlich war es ihr egal. Sie drückte einen Kuss auf seinen Bauch und schob dann die Hose ganz herunter. »Hinlegen«, verlangte sie. Er legte sich, ohne zu protestieren, auf die Decke. Sie zerrte an ihrer Schlafanzughose, die sie gar nicht schnell genug ausziehen konnte, und streifte sie dann ebenso ab wie ihr Höschen, während sie das Knistern eines Kondoms hörte. Als sie sich zu ihm umdrehte, klopfte er neben sich auf die Decke. Aber sie hatte nicht die geringste Absicht, sich neben ihn zu legen und ihm wieder die Führung zu überlassen. Weit gefehlt. In ihr brannte noch immer eine heiße Mischung aus Zorn und Verlangen, und das bedeutete, dass sie weiterhin die Kontrolle behalten würde. Sie ignorierte, dass sie nur unten herum nackt, am Oberkörper aber noch bekleidet war, ging zur Decke und drückte seine Schulter nach hinten, bis er auf dem Rücken lag. Dann setzte sie sich rittlings auf ihn und legte sich auf seinen Bauch, um amüsiert mit anzusehen, wie er in der Dunkelheit die Augen aufriss. »Willst du mich reiten, kleine Weltkatze?« Seine Stimme war nur noch ein raues, zufriedenes Flüstern. Audrey gab ihm keine Antwort. Sie bewegte einfach die Hüften auf seinem Bauch und genoss seinen gedämpften Wonnelaut. Er legte die Hände auf ihre nackten Oberschenkel und drückte sie an sich. Sie beugte sich vor und gab ihm noch einen wilden Kuss, drückte die Lippen auf seine und ließ ihr aufgestautes Verlangen frei. Und als sie beide vor Lust keuchten, hob sie die Hüften, packte seinen Penis und führte ihn an ihre Öffnung, um sich dann langsam herabzulassen, bis sie ihn ganz in sich aufgenommen hatte. Daraufhin seufzte sie lustvoll. »Verdammt, Audrey, du fühlst dich so gut an!« Er umklammerte ihre Oberschenkel. »Irgendwie gefällt es mir, wenn du so herrisch und wütend bist.« Er wollte sie herrisch und wütend? Sie kratzte mit den Fingernägeln über eine seiner Brustwarzen und verschob ein wenig die Hüften. Doch das daraus resultierende Gefühl trieb sie beinahe in den Wahnsinn. Er war so groß und füllte sie derart aus, dass er ihre Nervenenden perfekt berührte und alle Sehnsucht stillte, die sie den ganzen Tag empfunden hatte. Sie musste es jetzt tun, und zwar auf der Stelle. Also bewegte sie sich vorsichtig und versuchte, einen Rhythmus zu finden. Das gelang ihr erstaunlich schnell, obwohl sie bisher so gut wie nie oben gesessen hatte. Normalerweise schämte sie sich für ihre großen Brüste, die beim Sex immer so aneinander klatschten. Aber im Moment waren sie nicht nackt, und sie war ohnehin viel zu erregt, um überhaupt an so etwas zu denken. Sie bewegte sich auf ihm, stemmte sich hoch und ließ sich dann wieder sinken, bis er ganz in sie eingedrungen war. Er reagierte darauf, indem er seine Hüften bewegte und sich auf sie einstellte, sodass sie noch heftiger gegeneinander stießen. Schon bald wurden ihre Stöße rauer und wilder, während sie sich aneinander rieben. In ihr begann ein Feuer zu lodern, und sie begriff, dass sich ihr Orgasmus aufbaute. Doch sie wusste, dass sie ohne orale Stimulation nur einen kurzen, flüchtigen Höhepunkt haben würde. Daher schloss sie die Augen, stemmte die Hände auf seine Brust und bewegte sich bewusster, um ihn herbeizuführen. Sie war sich Reese's kaum noch bewusst, sondern verlor sich in der Jagd nach ihrer Lust, während sie ihn ritt. Die Grobheit schien ihren Körper noch empfindlicher zu machen, und sie wurde auf ihm immer wilder und vergaß sich völlig. Mit jedem heftigen Zusammenprall kam sie ihrem Orgasmus näher. Und dann kam sie, zuckte am ganzen Körper und presste sich um Reese's Penis herum zusammen. Sie schrie überrascht auf, weil es sich so gut anfühlte, sich ihre Scheide vor Lust zusammenzog und sich ihre Oberschenkel verkrampften. Sie verlor den Rhythmus, aber das war egal. Reese hielt sie fest, und seine Bewegungen unter ihr wurden heftiger. Er stieß sich in sie hinein und grunzte bei jedem harten, heftigen Stoß, während sie selbst in ihrem tosenden Höhepunkt aufging. Dann fluchte er und versteifte sich, und sie spürte, wie er ebenfalls kam. Seine Hüften bebten und sein ganzer Körper zuckte. Sie brach auf seiner Brust zusammen, schwer atmend und höchst zufrieden mit sich. Soeben hatte sie einen Mann benutzt, und es hatte sich großartig angefühlt, sich aufgenommen hatte. Daraufhin seufzte sie lustvoll. »Verdammt, Audrey, du fühlst dich so gut an!« Er umklammerte ihre Oberschenkel. »Irgendwie gefällt es mir, wenn du so herrisch und wütend bist.« Er wollte sie herrisch und wütend? Sie kratzte mit den Fingernägeln über eine seiner Brustwarzen und verschob ein wenig die Hüften. Doch das daraus resultierende Gefühl trieb sie beinahe in den Wahnsinn. Er war so groß und füllte sie derart aus, dass er ihre Nervenenden perfekt berührte und alle Sehnsucht stillte, die sie den ganzen Tag empfunden hatte. Sie musste es jetzt tun, und zwar auf der Stelle. Also bewegte sie sich vorsichtig und versuchte, einen Rhythmus zu finden. Das gelang ihr erstaunlich schnell, obwohl sie bisher so gut wie nie oben gesessen hatte. Normalerweise schämte sie sich für ihre großen Brüste, die beim Sex immer so aneinander klatschten. Aber im Moment waren sie nicht nackt, und sie war ohnehin viel zu erregt, um überhaupt an so etwas zu denken. Sie bewegte sich auf ihm, stemmte sich hoch und ließ sich dann wieder sinken, bis er ganz in sie eingedrungen war. Er reagierte darauf, indem er seine Hüften bewegte und sich auf sie einstellte, sodass sie noch heftiger gegeneinander stießen. Schon bald wurden ihre Stöße rauer und wilder, während sie sich aneinander rieben. In ihr begann ein Feuer zu lodern, und sie begriff, dass sich ihr Orgasmus aufbaute. Doch sie wusste, dass sie ohne orale Stimulation nur einen kurzen, flüchtigen Höhepunkt haben würde. Daher schloss sie die Augen, stemmte die Hände auf seine Brust und bewegte sich bewusster, um ihn herbeizuführen. Sie war sich Reese's kaum noch bewusst, sondern verlor sich in der Jagd nach ihrer Lust, während sie ihn ritt. Die Grobheit schien ihren Körper noch empfindlicher zu machen, und sie wurde auf ihm immer wilder und vergaß sich völlig. Mit jedem heftigen Zusammenprall kam sie ihrem Orgasmus näher. Und dann kam sie, zuckte am ganzen Körper und presste sich um Reese's Penis herum zusammen. Sie schrie überrascht auf, weil es sich so gut anfühlte, sich ihre Scheideverlust zusammenzog und sich ihre Oberschenkel verkrampften. Sie verlor den Rhythmus, aber das war egal. Reese hielt sie fest, und seine Bewegungen unter ihr wurden heftiger. Er stieß sich in sie hinein und grunzte bei jedem harten, heftigen Stoß, während sie selbst in ihrem tosenden Höhepunkt aufging. Dann fluchte er und versteifte sich, und sie spürte, wie er ebenfalls kam. Seine Hüften bebten und sein ganzer Körper zuckte. Sie brach auf seiner Brust zusammen, schwer atmend und höchst zufrieden mit sich. Soeben hatte sie einen Mann benutzt, und es hatte sich großartig angefühlt. Feuer zu lodern, und sie begriff, dass sich ihr Orgasmus aufbaute. Doch sie wusste, dass sie ohne orale Stimulation nur einen kurzen, flüchtigen Höhepunkt haben würde. Daher schloss sie die Augen, stemmte die Hände auf seine Brust und bewegte sich bewusster, um ihn herbeizuführen. Sie war sich Reese's kaum noch bewusst, sondern verlor sich in der Jagd nach ihrer Lust, während sie ihn ritt. Die Grobheit schien ihren Körper noch empfindlicher zu machen, und sie wurde auf ihm immer wilder und vergaß sich völlig. Mit jedem heftigen Zusammenprall kam sie ihrem Orgasmus näher. Und dann kam sie, zuckte am ganzen Körper und presste sich um Reese's Penis herum zusammen. Sie schrie überrascht auf, weil es sich so gut anfühlte, sich ihre Scheideverlust zusammenzog und sich ihre Oberschenkel verkrampften. Sie verlor den Rhythmus, aber das war egal. Reese hielt sie fest, und seine Bewegungen unter ihr wurden heftiger. Er stieß sich in sie hinein und grunzte bei jedem harten, heftigen Stoß, während sie selbst in ihrem tosenden Höhepunkt aufging. Dann fluchte er und versteifte sich, und sie spürte, wie er ebenfalls kam. Seine Hüften bebten und sein ganzer Körper zuckte. Sie brach auf seiner Brust zusammen, schwer atmend und höchst zufrieden mit sich. Soeben hatte sie einen Mann benutzt, und es hatte sich großartig angefühlt. Gut anfühlte, sich ihre Scheideverlust zusammenzog und sich ihre Oberschenkel verkrampften. Sie verlor den Rhythmus, aber das war egal. Reese hielt sie fest, und seine Bewegungen unter ihr wurden heftiger. Er stieß sich in sie hinein und grunzte bei jedem harten, heftigen Stoß, während sie selbst in ihrem tosenden Höhepunkt aufging. Dann fluchte er und versteifte sich, und sie spürte, wie er ebenfalls kam. Seine Hüften bebten und sein ganzer Körper zuckte. Sie brach auf seiner Brust zusammen, schwer atmend und höchst zufrieden mit sich. Soeben hatte sie einen Mann benutzt, und es hatte sich großartig angefühlt. Dann fluchte er und versteifte sich, und sie spürte, wie er ebenfalls kam. Seine Hüften bebten und sein ganzer Körper zuckte. Sie brach auf seiner Brust zusammen, schwer atmend und höchst zufrieden mit sich. Soeben hatte sie einen Mann benutzt, und es hatte sich großartig angefühlt. Verdammt, das hatte besser funktioniert als erwartet. Reese strich mit einer Hand über den Rücken der Frau, die auf ihm zusammengesackt war, und versuchte, ein Grinsen zu unterdrücken. Audrey war von der Talie abwärts nackt, und ihre Hose lag irgendwo in den Büschen. Sie hockte noch immer rittlings auf ihm, lag auf seiner Brust und hatte nicht einmal die Kapuzenjacke oder das T-Shirt ausgezogen. Sie war derart hastig auf ihn draufgeklettert, dass sie offenbar gar nicht begriffen hatte, dass sie noch halb angezogen war, oder es war ihr egal gewesen. Beides machte ihn ungemein an. Als Audrey zuvor so zickig geworden war, hatte er gemerkt, dass sie Zweifel hatte. Jede Menge Zweifel. Und das war für ihn eine echte Enttäuschung. Er hatte sie den ganzen Tag beobachtet, wie sie die Hütte von oben bis unten geputzt und sich beschäftigt hatte. Die verführerische, wilde Audrey, die er so gern herauslockte, um mit ihr zu spielen, war vollständig hinter der geschäftigen, braven Audrey verschwunden. Und das machte ihn wahnsinnig. Allerdings musste er zugeben, dass er den Anblick ihres strengen Dutz, den sie immer zutrug, langsam erregend fand. Vielleicht lag das daran, dass er wusste, was für eine Dämonin unter diesem perfekten, seriösen Äußeren wartete, die nur hervorgelockt werden musste. Er wollte, dass diese Dämonin in dieser Nacht zum Vorschein kamen. Aber als sie zögerte und schnippisch wurde, war ihm klar, dass er nur eine Chance hatte, um sie das vergessen zu lassen, was sie beschäftigte. Daher hatte er sie geärgert, was verdammt gut funktioniert hatte. Sie hatte ihn beinahe angesprungen und wild geküsst, um ihm dann das T-Shirt vom Leib zu reißen. Dann hatte sie ihm befohlen, sich hinzulegen und ihn mit derart angestrengter Miene geritten, dass ihm mehr als klar war, in diesem Moment ging es um sie und nicht um ihn. Er fühlte sich ein wenig benutzt, aber auch unglaublich erregt. Sie hatte sich genommen, was sie haben wollte, und die Sache durchgezogen. Reese hatte anfänglich fast befürchtet, es mit einer zögernden, kalten Audrey zu tun zu bekommen, deren Abwehr er erst einreißen musste, bevor sie unter seinen Händen zu stöhnen begann. Aber er hätte sich keine Sorgen machen müssen. Seine Audrey war wild, und obwohl sie sich im Bett zu einer kleinen Diktatorin entwickelte, musste er zugeben, dass er jeden Augenblick genossen hatte. Dann stockte er. Seine Audrey? Was zum Teufel dachte er denn da? Andererseits war es fast so, als würde es zwei Seiten von Audrey Petty geben, eine effiziente, zugeknöpfte Assistentin, die nicht wusste, wie man sich amüsierte, und eine sexuell unersättliche. Das war eine faszinierende Kombination. Er streichelte ihren Hintern und genoss es, ihre nackte, pralle Pobacke zu spüren. Nun, da sie befriedigt war, konnte er sie in Ruhe erkunden, sie nackt sehen. Er hatte ihre üppige Figur bereits auf dem Steg gesehen, als sie nackt baden waren, aber etwas zu sehen und es anzufassen, waren zwei verschiedene Dinge, und er wollte jeden Zentimeter von ihr berühren und mit den Händen erkunden. Er griff hinter sich und fühlte herum, bis er die kleine Tasche fand, die er zwischen den Baumwurzeln verstaut hatte. Er holte eine kleine Campinglampe heraus, stellte sie neben seinen Kopf und schaltete sie ein. Audrey kniff die Augen zusammen und setzte sich auf. Ihre Miene war halb befriedigt und halb verwirrt. Wofür brauchst du die denn? Damit ich deinen wunderschönen Körper besser betrachten kann, antwortete Reese und griff nach dem Reißverschluss ihrer Kapuzenjacke, den er herunterzog. Es sei denn, du bist noch nicht damit fertig, mich zu benutzen. Sie wurde rot, was er jetzt im Licht sogar erkennen konnte. Es hat dir aber gefallen, erwiderte sie trotzig. Oh, ich kann mich nicht beschweren, erklärte er grinsend. Aber die Nacht ist noch jung, und ich habe kein T-Shirt mehr, daher dachte ich, wir könnten vielleicht noch ein bisschen länger hierbleiben. Er zog den Reißverschluss ganz herunter und stellte erstaunt fest, dass sie darunter ein dunkelblaues Schlafanzugoberteil trug. Darf ich dich ausziehen? Sie rollte sich von ihm herunter und setzte sich dann im Schneidersitz auf die Decke. Aber ich warne dich, Reese, ich sehe nicht aus wie ein Supermodel und bin bestimmt nicht dein Typ. Das ist mir durchaus bewusst, stellte Reese klar. Er zog das benutzte Kondom herunter und warf es in die Mülltüte, die er für genau diesen Zweck mitgebracht hatte. »Du bist kein Supermodel«, stimmte er ihr zu, ignorierte ihre Warnung und zog ihr das Schlafanzugoberteil aus. »Aber du kannst mich ja mal fragen, ob mich das stört.« »Das habe ich ganz gewiss nicht vor«, erklärte sie. »Gut, denn es sollte keinen von uns stören«, sagte er und gab ihr einen flüchtigen Kuss. »Bisher war es immer dunkel, wenn ich dich berühren durfte. Ich möchte wissen, ob du auch Sommersprossen auf deinen wunderschönen Brüsten hast.« Sie erwiderte seinen sanften, neckenden Kuss und gab leise, kehlige Geräusche von sich, auf die sein Glied sofort reagierte. »Das kann durchaus sein«, flüsterte sie. »Dann leg dich auf den Rücken, damit ich sie zählen kann.« Audrey kam der Aufforderung nach, und als er sie auf der Decke liegen sah, während ihr von Leidenschaft umwölkter Blick ihn musterte, bekam er schon wieder eine Erektion. Es war fast so, als hätte sie ihren Schutzwall in einem großen, feurigen Orgasmus eingerissen, und jetzt lag sie sanft, zufrieden und wunderbar in seinen Armen. Ihm das gefiel. Sie war wie ein Geschenk, das er jedes Mal auspacken durfte, wenn er sie berührte, und das wurde nie langweilig. Nicht im Geringsten. Ihr rotes Haar umrahmte ihren Kopf, glänzte im Licht der Laterne und sorgte dafür, dass ihre Haut im Kontrast dazu fast Porzellanfarben aussah. Sie sah ihn die ganze Zeit an, während er langsam die Knöpfe an ihrem Schlafanzugoberteil öffnete. Dann schob er den Stoff zur Seite und entblößte ihren Oberkörper. Und er genoss ihren Anblick. Er wusste, dass Audrey nicht spindeldürr war. Das störte ihn nicht, und sie schien es die meiste Zeit ebenfalls nicht zu stören. Aber ihr Körper war ganz anders als die Frauen, mit denen er normalerweise ins Bett ging, und er musterte sie bewundernd. Sie hatte vor allem Brüste. Die meisten Models und Starlets, mit denen er ausging, waren verdammt flach, was sehr schade war, denn er stand wirklich auf Brüste. Und Audreys Brüste waren die schönsten, die er je gesehen hatte. Sie waren echt und aufgrund ihrer drallen Figur auch sehr voll. Er umfing eine und wog sie vergnügt in der Hand. Sie waren schwer, prall und besaßen blass-pinkfarbene, winzige Brustwarzen, die einfach nur köstlich waren. Ihre blasse Haut war im Tal zwischen ihren Brüsten mit einigen Sommersprossen bedeckt und die milchige, cremige Farbe auf der Unterseite ihrer Brüste warf ihn beinahe um. »Wunderschön«, gestand er ihr aufrichtig. »Ich habe schon viele Brüste gesehen, und das sind die schönsten, die ich je vor mir hatte.« Er strich mit einem Finger über eine Brustwarze und genoss es, wie sie als Reaktion darauf zusammenzogte und die herrlich volle Brust bebte. Dann schob er den Finger zwischen ihre Brüste und streichelte ihr über den Bauch. Die meisten Frauen, mit denen er in letzter Zeit ins Bett gegangen war, waren so dünn, wie es in Hollywood erwartet wurde, so dass man ihre Rippen zählen konnte und der Bauch sich fast nach innen wölbte. Das war bei Audrey anders. Ihr Bauch war glatt und direkt unter ihrem Bauchnabel leicht gerundet. Dann kam ihre schmale Talie, auf die ihre vollen Hüften folgten. Auch das entsprach nicht dem Frauentyp, den er sonst im Bett hatte, war jedoch perfekt. Er stellte fest, dass er ihre sanften Kurven sehr mochte. Sein Daumen umkreiste ihren Bauchnabel, und dann bewegte er ihn tiefer, litt zu ihrem Venushügel und in die feuchten, dunkelroten Locken darunter. Eine echte Rothaarige, das war ihm zwar klar gewesen, aber er fand es dennoch faszinierend und sehr erotisch. Sie stöhnte, als er sie dort berührte, steckte einen Finger in den Mund und biss darauf, als wollte sie seine Erkundung nicht stören. Du hast eine unglaubliche Figur, Audrey. Sein Finger streichelte ihre feuchten Schamlippen, und er genoss es, wie sie sich anfühlte. Er wusste, dass sie sich danach sehnte, ihn noch weiter unten zu spüren, dass er ihre Klitoris liebkoste und sie erneut erregte. Aber Reese stand nicht nur auf Sex, sondern auch auf ein ausgedehntes Vorspiel, und er wusste, dass die leichte Berührung seines Fingers an dieser empfindlichen Stelle sie verrückt machen würde. Daher streichelte er sie dort wieder und wieder und sah ihr ins Gesicht, während sie vor Lust und Vorfreude erschauerte. »Gefällt es dir, wenn ich dich ansehe, wenn ich dich berühre?« Sie biss sich noch immer auf den Finger, nickte und sah ihn mit aufgerissenen, begehrlichen Augen an. »Ist es in Ordnung, wenn ich ein bisschen mit dir spiele?« Wieder nickte sie, und er spürte, dass sie die Oberschenkel noch etwas weiter spreizte, als wollte sie ihn dazu auffordern, seine Hand an Stellen zu legen, die sich danach sehnten. Doch das tat er nicht. Stattdessen strich er mit der Hand an ihrem weichen, oh so weichen, prallen Oberschenkel und ihrer Wade entlang. Sie war am ganzen Körper blass, aber auch an den Beinen hatte sie Sommersprossen, was er hinreißend fand. Jedes Mal, wenn er sie ansah, schien er etwas Neues und Aufregendes zu entdecken, auf das er sich konzentrieren konnte. Wunderschön, einfach wunderschön. Er hätte sie die ganze Nacht anstarren können und noch immer nicht genug von ihr gehabt. Aber er wollte auch mit ihr spielen. Daher nahm er ihre Hand und half ihr, sich aufzusetzen, damit er sie ganz ausziehen konnte. Jetzt war sie ebenso nackt wie er. Als sie sich wieder auf die Decke legte, streckte er sich neben ihr aus, legte sich auf die Seite und strich weiterhin langsam über ihre Haut. Automatisch wanderten seine Hände zurück zu ihren Brüsten. Sie waren so wunderschön. Er umfing erneut eine und drückte sie sanft. Die Brustwarze stand steif und starr hervor und schien förmlich um seine Zunge zu betteln. Was für eine süße kleine Knospe! Er beugte sich vor und leckte darüber, achtete dabei jedoch auf Audreys Reaktion und stellte zufrieden fest, dass sie scharf die Luft einsog. Dann strich er mit den Lippen über die Brustwarze und ließ erneut die Zunge darüber schnellen. Als sie nicht reagierte, saugte er zärtlich daran, biss sanft hinein und leckte immer wieder darüber. Sie wimmerte und er stellte fest, dass sie den Finger wieder im Mund hatte, als ob sie ihre Reaktion unterdrücken wollte. Aber das gefiel ihm gar nicht. Er wollte, dass seine Wildkatze laut war, dass sie ihn mit ihrem Stöhnen belohnte und den Wald mit ihren Schreien zum Beben brachte. Also zog er ihr den Finger aus dem Mund und küßte die Bissspuren, die sich darauf abzeichneten. »Warum willst du unbedingt leise sein?« »Was ist, wenn uns jemand hört?« »Uns wird niemand hören«, erklärte er. »Oder willst du, dass ich beim nächsten Mal ein Seil mitbringe, um deine Hände zu fesseln?« In ihren Augen loderte es. »Wohl kaum.« Aber sie ließ die Hände sinken und sah ihn an. »Besser.« »Viel besser.« Er beugte sich vor und biss erneut in die Brustwarze, während er ihre andere Brust mit den Fingern knetete. Sie stöhnte leise, aber das reichte aus, um ihn anzustacheln. Er saugte an ihrer Brustwarze und nahm sie in den Mund, während er mit der Hand ihre andere Brust bearbeitete, die Brustwarze mit den Fingern streichelte und kniff. Endlich bekam er eine Reaktion. Sie schrie auf, drückte den Rücken durch, und auf einmal waren ihre Finger in seinem Haar und hielten ihn fest, während er weitermachte. »Bitte, Reese!« »Bitte was?«, fragte er und strich mit den Lippen über die steife Brustwarze. Er war völlig fasziniert von ihren herrlichen Brüsten. »Ich könnte den ganzen Tag daran herumknabbern. Würde dir das gefallen?« Ein tiefes Stöhnen stieg aus ihrer Kehle auf, und sie klammerte sich an ihn. »Ich glaube eher, es macht dir Spaß, mich zu foltern.« »Das kann ich nicht bestreiten,« gestand er und leckte über die steife Knospe, während er mit dem Daumen über die andere strich. »Ich muss zugeben, dass ich dich wahnsinnig gerne berühre. Du bist so weich, so üppig und wunderschön.« Ihre Finger glitten durch sein Haar und streichelten ihn, und er umzüngelte ihre Brustwarze. Aber er genoss ihre Reaktionen sehr, er wollte mehr davon, also ließ er die andere Hand über ihren Brustkorb und den Bauch gleiten und genoss es, wie sie ihre Hüften erwartungsvoll anhob. Audrey mochte mit ihren Worten zwar cool bleiben, aber sie schien seine Berührung zu lieben. Seine Hand strich über ihren gerundeten Bauch und erneut zu ihrer Scheide. Er ließ sie dort liegen und freute sich über das leise Wimmern, das sie ausstieß, und die Art, wie sie die Hände in seinem Haar ballte, als würde sie ihn unbewusst ermutigen. Aber er ignorierte es und leckte und neckte weiterhin ihre wunderschöne Brustwarze. Seine Hand lag ruhig in ihrem Schritt, und er spürte die Wärme und die Feuchtigkeit, die von dort ausgingen. Als er sie dort nicht streichelte, drückte sie sich gegen seine Handfläche und atmete schneller. »Reece!« »Was möchtest du, Audrey?« Er hauchte die Worte auf ihre Brustwarze und pustete dann auf die feuchte Spitze, sodass Audrey erschauerte. »Willst du es mir nicht sagen?« »Ich hasse dich!« stieß sie stöhnend aus und krümmte die Finger in seinem Haar, bis es fast schmerzte. »Du willst wirklich, dass ich dich anflehe, nicht wahr?« »Ja, anflehen ist was sehr Schönes«, gab er zu und knabberte an ihrer Brust, damit sie erneut aufstöhnte. »Und ich muss zugeben, dass ich nur zu gern hören würde, wie du mich anflehst. »Möchtest du, dass ich meine Finger zwischen deine Schamlippen schiebe und deine Klitoris streichle?« Als sie hörbar nach Luft schnappte, war ihm das Belohnung genug. »Oh ja, mach das!« »Warum bittest du mich dann nicht darum?« Er drückte die Hand ganz leicht auf ihre Vulva. Sie wimmerte und hob die Hüften an, um sich an seine Hand zu reiben. »Fick dich!« »Darum wirst du mich auch bitten müssen«, sagte er nachdenklich. Sie stöhnte frustriert. Ihre Hände zarrten an seinem Kopf, als wollte sie versuchen, ihn nach unten zu schieben, aber er widersetzte sich. »Ach, du Lutscher!« »Auch darum wirst du mich bitten müssen«, erwiderte er mit verführerischer Stimme. »Aber man hat mir gesagt, dass ich das ziemlich gut mache.« Er leckte über ihre Brustwarze und grinste sie an. Zu seiner großen Freude wandte sich Audrey in seinen Armen und stöhnte. »Du, du gemeiner Kerl!« »Mmm«, murmelte er und saugte an ihr. »Bitte«, stieß sie hervor. »Bitte gib mir mehr!« »Mehr was?« »Mehr von deinem Mund«, hauchte sie. »Das brauche ich jetzt.« »Hm, wo denn?« Er ließ die Zunge langsam über ihre Brustwarze gleiten. »Ohne genaue Anweisungen kann ich da leider nichts ausrichten.« »Meiner Muschi«, stieß sie mit leiser Stimme hervor und knirschte mit den Zähnen, als wären ihr die Worte mit Gewalt entrungen worden. »Ach, dieser süße kleine Kontrollfreak!« Reese kicherte und bewegte die Finger in ihrem Schritt. »Ich soll nicht zuerst mit den Händen anfangen? Bist du da nicht etwas zu ungeduldig?« »Die Hände sind auch in Ordnung«, keuchte sie. »Du bittest um meine Hände?« »Nein!« »Wie schade«, erwiderte er und genoss es zu sehen, wie sie immer schneller atmete. »Ich hätte jetzt Lust, sie zu benutzen.« Bei diesen Worten drang er mit einem Finger in sie ein. Sie drückte augenblicklich den Rücken durch und setzte sich beinahe auf. »Ach, Reese!« Ihr Schrei heilte durch den Wald und sie schlug sich erschrocken eine Hand vor den Mund. »Das klang doch schon ganz gut«, meinte er und lachte leise. »Ich finde, dafür hast du eine Belohnung verdient.« Sein Finger strich immer wieder durch ihre Feuchtigkeit und wanderte dann in Richtung ihrer Klitoris. Sie war unglaublich feucht, sogar ihre Oberschenkel waren schon benetzt. Er umkreiste ihre harte Klitoris. »Fühlt sich das besser an, Süße?« Sie schrie auf, schloss vor Wonne die Augen und drückte die Beine noch weiter auseinander. Audrey war in ihrer Lust einfach wunderbar. Er streifte ihre Klitoris noch einmal mit dem Finger und ließ ihn dann weiter nach unten gleiten, um ihre Öffnung zu umkreisen. Zuerst schob er nur einen Finger in sie hinein, und als sie wimmerte, fügte er einen zweiten hinzu. Sie war so feucht, dass es sich fast anfühlte, als wollte sie seine Finger in sich einsaugen. Jedes Mal, wenn er die Finger in ihre Wärme stieß, streichelte er mit dem Daumen über ihre Klitoris. Ihre Schreie wurden immer wilder und kamen häufiger, und sie bewegte die Hüften unter seinen Fingern, um ihre Lust weiter zu steigern. Wieder und wieder stieß er die Finger in sie hinein und beobachtete ihre Reaktion. Sie war wunderschön. Sie hatte den Kopf in den Nacken gelegt, ihr weißer Hals glänzte im Schein der Lampe, und ihre Brüste wippten und bebten bei jeder Bewegung ihrer Hüften. Es gefiel ihm, dass sie ihre Lust so hemmungslos auslebte. Einige Frauen, mit denen er zusammen gewesen war, hatten immer so getan, als würden sie alles genießen, und dann einen lächerlichen Orgasmus simuliert. Im Gegensatz zu ihnen bestieg Audrey einen Mann und benutzte ihn, bis sie bekommen hatte, was sie brauchte. Das war eine Frau nach seinem Geschmack. Daher schob er die Finger härter in diesen weichen Spalt, krümmte tief in ihrem Innern die Finger und wollte ihr so viel Lust schenken, wie er nur konnte. Sie zog sich um seine Hand herum zusammen und kam hart und heftig. Ihre abgehackten, wortlosen Schreie heilten durch die Nachtluft. Wieder und wieder verkrampfte sich ihre Scheide um seine Finger, ihre Muskeln zerquetschten ihn, und sie atmete schwer, als wäre sie gerade einen Marathon gelaufen. »Das war schön«, murmelte Reese mit rauer Stimme. »Es ist unmöglich, den Blick abzuwenden, wenn du kommst, Audrey. Dein Gesichtsausdruck dabei ist einfach unglaublich.« Sie schlug die Augen auf und sah ihn mit sanfter Miene an. Ihre Lippen leuchteten so rot, als hätte sie draufgebissen. Sie sah so unglaublich heiß aus, dass sein Penis noch steifer wurde und wehtat, aber er zwang sich, ihn zu ignorieren, da er diese wundervolle Frau, die da vor ihm lag, richtig auskosten wollte. Reese hob die Hand und leckte sich die Finger ab, an denen ihre Feuchtigkeit glänzte. »Und du schmeckst auch noch gut«, sie riss die Augen auf und schnappte nach Luft, während sie ihm zusah. Ihr Geschmack war in der Tat köstlich, süß und salzig gleichzeitig. Er wollte mehr davon. Daher bückte er sich und schob ihre Knie hoch, sodass er ihren wundervollen Hintern sowie ihre feuchten, glänzenden Schamlippen sehen konnte. »Ich werde dich jetzt lecken, bis du erneut kommst, Audrey.« Sie zitterte, was er in dem Arm spüren konnte, mit dem er ihre Beine hochhielt. »Ich bin doch schon zweimal gekommen.« »Das ist mir egal«, entgegnete er und beugte sich zwischen ihren Beinen nach unten. »Das wird mich nicht aufhalten. So bist du für meine Zunge umso saftiger, wie ein Pfirsich.« Erneut erbebte sie. Er stemmte die Hände gegen die Rückseite ihrer Oberschenkel, damit sie in der Luft die Beine spreizte. Dann beugte er sich vor und leckte langsam einmal über ihre Schamlippen. Sie war so unglaublich feucht, dass er ihren wundervollen Geschmack sofort auf der Zunge hatte. Audrey stöhnte tief und begierig, als sie seine Zunge spürte, und ihre Beine zitterten noch heftiger. »Reece«, keuchte sie, »bitte, ich bin so empfindlich.« »Dann wird mir das noch größeren Spaß machen«, erklärte er ihr und drückte das Gesicht in ihren Schritt. Er wurde mit einem Freudenschrei belohnt und drückte die Zunge gegen ihre Öffnung, kostete sie, erkundete sie. Ihr Zittern wollte gar nicht mehr aufhören, aber als er seine Zunge zu ihrer Klitoris schob und sie leckte, zuckte sie immer heftiger und stieß stöhnend seinen Namen aus. »Oh Gott, Reece, ich komme schon wieder!« »Dann tu das!« Er umzüngelte ihre Klitoris und saugte und knabberte daran. Die ganze Zeit bewegte sie leicht die Hüften und stieß erstickte lauter aus, bis sie kam. Als sie gar nicht mehr aufhörte zu stöhnen, fragte er sich, ob ihr Höhepunkt noch andauerte. Aber er machte sich nicht die Mühe, nachzusehen. Er leckte weiterhin über den kleinen Lustknoten und saugte daran. Dann schob er zwei Finger in sie hinein und stieß sie im gleichen Rhythmus, in dem seine Zunge über ihre Klitoris tanzte, immer wieder tief in sie. Ihre Scheide zog sich zusammen, ihre Muskeln pressten sich gegen seine Hände und ihre Schreie wurden immer wilder. Dann schrie Audrey laut auf und eine neue Welle benetzte seine Zunge. »Wann war das heiß!« Auf einmal wollte er in ihr versinken und spüren, wie sie sich um ihn herum zusammenzog. Er setzte sich hastig auf, nahm ein neues Kondom aus seinem Vorrat, riss die Folie auf und streifte es so schnell er konnte über. Ihr Orgasmus sollte gar nicht mehr aufhören, damit er spürte, wie sich ihre heiße, enge Scheide um ihn zusammenzog, während ihr ganzer Körper zitterte. Als er sich wieder zu ihr umdrehte, sah er sofort, dass ihre Beine wieder auf dem Boden lagen und sich ihre Brüste schnell hoben und senkten, weil sie nach Luft schnappte. »Böse Audrey«, murmelte er, hockte sich vor sie und drückte ihre Beine wieder hoch. »Wer hat gesagt, dass ich fertig bin?« Er beugte sich vor und leckte sie wieder, damit sie erneut in diesen fiebrigen Zustand verfiel. Sie stieß ein ersticktes Geräusch aus und stöhnte schon wieder. »Großer Gott, Reese! Oh Gott! Oh Gott! Ich ertrage das nicht!« Das bezweifelte er. Also bearbeitete er weiter ihre empfindliche Klitoris mit der Zunge, und als ihr Stöhnen heftiger wurde, schob er einen Finger tief in sie hinein und spürte, wie sie sich zusammenzog. »Ah, perfekt!« Er kniete sich hin, legte seine Hände auf ihre Unterschenkel, legte sie sich auf die Schultern, beugte sich dann vor und drang in sie ein. Audrey keuchte und zuckte am ganzen Körper. Er spürte, wie sie sich um ihn zusammenzog und ihn wieder und wieder zusammenpresste. Es war fast so, als hätte sie einen nicht enden wollenden Orgasmus, und das fühlte sich unglaublich an. Er stieß sich fest in sie hinein und schob sie dabei über die Decke. Sie schrie auf, als er tief in ihr war, und sich dann wieder und wieder in sie hinein pumpte, und ihre Brüste bebten und zuckten bei jedem Stoß. Ihre Scheide lag eng wie ein Handschuh um seinen Penis und zog sich ständig zusammen, und ihm war sofort klar, dass er das nicht lange durchhalten würde. Also stieß er sich weiter in sie hinein, fest entschlossen, so lange damit weiterzumachen, bis er ihr noch weitere dieser klagenden Schreie entlockt hatte. »Kommst du, Audrey!« stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Ihr leises Stöhnen schien direkt in seine Hoden zu fahren. Sie hatte die Augen geschlossen und den Kopf in den Nacken gelegt. »Kann nicht! Aufhören! Oh Gott! Reese!« »Braves Mädchen!«, lobte er sie und drang immer tiefer und fester in sie ein. Es war so schön, in ihr zu versinken, während ihre weichen Oberschenkel gegen ihn prallten und sich ihre großen Brüste bei jedem seiner Stöße bewegten. »Sag mir, dass ich kommen soll, Audrey!« Sie wimmerte und warf den Kopf fast schon willenlos hin und her. »Sag mir, dass ich kommen soll, Audrey!« stieß er hervor und untermalte jede Pause mit einem heftigen Stoß. »Oh, verdammt!«, keuchte sie, öffnete die Lippen und stieß einen wortlosen Schrei aus. Wieder spürte er, wie sie sein Glied fest zusammenpresste. »Reece!« kam es schließlich atemlos aus ihrem Mund. »Komm, bitte!« Die Lust in ihrer Stimme zerschmetterte seine Kontrolle und sein Orgasmus explodierte förmlich. Sein Penis zuckte und er kam mit lautem Stöhnen, während er die Kontrolle über seinen Körper verlor. Er drang tief in sie ein, einmal, zweimal und verlor sich in den Nachwirkungen seines Höhepunkts. Dann ließ er sie los, rollte sich auf die Seite, legte sich auf den Rücken und versuchte wieder zu Atem zu kommen. Sie keuchten beide heftig und sagten lange Zeit kein Wort. Reece starrte zu den Ästen hinauf und war sehr zufrieden mit sich. Sex war auch so schon sein Lieblingshobby, aber mit Audrey machte es noch mehr Spaß. Er stellte fest, dass es ausgesprochen lustvoll war, erobert zu werden, um dann den Spieß umzudrehen und sie zu erobern. Das vertraute Spiel mit den Machtwechseln, das sie im Alltag spielten, setzte sich auch im Bett fort. Es erstaunte ihn, wie sehr er das genoss. Träge zog er das Kondom ab und warf es in die Plastiktüte, um Audrey dann an sich zu ziehen. Ihr ganzer Körper war mit einer dünnen Schweißschicht bedeckt, aber sie war kurvig, warm und wunderbar anzufassen, also drückte er sie fest an sich. Sie stieß ein leises Wimmern aus. Ich kann nicht mehr, meine Vagina kapituliert. Reece kicherte und drückte einen Kuss auf ihre Schulter. Sie muss wirklich etwas ausdauernder werden, würde ich sagen. Sie ist ausdauernd, protestierte sie, aber du hast sie ausgelaugt. Sie kuschelte sich an ihn und schmiegte sich in den Arm, den er um ihre Talie legte. Du liebe Güte, ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht so oft gekommen. Ja, sinnierte er und konnte es sich nicht verknallfen, sie zu necken. Das kann ich ziemlich gut. Audreys entrüstetes Schnauben brachte ihn zum Lachen. Er küßte noch einmal ihre Schulter und streckte dann die Hand aus, um eine ihrer Brüste zu befingern. Gib es zu. Das war der beste Sex, den du je hattest. Ich werde überhaupt nichts zugeben, entgegnete sie schläfrig, gab aber dennoch ein wonnevolles Geräusch von sich, als er sanft in ihre Brustwarze kniff. Das war schon okay. Er glaubte ohnehin, die Antwort zu kennen. Reece grinste. Worte auf ihre Brustwarze und pustete dann auf die feuchte Spitze, sodass Audreys erschauerte. Willst du es mir nicht sagen? Ich hasse dich, stieß sie stöhnend aus und krümmte die Finger in seinem Haar, bis es fast schmerzte. Du willst wirklich, dass ich dich anflehe, nicht wahr? Ja, anflehen ist was sehr Schönes. Das gab er zu und knabberte an ihrer Brust, damit sie erneut aufstöhnte. Und ich muss zugeben, dass ich nur zu gern hören würde, wie du mich anfließt. Möchtest du, dass ich meine Finger zwischen deine Schamlippen schiebe und deine Klitoris streichle? Als sie hörbar nach Luft schnappte, war ihm das Belohnung genug. Oh ja, mach das! Warum bittest du mich dann nicht darum? Er drückte die Hand ganz leicht auf ihre Vulva. Sie wimmerte und hob die Hüften an, um sich an seine Hand zu reiben. Fick dich! Darum wirst du mich auch bitten müssen, sagte er nachdenklich. Sie stöhnte frustriert. Ihre Hände zarrten an seinem Kopf, als wollte sie versuchen, ihn nach unten zu schieben, aber er widersetzte sich. Ach, du Lutscher! Auch darum wirst du mich bitten müssen, erwiderte er mit verführerischer Stimme. Aber man hat mir gesagt, dass ich das ziemlich gut mache. Er leckte über ihre Brustwarze und grinste sie an. Zu seiner großen Freude wandte sich Audrey in seinen Armen und stöhnte. Du, du gemeiner Kerl! »Hm«, murmelte er und saugte an ihr. »Bitte«, stieß sie hervor. »Bitte gib mir mehr!« »Mehr was?« »Mehr von deinem Mund«, hauchte sie. »Das brauche ich jetzt.« »Mhm, wo denn?« Er ließ die Zunge langsam über ihre Brustwarze gleiten. »Ohne genaue Anweisungen kann ich da leider nichts ausrichten.« »Meiner Muschi«, stieß sie mit leiser Stimme hervor und knirschte mit den Zähnen, als wären ihr die Worte mit Gewalt entrungen worden. »Ach, dieser süße kleine Kontrollfreak!« Reese kicherte und bewegte die Finger in ihrem Schritt. »Ich soll nicht zuerst mit den Händen anfangen? Bist du da nicht etwas zu ungeduldig?« »Die Hände sind auch in Ordnung«, keuchte sie. »Du bittest um meine Hände?« »Nein!« »Wie schade«, erwiderte er und genoss es zu sehen, wie sie immer schneller atmete. »Ich hätte jetzt Lust, sie zu benutzen.« Bei diesen Worten drang er mit einem Finger in sie ein. Sie drückte augenblicklich den Rücken durch und setzte sich beinahe auf. »Ach, Reese!« Ihr Schrei heilte durch den Wald und sie schlug sich erschrocken eine Hand vor den Mund. »Das klang doch schon ganz gut«, meinte er. Und lachte leise. »Ich finde, dafür hast du eine Belohnung verdient.« Sein Finger strich immer wieder durch ihre Feuchtigkeit und wanderte dann in Richtung ihrer Klitoris. Sie war unglaublich feucht, sogar ihre Oberschenkel waren schon benetzt. Er umkreiste ihre harte Klitoris. »Fühlt sich das besser an, Süße?« Sie schrie auf, schloss vor Wonne die Augen und drückte die Beine noch weiter auseinander. Audrey war in ihrer Lust einfach wunderbar. Er streifte ihre Klitoris noch einmal mit dem Finger und ließ ihn dann weiter nach unten gleiten, um ihre Öffnung zu umkreisen. Zuerst schob er nur einen Finger in sie hinein, und als sie wimmerte, fügte er einen zweiten hinzu. Sie war so feucht, dass es sich fast anfühlte, als wollte sie seine Finger in sich einsaugen. Jedes Mal, wenn er die Finger in ihre Wärme stieß, streichelte er mit dem Daumen über ihre Klitoris. Ihre Schreie wurden immer wilder und kamen häufiger, und sie bewegte die Hüften unter seinen Fingern, um ihre Lust weiter zu steigern. Wieder und wieder stieß er die Finger in sie hinein und beobachtete ihre Reaktion. Sie war wunderschön. Sie hatte den Kopf in den Nacken gelegt, ihr weißer Hals glänzte im Schein der Lampe, und ihre Brüste wippten und bebten bei jeder Bewegung ihrer Hüften. Es gefiel ihm, dass sie ihre Lust so hemmungslos auslebte. Einige Frauen, mit denen er zusammen gewesen war, hatten immer so getan, als würden sie alles genießen und dann einen lächerlichen Orgasmus simuliert. Im Gegensatz zu ihnen bestieg Audrey einen Mann und benutzte ihn, bis sie bekommen hatte, was sie brauchte. Das war eine Frau nach seinem Geschmack. Daher schob er die Finger härter in diesen weichen Spalt, krümmte tief in ihrem Innern die Finger und wollte ihr so viel Lust schenken, wie er nur konnte. Sie zog sich um seine Hand herum zusammen und kam hart und heftig. Ihre abgehackten, wortlosen Schreie heilten durch die Nachtluft. Wieder und wieder verkrampfte sich ihre Scheide um seine Finger, ihre Muskeln zerquetschten ihn, und sie atmete schwer, als wäre sie gerade einen Marathon gelaufen. »Das war schön«, murmelte Reese mit rauer Stimme. »Es ist unmöglich, den Blick abzuwenden, wenn du kommst, Audrey.« »Dein Gesichtsausdruck dabei ist einfach unglaublich.« Sie schlug die Augen auf und sah ihn mit sanfter Miene an. Ihre Lippen leuchteten so rot, als hätte sie draufgebissen. Sie sah so unglaublich heiß aus, dass sein Penis noch steifer wurde und wehtat, aber er zwang sich, ihn zu ignorieren, da er diese wundervolle Frau, die da vor ihm lag, richtig auskosten wollte. Reese hob die Hand und leckte sich die Finger ab, an denen ihre Feuchtigkeit glänzte. »Und du schmeckst auch noch gut.« Sie riss die Augen auf und schnappte nach Luft, während sie ihm zusah. Ihr Geschmack war in der Tat köstlich, süß und salzig gleichzeitig. Er wollte mehr davon. Daher bückte er sich und schob ihre Knie hoch, sodass er ihren wundervollen Hintern sowie ihre feuchten, glänzenden Schamlippen sehen konnte. »Ich werde dich jetzt lecken, bis du erneut kommst, Audrey.« Sie zitterte, was er in dem Arm spüren konnte, mit dem er ihre Beine hochhielt. »Ich bin doch schon zweimal gekommen.« »Das ist mir egal,« entgegnete er und beugte sich zwischen ihren Beinen nach unten. »Das wird mich nicht aufhalten. So bist du für meine Zunge umso saftiger wie ein Pfirsich.« Erneut erbebte sie. Er stemmte die Hände gegen die Rückseite ihrer Oberschenkel, damit sie in der Luft die Beine spreizte. Dann beugte er sich vor und leckte langsam einmal über ihre Schamlippen. Sie war so unglaublich feucht, dass er ihren wundervollen Geschmack sofort auf der Zunge hatte. Audrey stöhnte tief und begierig, als sie seine Zunge spürte, und ihre Beine zitterten noch heftiger. »Reece«, keuchte sie. »Bitte, ich bin so empfindlich.« »Dann wird mir das noch größeren Spaß machen,« erklärte er ihr und drückte das Gesicht in ihren Schritt. Er wurde mit einem Freudenschrei belohnt und drückte die Zunge gegen ihre Öffnung, kostete sie, erkundete sie. Ihr Zittern wollte gar nicht mehr aufhören, aber als er seine Zunge zu ihrer Klitoris schob und sie leckte, zuckte sie immer heftiger und stieß stöhnend seinen Namen aus. »Oh Gott, Reece, ich komme schon wieder!« »Dann tu das!« Er umzüngelte ihre Klitoris und saugte und knabberte daran. Die ganze Zeit bewegte sie leicht die Hüften und stieß erstickte Laute aus, bis sie kam. Als sie gar nicht mehr aufhörte zu stöhnen, fragte er sich, ob ihr Höhepunkt noch andauerte. Aber er machte sich nicht die Mühe, nachzusehen. Er leckte weiterhin über den kleinen Lustknoten und saugte daran. Dann schob er zwei Finger in sie hinein und stieß sie im gleichen Rhythmus, in dem seine Zunge über ihre Klitoris tanzte, immer wieder tief in sie. Ihre Scheide zog sich zusammen, ihre Muskeln pressten sich gegen seine Hände und ihre Schreie wurden immer wilder. Dann schrie Audrey laut auf und eine neue Welle benetzte seine Zunge. »Mann, war das heiß!« Auf einmal wollte er in ihr versinken und spüren, wie sie sich um ihn herum zusammenzog. Er setzte sich hastig auf, nahm ein neues Kondom aus seinem Vorrat, riss die Folie auf und streifte es so schnell er konnte über. Ihr Orgasmus sollte gar nicht mehr aufhören, damit er spürte, wie sich ihre heiße, enge Scheide um ihn zusammenzog, während ihr ganzer Körper zitterte. Als er sich wieder zu ihr umdrehte, sah er sofort, dass ihre Beine wieder auf dem Boden lagen und sich ihre Brüste schnell hoben und senkten, weil sie nach Luft schnappte. »Böse Audrey«, murmelte er, hockte sich vor sie und drückte ihre Beine wieder hoch. »Wer hat gesagt, dass ich fertig bin?« Er beugte sich vor und leckte sie wieder, damit sie erneut in diesen fiebrigen Zustand verfiel. Sie stieß ein ersticktes Geräusch aus und stöhnte schon wieder. »Großer Gott, Reese! Oh Gott! Oh Gott! Ich ertrage das nicht!« Das bezweifelte er. Also bearbeitete er weiter ihre empfindliche Klitoris mit der Zunge, und als ihr Stöhnen heftiger wurde, schob er einen Finger tief in sie hinein und spürte, wie sie sich zusammenzog. »Ah, perfekt!« Er kniete sich hin, legte seine Hände auf ihre Unterschenkel, legte sie sich auf die Schultern, beugte sich dann vor und drang in sie ein. Audrey keuchte und zuckte am ganzen Körper. Er spürte, wie sie sich um ihn zusammenzog und ihn wieder und wieder zusammenpresste. Es war fast so, als hätte sie einen nicht enden wollenden Orgasmus, und das fühlte sich unglaublich an. Er stieß sich fest in sie hinein und schob sie dabei über die Decke. Sie schrie auf, als er tief in ihr war, und sich dann wieder und wieder in sie hineinpumpte, und ihre Brüste bebten und zuckten bei jedem Stoß. Ihre Scheide lag eng wie ein Handschuh um seinen Penis und zog sich ständig zusammen, und ihm war sofort klar, dass er das nicht lange durchhalten würde. Also stieß er sich weiter in sie hinein, fest entschlossen, so lange damit weiterzumachen, bis er ihr noch weitere dieser klagenden Schreie entlockt hatte. »Kommst du, Audrey!« stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Ihr leises Stöhnen schien direkt in seine Hoden zu fahren. Sie hatte die Augen geschlossen und den Kopf in den Nacken gelegt. »Kann nicht! Aufhören! Oh Gott! Reese!« »Braves Mädchen!«, lobte er sie und drang immer tiefer und fester in sie ein. Es war so schön, in ihr zu versinken, während ihre weichen Oberschenkel gegen ihn prallten und sich ihre großen Brüste bei jedem seiner Stöße bewegten. »Sag mir, dass ich kommen soll, Audrey!« Sie wimmerte und warf den Kopf fast schon willenlos hin und her. »Sag mir, dass ich kommen soll, Audrey!« stieß er hervor und untermalte jede Pause mit einem heftigen Stoß. »Oh, verdammt!«, keuchte sie, öffnete die Lippen und stieß einen wortlosen Schrei aus. Wieder spürte er, wie sie sein Glied fest zusammenpresste. »Reece!«, kam es schließlich atemlos aus ihrem Mund. »Komm, bitte!« Die Lust in ihrer Stimme zerschmetterte seine Kontrolle und sein Orgasmus explodierte förmlich. Sein Penis zuckte und er kam mit lautem Stöhnen, während er die Kontrolle über seinen Körper verlor. Er drang tief in sie ein, einmal, zweimal und verlor sich in den Nachwirkungen seines Höhepunkts. Dann ließ er sie los, rollte sich auf die Seite, legte sich auf den Rücken und versuchte, wieder zu Atem zu kommen. Sie keuchten beide heftig und sagten lange Zeit kein Wort. Reece starrte zu den Ästen hinauf und war sehr zufrieden mit sich. Sex war auch so schon sein Lieblingshobby, aber mit Audrey machte es noch mehr Spaß. Er stellte fest, dass es ausgesprochen lustvoll war, erobert zu werden, um dann den Spieß umzudrehen und sie zu erobern. Dann, das vertraute Spiel mit den Machtwechseln, das sie im Alltag spielten, setzte sich auch im Bett fort. Es erstaunte ihn, wie sehr er das genoss. Träge zog er das Kondom ab und warf es in die Plastiktüte, um Audrey dann an sich zu ziehen. Ihr ganzer Körper war mit einer dünnen Schweißschicht bedeckt, aber sie war kurvig, warm und wunderbar anzufassen, also drückte er sie fest an sich. Sie stieß ein leises Wimmern aus. Ich kann nicht mehr, meine Vagina kapituliert. Reece kicherte und drückte einen Kuss auf ihre Schulter. Sie muss wirklich etwas ausdauernder werden, würde ich sagen. Sie ist ausdauernd, protestierte sie, aber du hast sie ausgelaugt. Sie kuschelte sich an ihn und schmiegte sich in den Arm, den er um ihre Talie legte. Du liebe Güte, ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht so oft gekommen. Ja, sinnierte er und konnte es sich nicht verknalfen, sie zu necken. Das kann ich ziemlich gut. Audreys entrüstetes Schnauben brachte ihn zum Lachen. Er küßte noch einmal ihre Schulter und streckte dann die Hand aus, um eine ihrer Brüste zu befingern. Gib es zu. Das war der beste Sex, den du je hattest. Ich werde überhaupt nichts zugeben, entgegnete sie schläfrig, gab aber dennoch ein wonnevolles Geräusch von sich, als er sanft in ihre Brustwarze kniff. Das war schon okay. Er glaubte ohnehin, die Antwort zu kennen. Reece grinste. »Ice«, keuchte sie, »bitte, ich bin so empfindlich.« »Dann wird mir das noch größeren Spaß machen«, erklärte er ihr und drückte das Gesicht in ihren Schritt. Er wurde mit einem Freudenschrei belohnt und drückte die Zunge gegen ihre Öffnung, kostete sie, erkundete sie. Ihr Zittern wollte gar nicht mehr aufhören, aber als er seine Zunge zu ihrer Klitoris schob und sie leckte, zuckte sie immer heftiger und stieß stöhnend seinen Namen aus. »Oh Gott, Reece, ich komme schon wieder!« »Dann tu das!« Er umzüngelte ihre Klitoris und saugte und knabberte daran. Die ganze Zeit bewegte sie leicht die Hüften und stieß erstickte Laute aus, bis sie kam. Als sie gar nicht mehr aufhörte zu stöhnen, fragte er sich, ob ihr Höhepunkt noch andauerte. Aber er machte sich nicht die Mühe, nachzusehen. Er leckte weiterhin über den kleinen Lustknoten und saugte daran. Dann schob er zwei Finger in sie hinein und stieß sie im gleichen Rhythmus, in dem seine Zunge über ihre Klitoris tanzte, immer wieder tief in sie. Ihre Scheide zog sich zusammen, ihre Muskeln pressten sich gegen seine Hände und ihre Schreie wurden immer wilder. Dann schrie Audrey laut auf und eine neue Welle benetzte seine Zunge. Wann war das heiß! Auf einmal wollte er in ihr versinken und spüren, wie sie sich um ihn herum zusammenzog. Er setzte sich hastig auf, nahm ein neues Kondom aus seinem Vorrat, riss die Folie auf und streifte es so schnell er konnte über. Ihr Orgasmus sollte gar nicht mehr aufhören, damit er spürte, wie sich ihre heiße, enge Scheide um ihn zusammenzog, während ihr ganzer Körper zitterte. Als er sich wieder zu ihr umdrehte, sah er sofort, dass ihre Beine wieder auf dem Boden lagen und sich ihre Brüste schnell hoben und senkten, weil sie nach Luft schnappte. »Böse Audrey«, murmelte er, hockte sich vor sie und drückte ihre Beine wieder hoch. »Wer hat gesagt, dass ich fertig bin?« Er beugte sich vor und leckte sie wieder, damit sie erneut in diesen fiebrigen Zustand verfiel. Sie stieß ein ersticktes Geräusch aus und stöhnte schon wieder. »Großer Gott, Reese! Oh Gott! Oh Gott! Ich ertrage das nicht!« Das bezweifelte er. Also bearbeitete er weiter ihre empfindliche Klitoris mit der Zunge, und als ihr Stöhnen heftiger wurde, schob er einen Finger tief in sie hinein und spürte, wie sie sich zusammenzog. Ah, perfekt! Er kniete sich hin, legte seine Hände auf ihre Unterschenkel, legte sie sich auf die Schultern, beugte sich dann vor und drang in sie ein. Audrey keuchte und zuckte am ganzen Körper. Er spürte, wie sie sich um ihn zusammenzog und ihn wieder und wieder zusammenpresste. Es war fast so, als hätte sie einen nicht enden wollenden Orgasmus, und das fühlte sich unglaublich an. Er stieß sich fest in sie hinein und schob sie dabei über die Decke. Sie schrie auf, als er tief in ihr war, und sich dann wieder und wieder in sie hinein pumpte, und ihre Brüste bebten und zuckten bei jedem Stoß. Ihre Scheide lag eng wie ein Handschuh um seinen Penis und zog sich ständig zusammen, und ihm war sofort klar, dass er das nicht lange durchhalten würde. Also stieß er sich weiter in sie hinein, fest entschlossen, so lange damit weiterzumachen, bis er ihr noch weitere dieser klagenden Schreie entlockt hatte. »Kommst du, Audrey!« stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Ihr leises Stöhnen schien direkt in seine Hoden zu fahren. Sie hatte die Augen geschlossen und den Kopf in den Nacken gelegt. »Ich kann nicht! Aufhören! Oh Gott! Reese!« »Braves Mädchen«, lobte er sie und drang immer tiefer und fester in sie ein. Es war so schön, in ihr zu versinken, während ihre weichen Oberschenkel gegen ihn prallten und sich ihre großen Brüste bei jedem seiner Stöße bewegten. »Sag mir, dass ich kommen soll, Audrey!« Sie wimmerte und warf den Kopf fast schon willenlos hin und her. »Sag mir, dass ich kommen soll, Audrey!« stieß er hervor und untermalte jede Pause mit einem heftigen Stoß. »Oh, verdammt!« keuchte sie, öffnete die Lippen und stieß einen wortlosen Schrei aus. Wieder spürte er, wie sie sein Glied fest zusammenpresste. »Reece!« kam es schließlich atemlos aus ihrem Mund. »Komm, bitte!« Die Lust in ihrer Stimme zerschmetterte seine Kontrolle und sein Orgasmus explodierte förmlich. Sein Penis zuckte und er kam mit lautem Stöhnen, während er die Kontrolle über seinen Körper verlor. Er drang tief in sie ein, einmal, zweimal und verlor sich in den Nachwirkungen seines Höhepunkts. Dann ließ er sie los, rollte sich auf die Seite, legte sich auf den Rücken und versuchte, wieder zu Atem zu kommen. Sie keuchten beide heftig und sagten lange Zeit kein Wort. »Reece« starrte zu den Ästen hinauf und war sehr zufrieden mit sich. Sex war auch so schon sein Lieblingshobby, aber mit Audrey machte es noch mehr Spaß. Er stellte fest, dass es ausgesprochen lustvoll war, erobert zu werden, um dann den Spieß umzudrehen und sie zu erobern. Das vertraute Spiel mit den Machtwechseln, das sie im Alltag spielten, setzte sich auch im Bett fort. Es erstaunte ihn, wie sehr er das genoss. Träge zog er das Kondom ab und warf es in die Plastiktüte, um Audrey dann an sich zu ziehen. Ihr ganzer Körper war mit einer dünnen Schweißschicht bedeckt, aber sie war kurvig, warm und wunderbar anzufassen, also drückte er sie fest an sich. Sie stieß ein leises Wimmern aus. »Ich kann nicht mehr. Meine Vagina kapituliert.« Reece kicherte und drückte einen Kuss auf ihre Schulter. »Sie muss wirklich etwas ausdauernder werden, würde ich sagen.« »Sie ist ausdauernd,« protestierte sie, »aber du hast sie ausgelaugt.« Sie kuschelte sich an ihn und schmiegte sich in den Arm, den er um ihre Talie legte. »Du liebe Güte, ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht so oft gekommen.« »Ja,« sinnierte er und konnte es sich nicht verknalfen, sie zu necken. »Das kann ich ziemlich gut.« Audreys entrüstetes Schnauben brachte ihn zum Lachen. Er küsste noch einmal ihre Schulter und streckte dann die Hand aus, um eine ihrer Brüste zu befingern. »Gib es zu. Das war der beste Sex, den du je hattest.« »Ich werde überhaupt nichts zugeben,« entgegnete sie schläfrig, gab aber dennoch ein wonnevolles Geräusch von sich, als er sanft in ihre Brustwarze kniff. »Das war schon okay.« Er glaubte ohnehin, die Antwort zu kennen. Reese grinste. Er ließ er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Ihr leises Stöhnen schien direkt in seine Hoden zu fahren. Sie hatte die Augen geschlossen und den Kopf in den Nacken gelegt. »Kann nicht! Aufhören! Oh Gott! Reese!« »Braves Mädchen!«, lobte er sie und drang immer tiefer und fester in sie ein. Es war so schön, in ihr zu versinken, während ihre weichen Oberschenkel gegen ihn prallten und sich ihre großen Brüste bei jedem seiner Stöße bewegten. »Sag mir, dass ich kommen soll, Audrey!« Sie wimmerte und warf den Kopf fast schon willenlos hin und her. »Sag mir, dass ich kommen soll, Audrey!« stieß er hervor und untermalte jede Pause mit einem heftigen Stoß. »Oh, verdammt!« keuchte sie, öffnete die Lippen und stieß einen wortlosen Schrei aus. Wieder spürte er, wie sie sein Glied fest zusammenpresste. »Reece!« kam es schließlich atemlos aus ihrem Mund. »Komm! Bitte!« Die Lust in ihrer Stimme zerschmetterte seine Kontrolle und sein Orgasmus explodierte förmlich. Sein Penis zuckte und er kam mit lautem Stöhnen, während er die Kontrolle über seinen Körper verlor. Er drang tief in sie ein, einmal, zweimal und verlor sich in den Nachwirkungen seines Höhepunkts. Dann ließ er sie los, rollte sich auf die Seite, legte sich auf den Rücken und versuchte wieder zu Atem zu kommen. Sie keuchten beide heftig und sagten lange Zeit kein Wort. »Reece« starrte zu den Ästen hinauf und war sehr zufrieden mit sich. Sex war auch so schon sein Lieblingshobby, aber mit Audrey machte es noch mehr Spaß. Er stellte fest, dass es ausgesprochen lustvoll war, erobert zu werden, um dann den Spieß umzudrehen und sie zu erobern. Das vertraute Spiel mit den Machtwechseln, das sie im Alltag spielten, setzte sich auch im Bett fort. Es erstaunte ihn, wie sehr er das genoss. Träge zog er das Kondom ab und warf es in die Plastiktüte, um Audrey dann an sich zu ziehen. Ihr ganzer Körper war mit einer dünnen Schweißschicht bedeckt, aber sie war kurvig, warm und wunderbar anzufassen, also drückte er sie fest an sich. Sie stieß ein leises Wimmern aus. »Ich kann nicht mehr. Meine Vagina kapituliert.« Reese kicherte und drückte einen Kuss auf ihre Schulter. »Sie muss wirklich etwas ausdauernder werden, würde ich sagen.« »Sie ist ausdauernd,« protestierte sie, »aber du hast sie ausgelaugt.« Sie kuschelte sich an ihn und schmiegte sich in den Arm, den er um ihre Talie legte. »Du liebe Güte, ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht so oft gekommen.« »Ja,« sinnierte er und konnte es sich nicht verknallfen, sie zu necken. »Das kann ich ziemlich gut.« Audreys entrüstetes Schnauben brachte ihn zum Lachen. Er küßte noch einmal ihre Schulter und streckte dann die Hand aus, um eine ihrer Brüste zu befingern. »Gib es zu. Das war der beste Sex, den du je hattest.« »Ich werde überhaupt nichts zugeben,« entgegnete sie schläfrig, gab aber dennoch ein wonnevolles Geräusch von sich, als er sanft in ihre Brustwarze kniff. »Das war schon okay.« Er glaubte ohnehin, die Antwort zu kennen. Reese grinste. Er sparrte. Er stellte fest, dass es ausgesprochen lustvoll war, erobert zu werden, um dann den Spieß umzudrehen und sie zu erobern. Das vertraute Spiel mit den Machtwechseln, das sie im Alltag spielten, setzte sich auch im Bett fort. Es erstaunte ihn, wie sehr er das genoss. Träge zog er das Kondom ab und warf es in die Plastiktüte, um Audrey dann an sich zu ziehen. Ihr ganzer Körper war mit einer dünnen Schweißschicht bedeckt, aber sie war kurvig, warm und wunderbar anzufassen, also drückte er sie fest an sich. Sie stieß ein leises Wimmern aus. »Ich kann nicht mehr. Meine Vagina kapituliert.« Reese kicherte und drückte einen Kuss auf ihre Schulter. »Sie muss wirklich etwas ausdauernder werden,« würde ich sagen. »Sie ist ausdauernd.« protestierte sie, »aber du hast sie ausgelaugt.« Sie kuschelte sich an ihn und schmiegte sich in den Arm, den er um ihre Talie legte. »Du liebe Güte, ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht so oft gekommen.« »Ja,« sinnierte er und konnte es sich nicht verknalfen, sie zu necken. »Das kann ich ziemlich gut.« Audreys entrüstetes Schnauben brachte ihn zum Lachen. Er küßte noch einmal ihre Schulter und streckte dann die Hand aus, um eine ihrer Brüste zu befingern. »Gib es zu. Das war der beste Sex, den du je hattest.« »Ich werde überhaupt nichts zugeben,« entgegnete sie schläfrig, »gab aber dennoch ein wonnevolles Geräusch von sich, als er sanft in ihre Brustwarze kniff.« »Das war schon okay.« Er glaubte ohnehin, die Antwort zu kennen. Reese grinste. »Sie? Aber du hast sie ausgelaugt.« Sie kuschelte sich an ihn und schmiegte sich in den Arm, den er um ihre Talie legte. »Du liebe Güte, ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht so oft gekommen.« »Ja,« sinnierte er und konnte es sich nicht verknalfen, sie zu necken. »Das kann ich ziemlich gut.« Audreys entrüstetes Schnauben brachte ihn zum Lachen. Er küßte noch einmal ihre Schulter und streckte dann die Hand aus, um eine ihrer Brüste zu befingern. »Gib es zu. Das war der beste Sex, den du je hattest.« »Ich werde überhaupt nichts zugeben,« entgegnete sie schläfrig, gab aber dennoch ein wonnevolles Geräusch von sich, als er sanft in ihre Brustwarze kniff. »Das war schon okay.« Er glaubte ohnehin, die Antwort zu kennen. Reese grinste. Reese grinste. »Gab aber dennoch ein wonnevolles Geräusch von sich, als er sanft in ihre Brustwarze kniff.« »Das war schon okay.« Er glaubte ohnehin, die Antwort zu kennen. Reese grinste. »Gab aber dennoch ein wonnevolles Geräusch von sich, als er sanft in ihre Brustwarze kniff.« »Das war schon okay.« Er glaubte ohnehin, die Antwort zu kennen. Reese grinste. Er glaubte ohnehin, die Antwort zu kennen. Reese grinste. Reese grinste. Reese grinste. Reese grinste. Reese grinste. Reese grinste. Mary sleeves. Die drüber. Der Kopf istір. Sie fahren zum Minnie. Er幽